Guckst du so? Hast du ein Problem mit mir, oder was? So, wir sind fast soweit. Fast. Fast. Ich muss nur ein Problem noch, oder eine Herausforderung lösen. Warte mal, kurzer Test. Ja, prinzipiell schon, aber es geht irgendwie viel zu schnell. Neuer Test. Naja, egal, dann machen wir schnell. Cuts. Geht auch. So. Jetzt erstmal wieder hier in diesen anderen Modus kommen. Ich begrüße euch recht herzlich, falls ihr gerade erst einschaltet. Wir machen einen Law Talk. Warte mal, ein bisschen die Kamera nach unten machen. So. Zu WoW Shadowlands. Ich möchte, bevor wir damit richtig einsteigen, ein paar kleine Vorbemerkungen machen. Vorbemerkung Nummer 1. Bezüglich Spoiler. Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass die kommenden Inhalte Spoiler enthalten können. Sprich, Dinge, die ihr noch nicht wisst, könnte ich euch erzählen. Allerdings hauptsächlich werden wir uns heute damit befassen, was bisher geschah. Und weniger, was noch passieren wird. Ein wenig schon, aber hauptsächlich mit dem, was bisher geschah. also die Hintergründe, die es bisher gab, erläutern. Und weniger die Sachen, die noch passieren werden. Ich persönlich habe auch die Beta zu Shadowlands nicht gespielt und auch nicht irgendwie geguckt als Stream oder so. Dementsprechend gibt es viele Dinge, die ich selbst auch noch nicht weiß. Ansonsten, woher weiß ich überhaupt irgendwas, irgendwie, keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, seit Warcraft 3 so wirklich dabei, Warcraft Lore aufzusaugen. Habe auch ein paar ältere Sachen nachgeholt und so. Ich bin generell sehr begeistert von der Warcraft Lore und mir gefällt die sehr, sehr gut. also aus Büchern und aus Spielen im Wesentlichen. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich glaube, mich damit einigermaßen gut auszukennen und auch mich dafür zu interessieren und so weiter, kann es natürlich sein, dass ich nicht alles weiß. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ich nicht alles weiß. Es kann sehr gut sein, dass ich hier und da etwas vergessen habe oder auch mal etwas falsch verstanden habe oder so. Seht mir das nach. Ich bin nicht der allergrößte Experte, der irgendwie vom Himmel gefallen ist bezüglich dieses Themas. Aber weil es ein Leidenschaftsthema von mir ist, ist mir das wurscht und ich erzähle euch einfach so, wie ich es verstanden habe. Also im Großen und Ganzen die Fehler können wir darüber hinwegsehen, indem wir einfach nur sagen, das sind deshalb keine Fehler, weil sie nicht, weil sie vielleicht nicht objektiv stimmen, aber sie stimmen dahingehend, wie ich es interpretiert habe und meine Interpretation ist ja meine Interpretation. Okay. Genau, die Dauer des Ganzen hier, also wie lange wird das dauern, wie lange werde ich erzählen? Ich kann das ganz schwer einschätzen. Wir haben, ich glaube, 87 Folien vor uns und das wird wahrscheinlich, wenn jede Folie fünf Minuten nur dauern würde, würde das schon einen unglaublichen Umfang haben. Vielleicht stelle ich irgendwann fest, es ist zu viel für einmal und dann machen wir, sagen wir, okay, wir machen nächste Woche weiter. Es kann auch sein, dass ich das jetzt einfach knallhart durchziehe und dass wir hier bis fünf Uhr Nacht sitzen. Könnte auch passieren. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir auch hin und wieder mal Pausen machen. Also es kann sein, dass ich nach ein paar Stunden jetzt sage, so nach zwei, drei Stunden, okay, lass mal kurz ein bisschen ausruhen, weil war jetzt eine ganze Menge. Es könnte auch sein, genau, dass wir bis neun Uhr morgens hier sitzen und die ganze Zeit noch die Lore besprechen von WoW. Ja, vielleicht machen wir ab und zu auch mal Diskussionsrunden. Aber ich glaube, hauptsächlich gehe ich die Geschichte so durch. Die letzte Vorbemerkung, dann fangen wir an. Also ich habe den Chat die ganze Zeit offen und ich gehe vielleicht auch auf das eine oder andere mal ein. Die Geschichte wird haupts-, also primär, so wie ich sie jetzt erzähle, chronologisch erzählt. Das stimmt nicht hundertprozentig. Es gibt immer mal wieder Sprünge. Also manchmal gehe ich mal auch wieder zurück und sage, ah ja, aber übrigens ist noch vor so und so langer Zeit das und das passiert, aber ich muss jetzt erst das erklären, weil dann ist das irgendwie besser zu verstehen. Aber hauptsächlich, im Allgemeinen ist es chronologisch. Und das andere, es gibt Aspekte der Lore, die ich extrem versimpel und verkürze. Also manchmal ganze Charaktere oder ganze WoW-Add-ons handele ich mit einem Halbsatz ab oder so, wenn ich in dem Moment denke, das ist nicht so wichtig gerade zu verstehen. Nicht in dem Hinblick auf Shadowlands, also auf das kommende Add-on, was nicht heißt, dass das nicht coole Storys sind oder so, aber zum Beispiel die ganzen verbündeten Völker, die erwähne ich alle einmal, irgendwann später, wenn wir bei Battle for Azeroth sind, aber ich erzähle nicht von all denen die Hintergrundgeschichten, wer die anführt und wie die jetzt überall zur Horde und zur Allianz kamen und so weiter und so klar. Ich glaube, das ist, ich denke, das kann man gut nachvollziehen. Gut, genug Blabla, fangen wir an. Also, ich habe das so ein bisschen aus Fun of Fun ein bisschen aufgemacht wie so ein Schulreferat. Es wird hoffentlich nicht ganz so langweilig, außerdem glaube ich immer, dass meine Referate recht gut waren, aber das nur nebenbei. Ich habe jetzt geschrieben hier zur Hintergrundgeschichte des Rollenspiels, damit meine ich auch mit Hintergrundgeschichte auf allem die Vorgeschichte, aber nicht nur. Achso, ich muss auch den anderen Computer wieder wechseln. Gesundheit Jens. Wir fangen an beim Kosmos und zwar das Grundsätzliche, wenn man über die Warcraft-Law sprechen will, ist, dass man versteht, was der Warcraft-Kosmos ist. Der Warcraft-Kosmos umfasst sechs grundsätzliche kosmische Mächte. Und zwar gibt es hier oben, seht ihr das verortet, die kosmische Macht des Lichts. Der gegenüber steht die kosmische Macht der Leere oder des Schattens. Und Licht und Leere stehen sich sozusagen direkt gegenüber. Die sind sozusagen erzverfeindet oder wie auch immer man das betrachten möchte. Das heißt aber nicht, dass das Licht grundsätzlich gut ist und dass der Schatten grundsätzlich böse ist. So einfach ist das nicht, sondern es sind einfach nur zwei verschiedene Mächte, die sich gegenüberstehen, dualistisch. So ist das auch mit dem Leben und dem Tod, die sich auch direkt gegenüberstehen, der Ordnung und der Unordnung. und all diese Mächte, alle sechs, die versuchen, über ihre Inkarnationen oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, über ihre Wesen, die sie hinaussenden oder die, in der sich diese kosmischen Mächte manifestieren, Kontrolle über verschiedene Existenzebenen zu bekommen. Zum Beispiel, die Unordnung, die schickt die brennende Legionen aus, das sind die Dämonen. Der Tod hat zum Beispiel als Vertreter vor allem die Untoten. Die Schatten haben die alten Götter oder die Leere haben die alten Götter als ihre Vertreter. Die Ordnung haben die Titanen und das Leben hat die wilden Götter. Das sind so Naturgötter, so Bären und Wölfe, aber davon so Archetypus oder wie man das bezeichnen möchte. Zu diesen kosmischen Mächten, also Licht, Leben, Ordnung, Leere, der Tod und die Unordnung gehören auch immer bestimmte Magien oder Varianten von Magien. Zum Leben gehört die Natur oder die Naturmagie, vor allem das Druidentum ist natürlich hier sehr stark verankert. Zur Ordnung gehört die Arkane-Magie, zur Leere gehört die Schatten-Magie offensichtlich. Also die Begriffe Leere und Schatten sind sehr häufig synonym gebraucht. Darauf steht hier zum Beispiel auch Shadow in Klammern Void. Wobei man auch sagen muss, das hat noch einen anderen Hintergrund, zu dem komme ich gleich noch. Ja, der Tod hat die Nekromatie als Form der Energie, die Unordnung hat die Form, hat die Teufels-Magie oder auch Fell genannt. Und die Wesen auf Azeroth oder auch auf anderen Welten in der Realität, die können halt unterschiedliche Mächte anrufen. Also es gibt ja, so wie ihr wisst zum Beispiel, es gibt irgendwie jetzt einen Magier und der Magier kann zum Beispiel ein Arkane-Magier sein. Da benutzt er genau die kosmischen Mächte der Ordnung. Ein Todesritter benutzt zum Beispiel kosmische Mächte des Todes. Ein Heiligpriester kosmische Mächte des Lichts, in dem Fall die Heilige Magie, also Holy und Light gehört zum Beispiel zusammen. Zusätzlich zu diesen ganzen Sachen kommen noch Elemente hinzu. Das ist vor allem für den Schamanismus wichtig. Es gibt Feuer, Luft und Erde, das sind so die typischen Vertreter, aber es gibt auch den Spirit und Decay. Das ist, wie gesagt, vor allem für den Schamanismus wichtig. Aber auch zum Beispiel ein Magier, der benutzt ja Wasser oder Feuermagie, da spielt das auch eine Rolle. All diese Mächte und diese Magieformen und so weiter, die versuchen, oder die Magieformen nicht, aber all diese Mächte haben halt ihre Vertreter, wie gesagt, wie zum Beispiel die Titanen auf der Seite der Ordnung oder die Old Gods auf Seiten der Leere und so weiter. Und diese Vertreter versuchen Kontrolle oder Macht auszuüben auf die verschiedenen Existenzebenen. die wichtigste oder zentrale Existenzebene aus unserer Perspektive ist die Realität selbst, die Reality. Deshalb ist die auch in der Mitte. Die Reality, zu der Azeroth dazugehört, mit vielen weiteren Planeten, also dazu gehört das gesamte Universum sozusagen, aber die Kosmologie umfasst mehr als das Universum in dieser Wortbedeutung. Die Realität ist in der Mitte und alle Kräfte, sowohl die heilige Magie, die Leere, der Tod und so weiter, die versuchen Kontrolle über die Realität zu gewinnen oder die Macht dort auszuweiten. Es gibt aber auch weitere Realitätsebenen, Existenzebenen, zum Beispiel eben auch den Emerald Dream, also der Smaragdgrüne Traum, ein Reich der Perfektion, der vollkommenen Natur, da wie sich die Titanen zum Beispiel das Leben wirklich vorstellen. Und der Emerald Dream als eine sehr starke, eine Existenzebene, die sehr stark mit dem Leben und der Ordnung verknüpft ist, ist eher geschifftet Richtung Leben und Ordnung in dem Fall und auch ein wenig Richtung Heilig, also zum Beispiel genau im Gegensatz zum Tod, aber sie gehört trotzdem zu diesem zentralen Bereich. Also auch zum Beispiel die Unordnung mit der brennenden Legion und so weiter versucht Kontrolle über den Smaragdgrünen Traum zu gewinnen, auch wenn das für sie weiter entfernt ist. Das kennen wir auch zum Beispiel aus dem Addon Legion mit dem Smaragdgrünen Albtraum, wo Xavius, der sowieso mit Dämonologie viel zu tun hatte, oder auch Ilgenov, der auch viel mit der Schattenmagie zu tun hatte, wo man merkt, okay, beide, ja, beide kosmische Mächte versuchen hier Einfluss oder Kontrolle oder wie auch immer über den Smaragdgrünen Traum zu gewinnen. Außerdem gibt es natürlich auch die Shadowlands. Die Shadowlands sind hier dem Smaragdgrünen Traum entgegengestellt, weil sie eine Existenzebene sind, wo der Tod natürlich sehr gegenwärtig ist. Die Shadowlands sind die Verkörperung oder die Shadowlands sind die Ebene der Existenz, wo alles hinkommt, wenn es stirbt. Und das ist schon gelogen. Also die Shadowlands sind erstmal das Jenseits. Aber wie gesagt, das ist gelogen, weil das stimmt soweit nicht. Zum Beispiel die brennende Legion oder die Dämonen, wenn man einen Dämon tötet, zum Beispiel Archimond, der wurde ja getötet am Berg Chial in dem Warcraft 3 Add-on gegen Ende. Und was passiert mit Archimond, wenn er stirbt? Archimond ist dann nicht einfach tot oder kommt dann in die Schattenlande, sondern Archimond zum Beispiel ist ein Dämon und er kehrt dorthin zurück, wo er wirklich beheimatet ist quasi. Und als Dämon kommt er nicht aus der Realität, sondern als Dämon kommt er aus der Unordnung. Und da gehört genauer genommen eine Astral-Dimension dazu, die heißt Neta. Die ist hier nicht mal aufgeführt, aber das zeigt schon, dass es ein bisschen komplizierter ist mit dem Tod. Und wenn so ein Dämon in den Neta zurückkehrt, kann er sich wieder manifestieren in der Realität. Er kann wiedergeboren werden. auch die wilden Götter, die zum Beispiel oder wenn andere Naturwesen sterben, die kommen zwar auch in die Schattenlande, aber auch das ist für sie nicht endgültig, da kommen wir ganz zum Schluss drauf. Viele andere Wesen, auch zum Beispiel die Elementargeister, also ein Feuerelementar, ein Wasserelementar und wie sie alle heißen, die sterben auch nicht, wenn man die tötet oder nicht im klassischen Sinne. Zum Beispiel Ragnaros in W.O.W. Classic, als man ihn besiegt, der stirbt nicht, sondern Ragnaros kehrt in seine Elementarebene zurück in die Feuerlande zum Beispiel. Und deshalb treffen wir Ragnaros auch wieder in Cataclysm im Add-on. Da gibt es die Feuerlande dann ja als eigene Instanz. Und wenn man zum Beispiel die Brennende, also wenn man jetzt einen Dämon wie Archimund wirklich töten will, also endgültig, oder Ragnaros, da muss man die in ihrer Existenzebene, in ihrer Heimat töten. Nicht auf unserer Ebene der Existenz, der Realität, sondern dort, wo sie beheimatet sind. Bei der Brennenden Legion heißt das, okay, wenn du einen Dämon wirklich töten willst, dann musst du ihn im Neta töten. Wenn du einen Elementar wirklich töten willst, dann musst du ihn auf der Elementarebene töten und nicht in der Realität. Das macht das alles schon mal ein bisschen komplizierter. Und jetzt wird es noch eine Stufe schlimmer. Das hier, also der Kosmos und die verschiedenen Mächte, die versuchen, den Kosmos zu kontrollieren, das stammt aus dem Buch Chroniken, Band 1 oder The Chronicles. In diesem Buch oder in diesen Bänden, das sind insgesamt drei Bücher, hat Blizzard versucht, die unfassbar komplexe Geschichte des Warcraft-Universums, die sich mittlerweile über, ich weiß nicht, 30 Romane, 40 Comics bis 100 Kurzgeschichten und 30.000 Quest-Texte und Warcraft 3, 2, 1 und Add-ons und irgendwelche anderen Sachen. Dort hat Blizzard versucht, all das zu kanalisieren, zusammenzufassen oder auch ein bisschen zu glätten, weil manchmal widersprechen sich vielleicht auch hier und da Dinge. Und die Chroniken, jetzt bei der letzten BlizzCon, also 2019 oder so, hat uns Blizzard gesagt, ja, das haben wir zwar so erzählt damals mit den Chroniken, aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Diese Geschichte davon, wie der Warcraft-Kosmos funktioniert und wie alles im Warcraft-Kosmos passiert ist und so weiter, wo Blizzard das alles geglättet hat und einmal alles schön sauber erklärt hat, das ist nicht die ultimative Wahrheit und vor allem nicht die vollständige Wahrheit, sondern das ist die Sicht auf das Warcraft-Kosmos von den Titanen, also von den Jungs hier, wie die den Warcraft-Kosmos verstanden haben, wie sie die Ereignisse, die in der Warcraft-Law passiert sind, interpretiert haben und so weiter und so fort. Das heißt, deshalb ist dieses Bild unvollständig oder nicht immer hundertprozentig objektiv, sondern wir haben ein perspektivisches Sehen der Titanen. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass jetzt in Shadowlands in dem nächsten Add-on einige Aspekte hinzukommen oder vielleicht auch umgeschrieben werden oder nochmal ein bisschen ausgearbeitet werden, die vorher nicht so richtig klar waren, insbesondere die Shadowlands. und die Schattenlande waren zuvor im Warcraft-Kosmos sehr stiefmütterlich behandelt worden. Und jetzt erfahren wir mehr darüber. Genau. Immer wenn ihr so eine Zahl seht, wie jetzt gerade hierbei kein Gut und Böse und dann in Klammern eine Zahl, dann heißt das, es gibt ein Video. In diesem Video wird ganz gut demonstriert etwas, was ich zu Beginn gesagt habe, nämlich diese Mächte, also Licht, Schatten, Tod, Leben, Unordnung und Ordnung, die sind nicht gut und die sind nicht böse, sondern die sind jeweils für sich. Das hängt immer von der Perspektive ab, die man betrachtet. Und ein Beispiel dafür, dass die Lichtmagie nicht grundsätzlich gut ist, haben wir hier. ein bisschen und da ist das ist, was das ist, , Wir sind gesegnet, ein weiteres Mal eure Präsenz zu spüren, Sera. Turalyon, ihr habt den Auserwählten gefunden. Illidan, von Kindesbeinen an verhießt das Licht eurer Augen eine solch strahlende Zukunft. Dieses Geburtsrecht habe ich vor langer Zeit geopfert. Wünscht ihr nicht, wieder zu erlangen, was verloren wurde? Wieder einst zu sein? Ich wünsche mir nur das Ende der Legion. Mein Kind, ihr habt so viel geopfert, für so wenig. Euer wahres Potenzial, eure Erlösung liegt vor euch. Entsagt eurer gebrochenen Gestalt und empfangt die Kraft des Lichts. Ich habe schon einmal meine Freiheit für Macht verkauft. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Euer altes Leben ist vorüber. Das Licht wird euch ein neues schmieden. Das bestimmt nicht ihr. Das Licht wird eure Narben heilen. Ich bin meine Narben. Euer Schicksal ist das Licht. Mein Schicksal bestimme ich. Ihr habt uns verdammt, Verräter! Euer Glaube blendet euch. Es darf keinen Auserwählten geben. Nur wir können uns selbst retten. Ja, was wir hier gesehen haben, ist, wie ein Naru versucht hat, Illidan zu Licht schmieden. Das heißt, ein Naru hat versucht, diesen mächtigen Krieger, wenn man so möchte, oder diesen mächtigen Dämonenjäger, nämlich Illidan, in einen Krieger der Seinen zu verwandeln. Denn die Naru haben ihre eigene Armee, ihre Armee des Lichts genannt. Und hier wurde versucht, Illidan komplett auf diese Seite dieser Licht- und Heiligmagie zu ziehen. Aber Illidan war not amused. Er wollte das nicht. Aber man hat ganz klar gesehen, das war dem Licht scheißegal. Das Licht wollte einfach nur Macht haben oder einen mächtigen Krieger auf seiner Seite haben. Und ja, damit wird ganz gut deutlich. Sowieso ist Illidan ein fantastisches Beispiel für einen Charakter, der weder gut noch böse ist. Der macht manchmal ganz schön schlimme und böse Dinge, aber irgendwie ist er meistens trotzdem auf der richtigen Seite. Er macht nur die falschen Mittel oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und oft ist er auch gefangen von vielleicht seiner Machtgier und sonst irgendwas. Aber man kann nicht sagen, der ist grundsätzlich böse oder grundsätzlich gut. Bei den Naru ist es genauso. Lange Zeit war das aber gar nicht so klar. Also das ist eher so in den letzten Jahren überhaupt, wie soll man sagen, zum Kanon geworden im Wolfgraf-Universum, dass das Licht nicht grundsätzlich gut ist zum Beispiel. So, soviel zum Kosmos. Gehen wir mal weiter. Und fangen jetzt an. Also, den Kosmos habe ich nur erläutert erstmal, damit ihr ein grundsätzliches Verständnis von diesen kosmischen Mächten habt, weil das ist sozusagen Grundlage für alles, was jetzt kommt. Und das wird immer wieder kommen. Und ich werde auch immer wieder darauf zurückgreifen. Jetzt beginnen wir mit der Vorgeschichte von Shadowlands. Und die beginnt mit der brennenden Legion. Und als allererstes beginnt diese Geschichte mit Sagaras. Sagaras ist ein Titan. Wir gehen zurück. Sagaras, Titan, unten links. Ja, die Ordnung. Ein Vertreter der Ordnung. Und was wollen Titanen? Titanen wollen vor allem eins, nämlich andere Weltenseelen finden. Was sind diese Weltenseelen? Es ist so, als die Realität, also das Universum entstand, gab es einige wenige Planeten, super, super wenige, die beseelt waren. Also im Inneren des Planeten gab es eine Seele. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Ei. So ein Ei, was irgendwann schlüpft. Und wenn dieses Ei schlüpft, was ein ganzer Planet ist, dann ist dann so ein Titan geboren quasi. Und weil die Titanen so wenige sind, eine Handvoll oder zwei maximal, sind die die ganze Zeit auf der Suche und reisen so durchs Universum. So lalalala, von Planet zu Planet und gucken, hey Planet, hast du eine Seele oder nicht? Außerdem wollen die Titanen Ordnung schaffen. Wie gesagt, sind Geschöpfe der Ordnung, mit anderen Worten. Die sehen so einen Planeten und denken sich, ei, 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 hier ist aber ganz schön unordentlich. Jetzt sortieren wir erstmal hier schön die Sandkörner nach Größe und so weiter und so fort. Also nach ihrer eigenen Vorstellung, was in ihren Denken Ordnung bedeutet. Im Wesentlichen bedeutet bei denen zum Beispiel Ordnung, dass die Kreaturen oder die Lebewesen, die Titanen oder von Titanen erschaffen werden, sind zum Beispiel Wesen aus Stein oder aus Metall und Maschinen. Titanen sind so ein bisschen wie so Ingenieure, nur in Krass. Und jetzt gibt es einen Titan, der heißt Sageras. Der ist ein Titan wie jeder der anderen und der bekämpft die Dämonen. Denn die Dämonen gehören ja zu brennenden Legionen. Die gibt es zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht, aber später. Aber die Dämonen gehören vor allem zur Unordnung. Das heißt, die Dämonen, die kommen irgendwie auf die Planeten und die machen alles kaputt und setzen alles in Brand und machen alles unordentlich. Und dann müssen die Titanen wieder alles in Ordnung bringen. Das finden die nicht so cool. Deswegen haben die Titanen sich Folgendes überlegt. Einer von uns, und das ist Sageras, weil Sageras ist der Krasseste, im Sinne von der Stärkste, der Mächtigste, derjenige, der am dollsten irgendwo hinhauen kann. Den entsenden wir als unseren Krieger. Und dieser Krieger Sageras, der soll gefälligst alle Dämonen niederschlachten, die er findet. Und das macht Sageras. Und er macht es und macht es und macht es und macht es. Über Tausende, über Tausende von Jahren. Vielleicht sogar Millionen von Jahren. Und Sageras stellt fest, dass es ganz schön frustrierend, dieses Dämonen abschlachten. Denn jedes Mal, wenn er den Dämonen besiegt hat, hat er irgendwann festgestellt, nach so Tausenden von Jahren, den habe ich doch schon mal gesehen. Den habe ich doch auch schon mal gesehen. Den doch auch. Also er merkt, fuck, die kommen immer wieder. Also das ist so eine Sisyphus-Arbeit. Und er wird einfach nicht fertig. Deswegen dreht sie Sageras so ein bisschen am Rad und denkt sich schon, ach du Scheiße, ich werde ja nie fertig mit der Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, Sageras ist pflichtbewusst, er will Ordnung schaffen und er macht einfach weiter. Das ist so ein bisschen wie in einer Ehe. Der eine macht immer alles unordentlich, der andere muss es sauber machen. Aber die beiden lieben sich halt, deswegen geht es immer weiter. Oder sie lieben sich auch nicht. Naja, wie in einer Ehe halt. Aber eines Tages ändert sich etwas. Eines Tages, Sageras wieder unterwegs, auf der Suche nach Dämonen, die er niederschlachten kann, findet er einen Planeten, der ist anders als alles, was er zuvor gesehen hat. Erstmal war er total aus dem Häuschen, denn der Planet, den er gefunden hat, hat eine Weltenseele. Hurra, hurra, hurra. Tausende von Jahren haben wir keine Weltenseele mehr gefunden. Wir haben eine Weltenseele gefunden. Sageras, super glücklich, denkt sich, geil, Weltenseele. Aber dann stellt er fest, dieser Planet mit der Weltenseele ist korrumpiert. Die Seele des Planeten ist, mit ihr wurde was gemacht. Und dafür verantwortlich ist die kosmische Macht der Leere oder des Schattens. Denn es gibt etwas Besonderes. Und zwar, die Schatten oder die kosmische Macht des Schattens, der Leere, ist ein wenig besonders. Genauso wie die des Lichts. Die Titanen haben sich zusammengereimt. Das Universum ist entstanden aus Licht. Und dann entstand der Schatten. Und dann entstand der Rest. Das heißt, diese beiden Mächte waren von Anfang an da. Das sind die ursprünglichsten Mächte. Deswegen stehen die sich auch oben und unten so gegenüber und sind auch noch ein bisschen weiter entfernt als die anderen. Und es gibt jetzt Wesen. Und zwar sogenannte Void Lords. Diese Void Lords, die regieren über die Ebene oder Existenzebene des Schattens, der Leere an und sich über den Void. Und diese Existenzebene ist nur oder fast nur von der Leere beheimatet. Und diese Void Lords, die dort regieren, sind unfassbar mächtige Kreaturen. Viel, viel mächtiger als unsere Titanen. Und wenn ein Void Lord auf einen Titan treffen würde, wäre das wahrscheinlich so wie eine Mücke und ein Elefant oder irgendwie sowas. Also so ein Void Lord, der würde wahrscheinlich instant das gesamte Universum verschlingen. Für unser Glück können die Void Lords nicht dauerhaft in unserem Universum materialisieren. Also so wie die Titanen das machen. Sondern die Void Lords haben das Pech, dass die das irgendwie nicht können. Das ist einfach nicht im Bereich des Möglichen für sie. Und weil das nicht im Bereich des Möglichen für sie ist, zumindest nicht dauerhaft, haben sie sich was überlegt. Und zwar folgendes. Sie entsenden Boten. Und diese Boten sind die alten Götter. Und diese alten Götter, also heutzutage nennen wir sie alte Götter, aber diese Kreaturen aus Fleisch, quasi Berge aus Fleisch, werden entsendet ins materielle Universum, überall hin. Und dann platschen diese Berge aus Fleisch auf Planeten und dann mit ihren Tentakeln und ihrer ekelhaften Old-God-Magie versuchen die dann in den Planeten einzudringen und den Planeten zu korrumpieren. Insbesondere versuchen die nicht nur alle möglichen Lebewesen auf diesem Planeten zu kontrollieren und zu manipulieren und was weiß ich nicht was, sondern ihr eigentliches Ziel ist es, während sie so als Fleischberg durchs Universum reisen, auf einem Planeten zu treffen, der eine Weltenseele hat. Denn auch die Voidlords wissen offensichtlich, dass es Planeten mit Weltenseelen gibt. Und die Idee ist, dass diese Old Gods einen Planeten mit Weltenseele korrumpieren, also auf ihre Seite bringen. Und wenn das gelänge, dann würde aus diesem Planeten, also wenn er dann schlüpft, ein Titan der Leere entspringen. Ein Titan, der mächtiger ist als alle anderen Titanen und der der Leere dient. Und das wäre für die Voidlords sozusagen das Krasseste, was sie machen können, zumindest was sie aktuell sehen, was das Krasseste, was sie machen könnten, um Einfluss über die normale Realität zu gewinnen. Sageras erkennt das. Sageras erkennt auch das Problem und die Gefahr, die davon ausgeht. Also beschloss Sageras, sein mächtiges Schwert zu nehmen und schlug den Planeten entzwei. Also mit einem Hieb, mit seinem riesigen Schwert, macht er den Planeten eine Wusch, was man da rechts sieht. Und der Planeten ist kaputt und die Weltenseele stirbt. Und Sageras, total aufgebracht und man weiß schon, reist zurück zum Pantheon. Also das Pantheon ist quasi die anderen Titanen. Also wenn alle Titanen sich zusammentreffen und sich unterhalten, dann nennt man das Pantheon. Und sagt und erzählt, Leute, ich habe mir Weltenseele gefunden. Und alle so geil. Und dann eher so, aber Problem, Leere und so weiter und so fort. Und alle so, ach du Scheiße, das kann es doch nicht sein. Und Sageras erzählt dann, was er gemacht hat. Nämlich, er hat die Weltenseele kaputt gemacht bzw. den Planeten zerstört. Und die anderen Titanen, ne. Das hast du nicht wirklich gemacht. Und er so doch. Und die anderen so ne. Und er so doch. Ne, doch, ne, doch. Und dann geht das nochmal hin und her. Und dann streiten die sich irgendwie tausend Jahre lang. Auf jeden Fall, die anderen Titanen waren der Meinung, das war nicht so eine gute Idee. Sageras schon. Und der Streit ging damit aus, dass die sich nicht mehr geeinigt haben. Und Sageras meinte, das war schon alles richtig so. Und die anderen Titanen, ne, es hätte einen anderen Weg gegeben. Und seitdem geht Sageras und die normalen Titanen getrennte Wege. Also die anderen Titanen waren der Meinung, man hätte die irgendwie noch retten können, die Weltenseele. Man hätte die irgendwie, weiß ich nicht, reinigen können, die Seele oder irgendwie sowas. Das wäre nicht nötig gewesen, sie zu töten. Sageras zieht also los. Sageras zieht los und sucht seinen eigenen Weg. Sein eigener Weg war, und da erinnern wir uns an die brennende Legion, oder nicht, wir erinnern uns nicht, sondern jetzt kommt es dazu, Sageras hat die brennende Legion oder die Dämonen bekämpft. Die ganze Zeit. Und er hat festgestellt, das führt zu nichts. Also hat sich Sageras was überlegt. Damit das nicht unendlich lange so weitergeht. Und dass er immer wieder einen Dämon tötet, dann wird er wiedergeboren, dann tötet er ihn nochmal und wieder und wieder und wieder. Und wie gesagt, das ist die Fußarbeit, wird niemals beendet. Hat er sich überlegt, ich baue mir meine eigene Dimension, eine sogenannte Taschendimension. Und in dieser Taschendimension, da packe ich einfach alle Dämonen rein. Da hat er sich einen großen Beutel geholt und diesmal, wenn er einen Dämonen getroffen hat, hat er ihn nicht mehr getötet, sondern hat den Dämonen genommen, ab in die Taschendimension. Das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie der Beutel vom Weihnachtsmann. Da passen unendlich viele Geschenke rein, ist aber relativ klein. Und so hat Sageras die ganze Zeit gemacht. Schön immer die Dämonen in den Weihnachtsbeutel rein. Und dann waren die Dämonen ja irgendwann weg. Schöner großer Müllbeutel. Wahnsinns Idee. Jetzt hat sich Sageras mit den anderen Titanen verkracht. Und Sageras denkt sich so, die Dämonen, die waren schon nicht so nice, weil die Unordnung gestiftet haben. Aber an und für sich war das jetzt auch nicht so schlimm. Weil aus Sageras Sicht so, ja okay, ein unendliches Universum ist nicht so cool. Aber was viel, viel schlimmer wäre, wäre ein Universum, was der Leere nach einem Heim fallen würde. Er meint, wenn so ein Titan der Leere geboren wird und das Universum der Leere nach einem Heim fallen würde, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Also, denkt er sich, folgende Schlussfolgerung, es wäre besser, das Universum zu vernichten. Also, Sageras hat die Idee, Universum vernichten ist besser, als Universum gehört in der Leere. Na klar. Okay. Die Frage ist, wie vernichtet Sageras jetzt das Universum? Und dann hat er sich erinnert, ich habe meinen Weihnachtsbeutel mit den Dämonen. Und die Dämonen, die waren unordentlich, das ist ja ihre Natur. Aber wie krass wären die Dämonen, wenn sie ordentlich wären? Also macht er den großen Weihnachtsbeutel auf, befreit alle Dämonen aus der Taschendimension. Die gesamte Teufelsmagie, das Fell in dieser Taschendimension überströmte Sageras. Er wurde feurig und selbst ein wenig dämonisch. Aber er war Titan genug, um jetzt diesen Dämonen, die nur Chaos kannten, Ordnung zu bringen. Und diese Ordnung schuf eine Armee. Eine Armee aus Dämonen. Die brennende Legion war gegründet. Und die brennende Legion hat es sich zum Auftrag gemacht, alle Planeten zu erobern oder zu vernichten. Und erobern nur deshalb, damit sie mehr vernichten können. Das war jetzt im Prinzip die Mission. Gleichzeitig, währenddessen quasi, Minwall, haben die anderen Titanen, also das Pantheon, ohne Sageras, Arzarot entdeckt. Also Sageras weiß davon erstmal noch nichts, sondern nur die anderen Titanen. Und die Titanen freuen sich, jo, Arzarot, cool, neuer Planet. Und dann stellen die Titanen auch fest, oh, Arzarot, Arzarot hat eine Weltenseele. Und die Titanen wieder völlig außer Häuschen. Titanen-Nummer, ich weiß gar nicht wie viel, sieben oder so. Wie gesagt, es gibt nicht so viele Titanen. Und die waren wieder glücklich, haben eine Weltenseele gefunden und dachten sich, geil. Und dann stehen die Titanen noch etwas anderes fest. Also Amantul und Agrama und Eona und wie sie nicht alle heißen. Die stellen fest, Alter, Arzarot ist ja richtig nice. Die merken nämlich, Arzarot hat nicht nur eine Weltenseele, sondern Arzarot hat eine immens krasse Weltenseele. Eine mit einem überdurchschnittlichen Potenzial. Wenn Arzarot geboren wird, irgendwann vielleicht, dann würde daraus wahrscheinlich ein Titan entspringen, der mächtiger ist als alle anderen Titanen. Der schillernder ist als die schönste Titanengöttin, die je dieses Welt betreten hat. Die mächtiger und stärker ist als Saras und Agrama und Amantul zusammen. Der klüger ist als Kaskorov und der andere, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ihr wisst schon. Und das wäre schon ziemlich nice. Also tun sie Titanen sich daran, jetzt Arzarot zu behüten und so weiter und so fort. Währenddessen, also dass sie Titanen Azarot entdecken, währenddessen macht Sagaras weiter und rekrutiert einige Leute. Und zwar von den sogenannten Ereda. Die Ereda sind eine Spezies, die heutzutage eher bekannt ist unter ihren Nachfahren, nämlich die Drenai. Also Ereda, Nachfahren heißen Drenai. Und die Ereda, die leben auf einer wunderbaren Welt, Argus genannt. Und da trifft Sagaras auf drei Typen, nämlich Archimont, Kiljeden und Velen. Und der Sagaras, der wusste, ja, er hätte seine brennende Legion, das ist alles cool. Aber er braucht Leute, die Kommandanten sind. Er braucht die Generäle, wenn man so möchte, die seine Mission ausführen. Er kann nicht alles immer überall überwachen und steuern und so weiter und so weiter. Also hat er auf diesem Planeten diese Ereda gefunden. Und er hat gesehen, die haben großes Potenzial. Die waren klug und so weiter und so fort. Die waren stark. Und dann hat er gesagt, hört mal her, Archimont, Kiljeden und Velen, ihr sollt meine Kommandanten sein. Im Gegenzug seid ihr unfassbar mächtig und krass und so weiter. Also er hat versucht, die zu verführen. Das, was so ein Dämon halt tut. Und Archimont und Kiljeden haben gesagt, alles klar, machen wir mit. Genau, Kiljeden, Kiljeden. Manchmal wird da Kiljeden ausgesprochen, manchmal Kiljeden. Es gibt eine gewisse Freiheit diesbezüglich. Jedenfalls, Archimont und Kiljeden haben gesagt, jo. Und Velen hat gesagt, habe ich gar keinen Bock drauf. Und Velen nahm seine Jungs und hat gesagt, ich hau ab, tschüss und ist geflüchtet. Und der Rest bleibt auf Argus und Saga ist rekrutiert Archimont und Kiljeden. Insbesondere Kiljeden wird uns gleich noch mehrfach beschäftigen. Den sehen wir auch hier gerade rechts im Bild. Währenddessen auf Azeroth wieder. Die Titanen haben Azeroth gefunden und Azeroth ist cool und mächtig und so weiter. Aber die Titanen stellen zu ihrem Erschrecken fest, Azeroth ist befallen, korrumpiert von den alten Göttern. Und zwar vier alte Götter sind mit ihren Fleischbergen voll drin in Azeroth. Nämlich Enzoth, Yasharash, Joksaron und Zetun, die vier. Und wie gesagt, Geschöpf aus Fleisch. Allein Joksaron, der Typ, der in Ulduar ist, der ist so groß wie Gesamt-Nordend. Habt ihr vielleicht noch nicht gemerkt, aber ist so. Weil die sind vor allem auch unterirdisch. Mit ihren Tentakelchen, wie so Wurzeln von so einem Baum sind die überall. Und machen dann ihre Tentakel da überall rein. Zetun ist so groß wie Silithus, wenn nicht sogar größer. Wenn man gegen Zetun kämpft in Ankirai, dann kämpft man nicht wirklich gegen Zetun, sondern man piekst ihn in einen von seinen Augen. Das ist, was man macht. Der Körper ist so groß wie ein Kontinent oder halb so groß. Das ist ein Problem. Aber die Titanen sehen also ihre Fleischsperge da, also die alten Götter. Und Amantul, der so ein bisschen der Göttervater ist, wenn man so möchte, so ein bisschen parallel zu Zeus und was weiß ich nicht was für Mythologien, der denkt sich so, alles klar, Sageras, der ist zwar ein bisschen ausgerastet damals, aber im Prinzip hat er schon recht gehabt. Nämlich mit, das ist gefährlich mit dieser Lehre und den alten Göttern. Also hat sich Amantul Folgendes gedacht. Ich nehme einen der alten Götter, nämlich den mächtigsten von allen, Yasharash, und packe den. Also Amantul nimmt seine riesige Hand, nimmt Yasharash, der so groß ist wie ein Kontinent, und reißt Yasharash aus Azot raus. So rausreißen. So, hat funktioniert. So halbwegs. Denn dabei sind zwei Sachen passiert. Erstens, Yasharash schreit. Ah! Und während er schreit, verteilt sich sein letzter Schrei, oder die Magie seines letzten Schreis, die Echos von Yasharash, über Arzorot, wenn man so möchte. Nur territorial, also nicht über Gesamt-Arzorot, aber territorial. Und diese Echos von Yasharash heißen Schar. Und die sind auch ein bisschen gebunden an so Geister und ganz viel Geschichte erlebt man im Mist of Pandaria. Dieses Schar-Zeug ist das Blut, wenn man so möchte, von diesem alten Gott Yasharash, was von ihm übrig geblieben ist. Das ist das Erste, was passiert ist. Das Zweite, was passiert ist, ist da, wo vorher Yasharash war, also im Boden schön reingegraben, der Fleischberg, dort entsteht ein Loch. Und Arzorot fängt voller an zu bluten. Also der Blut, Arzorot blutet und blutet und blutet. Was da rausblutet ist Arzerit. Das kennen wir ja mittlerweile auch. Und das, oder dieses Loch, wo Arzorot krass am Bluten ist, das wurde, oder das nennen wir irgendwann später in der Walk of Law, den Brunnen der Ewigkeit. Denn wer sich in der Nähe davon auffällt, von diesem Arzorit-Zeug, der wird krass. Das haben wir auch in Battle for Azeroth gelernt. Und wir springen jetzt ein bisschen weit durch die Geschichte, aber nur, um zu erklären, was es damit auf sich hat. Es gab eine Zeit, da gab es fast nur Trolle auf Arzorot. Einige denken, wenn man in die WoW-Community guckt, dass es immer noch fast nur Trolle gibt, aber das ist eine andere Geschichte. In dieser Zeit, wo es fast nur Trolle gab, gab es eine spezielle Art von Trollen, sagen wir mal so. Nämlich die Nachttrolle. Und die Nachttrolle, die war nachtaktiv, deswegen hieß die Nachttrolle. Und die haben sich in der Nähe des Brunnen der Ewigkeit aufgehalten. Die haben da so gechillt und die haben festgestellt, sie verändern sich. Sie haben nicht verstanden, warum. Aber sie verändern sich. Wen sie dafür verantwortlich gemacht haben, dass die Nachttrolle sich verändern, war Elun, die Mondgöttin. Warum? Weil die Nacht aktiv waren. Und wenn sie nachts nach oben geguckt haben, und die Götter sind ja immer oben, haben sie den Mond gesehen. Also war es Elun, die Mondgöttin. Wahrscheinlich hat Elun damit gar nichts zu tun, zumindest soweit wir wissen. Aber gut. Falls Elun überhaupt existiert, langes Thema. Elun wird heute noch häufiger genannt werden. Elun ist ein Mysterium. Keiner weiß, was Elun ist. Also, die Nachttrolle sind in der Nähe des Brunnen des Ewigkeits, werden mächtig, 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 werden voll die krassen Arkanen und Astral- und Heiligmagier. Und allmählich werden die Trolle nicht nur mächtig, sondern sie verändern sich auch körperlich. Sie werden reiner. Sie bekommen einen aufrichteren Gang. Sie durchschauen die Welt besser. Sie haben Kontakt zu anderen Ebenen der Existenz. Oder sie erfahren, wie ihre alte Religion, ihre fast schon Voodoo-ähnliche Religion, verwandelt sich in einen Durchblick. Sie durchschauen mittlerweile, was es hinter den vermeintlichen Loa, also die Götter, die die Trolle früher immer hatten, stecken könnte. Sie verstehen, was über die sogenannten Waldgots, also die wilden Götter, die wir hier oben links im Bild haben. Und vor diesem Hintergrund verwandeln sich die Nachttrolle allmählich in die sogenannten Nachtelfen. Die Nachtelfen sind Nachfahren der Trolle. Und währenddessen die Titanen beobachten das alles so und denken sich, Mist. Auf Nachtelfen haben wir gar keinen Bock, denken sich die Titanen. Tschüss. Nee, das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie feststellen, dieser Brunnen der Ewigkeit, beziehungsweise das Bluten von Azeroth ist nicht gut. Wenn wir das jetzt mit allen anderen alten Göttern auch machen, also wenn sie Enzoth auch rausziehen und Cetun und Joxeron, das ist der dritte, wenn sie die anderen drei auch noch rausziehen, dann würde Azeroth verbluten und sterben. Das wollen sie natürlich nicht. Also überlegen die Titanen sich einen Five-Fat-Masterplan, nämlich die alten Götter werden nicht getötet, nicht rausgezogen oder sonst was, sondern sie werden gefangen genommen. Und sie bauen Gefängnisse. Die sperren Joxeron in Uldur ein, Cetun wird in Anki-Rai angesperrt und Enzoth wird irgendwie ganz tief in den Ozean verbuddelt, keine Ahnung. Schön, alle gefangen genommen, dann nimmt man noch die Dina gefangen, Ragnaros und, hast du nicht gesehen, Al-Akir, Terrasane, wen habe ich vergessen? Den anderen. Moment. Terrasane ist Erde, Luft, Wasser. Ah, Neptulon habe ich vergessen. Richtig, Neptulon ist der für das Wasser. Die nimmt man auch noch gefangen, und zwar auf den Elementarebenen. Die bleiben da nicht gefangen. Und ihr wisst auch, die alten Götter bleiben nicht gefangen. Weil die geplänerten Titanen, die sind zwar immer mega smart und überlegen sich tausend Sachen, aber das geht alles schief. Das Interessante ist jetzt, die Titanen nehmen also alle alten Götter gefangen, die Elementare gefangen und fangen jetzt an, Azeroth so zu machen, wie sie es cool finden, zu ordnen, weil das ist ja der Job der Titanen, die ordnen, 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 ordnen. Und dann stellen sie fest, ja, okay, so ist alles ganz cool, dann bauen wir noch ein paar Wächter, die passen jetzt auf, dass das alles so bleibt und dann ziehen wir weg. Dann gehen die Titanen wieder weg und das bleibt jetzt schon so. Die haben die Welt geordnet, es gibt Wächter, die passen auf und das wird schon gehen. Und die Titanen suchen weiter andere Welten zählen. Der Plan geht mächtig schief, denn es passieren tausend Sachen, die die Titanen nicht ordentlich vorausgesehen haben. Zum Beispiel haben die Titanen nicht vorausgesehen, dass die alten Götter zwar gefangen genommen sind, aber dadurch, dass die überall irgendwie sind, können die ihren Einfluss immer noch ausüben und die machen was. Die machen den Fluch des Fleisches. Und der Fluch des Fleisches macht jetzt Folgendes. Nachdem die Titanen Azeroth so gemacht haben, wie die Titanen denken, dass Azeroth cool ist, gab es auf Azeroth im Wesentlichen, nicht nur, aber im Wesentlichen, Geschöpfe der Titanen. Es gab auch Naturgeschöpfe, vor allem Eona hat so ein bisschen hier ein paar Tiere und sonst was überhingesteckt. Aber es gab vor allem Maschinen und Kreaturen aus Stein und Stahl. Das so stellen sich die Titanen Azeroth vor. Aber die alten Götter machen jetzt den Fluch des Fleisches. Und zum Beispiel die Zwerge, die waren nicht immer aus Fleisch, sondern die waren mal aus Stein. Aber aufgrund des Fluch des Fleisches wurden die steinernden Kreaturen zu fleischlichen Kreaturen. Genauso mit den Vrykul und andere ursprüngliche Spezies der Titanen. Die Menschen im Übrigen sind wahrscheinlich nur so missratene Vrykul, so schwächliche. Da haben sich immer die Menschen oder die Vrykul vermehrt, die besonders schwach worden sind, dann wahrscheinlich die Menschen geworden. Bisschen vereinfacht gesagt, da ist noch ein bisschen was anderes passiert. Oder genau, die Mechagnome. Die Mechagnome sind die ursprünglichen Gnome und die Gnome, die wir heute haben, auch Fluch des Fleisches und so weiter und so fort. Also die Azeroth war korrumpiert, wurden die Titanen gereinigt. Die alten Götter sind aber noch da und machen jetzt ihren Einfluss weiter auf Azeroth. Währenddessen Zagawas gründet die brennende Legion und will das Universum vernichten. Geil, weiter geht's. Die Drennai, unter Velen, sind nach Drenor geflohen. Ein weiterer Planet. Also von ihren Heimatplaneten sind die Drennai nach Drenor geflohen. Auf Drennor sind eigentlich heimisch die Orks. Und die Orks, da gibt es ganz viele verschiedene, aber es gibt einen Ork, der jetzt eine besondere Rolle spielt in unseren weiteren Erzählungen, nämlich Nersul. Das ist der Typ rechts. Nersul ist ein Schamane. Sprich, der beschwört Elementare und redet mit den Geistern. Und die brennende Legion hat mittlerweile, denn in der Zwischenzeit gab es bereits einen Krieg, also von hier nach da gab es einen Krieg, den ich hier ausgespart habe, nämlich den Krieg der Ahnen. Das war vor 10.000 Jahren, von unserer Zeit aus gesehen, da haben die Nachtelfen gegen die brennende Legion gekämpft. Die Nachtelfen haben aber ordentlich Hilfe bekommen, nämlich von den wilden Göttern. Und die Nachtelfen haben gewonnen. 1 zu 0 für die Nachtelfen. Aber ab diesem Zeitpunkt weiß die brennende Legion von der Existenz Arzeroths. Und auch wenn die brennende Legion verloren hat, weiß die brennende Legion, alles klar, wir müssen nach Arzeroth. Arzeroth hat eine Weltenseele. Wir müssen Arzeroth erobern oder vernichten. Schön. Erster Versuch, direkter Versuch. Nachtelfen gegen Dämonen ist fehlgeschlagen. Also überlegt sich Kil'jeden, Kommandant, weil es ist ein Job, überlegt sich eine Strategie. Seine erste Strategie ist, er findet diesen Schamanen Nersul. Nersul ist, wie gesagt, Schamane der Orks und lebt auf Drenormen zusammen mit den Drennai. Die Drennai und die Orks, die sind koexistierend, wenn man so möchte. Sie leben in Frieden, mehr oder weniger. Ihr wisst schon, Frieden ist für die Orks so eine Sache. Aber sagen wir mal, die koexistieren. Und jetzt macht Kil'jeden einen Trick. Kil'jeden erscheint nämlich Nersul in einem Traum. Denn die Frau von Nersul, Rulkan, ist bereits tot. Aber Nersul ist Schamane und kann mit den Geistern reden. Das heißt, wenn Nersul den Geist seiner Ehefrau trifft, dann denkt er, er trifft ihn wirklich. Also das ist nicht irgendwie so, habe ich mir nur eingebildet, habe ich nur geträumt, sondern der denkt, das ist passiert. Also macht Kil'jeden folgendes. Er erscheint Nersul als Rulkan im Traum von Nersul. Und dann sagt Kil'jeden als Frau von Nersul zu Nersul, hör mal zu, die Drennai, die sind gefährlich. Macht, ihr müsst euch, ist ganz wichtig, ihr müsst euch verbünden und die Drennai bekämpfen. Und Nersul, der kann gar nicht anders und denkt sich so, alles klar, wenn meine Frau das sagt, die ist jetzt ein Geist, die hat Einsicht in die Geisterwelt, die weiß genau Bescheid, was abgeht, dann wird das ja wohl schon so sein. Und dann sagt Nersul, das sind Leute, also den anderen Orks und die anderen Orks, so alles klar, du bist unser mächtigster Schamane, den wir haben. Was du sagst, das wird schon stimmen. Und die Orks sagen, Krieg finden wir eigentlich sowieso nicht so schlimm, ist eigentlich okay, Krieg ist nice. Und dann stürzen die Orks sich in Krieg gegen die Drennai. Es gibt ein riesengroßes Abschlachten und dazu, damit das passieren kann, ja, der Pfad des Ruhms, zu dem wir das irgendwann führen, damit das passieren kann und die Orks die Drennai bekriegen können, müssen die Orks sich erst mal vereinen, denn es gibt ganz viele verschiedene Ork-Clans und jeder macht so ein bisschen sein Zeug und diese Vereinigung der verschiedenen Ork-Clans nennt sich Horde. Es gibt eigentlich nur einen Clan, der hat nicht so richtig Bock darauf. Das ist der Frostwolf-Clan. Den kennt man aus Warlords of Drennai zum Beispiel. Aus dem Frostwolf-Clan kommen zum Beispiel Durotha und Traka und was weiß ich nicht was. Und ja, die haben nicht so die Bock. Drecktal gehört auch noch zu dem Frostwolf-Clan. Die machen nicht so richtig mit, aber die Horde gründet sich. Mittlerweile, der Krieg tobt und so weiter und so fort, die Orks gewinnen offensichtlich. Sie werden auch weiter befähigt und bemächtigt und so weiter in der Zeit. In dieser Zeit erscheint irgendwann, also da passieren noch ein paar weitere Geschehen, jetzt wird es schon Wählen und Durotha und so weiter, das überspringen wir jetzt mal. Aber letztendlich passiert ein Schlüsselereignis, nämlich die echte, die echte Rulkan, also die echte Ehefrau von Nersul, erscheint Nersul. Es hat lange gedauert, Nersul hat das mehrmals versucht, weil Nersul guckt sich das an und denkt so, irgendwie kann das doch alles nicht sein. Meint ihr die wirklich, wir sollen jetzt Krieg gegen die Drennrei führen? Nee, nee, denkt er sich. Und irgendwann klappt es und die Geister erscheinen Nersul und Rulkan sagt zu Nersul, hör mal zu. Bist du eigentlich komplett bescheuert? Du hast unser gesamtes Volk verraten. Du hast uns ins Verderben geführt. Was ist denn los mit dir? Und Nersul begreift, dass du einen riesen Mist, der gebaut hat. Und Nersul sagt, alles klar, fuck, ich muss sofort zu Gul'dan. Gul'dan ist nämlich der Schüler von Nersul. Und Gul'dan hat auch eine Schlüsselfunktion in diesem ganzen Gedöns. Und Gul'dan sagt, was? Ist mir doch egal. Also Gul'dan hat kein Problem damit. Gul'dan denkt sich so, ja, ich weiß schon. Beziehungsweise, der ist sich schon so relativ, der hat das schon vermutet, dass das alles schon nicht so mit rechten Dingen zugeht. Aber Gul'dan war das einfach egal. Gul'dan hatte in Aussicht, ein unglaublich mächtiger Typ zu werden. Und er hat einen Krieg geführt. Und Orks haben kein Problem mit Krieg. Also, alles happy. Und Nersul so, das kannst du doch nicht ernst meinen. Und dann haben die sich gestritten. Und letztendlich hat Nersul den Streit verloren. Gul'dan kommt in Kontakt mit Kil'eden, immer direkter. Und irgendwann ermächtigt Kil'eden Gul'dan zum ersten Hexenmeister. Und Gul'dan weiß mittlerweile vollständig, was abgeht. Er weiß genau, dass er einem Dämon dient. Und das ist ihm alles egal. Er verführt die Orks auch noch. Und dann trinken die Orks von Monoroths Blut. Die Orks werden grün. Da kommt das nämlich her. Ja, die Fellmagie, die Teufelsmagie der Orks. Die Teufelsmagie der Dämonen lässt die Orks grün werden. Eigentlich waren die Orks alle so wie er hier rechts. Nämlich so braun-orange. Und ja, okay, mag ja sein, dass die Orks jetzt mehr oder weniger Diener der Dämonen sind oder fast klar von den Dämonen sind, aber Gul'dan war fein damit. Das Problem ist, der Krieg hat Einfluss darauf, wie es diesen Heimatwelt, der Heimatwelt, also Drenor geht. Und die Teufelsmagie, die dort freigesetzt wird auch. Und kombiniert, also der Krieg plus Teufelsmagie, macht Drenor kaputt. Also Drenor fängt an, auseinanderzubrechen. Die Kräfte des Netas, dieser Astraldimension, aus der die Dämonen stammen, fängt an, die Planetenkruste aufzureißen und die Felder verdorren, weil das Klima spinnt oder sie werden überwässert und die Zangermarschen entstehen und alles Mögliche. Also es geht drunter und drüber auf Drenor. Und die Orks wissen alles klar, wir können hier nicht bleiben auf Drenor. Wir müssen woanders hin. Planet geht kaputt. Und jeden sagt, ja gar kein Problem, pass mal auf Gul'dan, wir kriegen das hin. Du machst ein krasses Ritual, ich helfe dir, wie das geht. Und mit diesem Ritual rufen wir einen Kumpel von mir an. Dieser Kumpel heißt Medivh. Wer ist Medivh? Medivh ist ein super, mega Übermagier. Das Problem ist, Medivh wurde gezeugt von Equin. Equin, auch mega krasser Übermagier, hat Medivh übrigens gezeugt, indem er jemanden vergewaltigt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Equin war eine Frau, Medivh ist ein Mann. Aber ist auch egal. Equin hat man mit Sagaras gekämpft. Equin war so ein krasser Magier, dass Equin sich gedacht hat, ich kann gegen Sagaras direkt kämpfen, auf Azeroth. Genau genommen hat sie nicht direkt mit Sagaras gekämpft, sondern mit einem Avatar von Sagaras. Eine Geschichte, die man so ein bisschen im Grabmal des Sagaras nachspielt. Darum gibt es da den Avatar von Sagaras. Und die kämpfen sich so, klack, 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 klack. Equin gewinnt. Also ihre Einschätzung war nicht ganz verkehrt. Aber Sagaras ist ein schlauer Junge. Sagaras schafft es, Equin einen Teil seines Geistes einzuverleiben. Und seitdem ist Equin dämonisch besessen. Und Equin ahnt das. Und denkt sich so, fuck, ich bin die krasseste Magierin von Azeroth und ich bin jetzt von Sagaras besessen. Keine gute Idee. Ich brauche ganz schnell einen Nachfolger. Ich kann das nicht länger machen. Also Equin vergewaltigt jemanden, damit sie ganz schnell einen Nachfolger hat. So entsteht Medivh. Medivh wird neuer krasser Magier. Problem ist, bei dieser Geburt von Medivh wird dieser Einfluss oder dieser Geist von Sagaras auf Medivh übertragen. Equins Plan schlägt fehl mit dem Nachfolger. Der wird das schon machen. Medivh ist jetzt auch besessen von Sagaras. So, und jetzt passiert folgendes. Auf dem Planeten Drenor versucht Gul'dan ein Dimensionstor zu öffnen. Und auf dem Planeten Azeroth versucht Medivh ein Dimensionstor zu öffnen. Der eine im Auftrag von Kyrien, der andere von Sagaras, aber beide gehören ja zu der brennenden Legion. Und zack, das dunkle Portal entsteht. Millionen von Drenaseelen wurden geopfert. Und hast du nicht gesehen. Und wir haben die Verbindung zwischen Drenor und Azeroth. Geil. So, und die Mission ist jetzt folgende. Kyrien sagt zu Gul'dan, geh mal nach Azeroth und erobere Azeroth für mich. Das ist die Geschichte von Warcraft 1 oder von Warcraft 1, dem Film. Oder von, welches Buch ist das? Ist das schon das dritte? Ja, aus dieser ursprünglichen Org-Reihe jedenfalls. Genau. So, Nersul. Genau, Drenor Stab, habe ich ja schon erzählt. Die Fellmagie, die Teufelsmagie und der Krieg hat das Land zerrüttet. Gul'dans führt die Orks nach Azeroth. Erster Krieg, also die Orks fallen ein, kämpfen gegen die Menschen, zack, 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 zack. Orks verlieren. Orks formieren sich neu, zweiter Krieg, zack, 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 Orks verlieren. Das ist jetzt sehr stark verkürzt, aber ich will jetzt nicht die gesamte Geschichte von Warcraft 1 und 2 und die ganzen Bücher da rum erklären. Aber die verlieren auf jeden Fall die beiden Kriege. So, Nersul hingegen, der verbleibt auf Drenor. Also, Gul'dan haut mit einem großen Teil der Horde ab durchs Portal, versucht Arzor zu obern. Nersul bleibt auf Drenor zurück. Und Nersul, und da gehören jetzt auch noch ganz viele weitere Geschichtszweige zu, aber das Wesentliche, was Nersul jetzt macht, ist, er sieht, ja, okay, die Orks können hier nicht bleiben, ich fühle mich dafür verantwortlich, was mache ich denn jetzt? Folgendes, ich mache fast das Gleiche, was Gul'dan gemacht hat, ich öffne ganz viele Portale. Also, Nersul öffnet ganz viele Portale zu anderen Welten, damit die Orks flüchten können. Er weiß nicht wohin, deswegen auch ganz viele Portale und irgendwo werden schon einige Orks unterkommen und dort weiter bestehen können. Er fühlt sich dafür verantwortlich, dass seine Rasse wahrscheinlich vor die Hunde geht. Drenor starb schon vorher. Wie gesagt, Fäll und Krieg steht ganz oben. Jetzt öffnet Nersul ganz viele Portale und das, diese Freisetzung von Magie zerreißt Drenor vollends. Der Planet, der vorher am Sterben war, wird jetzt komplett auseinandergerissen. Das, was vorher Drenor war, ist jetzt die Scherbenwelt. Darum ist die Scherbenwelt so zerbrochen und überall gibt es noch ein Stück, was weiß ich, kein Land in der Luft schwebend, aber irgendwie ist das irgendwie nur so eine Landmasse und gar kein richtiger Planet, wenn man sich das auf der Wordmap anguckt. Ihr wisst schon. Und dann die Scherbenwelt. Nersul denkt sich auch, okay, hier sind, was weiß ich, ein paar Portale offen und ich nehme das. Er hat sich für irgendeines entschieden, willkürlich. geht da durch und das Schicksal, es spielt nicht gut mit Nersul. Nersul tritt durch das Portal, wodurch er flüchten möchte und auf dem anderen Portal läuft der genauke jeden in die Hände. Ist sowas wie ein negativer Sechser im Lotto. Hätte alles Mögliche passieren können, aber es passiert genau das. Und er dachte sich so, fuck, oh nein, nicht er schon wieder. Weiter geht's. Also, kill jeden. Stellt fest, alles klar, das mit den Kriegen, erster, zweiter Krieg, das wird nix. Ah Mist, ich muss mir was Neues überlegen. Was mache ich? Wie schaffe ich es, Arzorot zu erobern? Wenn ich Arzorot nicht erobert bekomme, sage ich es super sauer auf mich. Ich muss mir was überlegen, denkt sich Kill jeden. Jetzt kommt mir Nersul entgegen. Nersul, den mag ich sowieso nicht, denkt sich Kill jeden. Also Nersul ist richtig sauer auf, äh, nein, Kill jeden ist richtig sauer auf Nersul. Erstens, weil Nersul sich gegen Kill jeden gestellt hat. Zweitens, ist Nersul so ein bisschen das Bauernopfer für Kill jeden. Ja, Kill jeden hätte auch sauer auf Gul'dan sein können. Er ist eigentlich auf jeden sauer, er ist grundsätzlich auf jeden sauer, auf die Orks besonders, auf Nersul noch besonderster. Da kommen sozusagen mehrere Ebenen zusammen. Kill jeden mag sowieso niemanden, darum heißt er ja auch so. Dann mag er die Orks nicht, weil die Orks haben versagt. Und Nersul ganz besonders nicht, weil das auch noch ein Ork war, der sich gegen ihn gestellt hat. Also rächt sich jetzt Kill jeden. Und Kill jeden denkt sich so, alles klar, meine Rache passiert folgendermaßen. Derjenige, nämlich Nersul, der sich gegen mich gestellt hat, der wird jetzt richtig dolle bereuen, dass er das getan hat, denn er wird jetzt zu meinem Instrument. Das Instrument meines Willens, denkt sich Kill jeden. Und jetzt beginnt, jetzt beginnt langsam die Vorgeschichte. Also nicht die Vorvorgeschichte, sondern die Vorgeschichte der Shadowlands. Kill jeden überlegt sich einen raffinierten, super Übermasterplan, den wir bis heute nicht vollständig durchschaut haben. Es kommen immer wieder neue Brocken hinzu. Denn Kill jeden macht aus Nersul einen Orkschaman, jetzt den Lichtkönig. Wie macht er das? Er macht das mit Artefakten. Im Wesentlichen mit zwei, drei, zweieinhalb. Erstens mit Frostgram oder Frostmone, das ist das Schwert, was wir hier vorne im Vordergrund sehen, was man auch aus Wokliff 3 kennt. Zweitens mit der Rüstung der Verdammnis, die Arthas irgendwann später tragen wird. Und der Krone der Dominanz. Die Krone der Dominanz gehört zur Rüstung der Verdammnis, deswegen zweieinhalb. Also die Krone ist der Helm und der Rest ist der Rest der Rüstung. Wo stammen jetzt diese Artefakte her? Diese Artefakte wurden von den Nasrezimen besorgt, kann man fast sagen. Lange Zeit dachte man, erschaffen, aber anscheinend wurden sie nur besorgt. Die Nasrezimen, da sind, die gehören zumindest damals, Spoilerlein, so ein bisschen, die Nasrezimen gehörten zumindest damals zur brennenden Legion. Wo die Nasrezimen wirklich herkommen, weiß man nicht so richtig. Wahrscheinlich eine Heimatwelt, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehören sie zur brennenden Legion und sind, man könnte sie am ehesten umschreiben in diesem Geschichtszweig, wo wir uns aktuell befinden, als die Agenten der brennenden Legion. Das sind so Leute, also wenn die brennende Legion Leute hat, die so ganz, ganz spezielle Aufträge machen sollen, die Geheimdienstaufträge, die super manipulativen Verstrickungen, die Intrigen, das Wirken und an den Fäden der Marionetten ziehen und so weiter und so fort, dann sind die Nasrezimen erste Wahl. Es gibt keine andere Spezies, wahrscheinlich im Walkthrough-Universum, die so intrigant, so zwielichtig, so was weiß ich was ist wie die Nasrezimen. Und für jeden Beauftragte die Nasrezimen, kümmert euch darum, besorgt mir Artefakte, mit denen ich das hinbekomme. Und die Nasrezimen, die gehen in die Schattenlande, also in unser kommendes Add-on und besorgen aus den Schattenlanden diese Artefakte. Von wem ist an dieser Stelle nicht ganz klar, kommen wir ganz später darauf zu sprechen, aber hier ist die erste Verbindung, wo die Dämonen irgendetwas in den Schattenlanden machen, um damit einen Einfluss auf Azeroth zu gewinnen. So, jetzt wird also Frostmohn oder Frostgram und die Krone Dominanz und die Rüstung der Verdammnis in den Schattenlanden hergestellt. Die Nasrezimen bringen das zu Kil'jeden. Kil'jeden kriegt das Zeug und jetzt macht Kil'jeden folgendes. Er nimmt Nersul und zerreißt seinen Körper, nimmt die Seele von Nersul und bindet sie an die Artefakte. Dann nimmt er die Rüstung der Verdammnis und Frostgram und sperrt diese Rüstung inklusive des Schweres in einen Eisblock. Also wir haben jetzt einen Eisblock, in dem die Rüstung der Verdammnis und das Schwert steckt und die Seele von Nersul. Dann nimmt Kil'jeden diesen Eisblock und spielt damit Dart. Er schleudert quasi diesen Eisblock durchs Universum. Das ganze Universum fliegt dieser Eisblock und das Ding landet in Nordend. Rums. Interessanterweise, bevor wir jetzt weitermachen, wie es hier losgeht, wo kommt jetzt diese Rüstung her? Und wie kamen die Nasrezimen an diese Rüstung? Ich gehe schon mal, ich spoiler schon mal ein bisschen in diese Richtung. Wir werden da ganz, ganz spät wieder darauf zurückkommen. Vermutlich haben die Nasrezimen hier einen Pakt mit dem Kerkermeister geschlossen oder die Nasrezimen haben diese Rüstung von dem Kerkermeister gestohlen oder es gibt noch einen dritten Akteur, vielleicht der Primus. Ich droppe jetzt einfach mal ein paar Namen, wenn ihr nicht wisst, wer das ist. Keine Angst, wir kommen ganz spät darauf zurück. Es ist sehr wahrscheinlich, dass hier die Nasrezimen, der Kerkermeister, der Primus, Kiljeden und wer weiß wer noch zusammengearbeitet haben. Also viele verschiedene Figuren, die entweder alle in einem gemeinsamen Interesse arbeiten oder jeder in einem Eigeninteresse und glaubt, schlauer zu sein als der andere. Das ist noch nicht so ganz klar, aber offensichtlich gibt es hier schon eine Verknüpfung. So. Also. Der gute Kiljeden nimmt jetzt, da sehen wir es, die Rüstung ist schön an den Eisblock gesperrt und schleudert diese Rüstung der Verdammnis auf Nordend. Auf Nordend kommt dieser Eisblock auf, zack, bumm, Frostthron entsteht. Genau. Jetzt passiert Folgendes. Mit dieser Macht, durch diese Artefakte, die Nersul bekommen hat, mit dieser Macht ist er in der Lage, Einfluss auf die Toten zu nehmen. Genauer genommen auf die Untoten. Herkunft, Schattenlande, daher kommt das. Wie auch immer, wo auch immer genau diese Artefakte herstammt, mit auch immer wem, die diese Deals gemacht worden sind oder wenn es Deals gab, vielleicht ist es auch nur geklaut worden oder was auch immer. damit kommt diese Möglichkeit, diese Fähigkeiten des Lichtkönigs, die Untoten zu kontrollieren. Und als der Eisblock, also wo Nersul drin gebunden war, durch die Himmelsdecke brach und in Nord in den Rhein flog, dabei wurde nicht nur dieser Ort lokalisiert, dieser Eisblock lokalisiert, sondern bei dieser Lokalisierung hat sich vermutlich auch der Schleier der Realität, aufgrund dessen, welche Mächte an diesem Augenblick entstanden sind, wurde dieser Schleier der Realität ein wenig, ja, wie soll man sagen, dünner. Also an diesem Ort in Nordend ist der Schleier zu der anderen Realität, zu den Schattenlanden ein wenig ausgedünnt, ein wenig verdünnt, ein wenig, man kommt ein wenig leichter vielleicht in die Schattenlande hin oder zurück. Genau. Hier jetzt auch schon mit Womsandi angekündigt. Das Interessante ist jetzt, wir wissen aus der Warcraft of Law, dass das prinzipiell nichts Besonderes ist. Der Schleier zwischen Realitäten, der ist an verschiedenen Orten mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt. Ich habe jetzt Womsandi mal als Beispiel dafür genommen. Es gibt aber auch andere. Zum Beispiel der Sparaggrüne Traum ist an bestimmten Orten leichter zu begehen, an andere Ebene der Existenz. Erinnert man sich vielleicht sogar noch in BOW Classic, da gab es so Worldbosse vor diesen Toren, die angeblich in den Sparaggrünen Traum führen sollen. Und Womsandi zum Beispiel ist auch ein Totengott, ein Loa des Todes, ein sehr mysteriöser Loa des Todes, mit dem wir uns auch noch beschäftigen werden. Wie gesagt, das wird hier noch sehr ausführlich werden. Der auch irgendwie Einfluss oder Fähigkeiten hat, auf das Reich der Toten zuzugreifen oder auch nicht. Denn irgendwie hat Womsandi seine eigene Taschendimension vielleicht in den Schattenland gegründet oder so ähnlich. All solche Dinge werden uns wahrscheinlich in den Shadowlands auch begegnen. Also, worauf ich eigentlich an dieser Stelle nur hinaus will, ist, das grundsätzliche Wandern zwischen diesen verschiedenen Existenzebenen ist auch nichts Neues. Aber jetzt verstehen wir vielleicht, vor diesem Hintergrund, warum dieser Anker, wie Womsandi es zum Beispiel auch genannt hat, Womsandi nennt den Frostthron in einer Quest mit Vol'jin, nennt Womsandi den Frostthron als Anker, Anker zwischen den Realitäten. Und jetzt verstehen wir, wo das herkommt. Als Kil'jeden eben diesen Frostthron nach Azeroth geworfen hat, wurden dabei solche Mächte entfesselt, dass dort die Ebenen erzittert sind, erbebt, wenn man so möchte. Okay. Nersul. Nersul ist jetzt Lichtkönig, alles klar, und übt mit seiner Macht dort aus. Wer, wie groß ist denn jetzt seine Macht mit seinen Artefakten und so weiter und so fort? Kurzum, sehr groß. Ich habe ein paar Beispiele genannt. Als allererstes, Nersul hat Liche in seinen Reihen. Liche, wenn man den Begriff Lich ganz kurz erklären wollen würde, ein Lich ist ein Nekromant, aber nicht einfach ein Nekromant, vielleicht ist ein Lich der Nekromant. Wenn du der Krasseste der Krassen bist, dann bist du ein Lich, also ein besonders mächtiger Totenbeschwörer, der vielleicht ganze Friedhöfe mit einem Fingerschnips erwecken kann und so weiter. Ein typisches Beispiel für einen Lich ist Keltusat, den kennen vielleicht viele von euch. Ein anderes Beispiel für einen Lich ist der Typ, wo ihr im Tieresfall, also im Startgebiet der Untoten, der Verlassenen, da ist so ein See oben rechts, neben dem Scharlachroten Kreuz, nicht Kreuzung, sondern den Scharlachroten Kloster. Und neben dem Scharlachroten Kloster ist ein See und dort ist so ein Typ, da lernt ihr angeln. Und ein bisschen weiter, auf so einer kleinen Insel, da ist auch ein Lich. Der gehört zu den Verlassenen interessanterweise, also ein Lich, der nicht im Dienst der Geißel ist und den kennt ihr nicht. Ich kannte den auch nicht, aber das ist ein Lich. Und vermutlich ist das nach Silvanas, wobei Silvanas gehört jetzt nicht mehr so richtig zum Club dazu, aber nach Silvanas ist das wahrscheinlich der mächtigste Verlassene. Der ist dort seit Classic und hat seitdem nichts anderes gemacht, als mit dem Angellehrer abzuhängen. Der ist ein sehr chilliger Typ. Der hat einfach so, vermutlich, der ist so ein bisschen so, ja, puh, also der denkt sich so, ja, hier habt ihr eine Quest. Und dann, was denn, er hat nämlich wirklich tatsächlich eine Quest für euch, könnt ihr mal machen. Questet mal einen Untoten und seid ein bisschen aufmerksam, wenn ihr Quest bei dem See annehmt und lest euch mal die Quests genau durch. Der schickt euch nämlich nach Undercity, da überbringt ihr einen Brief und wieder zurück und zurück und zurück und in den Quest steht so mehr oder weniger drin, der Typ, mit dem ihr euch da unterhalten habt. Ihr könnt froh sein, dass der euch nicht in der Luft zerrissen hat. Ungefähr so, das steht da drin. Also auf jeden Fall ein cooler Typ. Der Typ mit dem Buch. So, also der hat Licht hier in seinen Reinen und die sind alle mega krass. Außerdem gibt es die Neruba. Das ist so eine Spinnenvolk-Spezies. Das gehörte mal zu Jogsaron, der alte Gott, weil der ist auch im Nordend. Der ist nebenan und der heißt lustigerweise auch Gott des Todes. Aber naja, gut. Die Neruba sind so ein Spinnenvolk und Arthas macht so, ja, ich mach mal jetzt hier meinen Einfluss und mehr oder weniger hat Arthas, nicht Arthas, der Lichtkönig, Entschuldigung, Arthas haben wir ja an dieser Stelle nicht. Der Lichtkönig, also Nerul, hat dann die Neruba alle so mehr und mehr auf seine Seite gezogen. In der sogenannten Krieg der Spinne. Ich würde dir zu weit für die Details dort zu erzählen, aber in diesem unterirdischen Königreich und so weiter hat der Lichtkönig es geschafft, genau Anuparak als einen der Hauptkommandanten auf seine Seite zu ziehen und dann mehr und mehr der Spinnen in seine Reihen zu rekrutieren. Es gibt auch weitere Beispiele, die Virukul zieht auf seine Seite und schafft es irgendwelche Drachen, Drachen sind sowieso mega krasse Lebewesen im Warcraft-Universum zumindest zu diesem Zeitpunkt noch, wieder zu erwecken und dann werden so Frostwürme geboren und alles mögliche. Nerul ist mega krass, okay, schön und gut. Es gibt aber noch eine Besonderheit bei Nerul, die hatte Kilied nicht auf dem Zettel oder hat sie nicht, hat sie unterschätzt und zwar Nerul ist Schamane, immer noch. Warum sollte er nicht immer noch Schamane sein? Und als Schamane hat er eine besondere Fähigkeit, nämlich Visionen und Nerul schafft es mit seinen Visionen erstens die Zukunft zu sehen oder zumindest mögliche Zukunft und Einfluss oder mit seinen Visionen Einfluss nicht nur auf Untote zu haben, sondern möglicherweise auch auf andere. Wenn er sich sehr konzentriert und sich sehr viel Mühe gibt, kann er auch Wesen beeinflussen, die möglicherweise keine Untoten sind. Und das macht Osnarsul einen Charakter, den Kilieden nicht vorhergesehen hat. Oder zumindest glauben wir das. Vielleicht hat er es schon vorhergesehen, aber naja. Jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit. Ach so. Ja, nee, okay, ich spiele ein. Es gibt noch jetzt eine kleine Besonderheit und zwar baut sich eine suhlenkrasse Festung. Also er baut die Eiskronenzitadelle. Ein Riesenschloss mit Riesenzeug. Und das Interessante ist, woraus er die baut. Nämlich aus Saronit. Das kennen auch diejenigen, die Raph of the Litching gespielt haben. Nämlich Saronit ist so Zeug, das kann man da abbauen, wenn man einen Bergbau gemacht hat. So, und das ist ein bisschen irreführend, weil man denken könnte, ja, wenn das Bergbau ist, dann ist das ja irgendein Erz oder so. Aber das stimmt nicht. Saronit ist das Blut von Jok Saron. Der alte Gott Jok Saron. Genauer genommen ist es so ein bisschen das getrocknete Blut von Jok Saron. Aber das gibt es auf ganz Nordend, was uns wieder zeigt, wie groß Jok Saron ist. und aus diesem Material, Material eines alten Gottes, der der Lehre dient, baut Nersul seine Eiskronen Zitadelle. Im Allgemeinen ist es so, zumindest vermutet man das, ist der Status quo, wer weiß, ob sich das irgendwann nochmal ändert, dass die Lehre keinen Einfluss hat oder dass die Lehre nicht untote Kreaturen korrumpieren kann. Das ist zumindest die Theorie. Nichtsdestotrotz ist das ein aus meiner Sicht wichtiger Punkt, der oft so ein bisschen vernachlässigt wird. Stimmt das wirklich? Ist es wirklich so, dass die Lehre überhaupt keinen Einfluss auf Untot hat? Ist es wirklich so klug, dieses Material zu verwenden, um daraus die Festung zu bauen? Und selbst wenn sie keinen Einfluss direkt auf die Untoten haben, bringen die Untoten ja auch immer mal wieder Leute hier hin, die eben keine Untoten sind. Beispiel Keltusat. Keltusat, der war nicht immer ein Untoter, Warcraft 3, der war lange Zeit ein Leben, der hat trotzdem dem Lichtkönig gedient. Es gibt auch andere Kreaturen, meistens Nekromanten oder sonst was, die Menschen sind oder anderen Spezies angehören, die Wirkode oder so, die gar keine Untoten sind oder noch nicht und die auch dem Lichtkönig dienen, aus welchen Gründen auch immer. Weil sie versklavt sind, weil sie gezwungen werden, weil sie sich davon Macht erhoffen oder bla 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 oder weil sie ihn einfach als Gott verehren. Und der alte Gott Jok Saron und das Saroniterz hat auf die auf jeden Fall einen Einfluss. Also auf jeden Fall ist das eine Bemerkung wert, denke ich. Weil, wichtig, hier haben wir wieder unsere ganzen verschiedenen kosmischen Mächte, die versuchen, ihren Einfluss zu gewinnen. Wir haben die brennende Legion, die Unordnung. Wir haben den Tod irgendwie mit drin, offensichtlich, wegen Untote, aber wir haben auch die Leere hier gerade anwesend. So, und jetzt gibt es noch was, das hat Danke Norschi für fünf Subs auch noch perfekt den richtigen Ton getriggert. Jetzt ist noch etwas, was Nersul geschafft hat. Nersul ist so ein mächtiger Typ, das habe ich Ihnen auch nicht vorher gesehen. Er schafft es, das Schwert, Frostgra, aus dem Gletscher, aus dem Frostthron herauszuschleudern, obwohl der Typ gar keinen Körper mehr hat. Also vergesst, was euch Gino erzählt, geht mal hier Fitnesspumpen oder so. Braucht ihr alles nicht. Was ihr braucht, ist die Macht von einem Schamanen. Der nimmt einfach das Schwert und schleudert das aus seinem Frostthron raus. Ohne Bizeps, ohne alles, kein Problem. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zu Prinz Arthas Menithil. Wer ist jetzt Prinz Arthas? Prinz Arthas ist ein Prinz. Er ist der Sohn von König Tyrenas Menithil der Zweite. König Menithil der Zweite ist der Anführer von Lordaeron. Lordaeron gehört zu den ursprünglichen Königreichen der Allianz. Also eines von vielen Königreichen, das was am nördlichsten in den östlichen Königreichen, nochmals sind die östlichen Königreiche und östliche Königreiche, weil es ursprünglich mehrere Königreiche der Allianz in den östlichen Königreichen gab. König Tyrenas Menithil der Zweite herrscht über Lordaeron und der hat einen Sohn und dieser Sohn heißt Arthas Arthas Menithil. Arthas ist Paladin. Was ist ein Paladin? Das sind Krieger des Lichtes. Jetzt kommt die nächste kosmische Macht ins Spiel. Krieger des Lichtes und als Krieger des Lichts dient er der Licht, der heiligen Mission des Lichtes und so weiter und so fort. Das liegt so ein bisschen daran oder das liegt an der Religion der Menschen. Jedes Volk in Arzot hat so seine Religionen. Die Nachtelfen verehren wie gesagt Elun, lustigerweise die Tauren verehren auch Elun, wobei eigentlich nicht so ganz. Die Tauren verehren die Erdenmutter und die Erdenmutter hat zwei Augen und eines der Augen der Erdenmutter ist Elun. Das heißt in der Tauren Religion zwar anders, aber die verehren lustigerweise die gleiche Göttin und die Menschen, die verehren das Licht. Das Licht an und für sich sozusagen und deswegen sind die Religionen des heiligen Lichts und so weiter und so fort und mit der Religion des heiligen Lichts wollen die Menschen sich unter anderem der Bekämpfung ihrer Feinde widmen. Das war lange Zeit umstritten. Also bevor die Paladin gegründet wurde, haben sich die Menschen, insbesondere die Priesterschaft, gestritten darum, ob man das wirklich machen soll. Sollen wir jetzt hier irgendwie Krieger gründen, also die dann Paladin heißen werden, oder sollen wir das lieber lassen, weil wir sind eigentlich hier so die Guten, wir töten nicht und so weiter und so fort. Aber Alonso ist faul, einer der Priester und eine Reihe an Leuten, mächtigen Kriegern haben gesagt, doch, 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 wir machen das. Wir kriegen das schon hingebogen, wir deuten die Religion ein bisschen um und wir nennen das dann einfach Gerechtigkeit und solche schönen Begriffe überlegen wir uns und dann können wir unseren heiligen Kreuzzug schon machen, das wird schon klappen. Und zack war die Paladine gegründet. Und einer dieser Paladine war Uta Lichtbringer oder Uta Lichtbringer ist jetzt der Mentor von Arthas. Arthas ist der Schüler von Uta und Uta bringt Arthas alles bei, was er so weiß. Weiter geht's. In den östlichen Königreichen sind verschiedene Problemchen aufgekommen, politischer Natur, das wird auch im Rat besprochen und was dann passiert ist, ja hier die Orks die Orks die machen Stress. Das ist einer der politischen Probleme. Die Orks machen Stress, wir müssen uns darum kümmern und König Terenas so, jo, hast recht, lassen wir um die Orks kümmern und dann kommt Medivh. Wir erinnern uns, Medivh, der krasse Mega-Magier, der ist immer noch am Start. Medivh, den hat schon jeder vergessen. Der war seit Ewigkeiten in Karazan, das ist Medivhs Lieblingshobby, denn Medivh weiß, dass er von Sagars besessen ist. Und was Medivh macht, ist, weil er weiß, dass mit Equin hat das nicht hinbekommen, mit ich mache einen Sohn und es gibt einen Nachfolger, sondern Medivh hat einen neuen Plan, wie er sich kontrolliert. Medivh denkt alle Bücher und mehr. Und was Medivh macht, er liest und liest und liest und liest wie die Bücherwurmen vom Herrn. Und er versucht, dabei so viel Wissen sich anzueignen und so viel Konzentration und was weiß ich für magische Kräfte, dass er es irgendwie schafft, Sagaras zu kontrollieren beziehungsweise, dass Sagaras ihn nicht kontrolliert und so weiter und so fort. Sagaras merkt aber, scheiße, hier ist die Kacke am Dampfen, ich muss was machen. Also geht Sagaras zu Sral, also geht Sagaras zu König Terenas, also geht Sagaras, Entschuldigung, Medivh, also geht Medivh zu Sral, zu König Terenas und zu Jaina und Medivh sagt folgendes, hört mal zu, hier ist seit einiger Zeit so eine Seuche und die Seuche, die ist schlecht und weil die schlecht ist, müssen wir dagegen was machen. Wenn wir das nicht machen, dann droht die Apokalypse. Und wenn ihr das nicht packt, Herr König Terenas, dann müsst ihr abhauen, evakuieren. Ihr werdet dieses Königreich hier niemals halten können. Also sagt er vor allem zu Sral und Jaina, haut mal ab, geht nach Kanemdor, die beiden hören auf ihn. König Terenas macht den Trump und sagt, nee, diese Seuche existiert gar nicht, die kommt doch aus China oder so und deswegen lassen wir das. Also König Terenas hört nicht so wirklich auf Medivh, aber dann denkt sich König Terenas später so, ja, überhaupt nicht drauf hören, kann ich auch nicht, vielleicht hat der alte Quacksalber recht. Der mag zwar irgendwie schlau und magisch und prophetisch sein, aber der könnte sich auch irren. Ich kümmere mich mal nicht selbst darum, das macht man meinen Sohn. Also beauftragt König Terenas, Arthas Minithil. Also sagt König zu seinen Sohn, pass mal auf, guck dir das mal an mit der Seuche. Arthas zieht los mit Uta zusammen und Jaina und guckt sich die Scheiße mal an. Und Arthas stellt fest, ach du Scheiße, die Seuche verwandelt alle in Untote, jetzt müssen wir irgendwas machen und wie wird das gemacht? Das wird so gemacht, dass die Seuche in das Getreide irgendwie reingeballert wird und dadurch, die Leute ernähren sich von dem Getreide, machen da schön Brot draus und Bier oder was auch immer und alle werden zu Untoten. Und das ist nicht so gut, währenddessen trifft Arthas auf Keltusat. Keltusat scheint irgendwie dahinter zu stecken und hat den Kulte verdammt gegründet. Übrigens, wenn man in Warcraft 3, auch in WoW, ist einer meiner Lieblingsbeschäftigung. Wenn ihr auf neue NPCs trefft, immer die NPCs anklicken. Immer, 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 immer. Ich glaube, bei so einem vierten Mal oder so fangen die an, neue Voicelines zu droppen. Und dann fast jeder wichtige Charakter hat mehrere Voicelines und die sagen lustige Dinge. Keltusat zum Beispiel, wenn man den mehrmals anklickt, der sagt dann irgendwann den Satz, ich hatte immer vor, meine eigene Religion zu gründen, also habe ich es getan. Was er meint damit, ist den Kult der Verdammten. Denn Keltusat dient den Lichtkönig freiwillig. Das ist so sein Ding. Er hat seine Religion gegründet, den Kult der Verdammten und bringt jetzt das Untoten-Dasein über die östlichen Königreiche. Aber Arthas trifft auf Keltusat, tötet Keltusat und dann trifft Arthas auf die Stadt Stratholm und hat jetzt alle wichtigen Punkte zusammengefunden. Alles klar, die Leute ernähren sich von dem Zeug, also von dem Getreide. Das Getreide ist verseucht und verwandelt sich alle in Untote. Und dann brennt ein Streit zwischen Arthas und Uta und den gucken wir uns mal eben an. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, Uta. Nicht in den Ton, Junge. Ihr mögt der Prinz sein, aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uta. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Oh nein, wir kommen zu spät. Diese Leute sind allesamt infiziert. Noch sehen sie normal aus, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden. Diese ganze Stadt muss gesäubert werden. Was? Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uta. Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern. Ihr seid noch nicht mein König, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausführen. Dann muss ich das als Hochverrat ansehen. Hochverrat? Seid ihr nicht bei Sinnen, Arthas? Nicht? Lord Uta, durch das Recht der Erbfolge und die Herrschaft der Krone, hiermit entbinde ich euch von eurem Kommando und entlasse eure Paladine aus meinen Diensten. Arthas, ihr könnt nicht einfach... es ist geschehen. Wer willens ist, dieses Land zu retten, der folge mir. Alle anderen geht mir aus den Augen. Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Arthas. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. Ja, also, es herrschen ein wenig Unstimmigkeiten darüber, welche Maßnahmen gegen diese Seuche gemacht werden sollen. Man kennt es. Ich habe es auch im Chat gelesen, ihr erkennt gerade die Parallelen. Arthas ist so einen sehr radikalen Weg. Vielleicht ein wenig zu radikal, vielleicht nicht. Darüber kann man sich streiten. Im Wesentlichen, Arthas denkt sich so, ja, okay, wir töten mal lieber die Menschen, bevor sie zu Untoten werden, weil wir müssen sie so oder so töten. Uta sagt, das können wir nicht machen. Warum nicht? Jetzt kommt wieder die Religion. Ja, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Hier geht es nicht nur um Logik. Würde man nur logisch argumentieren, würde ich auch sagen, ja, Arthas hat irgendwie Recht. Aber man kann es auch noch so, also, jetzt mal nur aus der Logik betrachten, man könnte auch noch weitere Möglichkeiten suchen. Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal gegen Arthas argumentieren wollen und für Uta, man könnte zum Beispiel überlegen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, sie noch zu heilen. Ja, das wird wahrscheinlich viele, auch sonst viele kosten und vor allem auch viel Zeit kosten und so weiter. Arthas sieht es radikaler, lasst die einfach umbringen, dann ist das Problem gelöst. Vor allem ist es auch schnell gelöst, weil je länger wir brauchen, desto problematischer wird das alles. Aber, wie gesagt, man kann nicht nur logisch an dieser Stelle argumentieren, denn das Wichtige ist, man muss auch immer im Charakter argumentieren. Arthas und Uta sind Paladine und Paladine haben ihre Prinzipien und ihre heilige Religion und so weiter und so fort und einfach nur Unschuldige zu töten ist nicht so ganz der Paladins Ding. Auch wenn damit ein Unheil aufgehalten werden kann, sind die eher die Leute der Läuterung und nicht der präventiven Säuberung. Das ist so ein Ding, was man hier berücksichtigen muss. Deswegen ist Uta auch so angepisst. Auf der anderen Seite, Jaina, die könnte vielleicht die Logik näher nachvollziehen. Das Problem ist, an diesem Zeitpunkt vor allem glaube ich auch, Jaina ist noch ein ganz junges Ding, wenn man so möchte. Arthas eigentlich auch, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber Jaina, die sagt ja auch, sie kann das nicht mit ansehen. Also bei ihr geht es nicht nur darum, ob das jetzt falsch oder richtig ist, sondern da geht es auch um Skrupel oder um Hemmungen oder sowas alles. Da denkt sie sich so, nee, das ist mir zu viel, ich gehe mal auch lieber weg. Und dann ist, an diesem Zeitpunkt verstehen sie Jaina und Arthas nicht mehr so. Also sie kann das vor allem auch deshalb nicht mit ansehen, weil Jaina und Arthas, die sind so ein bisschen, das ist so ein Liebespaar, was es nie so richtig gegeben hat. Ja, die sind so ein bisschen, da war immer was im Raum, aber das hat nie so richtig geklappt. Da kam nämlich irgendwann so ein Keltas und der Keltas war viel leckerer für die junge Jaina. Und dann war der Arthas ordentlich gefriendzoned, aber die haben sich schon so ein bisschen geil gefunden, aber es wurde dann doch nichts draus. Jedenfalls, der Arthas ist auch noch recht jung, aber trotzdem merkt man schon, der ist irgendwie ein bisschen finster drauf. Hier in den Zwischensegmenten hat man es auch so ein bisschen versucht darzustellen. Er steht so ein bisschen im Schatten. Das kann man sagen, ist einfach nur Zufall oder so, aber auch wenn es jetzt Reforged war im Original, wo das ähnlich inszeniert, das soll ich schon so ein bisschen darstellen. Er ist schon so ein bisschen düster und irgendwie nicht mehr ganz er selbst. Und was hier stattfindet, ist natürlich, Arthas ist schon unter Einfluss des Lichtkönigs. Die schamanistischen Kräfte von Nersul und vielleicht auch einige magische Kräfte, die er nicht berücksichtigt hat aus der Umgebung oder so, vielleicht von Kel'Thuzad und vielleicht hat die Seuche auch schon Einfluss auf ihn. Man weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist, irgendwas stimmt nicht mehr mit Arthas. Arthas wandelt seinen Charakter an dieser Stelle und er percht die City, er säubert die City und im Grunde genommen nach diesen Ereignissen oder während dieser Ereignisse trifft Arthas übrigens auch auf Malganis und Arthas entwickelt währenddessen noch etwas, was für einen Paladin überhaupt nicht geht, nämlich Hass auf Malganis. Hass ist ein Gefühl, was Paladine nicht haben wollen und noch mehr. Arthas macht Malganis für all das verantwortlich, obwohl er gar nicht so richtig dahinter steckt, aber ein bisschen schon, denn die Nasrezim, Malganis ist ein Nasrezim, die bewachen den Lichtkönig und sie helfen dem Lichtkönig bei ihrer Mission. Denn was der Lichtkönig jetzt machen soll im Auftrag von Kilien ist eigentlich, die Seuche zu verbreiten, sodass die Untoten schon die Lebenden dezimieren und wenn dann die brennende Legion kommt, sind die Sterblichen so stark geschwächt, dass sich der Krieg der Ahnen nicht wiederholt. Sprich, die geschwächten Sterblichen können dann von der brennenden Legion besiegt werden, ohne große Mühen und das wird schon klappen. So ungefähr ist der Plan. Zack, 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 Arthas macht jetzt Malganis dafür verantwortlich, obwohl Malganis gar nicht verantwortlich ist, sondern der Lichtkönig und Keltusat eigentlich, also Keltusat als Ausführender, der Lichtkönig ursprünglich und im Auftrag von Kilien, also eigentlich Kilien verantwortlich, dazu schaut Arthas aber an der Stelle alles gar nicht. Arthas macht Malganis dafür verantwortlich, entwickelt Hass auf Malganis und möchte sich auch für die ganzen Verbrechen und für dieses ganze Leid, was er beobachtet und sieht, an Malganis rächen. Arthas Geist oder Arthas, wie soll ich sagen, sein Streben ist nach Rache ausgerichtet. Und Rache ist etwas, um Uta zu zitieren, wonach Paladine niemals streben sollten oder was niemals ihr Antrieb sein sollte. Ein Paladin sollte immer nach Gerechtigkeit streben und nicht nach Rache. Das heißt, Arthas Herz wird immer mehr erfüllt von negativen Gedanken und wird immer mehr vereinnahmt und auch immer empfänglicher für die Einflüsterungen von Nersul. Ja, also, weiter geht's. Von Rache getrieben verfolgt Arthas jetzt Malganis ab nach Nordend, denn Malganis flüchtet nach Nordend. Dort, der König Terenas erfährt mittlerweile von Uta, was all Arthas so vorhat und König Terenas sagt, alle Regimenter, alle Soldaten, die Arthas gerufen hat, zurück. Das ist eine ganz schlechte Idee, jetzt unsere Männer nach Nordend zu schicken. Das ist sowieso schon mal eine schlechte Idee. Und zweitens, selbst wenn, wir brauchen die Soldaten vor Ort. Die Orks machen nämlich Stress. Die Leute erreichen Arthas, aber Arthas macht was ganz, macht was ganz, ganz Böses. Und zwar, Arthas rekrutiert Söldner und mit diesen Söldnern vernichtet er die Schiffe, mit denen die Soldaten heimfahren würden und gibt dann hinterher gegenüber seinen eigenen Männern den Söldnern die Schuld dafür. Also er verrät sowohl die Söldner als auch seine eigenen Männer, damit die Männer auf Nordend bleiben. Dann trifft er auf einen alten Kumpel, nämlich Muradin. Muradin ist ein mächtiger Zwerg. Und Muradin ist auf der Suche nach einem heiligen Artefakt, von dem er irgendwie gehört hat durch Legenden, nämlich Frostgram, also Frostmond, das Schwert. Das Schwert des Lichtkönigs. Arthas hört davon, denkt sich so, geil, das Schwert brauche ich, damit kann ich mal gar nichts töten. Und das sehen wir hier. Geert um, bevor es zu spät ist. Ihr wollt das Schwert noch immer beschützen, was? Nein, ich will euch vor ihm beschützen. vor ihm beschützen. Seht, Muradin. Unsere Rettung. Frostgram. Halt, Freund! Da ist eine Inschrift auf dem Sockel. Eine Warnung. Hier steht, wer diese Klinge nimmt, wird ewige Macht erlangen. Wie die Klinge Fleisch verbrennt, so versenkt Macht die Seele. Oh, ich hätte es wissen müssen. Die Klinge ist verflucht. Verschwinden wir schleunigst. Ich würde mit Freude jeden Fluch ertragen, um meine Heimat zu retten. Lasst es gut sein, Arthas. Vergesst die Sache und führt eure Männer heim. Zum Teufel mit den Männern! Nichts wird mich daran hindern, Rache zu üben, alter Freund. Nicht einmal ihr. Wohlan, ich rufe die Geister dieses Ortes. Ich gebe alles und zahle jeden Preis, wenn ihr mir nur helft, mein Volk zu retten. Da flüstert der Lichtkönig schon. Da flüstert der Lichtkönig schon. Prinz Arthas, wo ist Muradin? Wir halten nicht mehr lange durch. Muradin ist tot. Doch verzagt nicht, Hauptmann. Der Feind kann gegen die Macht von Frostgram nicht lange bestehen. Ja, also Muradin wird geopfert von Arthas und er nimmt die Klinge in seine Gewalt und spätestens jetzt, also wirklich spätestens jetzt, ist Arthas verloren. Mit diesem Schwert hat der Lichtkönig oder Nersul direkten Einfluss auf Arthas Geist. Man hat es ja auch gehört, als er sich dem Schwert näherte, hörte man schon das Flüstern von Nersul. Und vielleicht die letzten Momente, wo Arthas gezögert hat, wo Muradin versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, waren vergebens. Weil Arthas Geist schon nur noch Nersul hörte und nur noch angetrieben war, sich an Malganes zu rächen. Das Interessante ist jetzt Folgendes. Und zwar, auch jetzt spätestens, also in diesem Moment passieren, hier ist ein richtiger Wendepunkt in der Geschichte, Tötet Arthas Malganes und das ist unerwartet. Warum? Die Nasrezim, also zu denen Malganes ja gehört, die Schreckenslords, die sind dafür da, um zu überwachen, oder unter anderem dafür da, um zu überwachen, dass der Lichtkönig keinen Mist baut. Dass der Lichtkönig gefälligst das tut, was Kil'jeden möchte und nichts anderes. Aber in diesem Moment schafft es Arthas Malganes zu töten. Es könnte natürlich sein, dass Kil'jeden das alles vorausgeahnt hat und dass man nur uns Glauben machen will und was weiß ich nicht, was der super duper Masterplan, aber gehen wir erstmal davon aus, dass das nicht so ist. Dann ist das der Moment, wo Nersul es geschafft hat, sich so ein bisschen frei zu machen. Also frei von dem Einfluss der brennenden Legion. Und seinen Auserwählten, nämlich Arthas, zu seinem Instrument zu machen, um sich vielleicht irgendwann zu befreien. Also Arthas kriegt seine Rache, wunderbar, tötet Malganes, hat Muradin geopfert und weiter geht's. Arthas hat seine Rache bekommen und er kehrt heim zu seinem Vater und sagt, Kumpel, ich hab's geschafft. Arthas kehrt heim zu seinem Vater. Arthas hat seine Rache bekommen und er hat ihn zu seinem Vater. Arthas hat seine Rache belohend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles gekümmert Was soll das? Was mögst du da, mein Sohn? Dich beerben, Vater Dieses Reich wird fallen Und aus der Asche entsteht eine neue Org Die die Welt In ihren Grundfesten Erschüttern wird Wunderbar So, also Arthas tötet seinen eigenen Vater Wohlaufgeheiß von Nersul Und damit tritt er die Erbe, sein Erbe an Denn Prinz Arthas ist natürlich der rechtmäßige Erbe der Krone von Lordaeron Und damit gehört jetzt ihm das Königreich Lordaeron Wunderbar Allerdings kann man eher sagen, Lordaeron fällt Weil es ist natürlich ganz klar Hier ist nicht mehr das Königreich der Menschen Lordaeron Sondern jetzt beginnt quasi der unheilige Feldzug Arthas Menethil Durch Lordaeron oder durch die östlichen Königreiche Interessant ist noch etwas anderes, ein kleines Detail Und zwar, sein Schwert Frostgram hat eine besondere Fähigkeit Wenn man so möchte Und zwar, wenn eine Seele Oder ein Lebewesen Mit Frostgram getötet wird Dann wird die Seele Von diesem Lebewesen aufgesaugt Also die Seele des Lebewesens Kommt in das Schwert quasi Oder wird in das Schwert gespeichert Das bedeutet König Terenas Menethil Der jetzt hier stirbt Der kommt nicht jetzt in die Schattenlande Zumindest wahrscheinlich nicht Es gibt auch so ein bisschen Manchmal heißt es auch, die Seele wird zerrissen Das würde heißen, nur ein Teil der Seele Aber gehen wir mal von dem einfacheren Fall aus Die Seele kommt jetzt einfach ins Schwert Und erstmal ist die Seele jetzt in diesem Schwert gefangen Und nicht in den Schattenlanden Das wird noch wesentlich später eine Rolle spielen Wenn Arthas irgendwann fällt Aber erstmal wichtig zu merken Weiter geht's Frostmon hat Hunger, genau Kethusan und Selvanas Jetzt kommen wir zu den nächsten Charakteren Die jetzt eine wichtige Rolle spielen Arthas hat jetzt also seinen Vater getötet Und findet sich jetzt wieder Und denkt sich so, alles klar, ich hab alles gemacht Ich hab Malganes getötet Ich hab meinen Vater getötet Bin jetzt König, was mach ich jetzt eigentlich Er merkt sich wieder, er spürt irgendwie ja keine Reue Er denkt sich so, was hab ich hier eigentlich gemacht Ich hab tausende von unschuldigen Leuten getötet Hab sogar meinen eigenen Vater getötet Und mir ist irgendwie alles scheißegal Und dann erscheint ihm Tychondrius Tychondrius ist ein Nasrezim Also wieder ein Schreckenslord Also ein Agent der brennenden Legion Und Arthas so Malganes, du bist immer noch am Leben Ich werde dich Und er holt schon aus Und Tychondrius so Arthas, beruhig dich Ich bin nicht Malganes Ich bin Tychondrius Ich bin von der gleichen Rasse Aber ich bin nicht Malganes Ich bin im Auftrag des Lichtkönigs hier Und Arthas akzeptiert das Und empfängt Befehle von Tychondrius Denn Tychondrius weiß offensichtlich, was abgeht Und Arthas will wissen, was abgeht Tychondrius sagt, du musst jetzt den Kult der Verdammten zusammenrufen Nämlich die Religion von Kertusat Du hattest ja damals Kertusat getötet Und wir brauchen seinen Kult, um ihn wiederzubeleben Also zieht Arthas los Ruft den Kult der Verdammten zusammen Und dann denkt er sich so Okay, der Kult ist zusammen Lass ihn mal jetzt wiederbeleben Aber nee, 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 nee Dann kommt ein Akolyt und sagt Pass mal auf, Kumpel Du bist noch nicht so lange im Geschäft mit den Untoten Das ist nicht ganz so einfach Wir können nicht einfach so mir nichts, dir nichts Einfach jeden wiederbeleben Es gibt bestimmte Typen Die sind so mächtig Dass wenn wir die wiederbeleben wollen Dann brauchen wir richtig viel krasse Lay-Linien-Energie In einem bestimmten Nexus Und Arthas so Okay, ich weiß nicht, wovon du redest Aber alles klar Und dann sagen die In Sonnenbrunn Das ist da oben in Queltanas Da, wo die Hochelfen leben Da haben wir die Energie, die wir dafür brauchen Und dann sagt Arthas alles klar Dann lass doch da hin Dann sagt er Ja, ja, Moment, Moment, Moment Du brauchst noch ein Gefäß Indem wir die Seele von Und zwar sagt er zu Arthas Hör mal her Du bist schon ein ganz schön dreister Typ Du verrätst deine Männer Du verrätst, woran du glaubst Also dein Paladin-Glaube Du tötest deinen eigenen Vater Und jetzt Tötest du noch deinen eigenen Lehrer Und nicht nur das Du hast auch noch die Dreistigkeit Hierher zu kommen Und die Asche deines Vaters Auf dem Boden auszukippen Damit du irgendwie so einen Gefallenen Nekromanten damit beförderst Denn Die Ironie des Schicksals Die Urne, in der die Asche seines Vaters Aufbewahrt wurde Die wird benutzt, um Keltusa zu transportieren Alles klar Arthas, dem ist alles scheißegal Der macht das einfach Und er zieht los Und dann trifft er irgendwann auf Queltanas Also das Königreich Queltanas Also das Reich der Hochelfen Und dort ist eine Kommandantin Und diese Kommandantin Befehligt die Hochelfen Und diese Kommandantin Heißt Silvanas Windläufer Oder Silvanas Windrunner Und Silvanas ist Wer ist jetzt Silvanas? Vielleicht muss ich ein paar Worte Zu Silvanas sagen Weil die wird ja zukünftig Einer der wichtigsten Charaktere Silvanas ist eine Hochelfin Hochelfen gelten generell als schön Ganz allgemein gesprochen Aber Silvanas galt auch Unter Hochelfen Also unter ihresgleichen als schön Mit anderen Worten Silvanas ist eine wunderschöne Frau Und sie ist extrem eitel Als Silvanas noch lebendig war Hat Silvanas sehr viele Stunden damit verbracht Sich selbst in Spiegel zu betrachten Sie ist so ein bisschen selbst verliebt Das ist sie wahrscheinlich bis heute Außerdem ist Silvanas eine extrem geschickte Und mächtige Waldläuferin Und eine sehr gute Strategin Sie ist die Generälin Die Hauptgenerälin Oder eine der mächtigsten Generäle Die Silbermond oder ihr Reich jemals hatte Sie hat Queltanas auch in den ersten beiden Kriegen Erfolgreich verteidigt gegen die Orks Und die Trolle und die Verbündeten und so weiter und so fort Und jetzt kommt Arthas angelaufen Will zum Sonnenbrunnen Und Silvanas stellt sich Arthas im Weg Und zu diesem Zeitpunkt Damals in Warcraft 3 Gab es einen jungen Mann Er war Lass mich kurz überlegen 15, 16 Jahre alt Und er hieß Maurice Und er hat Warcraft 3 gespielt Und dachte sich Was ist das denn für eine olle Zicke So habe ich Silvanas wahrgenommen Und das Witzige war Nicht nur ich habe das so wahrgenommen Sondern Arthas genauso Der kommentiert das auch manchmal so Und nennt sich wie Nervensäge Und sonst irgendwas Aber das Witzige ist Im Folge Also für mich persönlich Jetzt ist es nur eine Anekdote Aber für mich persönlich Entwickelt der Charakter Silvanas Dann in den folgenden Jahren Nimmt dieser Charakter eine Entwicklung durch Dass ich Silvanas richtig lieb gewonnen habe Das ist mittlerweile glaube ich Mein Lieblingscharakter im Warcraft-Universum Aber Arthas war auch richtig Richtig hart angepisst von Silvanas Und weiter geht's Arthas besiegt Silvanas Und weil Arthas so angepisst war von Silvanas Denkt sich Arthas jetzt folgendes Alles klar Die olle Göre Die töte ich nicht Die kriegt nicht das Geschenk des Todes Silvanas denkt Sie hätte das Geschenk des Todes verdient Weil sie ja so eine krasse Kriegerin ist So eine krasse Waldläuferin Und sie hat sich so gut geschlagen im Kampf Aber Arthas denkt sich so Die hat nur genervt die Olle Ich will hier nur kurz Kel'Thuzad wieder bewegen Und die macht noch einen Zauberschutz Und noch ein Tor Und dann bricht sie irgendwie die Brücke kaputt Und nee Geh mir nicht auf den Keks Denkt sich Arthas Und dann rächt sich Arthas an Silvanas Bringt es zu Ende Ich verdiene Einen sauberen Tod Nach allem was ihr mir angetan habt Elfe Werde ich euch niemals den Frieden des Todes gönnen Nein Das wagt ihr nicht Ja Arthas erweckt Silvanas als unkörperliche oder körperlose Banshee Wichtigste Teil Oder so wichtig ist es nicht Aber ich finde es erwähnenswert In diesem Moment hat Silvanas keinen Körper Sie ist quasi so eine Art Geist-Seelen-Form Irgendwie mit nekromantischen Energien erfüllt Und deswegen schwebt sie so durch den Raum oder so Und das kann sie bis heute Bis heute kann sie ihren Körper verlassen Und dann als Banshee, wie das heißt Durch die Gegend fliegen Und krasse Banshee-Mächte entfesseln Banshees haben so einen komischen Schrei Man hört das auch in diesem Moment, wo sie erweckt wird Hört man diesen Schrei so ganz leise Aber der erfüllt quasi das gesamte Schlachtfeld Und wenn so eine Banshee erscheint Dann eine sterbliche Kreatur Die zittert dann am ganzen Leib Wenn sie diesen Schrei der Banshee hört Das ist quasi eine Macht oder Kraft Die sie damit bekommt Auf der anderen Seite Was passiert mit ihrem Körper Das ist so ein Detail Das erfährt man glaube ich nur in den Büchern Im Spiel wird das gar nicht so richtig thematisiert Arthas nimmt den Körper von Silvanas Um den noch weiter zu foltern Arthas wird im Spiel, wie gesagt, nicht so richtig thematisiert Ich stelle mir das immer so ein bisschen Voodoo-Puppen-mäßig-artig vor Arthas nimmt so den Körper mit Und immer wieder foltert er so ein bisschen den Körper Immer wenn er gerade Bock hat Aber gut Dann zieht Arthas weiter Er weckt Keltusat im Sonnenbrunnen wieder zum Leben Keltusat ist am Start Und Keltusat erklärt erstmal Arthas, was hier alles los ist Wer eigentlich der Lichtkönig ist Wer die Schreckenslords sind Was die Mission der Geißel ist Nämlich die Geißel ist jetzt die Armee des Lichtkönigs Und die Mission der Geißel ist es Die Sterblichen zu dezimieren Damit die brennende Legion kommen kann Und diese Welt vernichten kann Damit das alles passieren kann Macht Keltusat folgendes Er schnappt sich ein Buch Ich glaube aus Dalaran war es Macht ein krasses Beschwörungsritual Zack, bumm, Archimon kommt Einer der mächtigsten Dämonen überhaupt Und ein Kumpel von Kil'eden Und auf geht's Brennende Legion ist voll am Start So Kil'eden Oder warte Hier ist ein kurzer Zeitsprung Wir gehen nochmal eins zurück Dieser Plan mit der brennenden Legion Der schlägt übrigens fehl Ja, also Brennende Legion fängt an Also erstmal Arthas ist so ein bisschen so Was sollen wir das wirklich machen Das ist doch irgendwie Quatsch Das kann es doch nicht sein Wir vernichten einfach alles Und Keltusat beschwichtigt Arthas Hör zu Nersul ist ein krasser Typ Der weiß genau, was passieren wird Weil der ist ja Schaman Er hat seine Visionen und sonst was Der hat einen Plan Der weiß genau Das wird nicht klappen mit der brennenden Legion Ruhig Blut Raste nicht aus Wir rufen jetzt die brennende Legion Die werden auch unseren Zwecken dienen Und weiter geht's So, die brennende Legion verliert Am Berg von Higal Weil sich alle Völker Der sterblichen vereinen Und dann explodieren alle Irrwische Und Archimond wird weggerippt Und Kilien denkt sich so Fuck Schon wie Da ist ein Plan schief gegangen Krieg der Arden hat nicht geklappt Krieg 1 und 2 mit den Orks hat nicht geklappt Der dritte Krieg mit der Geißel hat nicht geklappt Irgendwie schaffen wir es nicht Schaffen wir es nicht Hier Artsort einzunehmen Und bevor ich erzähle wie es weitergeht Machen wir eine kurze Pippi Pause Weil im Chat Heute Pause haben wollen Und ich glaube wir haben auch schon einige Stunden rum Das heißt bevor wir jetzt weitermachen Mit der Geschichte von Warcraft 3 The Frozen Throne Kleine Pause Wo haben wir es? Hier Laser James Bond Das ist ab jetzt mein Name 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 Eisenbahnhof SeHeR SeHeR Oooo Der Party-Jungle is for real. Hype, 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 Hype! Rekord! Hype, Hype! How much is the size? Ich spüre den Fisch. Der Fisch ist Rekord! Rekord! Bonja, hier ist alles wunderbar. Mit mir und Wilhelm Fonja Super-Duper-Land. Wo, 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 wo! Bonja, Bonja, ne Lulala. Ey davon will ich eine längere Version, ich muss Janik mal anhauen, ich find das so geil. Mit mir und Wilhelm Fonja Super-Duper-Land. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Bonjour, bonjour. Lelelulala. Ihr habt recht. Ich brauch einen guten Soundtrack. So, ich versuch mal. Angenommen, es ist noch eine Pause. Ich versuch mal. Wie der Soundtrack balla. Krieg ich das damit? Der Losepysik. Sehr gut. Das können wir so langsam ausblenden. Nicht immer so abrupt, das ist immer so brutal. Ja, das ist besser. Langsam einblenden geht theoretisch zwar auch, aber da müsste ich das bei jedem Video einzeln einrichten. Das ist mir ein bisschen anstrengend dafür. Ich kann einen Trick machen. Stimmt, ich kann einen Trick machen. Würde das gehen? Warte mal, ich guck mal, ob der Trick klappt, bevor wir weitermachen. 30 Frames. So. Und dann kann ich hier einfach so. Trick klappt. Ich bin beeindruckt. Das ist ja perfekt. Das Ding ist, man muss ja für jedes Video einzeln sagen, wie er das einblenden soll. Und wenn man gar nichts macht, dann macht er immer so sofort. Und das Problem an diesem sofort ist, das ist noch sofortigerer als das bei jedem Video Player ist, den ihr so normalerweise installieren könnt. Also VLC und was weiß ich, was für Video Player es alles gibt. Der spielt sofort, instant. Das heißt, der spielt auch bevor er den ersten Frame geladen hat. Und das ist dann ein Wettrennen zwischen Arbeitsspeicher, CPU und sonst irgendwas. Und dadurch kommt das manchmal dazu, dass die ersten zwei, drei Frames ruckeln können oder auch so ein Soundcrackle verursachen können, weil der sich so überrumpelt dabei. Und mit diesem Fade, also wenn man so langsam reinfadet, vermeidet man das. Man kann auch verzögert oder man kann auch erst laden und dann abspielen, aber da muss ich wieder zwei, drei Knöpfe drücken, statt nur einen Knopf und ach, ist auch alles wurscht. Technische Details. Okay. Äh, ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Kiljen. Kiljen hat die Orks nach Azeroth geschickt. Es gab den Krieg der Arn, den haben wir richtig stiefmütterlich behandelt, weil er nicht so wichtig ist in diesem Zusammenhang. Kiljen hat die Orks nach Azeroth geschickt. Die Orks haben versagt. Kiljen hat den Lichtkönig erschaffen aus einem Ork, nämlich aus Nersul, damit die Geißel die Sterblichen so stark schwächt, dass die brennende Legion ein leichtes Spiel hat. Der Plan ist auch nach hinten losgegangen, weil Nersul es geschafft hat, ja, ein bisschen sein eigenes Ding zu machen, erstens. Und zweitens, das ist vielleicht der hauptsächliche Grund, Kiljen hat erneut unterschätzt, wie stark die Sterblichen von Azeroth bereit sind, zusammenzuarbeiten. Nur mit absolut vereinten Kräften und so weiter. Man kann es ja in Wargif 3 selbst nachspielen. Die Nachtelfen, die Orks und die Menschen halten super duper zusammen. Und nur deshalb schaffen sie es, Archimond lange genug aufzuhalten, bis genug Irrwische zusammen sind. Und dann sprengen die Archimond in die Luft. Dabei geht irgendwie der Weltenbaum hier halt kaputt und hier wird schon alles explodiert. Kiljen sieht das und denkt sich so, oh ne, jetzt hat mein Plan wieder nicht funktioniert. So denkt er. Und Kiljen ist richtig angepisst von dem Verrat von Nersul und erscheint Illidan. Denn Illidan ist so ein Typ, der ist für jeden so ein bisschen empfänglich. Zumindest, wenn er ihnen Macht verspricht. Und Illidan ist auch empfänglich für Kiljen. Illidan war schon immer für Dämonen empfänglich. Hat doch was mit dem Krieg da an zu tun. Egal. Also sagt Kiljen, pass mal auf Illidan. Du hast sowieso gerade ein schweres Los. Keiner mag dich mehr. Du warst 10.000 Jahre im Gefängnis. Du bist jetzt wieder frei. Irgendjemandem, irgendwie musst du ja wieder ein neues Leben anfangen. Ich habe einen Job für dich. Illidan hat gar keinen Bock arbeitslos zu sein und nimmt den Arbeitsauftrag von Kiljen an. Und der Job ist folgender. Illidan töte mal Nersul. Oder den Lichtkönig. Illidan so. Mach ich. Illidan zieht los. Maiev ist überhaupt nicht begeistert. Maiev hat das Gefängnis von Illidan bewacht. Jagt ihm hinterher. Malfurion und Tyrande auch. Und alle sind unterwegs. Alle jagen Illidan. So. Illidan holt sich das Auge des Sagerers aus dem Grabmal des Sagerers. Wo Equin gegen den Avatar von Sagerers gekämpft hat. Und dort gibt es so ein mächtiges Auge. Mit diesem Auge geht Illidan letztendlich, das hat auch noch was mit Gul'dan zu tun und eine Riesengeschichte. Brauchen sich so viel zu beschäftigen, weil das für Shadowlands nicht so wichtig ist. Worauf es jetzt hinausläuft ist. Illidan macht so ein Ritual. Und dieses Ritual, das macht er in Dalaran. Und Malfurion kommt und unterbricht ihn. Das Interessante ist, in diesem Moment, wo Illidan mit dem Auge in Dalaran dieses Ritual macht, dort verwundet Illidan Nersul. Also in diesem Moment wird Nersul verwundet. Also es hätte wahrscheinlich funktioniert. Also es scheint zumindest so. Hätte Malfurion Illidan nicht aufgehalten. Malfurion will nur das Gute, aber wie es so ist, man will das Gute und schafft das Böse oder wie auch immer. Naja, also Lichtkönig überlebt diesen Versuch. Illidan denkt sich so, fuck, ich habe es nicht geschafft. Kilieden wird jetzt auch noch wühend auf mich sein, denn das ist so Kiliedens Ding. Kilieden beauftragt nur mal irgendwelche Leute. Dann schaffen die Leute es nicht. Kilieden ist sauer, weil er den Leuten immer zu viel zumutet. Und dann will sich Kilieden auch noch an ihm rächen, weil Kilieden will sich auch an Nersul rächen. Weil Kilieden hat sich an Gul'dan gerecht, will sich an Nersul rächen. Und jetzt will sich Kilieden auch noch an Illidan rächen, weil er auch versagt hat. Das ist irgendwie immer die gleiche Geschichte. Und Pfeifet Illidan denkt sich so, alles klar, ich flüchte nach Drenor. Weil es eine total dumme Idee ist, weil Drenor ist doch sowieso schon so halb im Besitz der Dämonen. Aber Illidan denkt sich so, ist eine gute Idee. Naja, Illidan nimmt auf dem Weg nach Drenor noch seine Verbündeten mit, nämlich die Naga. Die Naga? Sehr interessant. Die Naga sind ehemalige Nachtelfen. Nachtelfen, kommen wir nachher darauf zu sprechen, wenn es genau um Asshara geht. Aber die Naga wurden erschaffen von Enzoth, einem alten Gott, der ja der Lehre dient. Die Lehre ist wieder von der Partie. Wieder ihre Leute am Start. Und nicht nur die Naga nimmt er mit, sondern auch die Blutelfen. Wer sind jetzt die Blutelfen? Die Blutelfen sind die Überlebenden der Hochelfen. Aber nachdem Arthas da durchgewütet ist und Sylvanas wieder erweckt hat, da sind noch so ein paar übrig geblieben. Und diejenigen, die übrig geblieben sind, sind die Blutelfen. Und ein Teil der Blutelfen nimmt Illidan mit nach Drenor, zusammen mit den Naga. Und Illidan denkt sich so, okay, Drenor ist eh kaputt. Hier sucht mich keiner. Ja, dann töte ich noch Magteridon oder zumindest entmachte ihn oder wie auch immer. Und dann dienen mir auch noch die Dämonen, die übrig geblieben sind. Weil Magteridon hat da das Kommando. Also Illidan befehlt jetzt auf Drenor, oder zumindest ist das so ein bisschen sein Gedanke, befehlt auf Drenor die Naga, die Blutelfen und vielleicht die Dämonen. So ungefähr ist sein Plan. Und er kann sich auf Drenor verstecken. Das wird jeden schon nicht mitbekommen. Wisst ihr noch, als Nersul durch ein Portal flüchtete und Kilien in die Hände gelaufen ist? Oh, ich habe das Video nicht. Mist. Schade. Warte, ich gucke mal. Ob das vielleicht irgendwie anders heißt. Weil es ist falsch benummeriert. Das müsste eigentlich Video Nummer 4 sein. Wir hatten schon Video Nummer 3. Und es kann sein, dass ich das ausersehen deshalb überschrieben habe. Temporär. Video. Ja, fehlt. Schade, Banane. Also. Warte, vielleicht finden wir es auf YouTube. Genau, wir gucken mal ganz kurz auf YouTube. Vielleicht auch mal ausnahmsweise Englisch. Ich versuche alles auf Deutsch, damit es homogen ist und damit auch jeder folgen kann. Vielleicht haben wir Glück. Und zwar, wie machen wir das mal? Illidan und Kilien. Vielleicht finden wir es mal so schon direkt. Wir geben uns jetzt auch mal nicht die Mühe, dass es unbedingt Deutsch sein muss. Das ist es. Das ist es. Und hier ruckelt Parade. Aber egal. Habt ihr keinen Sound? Warte mal. Ah, da haben wir auch die Reforge-Fassung, die ist ein bisschen hübscher. Ja, PC4. Ihr müsstet eigentlich Sound haben. Warte, ich beobachte das mal währenddessen live. Wir müssen ein bisschen Vorsprung hier. Ist leise. Okay. Dann drehe ich mal richtig auf. Das ist der Studios-Sound, ne? Hä? Oh, ich kann euch, glaube ich, nicht so einfach Sound machen. Äh, warte mal. Aber warum? Ich bin derjenige, dass ihr eigentlich am besten verstehen müsst, warum es Sound gibt oder nicht. Warte, ich mach mal die Boxen aus und gucke, ob noch Sound ankommt. Tatsächlich nicht. Hä? Ah, jetzt unterbreche ich das so lange wegen dieser blöden Cutscene, das ist doch doof. Jetzt ist Sound da, oder? Jetzt ist Sound da, oder? Jetzt ist Sound da, oder? Ich gebe dir eine letzte Chance, Illidan. Destroy the Frozen Throne. Oder face my eternal wrath. Vielleicht hiding here was not the most prudent decision. Hä? Er merkt selbst. Die Quest liegt vor uns. Will you follow me into the cold heart of death itself? The Naga are yours to command, Lord Illidan. Where you go, we follow. The Blood Elves are yours as well, Master. We will drive the Scourge before us and shatter the frozen throne as you command. Okay. Okay. Also Illidan findet ihn und sagt ihm, hör mal zu, wenn du das nicht machst. Oh nein. Erstmal ist Kilieden super sauer. Und dann sagt Illidan, nein, 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 Moment, Master. Sorry, ich ruhe mich hier nur aus und stärke mich, um dann wieder zurückzukommen. Und Kilieden glaubt ihm natürlich kein Wort, aber der denkt sich so, ja okay, ist jetzt auch nichts davon gewonnen, wenn ich den jetzt hier kaputt mache, den Illidan. Mach du mal, denn du hast ja mächtige Verbündete, wenn du es im zweiten Anlauf schaffst, ist schon in Ordnung. Ansonsten bist du, mach ich dich kaputt. Sag dir, sag keinem. Illidan so, alles klar. Illidan dreht sich um. Wasch, Keltas, seid ihr dabei? Und die so, ja, wir folgen dir, Meister. Die Blutelfen haben eh keine Wahl so richtig, weil, naja, was soll man sagen, ne. Die Blutelfen sind irgendwie so die Überlebenden von Quelltanas, da können sie irgendwie nicht zurück oder vielleicht doch schon, aber jetzt haben sie sich irgendwie dieser Sache verschrieben, weil sie irgendwie schlechte Karten hatten gegen den Kampf gegen die Untoten und weiß nicht. was weiß ich nicht was. Und warum Lady Wasch mitmache, ist auch nicht irgendwie so richtig klar, aber die machen mal mit. Okay. Schnitt. Weiter geht's. Währenddessen gehen wir nach Lordaeron. und jetzt passiert etwas und zwar der Lichtkönig, also Nersul, der ja im Frostthron ist, der hatte ja damals Frostgraben von sich geschleudert mit seinen Kräften. Der Frostgraben wurde dann ja von Arthas gefunden und schön und gut. Aber während er das gemacht hat, hat, ja wie soll ich sagen, gab es einen Riss im Frostthron, weil da, wo vorher das Schwert war, ist jetzt ein Riss. Und durch diesen Riss entweicht quasi Nersuls Kraft und Nersuls Macht. Nersul wird immer schwächer, also der Lichtkönig wird immer stärker geschwächt und er kann immer weniger die Geiste kontrollieren. Und deshalb schaffen es einige Untote, ihren freien Willen zurückzugewinnen. Denn normalerweise sind sie durch die Mächte des Lichtkönigs darauf getrimmt, das zu tun, was der Lichtkönig will. Und einige dieser Leute, die ihren freien Willen zurückgewinnen, sind Silvanas und einige um sie herum. Und dafür haben wir ein Video. Video 5. Auf geht's! Sonst würde ich lieber glücklich sein. Welches Glück soll dieser Fluch bringen? Wir sind immer noch Untotschwester, immer noch Monster. Sind wir denn nicht Sklaven dieser Folter? Seid gegrüßt, Lady Sylvanas. Meine Brüder und ich wissen eure Unterstützung beim Sturz von König Arthas zu schätzen. Deshalb überbringe ich euch die Einladung, euch unserem neuen Orden anzuschließen. Varimathas, mir ging es nur darum, Arthas Tod zu sehen. Ich habe keine Zeit für eure albernen Machtspielchen. Vorsicht! Es wäre unklug, unseren Zorn auf euch zu ziehen. Wir sind die Zukunft dieser Pestländer. Ihr könnt mit uns herrschen oder auf der Strecke bleiben. Ich bin lange genug Sklavin gewesen, Schreckenslord. Ich opfere meine Freiheit doch nicht für einen Pakt mit euch Kleingeistern. So sei es. Ihr werdet schon bald von uns hören. Okay, also es gibt ein bisschen Verwirrung. Arthas lebt noch und auch der Lichtkönig lebt noch. Die sind aktuell noch unterschiedliche Personen. Der Lichtkönig und Nersul, der lebt, ist aber geschwächt. Das ist das Wichtige. Er ist geschwächt, weil er hat das Frostkram, also das Schwert von sich gestoßen und hat jetzt ein Loch in seinem tollen Eispalast, wie auch immer, in seinem Frostthron. Und weil er geschwächt ist, haben einige Untote wieder einen freien Willen, unter anderem Sylvanas. Und weil sie wieder einen freien Willen hat, konnte sie, als Banshee, die so durch die Gegend flattert, sich denken, ich kehre mal lieber wieder meinen Körper zurück. Wie das genau passiert ist, wissen wir nicht, weil das ist offscreen passiert. Aber Sylvanas flattert zu ihrem Körper, geht wieder in den Körper rein und hat ihren Körper wieder. Dann, um sie herum, haben auch andere ihren freien Willen. Sie übernimmt so ein bisschen die Verantwortung, weil sie auch vorher ja die Kommandantin war. Und sie ist todunglücklich. Das Wortspiel war beabsichtigt. Sie ist nicht so happy, Untote zu sein. Aber gut, es ist, wie es ist. Es ist besser, schlecht zu regieren, als gar nicht oder so. Also denkt sie sich, alles klar, mach ich. Und dann kommen die Nasrezim, in dem Fall Varimatras. Und Varimatras sagt, hey, lass mal zusammenarbeiten. Und sie hat nicht so richtig Bock darauf, aber dann wieder doch. Und das geht so ein bisschen hin und her. Letztendlich macht sie ein Bündnis mit Varimatras. Und nicht mit den anderen Nasrezim. Weil die anderen Nasrezim wollen wieder ihre ganz eigenen Pläne durchboxen. Und irgendwie so Dämonenzeug machen, darauf hat sie gar keinen Bock. Und sie sagt, ich bin jetzt hier, ich und ihr seid ihr. Und wir machen nicht mehr das, was ihr wollt. Und dann tötet sie einen Schreckenslord nach dem anderen. Oder einen Nasrezim nach dem anderen. Außer Varimatras. Und Varimatras kriegt zu Staub und sagt, ja, hier, ich mach alles, was du willst und so weiter. Lass mal ab hier zusammenarbeiten. Und dann arbeiten Sylvanas und Varimatras erst mal zusammen. Wir kommen noch später darauf zurück, was da genau passiert. Sie einigen sich so ein bisschen darauf. Also die Schreckenslords und Sylvanas einigen sich erst mal, also das ist noch bevor Sylvanas alle Schreckenslords anfängt zu töten, einigen sich erst mal alle Schreckenslords und Sylvanas zusammen, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Und zwar Arthas töten. Also alle wollen jetzt zusammen Arthas töten. Auf geht's. Währenddessen, also während dieser Gedanke ist, wir wollen Arthas töten, wie gesagt, alle möglichen Untote kriegen wir in freien Willen, sind um Arthas, ähm, nicht um Arthas, alle Untoten, die sich so weiter wiederfinden mit ihrem freien Willen, sind um Sylvanas oder in der Nähe von Sylvanas. Und einige der Untoten, die erwecken, die schließen sich Sylvanas an. Also einige sagen, jo, ich gehorche dir, alles klar, du bist jetzt hier der Chef, irgendjemand muss das Kommando haben, du bist qualifiziert, ist in Ordnung. Andere denken sich so, ich hab da gar keinen Bock drauf, dir zu dienen, du, ich erkenne deine Autorität nicht an, wir machen unser eigenes Zeug. Da gibt's verschiedene Splittergruppen, die verschiedene Dinge vorhaben. Einige wollen ganz eigene Fraktionen gründen, einige wollen gar keine Fraktionen gründen, sondern einen eigenen Weg suchen. Und dann gibt's wiederum welche, die drehen einfach durch, die kommen mit ihrem neuen Schicksal nicht klar, die verlieren den Verstand. Andere sind sofort so, so untot oder so tot, dass sie in ihrem Untoten-Dasein gar nicht so etwas haben wie Wille. Da reicht die Intelligenz nicht mehr aus, das Gehirn ist zu sehr, was weiß ich, kaputt oder so. Das sind da meistens Gule oder Ähnliches. Silvanas plant einen Hinterhalt. Sie macht ihr so ihr Ding, Arthas ist auf dem Weg zum Frostthron, weil Kel'Thuzad und der Lichtkönig geben Arthas zu verstehen, Arthas, du musst ganz dringend zum Frostthron und mich retten und Arthas sagt, klar, ich zieh los. Dann hilft Silvanas Arthas, zumindest unter Vorwand, weil eigentlich will Silvanas Arthas ja töten, also lockt Arthas in so eine Falle. Ist schon kurz davor, Silvanas nimmt ihren Bogen, vergiftet Arthas. Dann kommt Kel'Thuzad. Kel'Thuzad rettet Silvanas. Nee, Kel'Thuzad rettet Arthas vor Silvanas. Arthas hat zwar ein Gift zu kämpfen, aber er schafft es irgendwie zu überleben. Silvanas hat ihren Plan nicht verwirklichen können. Das Bündnis zwischen den Silvanas und den Nasrezim bricht, weil es hat nicht geklappt, Arthas zu töten. Warum sollten sie weiter zusammenarbeiten? Arthas zieht weiter, muss unbedingt zum Frostthron. Ziehen weiter, ziehen weiter, ziehen weiter bis zur Küste. Und dann unterhalten sich Kel'Thuzad und Arthas. Und Arthas sagt so, alles so, pass auf, Kel'Thuzad. Ich muss jetzt zum Frostthron, also nach Nordend. Du, also Kel'Thuzad, du bleibst hier und du bewachst mein Reich. Also die Aufgabe von Kel'Thuzad ist es jetzt, die östlichen Königreiche, also Lordaeron, im Namen von Arthas für die Geißel zu bewachen und zu bewahren und so weiter und so fort. Und das macht Kel'Thuzad auch, nimmt dann noch seine Nekropole zu Hilfe, Naxxramas und so weiter und so fort, gibt es dann das Raid in WoW Classic. Und die östlichen Pestländer und Teile von den westlichen Pestländern sind ja auch noch unter Kontrolle der Geißel. Während Lordaeron unter Kontrolle von Silvanas mehr und mehr gerät. Silvanas bekämpft die Nasrezim, denn die Nasrezim sind nicht so fein damit, dass die Untoten jetzt ihr eigenes Ding machen. Und unter den Nasrezim entstehen, was ich jetzt so als Ränkespiele bezeichnet habe. Also die Nasrezim fangen jetzt auch an, gegeneinander so ein bisschen zu intrigieren und wieder ihre komischen Pläne und sonst was zu schmieden. Insbesondere Varimatras. Denn Varimatras wird sich auf die Seiten von Silvanas schlagen. Und, ja wie soll ich sagen, Varimatras so richtig traut Silvanas Varimatras nicht. Aber dann vielleicht doch, so ganz sicher ist sie sich nicht. Auf jeden Fall, als sie dann die anderen Schreckensleute alle so besiegt hat und einer von denen dann auf dem Boden war und kurz vorm Sterben hat Silvanas Varimatras gesagt, pass auf Varimatras, wenn ich dir trauen soll, dann sollst du jetzt bitte den anderen Nasrezim töten. Und Varimatras so, ich kann keinen anderen Nasrezim töten. Das ist eines, sie zu hintergehen, ist eine Sache. Aber einen anderen Nasrezim zu töten, das ist eine ganz andere. Das kann ich nicht tun. Und Silvanas sagt, entweder machst du das oder du wirst von mir getötet, denn ich misstraue dir sonst. Und Varimatras macht, was Silvanas befohlen hat. Varimatras tötet einen anderen Nasrezim und seitdem traut Silvanas Varimatras. Warum macht Silvanas das überhaupt? Schwierige Frage. Wahrscheinlich erhofft sie sich dadurch Einblicke. Weil Silvanas findet sich in einer völlig neuen Position wieder. Die hat keine Ahnung vom Untoten-Dasein und so weiter und so fort. Die Nasrezim aber schon. Und wahrscheinlich erhofft Silvanas, sich durch Varimatras Dinge zu erfahren, um mit diesem Schicksal klarzukommen und so weiter. Jetzt gründen sich die Verlassenen, also Silvanas und die Untoten um sie herum. Die finden sich in ihrer neuen Existenz frei vom Lichtkönig wieder. Und unter Silvanas formiert sich eine neue Fraktion. Und diese Fraktion nennt sich die Verlassenen. Verlassen von wem? Einerseits vom Lichtkönig, der ja seinen Einfluss verloren hat über diese Untoten. Aber auch Verlassen von jedem anderen. Denn all die Leute, mit denen die Untoten früher mal Kontakt hatten, also die Menschen, die Verwandten, die Freunde, die Familie, die wollen nichts mehr mit denen zu tun haben. Untote sind geächtet. Die Allianz weiß die Verlassenen von sich. Die Allianz will mit den Verlassenen nichts zu tun haben. Mag sein, dass das Verwandte und Befreundete und sonst was sind. Aber die Allianz, zu diesem Zeitpunkt vor allem, ist noch sehr, also man könnte sagen, rassistisch geprägt. Also die wollen nicht, die haben keine Toleranz für so etwas übrig. Und deshalb fühlen die Verlassenen sich abgewiesen von der Allianz. Und die Verlassenen versuchen eine andere Heimat zu finden oder einen anderen Verbündeten. Und den finden sie auch mit der Horde. Die Horde und das Thrall und den Trollen und den Tauren damals, die sind alle auf Kalimdor, also auf dem westlichen Kontinent Arzorots. Und die Verlassenen sind auf dem östlichen Kontinent Arzorots. Aus Sicht von Thrall ist es ein strategischer Vorteil, sich mit den Verlassenen zu verbünden, damit die Horde ein Fraktionsmitglied hat, das in den östlichen Königreichen beheimatet ist. Aus Sicht der Verlassenen brauchen sie irgendetwas, um alleine in dieser Welt bestehen zu können. Oder nicht alleine, sondern sie würden wahrscheinlich alleine nicht bestehen können. Deswegen brauchen sie einen Bündnispartner. Und so schließen sich die Verlassenen der Horde an. Auch das hören wir uns oder schauen wir uns mal kurz an. Das ist Video 6. Das ist Video 5. Das ist doch nicht das Video. Nee, 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 nee. Wir haben hier so einen Dreher in den Videos, in den Early-Dingern. Verlassene schließen sich der Horde an. Ah, es gibt zwei Videos, sechs. Das ist der Fehler. Ha, ich hab das Video doch. Die untoten Heerscharen der Geißel, die dem eisernen Willen des Litschkönigs unterworfen sind, wollen alles Leben auf Aetheroth auslöschen. Unter Führung der Banshee Silvanas Windrunner trennte sich eine Gruppe Renegaten von der Geißel und warf das Joch des Litschkönigs ab. Diese Gruppe, von manchen Verlassene genannt, kämpft unablässig um ihre Unabhängigkeit von der Geißel, aber auch gegen alle, die sie wie Monster jagen. Mit Silvanas als ihrer Banshee-Königin haben die Verlassenen eine dunkle Festung unter den Ruinen der einstigen Hauptstadt Lordaeron zerrichtet. Diese verborgene Unterstadt bildet ein ausgedehntes Labyrinth, das sich bis unter den Geisterwald von Thiriswall erstreckt. Ob schon das Land selbst verflucht ist, klammern sich die verbissenen Menschen des scharlachroten Kreuzzuges immer noch an ihre verstreuten Heimstätten und trachten danach, die Untoten auszurotten und die Heimat zurückzuerobern. In der Überzeugung, dass die primitiven Völker der Horde ihnen zum Sieg verhelfen können, sind die Verlassenen ein Zweckbündnis eingegangen. Da sie aber keine echte Loyalität für ihre neuen Verbündeten hegen, werden sie alles tun, damit ihre finsteren Pläne aufgehen. Als einer der Verlassenen müsst ihr jeden massakrieren, der die neue Ordnung bedroht. Menschen, Untote, wen auch immer. Ja, also, die Verlassenen gehen also ein Zweckbündnis mit der Horde ein und man hört es auch deutlich raus, eigentlich haben die Verlassenen überhaupt keinen Bock auf die Horde. Die haben keinen Respekt vor den Orks, vor den Zrall, vor den Taugen, das ist denen alles scheißegal. Und die wissen ganz genau, wenn die in die Quere kommen oder nicht mit den gleichen Interessen verfolgen, dann wird so ein Ork halt einfach niedergemäht. Und ja, ansonsten, der Schallach-Rote-Kreuzzug wurde hier genannt. Das ist quasi ein Teil der Allianz und auch nicht, das ist so ein bisschen schwierig. Man kann sagen, da sind superradikale Menschen, so ein superradikale Priester-Paladin schafft, die nichts anderes wollen als Untote vernichten. Die sind so ein bisschen hervorgegangen gegen die Geißel. Aber für die macht das keinen Unterschied, ob die jetzt die Geißelbekämpfung oder die Verlassenen alle Untoten müssen vernichtet werden. Die Position der Allianz dazu ist so, ja, wir finden das nicht cool, aber wir haben auch nichts so richtig dagegen. Und das zeigt auch schon, warum die Verlassenen sich der Horde angeschlossen haben. Mit der Allianz können die Verlassenen niemals irgendwas erreichen. So, ansonsten passiert noch etwas anderes Wichtiges in diesen Momenten. Etwas, was lange Zeit so ein bisschen unter dem Radar der Spielerschaffung auch so lief. Aber es wird die königliche Apothekervereinigung geschaffen. Und der Vorwand der königlichen Apothekervereinigung oder die Schaffung der königlichen Apothekervereinigung wird unter dem Vorwand geliefert, dass die die Seuche erforschen und das Untotendasein erforschen mit dem Ziel, ein Gegenmittel gegen die Seuche zu entwickeln und vielleicht Diener der Geißel wieder zu befreien. Also, dass Diener der Geißel wieder einen freien Willen haben und dass die, was weiß ich, dass man vielleicht, wie gesagt, ein Gegenmittel so richtig bekommt. Und das findet Zral in Ordnung und der Rest der Horde auch. Wäre ja ganz cool, wenn man das hinbekäme. Wie gesagt, das ist ein falscher Vorwand, denn in Wirklichkeit forscht die königliche Apothekervereinigung an etwas anderes, nämlich an ihrer eigenen Seuche. Auch unter Sylvanas Wissen. Also, das ist schon, da merkt man schon, die Verlassen haben eigentlich wirklich gar keinen Bock auf die Horde oder auf die Sterbliche oder so, sondern eigentlich wollen die Verlassenen auch nur irgendwie Wege finden, selbst mächtig zu werden oder sonst was. Weiter geht's. Der neue Lichtkönig, ja. Also, Arthas auf dem Weg nach Nordend. Und, ja, Arthas auf dem Weg, zack, 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 zack. Stellt fest, das ist gar nicht so einfach. Dann kommt Anuparak. Anuparak ist der Typ, der die Neruba befähligt, die zur Geißel gehören, also die Spinnenwesen. Die beiden sind weiter auf dem Weg, stellen fest, das wird ganz schön knapp, Illidan ist auch auf dem Weg, haben die mittlerweile erfahren. Und Illidan hat ein bisschen Vorsprung. Er sagt, Anuparak, lass mal durch die unterirdischen Tunnel gehen. Asyl in Nerub, da sind wir schneller. Arthas so, bist du sicher? Er so, hör mal, ich bin älter als dein Vater. Das wird schon klappen. Und Arthas, alles klar. Und die sind unterwegs und da machen die schon. Keltusat in der Zeit verwaltet die Pestländer, alles schön und gut. Am Frostthron trifft Arthas auf Illidan. Und die beiden haben jetzt einen epischen Fight und Illidan will den Lichtkönig töten. Arthas will den Lichtkönig beschützen und mal gucken, wer den Kampf gewinnt. Das dürfte der hier sein. Arthas will den Lichtkönig schlägt. Das war's für heute. 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 Bring die Klinge zurück und schließt den Kreis. Befreit mich aus diesem Gefängnis. Yet sind wir lines. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und in diesen Momenten, wo Nasul die Kraft über Arthas verliert, hört er ja oder resümiert über die Vergangenheit und reflektiert, was er alles getan hat. Darum hören wir ja auch diese ganzen Stimmen aus der Vergangenheit währenddessen. Er merkt, fuck, ich habe alle verraten, die ich liebte. Ich habe, was weiß ich, wie viele Tausende von Menschen getötet, ich habe die Apokalypse, die brennende Legion nach Azeroth geholt und so weiter. Und das realisiert er in diesen Momenten und er kommt ins Zögern. Also der Lichtkönig sagt zwar, komm hier hoch, ich will dich, ich brauche dich, du musst mich retten. Aber er selbst merkt währenddessen, ich darf nicht, ich kann nicht. Er kriegt schleppende, schwere Schritte. Und deshalb eilt er nicht so da hoch, ist meine RP-Begründung, die vielleicht echte und wahre Erklärung ist. Die Leute, die die Cutscene gemacht haben, fanden das cooler, wenn er langsam da hoch geht. Aber naja, gut. Gut, also, am Frostthron angelangt, zerschlägt Arthas mit Frostmon den Frostthron, nimmt die Krone der Dominanz, das andere Artefakt, was den Lichtkönig quasi erschaffen hat, und setzt sich die Krone auf. Und dann sind die wunderbaren Worte von Nersul da, wir sind eins. Wenn wir jetzt das Buch Arthas heranziehen und wenn wir das Buch Chroniken Band 3 heranziehen, können wir genauer darüber urteilen. Plus die Ordenshalle der Todesritter, was genau passiert hier eigentlich? Also, der Geist von Arthas und der Geist von Nersul verschmelzen zu eins, als wären sie ein Geist. Aber, 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 nicht ganz, sondern jeder der beiden Geister ist auch noch für sich in der Krone. Also, jeder dieser Geister hat ein Echo in dieser Krone der Dominanz. Und diese beiden Geister duellieren sich auch miteinander und mal gewinnt der eine mehr Einfluss, mal der andere. Das Interessante ist, dass Nersuls Geist oder Nersuls Einfluss in der Krone der Dominanz über die Zeit immer kleiner und geringer wird. Und immer mehr ist der Lichtkönig und Arthas eins und Nersul immer weniger. Das heißt, vielleicht war es mal so, dass Nersul Arthas dazu brachte, all das zu tun und so weiter. Aber über diese Verbrechen, über diese Schrecken hinweg und über die ganze Zeit wurde Arthas auch selber immer mehr zum Superschurken, der das alles irgendwie auch will mittlerweile. Also, es ist weitaus mehr als nur diese Geister verschmelzen und er war nur eine Marionette, sondern er wurde auch über die Zeit zum Bösewicht, wenn man so möchte. Und jetzt sitzt er auf dem Frostthron mit der Rüstung. Nersuls Plan ist aufgegangen in gewisser Hinsicht, weil er ist frei. Er hat sich aus seinem Gefängnis, dem Frostthron, befreit, in dem Arthas diese Krone der Dominanz aufsetzte. Aber irgendwie auch nicht, weil er ist jetzt zwar eins mit ihm, aber er wird auch immer weiter verdrängt, weil Arthas Bewusstsein einfach stärker ist. Was auch interessant ist, dass Arthas Bewusstsein stärker offensichtlich ist als Nersuls, denn Nersuls Bewusstsein ist krass. Wir erinnern uns, Schamane, er hat keinen Körper und trotzdem stößt der Frostmann von sich. Aber diese Krone der Dominanz, die kommt aus den Schattenlanden. Und die Nasrezim, wo auch immer sie sie genau her hatten, die diese Krone der Dominanz ja beschafft haben aus den Schattenlanden. Es könnte sein, dass in dieser Krone der Dominanz noch eine andere Macht steckt. Das erfährt man auch in den Ordenszeilen zum Beispiel später, wo dann irgendwann Bolvar nicht König wird. Der sagt nämlich, dass er nicht nur die Präsenz von Arthas spürt, dass er nicht nur die Präsenz von Nersuls spürt in der Krone der Dominanz, sondern noch eine weitere dunkle Wesenheit, die die ganze Zeit vor allem eins tut, nämlich beobachten. Vielleicht tut sie noch mehr als nur beobachten, aber zumindest gibt es eine weitere Existenz, wahrscheinlich der Kerkermeister. Genau weiß man es nicht, aber wahrscheinlich der Kerkermeister, der auch beobachtet und sich anschaut, was passiert auf der Ebene der Sterblichen, was passiert auf der Ebene der Realität. Weiter geht's. Die Blutelfen. Wir kommen zum nächsten Add-on. Wir haben die Geschichte von Warcraft 3 und Warcraft 3 Frozen Throne und die Vorgeschichte und auch große Teile von World of Warcraft Classic abgehandelt. Kommen wir so langsam in die Geschichte von World of Warcraft Burning Crusade. Die Blutelfen sind also die überlebenden Hochelfen. Einige haben sich Illidan angeschlossen und sind losgezogen in die Scherbenwelt und dann wieder nach Nordend und dann sind einige immer noch Illidan gefolgt. Wieder zurück zur Scherbenwelt, wo Keltas irgendwie im Netersturm eine tolle Festung baut. Schön und gut. Andere sind zurück nach Queltanas. Andere sind in Queltanas geblieben. Und jedenfalls, die Blutelfen, die übrig geblieben sind in Queltanas, im ehemaligen Gebiet der Hochelfen, die suchen eine neue Heimat. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die haben sowieso ein bisschen Probleme. Die Pestländer machen immer noch Druck mit Keltusat und der Geißel und so weiter und so fort. Und die Blutelfen suchen jetzt irgendwie einen Weg zu überleben. Auf die Allianz haben die Blutelfen nicht mehr so richtig Bock. Warum nicht? Weil die Blutelfen von der Allianz im Stich gelassen worden sind im Dritten Krieg. Also im Krieg mit der Geißel. Und da kommt wieder dieser Rassismus durch. Also man muss schon sagen, die Allianz zur damaligen Zeit, vielleicht auch heute manchmal noch, aber damals auf jeden Fall, die wollten mit den Untoten nichts zu tun haben, weil die Untoten sind ja Untote. Und die Hochelfen, die hat man auch immer so ein bisschen skeptisch betrachtet. Und naja, gut. Also die Blutelfen haben überlebt. Und die Blutelfen brauchten jetzt einen neuen Partner. Silvanas macht sich jetzt in der Horde gegenüber den anderen Hordenanführern für die Blutelfen stark. Silvanas sagt, die Blutelfen, die sind mein ehemaliges Volk, also die Hochelfen. Das ist schon in Ordnung, wenn die zur Horde gehören. Und Silvanas schafft es, zusammen mit den anderen Blutelfen, Sral und die anderen davon zu überzeugen. Das ist eine gute Idee. Die Blutelfen kommen zur Horde. Zack, bumm. Die Horde haben auch mal eine schöne Rasse. Alle so, yay, besonders, es gibt so ein bisschen die Erzählung, dass Blizzard damit auch wollte, dass... Also man hat nämlich, es gab nicht so ein Ding. Damals im World of Warcraft haben mehr Leute Allianz gespielt als Horde. Und einer der Gründe, den man dafür ausgemacht hat, ist, dass insbesondere Frauen, nicht nur, aber insbesondere auch ein bisschen Probleme damit hatten, die Horde zu spielen, weil es keine schönen Charaktere gab, vor allem keine schönen Frauen bei der Horde, mit denen man sich vielleicht gerne identifizieren wollte. Und die Idee war, ja, wenn man die Blutelfen mit ins Boot holen bei der Horde, haben wir bei der Horde auch mal eine schöne Rasse. Und die RP-Geschichte oder die Lorbe-Wand, das habe ich euch ja auch gerade erzählt. Also okay, Blutelfen, spielbares Volk bei der Horde. Toll, toll, toll. Dann haben wir noch die Geschichte mit Lortema. Das ist jetzt, jetzt machen wir einen großen Sprung. Ich beschäftige mich jetzt quasi nicht mit der Geschichte bei Burning Crusade, weil alles, was bei Burning Crusade passiert, ist irrelevant für Shadowlands. Sondern nur dieser Punkt mit den Blutelfen ist wichtig und das Ende. Zum Ende passiert nämlich Folgendes. Also übrigens, Kelthas versucht, jeden zu beschwören. Schlägt fehl. Randnotiz. Ach ja, als Arthas übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, möchte ich an der Stelle auch nochmal, weil ich gerade so ein bisschen über das nachdenke, was alles passiert ist. Als Arthas in Nordend war und durch Asyl Narub zum Frostthron eilte, traf er unter anderem auf die Gesichtslosen und andere Diener der Lehre. Aber die Lehre ist da wieder vor Ort, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Also, Burning Crusade, bla 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 bla, ganz viel passiert. Alles unwichtig für uns. Am Ende von Burning Crusade möchte die Horde und die Allianz zusammen Richtung Nordend, um Arthas zu besiegen, weil Arthas macht Stress. Arthas ist mega mächtig und befähigt die Geißel. Die Dämonen sind schon lange besiegt. Und jetzt geht es nur noch darum, oder für Arthas geht es, oder nicht König, der jetzt mittlerweile ja ein Wesen ist, geht es jetzt nur noch darum, okay, ab jetzt lasse ich meine Diener ausströmen, um diese Welt dem Tod zu überlassen. Und die Geißel macht Invasionen auf der gesamten Welt. Und Horde und Allianz denken sich, das können wir uns nicht gefallen lassen, dann gibt es eine Invasion zurück. Und sowohl Horde als auch Allianz starten Expeditionen Richtung Nordend. Und die Blutelfen, die sagen so, nee, mache ich nicht. Die Blutelfen haben keinen Bock darauf. Die Blutelfen sagen, als wir das letzte Mal gegen die Geißel gekämpft haben, ist unser gesamtes Königreich vor die Hunde gegangen. Da haben wir überhaupt keinen Bock, wieder gegen die Geißel zu kämpfen. Das können wir nicht machen. Und Silvanus sagt, ich habe mich stark für euch gemacht, Jungs. Ihr macht da mit. Ihr macht bei diesem Krieg gegen Arthas mit. Entweder kämpft ihr an unserer Seite oder ich kämpfe gegen euch. Also Silvanus droht Lortemar bzw. den Blutelfen in diesem Moment und sagt, ihr seid für uns oder ihr seid gegen uns. Eine Alternative gibt es nicht. Enthaltung wird nicht akzeptiert. Also wir legen die Blutelfen ein und sie marschieren auch mit nach Nordend. Zeigt auch so ein bisschen, wie Silvanus drauf ist. Also auch wenn die Blutelfen irgendwie mit ihnen cool ist, weil sie war mal selbst eine Hochelfe, gibt es die Tendenz jetzt schon, dass Silvanus sich so denkt, ne, 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 ihr macht schon, was ich will. Weiter geht's. Jetzt kommen wir zu Tyrion-Fordring. Also, der Arthas, der hat sich Folgendes überlegt. Ich brauche Krieger. Und ich brauche nicht nur Neruba und Ghule und Monstrositäten und Liche. Ich brauche Elite-Soldaten. Und diese Elite-Soldaten des Lichtkönigs, die heißen Todesritter. Und diese Todesritter, die werden unter anderem ausgebildet in den östlichen Pestländern, wo ja Kel'Thuzad regiert hat. Und da kommt jetzt Arthas angeflogen mit seiner Nekropole und da werden jetzt Todesritter ausgebildet. Kann man nachspielen, wenn man einen Todesritter erstellt. Und da passieren witzige Sachen. Man macht alles Mögliche, fast klar, ab und folgt. Man stellt fest, dass Arthas irgendwie so voll die krassen Mächte hat. Und dann wütet man da. Dann macht man so eine Invasion der Todesritter über die östlichen Pestländer, also über die letzten Menschen, die da noch so sind und so weiter und so fort. Und dann kommt es zu einem Kampf, zu einem Konflikt, der ein bisschen verzwickt ist und eine sehr tiefgründige Hintergrundgeschichte hat eigentlich. An der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. An der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Das ist ein schicksalshafter Ort. Also das wird einem, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst, wenn man da einen Todesritter levelt. Aber diese kaputte Kapelle, die da steht, das ist einer der heiligsten Orte auf Arzoroth. Wahrscheinlich ist kaum ein Ort auf Arzoroth so sehr von heiliger Magie erfüllt, wie der Ort der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. An diesem Ort schuf Alonsus Faul zusammen mit Uta Leitbringer, Turalion, mit Tyrion Fordring und ein paar anderen Gestalten die Paladine. Das war der Geburtsort der Paladine. Und weil da so viel krasse heilige Magie herrscht, ist das ein sehr schicksalshafter Ort. Insbesondere auch für Untote, denn Untote mögen heilige Magie so gar nicht. Noch schlimmer ist Lebensmagiezeug, aber heilige Magie ist auch ganz schön übel für die Untoten. Und dann passiert was, das kann man nur als Familiendrama erklären. Und die Details, die bringe selbst ich ständig durcheinander. Das hat was mit dem scharnachruten Kreuzzug zu tun und dem scharnachruten Kloster. Da gibt es nämlich drei Leute, die haben alle den gleichen Namen, nämlich Morgraine. Und es gibt sozusagen den Boss Morgraine, das ist der Vater, und der hat zwei Söhne. Nämlich Darion und Renault. Das Auto, brumm, brumm. Und Renault, der wird verführt von den Untoten. Und dann ziehen die zusammen los, hopp, 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 kämpfen gegen die Untoten. Denn das ist so das Ding des scharnachroten Kreuzzugs, Kloster, das Gedöns. Und Renault verrät seinen Vater. Daraufhin geht sein Vater Ripp. Und Renault, nee, nicht Renault, der Vater, der ist in Besitz, wenn ich das nicht richtig im Kopf habe, von dem Aschenbringer. Oder in einem Aschenbringer. Das ist die Waffe, die wir hier im Bild sehen. Und der Aschenbringer ist eine Waffe, die ist auch wieder uralt und der Ursprung super magisch. Auf jeden Fall ist da so ein krasser Stein. Und diesen Stein, den hat, da haben die mal mit heiliger Magie draufgehauen. Da hat auch Muradin was mit zu tun. Der hat dann letztlich das Schwert geschmiedet. Und dieses Ding ist einfach, also der Aschenbringer ist so eine Art Joker-Karte der Waffen. Ja, dieser Stein, der in dieser Waffe ist, der kann von unterschiedlichen Magien erfüllt werden. Und je nachdem, mit welcher Magie der erfüllt ist, dann ist der Aschenbringer dies oder jenes. Und je nachdem, was er ist, ist er auf jeden Fall sehr mächtig. Und das macht den Aschenbringer jetzt zu einer Waffe durch diesen Stein des Lichtes. Also mehr als jede andere Waffe. Man kann eine Waffe nehmen und die segnen. Aber dieser Stein, der ist nicht einfach nur eine Segnung. Der macht zu einer Inkarnation des Lichtes als Waffe oder so ähnlich. Genau, Magni-Proxibat. Stimmt, habe ich Muradin gesagt, Entschuldigung, Magni-Proxibat. Und weil das so eine krasse Waffe ist gegen Untote und fürs Licht, waren die Morgrains auch diejenigen, die die geführt haben. Und ja, jetzt sind die durch diesen Verrat, sind die Morgrains jetzt zu Untoten geworden. Weil die sind da weggerippt, wenn die gegen Kel'Thuzad gekämpft haben. Und sind jetzt Todesritter geworden. Verkürzt gesagt. Darion, der andere Sohn, Morgrain, der denkt sich so, alles klar. Ich breche mal auf und bringe wieder alles ins Lot. Also geht er in die Nekropole, kämpft gegen seinen Vater, der jetzt Untoter ist. Und dann verspekuliert er sich irgendwie. Er hofft irgendwie, seinen Vater zu erreichen oder wie auch immer. Und denkt, er könnte ihn wieder auf seine Seite ziehen. Und das klappt alles nicht. Das geht dann auch in die Buchs. Und dann wird auch Darion Morgrain zum Todesritter. Und jetzt passiert Folgendes. An der Kapelle des Hoffnungsvollen Lichts. Stehen jetzt Arthas und Darion Morgrain gegenüber von Tyrion Fordring. Tyrion Fordring, krasser Paladin. Arthas stehen sich gegenüber. An der Seite von Arthas steht Darion Morgrain. Darion Morgrain hat in der Zeit Aschenbringer. Also diese krasse Waffe. Aber Aschenbringer ist, wie haben die das nochmal genannt, verflucht? Ne, nicht verflucht. Fair, fair, irgendwie was anderes. Aber auf jeden Fall war Aschenbringer jetzt verwandelt als eine Waffe des Todes. Wie gesagt, diesen Stein kann man korrumpiert, genau. Die können diesen Stein mit allen möglichen Mächten füllen. Und die Geister haben natürlich Folgendes gemacht. Die hat gesagt, wir machen verderbt. Genau, verderbter Aschenbringer. So haben sie es genannt. Die haben den Aschenbringer verderbt. Und jetzt war dieser Stein mit der Macht des Todes erfüllt. Und deswegen war es eine todesbringende Waffe oder so wie auch immer. Aber das krasse, was jetzt passiert, an der Kapelle des Hoffnungsvollen Lichts, wahrscheinlich weil es ein Ort der heiligen Magie ist und so weiter, konnte es irgendwie passieren, dass Darion einen Moment hatte. Einen Moment, wo er sich dachte, der Typ neben mir, mein Boss, nämlich Arthas, der ist eigentlich nicht so der Coole. Der ist daran schuld, dass ich tot bin. Der ist daran schuld, dass mein Bruder tot ist. Der ist daran schuld, dass mein Vater tot ist. Der ist daran schuld, dass meine gesamte Priesterschaft stirbt und die ganze Zeit einen hoffnungsvollen Kreuzzug führt. Der ist daran schuld, dass irgendwie der Rest von meiner Familie weggeribiert. Warum diene ich dem Typen eigentlich? Das war so ein bisschen seine Erkenntnis in dem Moment. Und deswegen dachte sich Darion, ich habe jetzt einen Augenblick des freien Willens. Hier, Aschenbringer. Und der Aschenbringer wird über, ja, Tyrion nimmt sich den Aschenbringer. Und Tyrion, Paladin, an der Kapelle des Hoffnungsvollen Lichts, schafft es durch seine pure Willenskraft, an einen solch magischen Ort, den verderbten Aschenbringer zurückzubringen. In seine eigentliche Bestimmung, zumindest aus Sicht der heiligen Priester und so weiter und so fort. Nämlich eine Waffe der Rechtschaffenheit zu sein. Eine Waffe der heiligen Magie, die dafür da ist, die Untoten aufzuhalten. Und der Aschenbringer wurde wieder zu einer Waffe der heiligen Magie. Und es kommt zum Showdown zwischen Arthas und Tyrion. Und Tyrion geht nur ein paar Schritte auf Arthas zu. Und Arthas merkt schon, oh nein. Arthas merkt, er kann diesen Kampf nicht gewinnen. Arthas spürt so eine gewaltige Macht. Ausgehend von diesem Paladin, dem Paladin der silbernen Hand. Einer der letzten verbliehenen, mächtigen Paladine der Welt. Eine Kapelle des Hoffnungsvollen Lichts. Einen von heiliger Magie durchströmten Ort. Mit einer der mächtigsten Waffen des Arthas, dem Aschenbringer in der Hand. Also stürzt Tyrion Richtung Arthas. Und Arthas ergreift die Flucht. Arthas so, hab gar keinen Bock, hier zu sterben. Und Arthas so, tschüss. Okay, Arthas weg. Arthas zieht sich zurück. Und ein bisschen unspektakulär. Aber gut, Arthas überlebt. Genau, Arthas denkt sich so, ich hab gar keinen Bock, hier zu sterben. Und Tyrion und der Rest denkt sich so, alles klar. Jetzt ist aber höchste Eisenbahn. Lass mal, lass jetzt mal Nordend-Invasion starten. Da haben wir natürlich ein wunderbares Video. Die uns demonstriert, warum der Lichtkönig fallen muss und wie mächtig der Lichtkönig mittlerweile geworden ist. Vielleicht das schönste Video der Videospielgeschichte. Mein Sohn. Am Tage deiner Geburt raunten selbst die Wälder von Lordaeron den Namen. Arthas. 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 Mein Kind, mit Stolz leichtig heranwachsen zu einer Waffe, der Rechtschaffenheit. Vergiss nicht, schon immer regierte unser Geschlecht mit Weisheit und Stärke. Und ich weiß, du wirst deine große Macht mit Zurückhaltung einsetzen. Und ich weiß, du wirst deine große Macht mit Schmutzung. Wahrer Erfolg, mein Sohn, ist es, die Herzen deines Volkes zu bewegen. Dies sage ich dir, denn wenn meine Zeit gekommen ist, sollst du König sein. Ja, wir haben natürlich hier die Stimme von König Terenas gehört, also dem Vater von Aras. Und ja, es ist natürlich diese Ironie, eine Waffe der Rechtschaffenheit und er ist genau das Gegenteil geworden. Die Zurückhaltung, mit der er seine Mächte einsetzen soll und er macht alles andere, als sich zurückzuhalten. Und es ist wirklich ein sehr schönes Video und wie dann auch immer diese, auf der einen Seite erfüllt er genau das, was der Vater in seinen Sohn gesehen hat. Auf der anderen Seite verkehrt er es einfach zu 100 Prozent, beziehungsweise in die Ironie oder wie auch immer. Die Invasion, also von Horde und Allianz findet statt, die interessanterweise, auch hier merken wir wieder, die Verlassene machen immer so ein bisschen ihr eigenes Ding. Nämlich an der westlichen Küste Nordens findet die Allianz und die Horde Fuß, nämlich an der sogenannten Boreanischen Tundra. Und die Verlassenen, die eigentlich zur Horde gehören, finden in den östlichen Teilen Nordens Fuß, nämlich in den sogenannten heulenden Fjorden. Das heißt, geografische Trennung könnte natürlich allein dadurch begründet sein, weil es von den östlichen Königreichen natürlich kürzer dahin ist, also von Kalimdor dahin. Aber es verdeutlicht wieder so ein bisschen, die Verlassenen gehören nicht so richtig zur Horde. Die machen so ein bisschen ihr eigenes Ding. Naja, wie dem auch sei, am Anfang Horde und Allianz, obwohl sie auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, bekriegen sie sich auch immer mal wieder. Da wird auch thematisiert zum Beispiel bei 1000 Winter, also ein kämpftes Gebiet. Aber an der sogenannten Pforte des Zorns, von der Drachenöde hin zur Eiskronen Zitadelle, kommt es zu einer, wenn man so möchte, vielleicht finalen Schlacht innerhalb des Addons. Man erhofft sich, hier den Lichtkönig stellen zu können und besiegen zu können. Die Regimenter der Allianz, Seite an Seite mit den Regimentern der Horde, also vereint, vereinte Streitkräfte. Die Horde geführt von Sauerfang Junior, also falls ihr Sauerfang jetzt im BWR kennt, hier von dem Kind oder dem Sohn von Sauerfang. Und von Bolvar Fordragon auf der Allianz-Seite, den wir noch genauer erläutern werden, dem gleich. Aber wir gucken mal, wie dieses Aufeinandertreffen der Streitkräfte der Allianz zusammen mit den Streitkräften der Horde gegen die Streitkräfte der Allianz und vor allem auch gegen Arthas verlaufen ist. Blut-Bulvar, dem Licht sei Dank! Für Lauderon! Für die Allianz! Zurück, ihr dreckige Anze! Zurück, ihr dreckige Anze! Zurück, ihr dreckige Anze! Kämpft weiter, Brüder! Erhebt euch, Söhne der Horde! Blut und Ruhm erwarten uns! Lugtauger! Für die Horde! Für die Horde! Ich war nicht sicher, ob ihr auftaucht. Ich wollte der Allianz nicht den ganzen Spaß lassen! Ja! Arthas! Das Blut eures Vaters! Eures Volkes! Schreit nach Rache! Kommt her, Feigling! Und büßt für eure Taten! Ihr nennt mich Feige? Wollt Rache? Ich werde euch zeigen, was Rache ist. Und was Angst wirklich heißt. Genug! Bringen wir's zu Ende! Ihr bezahlt für die Leben, die ihr stahlt! Monster! Große Worte! Doch es gibt nichts, dass ihr... Was? Dachtet ihr, wir hätten vergessen? Dachtet ihr, wir hätten vergeben? Spürt nun die schreckliche Rache der Verlassenen! Sylvanas! Es ist nicht... Nicht vorbei! Jetzt sehen alle, dies ist die Stunde der Verlassenen. Es ist aus. Kein Entrennen. Für keinen von uns. Auf Wiedersehen. Ja, da ist einiges passiert, was man erklären muss. Man denkt, man versteht es, aber eigentlich nicht. Also, da kommen also die ganzen Truppen. So, und der Ork, der umgehauen wird, ist Sauerfang. Also, Sauerfang-Sohn, also es gibt zwei Sauerfangs. Das ist genauso kompliziert wie mit diesen Morgrens. Drei Morgrens, zwei Sauerfangs. Naja, auf jeden Fall stirbt der Jüngere, also der Saison Sauerfang. Bolva, habt ihr gesehen, steht an Arthas gegenüber. Es wäre beinahe zum Showdown gekommen, wenn es dazu gekommen wäre, aller Voraussicht nach hätte Arthas einfach alle getötet und ripp. Aber dann kommt Putress. Das war der Typ, der da die Verlassenen verkörpert hat mit der Seuche. Das, was Putress da macht, ist nicht, zumindest offiziell, ist nicht im Einklang mit dem, was Silvanas will. Putress begeht hier Verrat an Silvanas. Putress ist sozusagen der Boss der königlichen Apothekervereinigung. Putress ist schon viel radikaler drauf als Silvanas. Silvanas hat nicht unbedingt was dagegen, dass die Verlassenen an der Seuche forschen. Aber dass in dieser Situation die Seuche eingesetzt wird, ist nicht auf Geheiß unbedingt von Silvanas. Vielleicht findet sie es auch nicht super schlimm, aber sie ist auf jeden Fall dagegen. Wie dem auch sei, die Putress setzt die Seuche ein. Und man hört es auch, Putress hat überhaupt kein Problem damit, dass da einfach jeder stirbt. Das ist dem scheißegal. Das ist auch wahrscheinlich Silvanas scheißegal. Nur in ihrem Denken wäre es vielleicht noch so, naja, es ist mir dahingehend nicht scheißegal, dass die Horde und die Allianz auf irgendeiner Hinsicht nützlich sein kann. Aber da geht es nur um den Nutzen davon zu tragen. Vielleicht fühlt man sich noch ein bisschen verbunden mit den Hochelfen, weil sie selbst so eine Hochelfe war. Aber ansonsten nichts. Wichtige Randnotiz an der Stelle. Weil manche Leute denken immer, Silvanas ist irgendwie nur in den letzten Jahren durchgedreht. Ihr merkt schon, ich baue das jetzt immer wieder ein. Denn die Verlassenen, und Silvanas insbesondere, die waren schon immer, schon immer Feinde des Lebens. Die sind nur deshalb mit dabei, weil das irgendwie zweckmäßig ist. Genau, also was passiert? Putress handelt eigenmächtig und setzt die Seuche frei. Und setzt sie gegen alle ein, nicht nur gegen die Geißel und so weiter. Und verrät damit in gewisser Hinsicht Silvanas. Zusätzlich verrät er nicht nur Silvanas, sondern verbündet sich mit Varimatras. Und jetzt gibt es innerhalb der Verlassenen einen Bürgerkrieg. Es gibt diejenigen Verlassenen, die loyal gegenüber Putress sind und das alles gut finden, was er da gemacht hat. Und es gibt diejenigen Verlassenen, die loyal gegenüber Silvanas sind. Sozusagen die Superradikalen sind auf Seite von Putress und die mäßig Radikalen sind auf Seite von Silvanas. Und sonst gibt es keinen, beziehungsweise die sind dann eh keine Verlassenen. Weiter im Text gibt es dann eine Belagerung von Unterstadt. Silvanas sagt zu Sral und Vol'jin, hört mal zu, wir haben die Kacke am Dampfen. Ich weiß, was da an der Fortes Zorns passiert ist. Ich habe damit nichts zu tun. Es tut mir leid. Ich habe Putress unterschätzt. Der hat sich gegen mich auferlehnt. Ich brauche eure Hilfe. Wenn wir nicht hier Unterstadt, beziehungsweise Undercity, von Putress befreien, dann haben wir die geilste 2.0 am Start. Also kommt Sral und Vol'jin, Silvanas, zur Hilfe. Ein paar Leute von Allianz sind auch noch dabei. Und Unterstadt wird dann belagert, weil es war in der Zeit unter Kontrolle von Putress und Varimatras. Interessanterweise bedeutet das, dass Varimatras oder Silvanas, Varimatras, vermutlich, vielleicht auch nicht, aber vermutlich, dass Silvanas fälschlicherweise Varimatras vertraut hat. Denn jetzt stellt sich Varimatras ja wieder gegen Silvanas. Also der Verrat des Verrats des Verrats. Varimatras, wie gesagt, komischer Charakter. Und was macht der Typ? Varimatras nutzt jetzt seine Kontrolle über Undercity, um alles zu mobilisieren, um Zagoras in Undercity zu beschwören. Der will die Apokalypse herbeiführen. Nicht so eine gute Idee. Glücklicherweise hat Silvanas Unterstützung von Sral und Vol'jin und den Jungs und den Mädels gelingt es irgendwie, Undercity zu befreien, Putress und Varimatras zu besiegen. Die beiden sind tot, zumindest glaubt man das. Varimatras ist nicht wirklich tot, Dämonen kehren immer in den Netat zurück und er kommt nochmal wieder irgendwann. Aber seitdem, das ist das Schlüsselereignis in der Horde, seitdem sind die Verlassenen nicht nur, also vorher war es ein Zweckbündnis zwischen den Verlassenen und der Horde. Ab diesem Moment ist das nicht nur mehr ein Zweckbündnis, sondern ab jetzt haben die Mitglieder der Horde, insbesondere Sral, ein extremes Misstrauen gegenüber den Verlassenen. Ab jetzt befiehlt Sral quasi die dunkle Lady stets zu beobachten. Ab jetzt gibt es Beobachter der Horde. Also es gibt immer irgendwelche Abgesandten, Orks und so weiter und so fort, die sich in Undercity oder in der Nähe der Verlassenen aufhalten, damit die alles beobachten. Das sieht man auch später nochmal. So, weiter geht's. Arthas hat wieder zum zweiten Mal, dachte er sich, Bruder muss los und haut ab an eine Forte des Zorns. Sylvanas will immer noch Rache. Sylvanas hasst Arthas. Warum hasst Sylvanas Arthas? Ganz einfach, weil Arthas sie in eine Untote verwandelt hat. Zu diesem Zeitpunkt mag Sylvanas das immer noch überhaupt nicht. Und ihr gesamte Existenz als Untote sind nach Rache. Jetzt passiert Folgendes. Sylvanas erfährt etwas Interessantes, nämlich in der Grube von Saron. Einem, ja, wenn man so möchte, einem Tagebau der Geißel, wo sie Saronit abbauen. Dort erfährt Sylvanas etwas, und zwar, wo Frostgram sich befindet. Was sie sehr überrascht, weil sie dachte, Frostgram, der Lichtkönig, der läuft doch immer mit seiner Waffe rum. Nee, 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 tut er nicht immer. Der hat die nicht 24-7 in der Hand. Ab und zu legt er die wohin? Nämlich in die Halle der Reflexion. Und das erfährt Sylvanas hier und macht sich auf, Frostgram zu bergen. Denn für Sylvanas denkt sich so, wenn ich Frostgram habe, dann ist Arthas eine Stufe leichter zu besiegen. Auch dafür haben wir ein wunderbares Video. Auf geht's. Stopp! Tötet mich nicht, bitte! Ich verrate euch alles! Warum sollte ich dein elendes Leben verschonen? Was ihr sucht, ist im Hort des Meisters. Doch dafür müsst ihr an Tyrannus vorbei. In den Hallen der Reflexion werdet ihr Frostgram finden. Es... Es birgt die Wahrheit. Frostgram? Der Lichtkönig lässt seine Klinge nie zurück. Wenn du mich anlügst... Ich schwöre, das stimmt! Bitte tötet mich nicht! Nutzloser Wicht! Auf dich wartet nur der Tod! Nein! Glaubt nicht, ich würde euch so leicht Zugang zum Heiligtum meines Meisters gewähren. Ihr müsst mich schon... Welch passendes Ende für ihn! Befreien wir die Sklaven und sehen selbst, was sich in der Kammer des Lichtkönigs befindet. Mutige Champions! Wir schulden euch unser Leben, unsere Freiheit! Es mag nur eine winzige Geste sein, doch ich schwöre, dass von diesem Tag an jeder um eure Taten wissen wird und um den gleißenden Pfad des Lichts, den ihr durch diese dunkle Zitadelle gebahnt habt. Dieser Tag soll dafür in Erinnerung bleiben, dass niemand, nicht einmal der Lichtkönig selbst gegen Allianz und Wurde bestehen kann, wenn sie ihre Differenzen... Wuchtschutz hinter mir! Wuchtschutz hinter mir! Wuchtschutz hinter mir! Endlich hat Sindragosa diesen ewig plappenden Narren zum Schweigen gebracht! Zu den Hallen der Reflexion, Champions! Unser Ziel ist nahe. Ich kann es spüren. Ich... Ich kann es nicht glauben. Frostkram steht vor uns. Unbewacht. Genau wie der Genom es behauptet hat. Kommt, Helden! Der Klingel, die mein Leben beendete, so nahe zu sein. Die Schmerzen... erneuert. Ich wage nicht, sie zu berühren. Zurück! Zurück! Ich versuche, Kontakt herzustellen, um Hinweise zu finden. Vorsicht, Mädchen! Ich hörte schon einmal, dass uns diese verfluchte Klinge retten soll. Seht euch an, was Frostkram erschaffen hat. Uta! Uta, der Lichtbringer! Euch bleibt nicht viel Zeit. Der Lichtkönig sieht, was das Schwert sieht. Er wird in Kürze hier sein. Der Lichtkönig ist hier? Dann erfüllt sich mein Schicksal am heutigen Tag! Ihr könnt ihn nicht besiegen. Nicht hier! Ihr werdet eine Nerren, es zu versuchen. Er wird eure Begleiter töten und zu mächtigen Kämpfern der Geißel machen. Doch euer Los, Silvanas, wäre noch schrecklicher als zuvor. Es muss einen Weg gehen. Vielleicht. Doch wisset, der Lichtkönig ist notwendig. Selbst wenn ihr Arthas besiegt, muss jemand seinen Platz einnehmen. Ohne Kontrolle würde die Geißel Azeroth heimsuchen wie ein Schwarm Heuschrecken und alles vernichten, was sie berührt. Wer könnte eine solche Last tragen? Ich weiß es nicht, Benji-Königin. Vermutlich ist der Teil von Arthas, der im Lichtkönig noch existiert, alles, was die Geißel davon abhält, Arthas auszulöschen. Wie dem auch sei, man kann den Lichtkönig nur an dem Ort besiegen, an dem er erschaffen wurde. Der Frostthron. So ist es. Er, er kommt. Ihr schreit, Paradin. Ihr wollt also mit den Toten sprechen? Euer Wunsch sei euch gewährt. Falrik, Marvin, bringt ihre Leichen danach in meine Gemächer. Arthas folgt wieder. Wie ihr wünscht, mein Herr. Soldaten von Lordaeron, folgt dem Ruf des Meisters. So leicht denn kommt ihr mir nicht, Arthas. Ich werde meine Rache vollstrecken. Ich begehe denselben Fehler nicht erneut, Sylvanas. Es gibt kein Entkommen. Im Tod werdet ihr mir alle dienen. Er ist zu mächtig. Schnell, Helden, kommt! Wir müssen fliehen. Ich werde mein Möglichstes tun, um ihn so lange es geht, an Ort und Stelle zu halten. Verdammt! Eine Sackgasse! So endet es also. Seid bereit, Helden, denn heute ist unser letztes Gefecht. Kein Ausblick mehr. Jetzt gehört ihr mir. Feuer frei! Kommt an Bord, jetzt! Dieser ganze Berghang kann jederzeit runterkommen. In Sicherheit. Für den Moment. Seine Stärke hat sich verzehnfacht. Nur eine Armee kann den Lichtkönig zerstören. Eine Armee, größer als selbst die Horde sie aufstellen kann. Ja. Okay, also was haben wir erfahren? Der Lichtkönig lässt uns zu seiner Waffe allein. Schön und gut. Was interessant ist, ist, als Sylvanas sich dem Schwert näherte und versucht hat, irgendwie Verbindungen zum Schwert aufzunehmen, wie auch immer sie das gemacht hat, erschien ihr etwas aus dem Schwert, nämlich Uta. Ist ja auch kein Wunder, denn Arthas hat ja Uta mit dem Schwert getötet und die Eigenheit dieses Schwert, das ist nun mal, dass die Seele dann in das Schwert kommt und irgendwie ist es gelungen, wohl, dass Sylvanas, als sie versucht hat, Verbindungen zum Schwert aufzuziehen, Uta zu beschweren. Und Uta erzählt, hör mal zu, kleines Mädchen, ist zwar ganz cool, was du hier so vorhast, Arthas töten, bin ich voll dabei und so, aber das schaffst du nicht, Kleine. Und Sylvanas, hochnäsig wie sie ist, hört nicht auf den weisen, guten, klugen Paladin und denkt sich, ich mach's trotzdem und kämpf gegen Arthas, stellt dann fest, nee, das wird alles nix, ich hau, muss hier weg. Dann haut Sylvanas ab und hat dann ein bisschen Glück, dass am Ende ein schöner Horden-Zeppelin da ist und den Berg zum Einsturz bringt und Arthas schnappt sich Sylvanas nicht. Die Erkenntnis ist eigentlich nur folgende, der Herr Arthas hat sich in dieser ganzen Zeit, es sind ja einige Jahre vergangen, so zwei, drei Jahre, müssten das in Warcraft-Zeitrechnungen sein, in dieser Zeit hat sich Arthas bemächtigt. Er ist ein unglaublich krasser Krieger geworden und Sylvanas hat alleine keine Chance und nicht nur das, nach Sylvanas Einschätzung hätte nicht mal die gesamte Horde eine Chance. Man braucht mehr als die Horde. Okay, weiter geht's. Tyrion ist doch mehr als die Horde, oder? Tyrion macht einen dritten Versuch oder vielleicht dritter Versuch. Der erste Versuch war an der Kapelle des Hoffnungsvollen Lichts, der zweite Versuch war eine Fortes Zorns, da war er selbst nicht dabei und jetzt kommt der dritte Versuch. Tyrion mit ein paar anderen zusammen sucht sich die krassesten Krieger Arzoroths, sowohl von Horde als auch Allianz, in diesen Raids um diesen komisches Argentum-irgendwas-Turnier. Aus meiner Sicht der schlechteste Raid in ganz WoW, aber gut. Und dort werden die krassesten Krieger auserwählt und die laufen dann nach Eiskrone und kämpfen dann dort gegen Arthas und seine Lakaien. Irgendwann, die kämpfen sich da durch dieses Gewölbe und da passieren eine Menge lustige Sachen. Zum Beispiel trifft Sauerfang auf Sauerfang und stellt fest, du warst doch tot. Oh, du bist jetzt ein Untoter. Arthas hat meinen Sohn zu einem Krieger von sich gemacht. Das ist ja nicht so schön. Außerdem stellen diese Leute noch etwas anderes fest. Darauf kommen wir aber erst gleich zu sprechen. Denn wir gucken uns jetzt mal an, was passiert, wenn unsere Champions und insbesondere Tyrion Fordring auf Arthas treffen und Tyrion gegen Arthas kämpft. Video 10. Vater, ist es vorbei? Es ist soweit. Kein König herrscht für immer, mein Sohn. Ich sehe nur Finsternis vor mir. Ohne die Führung ihres Meisters wird die ruhelose Geißel eine noch größere Bedrohung für diese Welt werden. Sie muss kontrolliert werden. Es muss immer einen Lichtkönig geben. Die Last einer solchen Würde ich muss sie tragen. Es gibt sonst niemanden. Tyrion! Ihr haltet ein düsteres Schicksal in euren Händen, Bruder. Doch es ist nicht das eure. Bei allem, was heilig ist. Die Flamme des Drachen besiegelte mein Schicksal. Die Welt der Lebenden ist mir kein Traumst mehr. Setz die Krone auf mein Haupt, Tyrion. In alle Ewigkeit werde ich über die Verdammten wachen. Nein, alter Freund. Ich kann nicht. Tut es, Tyrion! Ihr und diese tapferen Helden habt euer eigenes Schicksal. Dieser letzte Dienst ist der meinige. Man wird euch nicht vergessen, Bruder. Ich muss vergessen werden, Tyrion. Wenn die Welt frei von der Tyrannei des Schreckens leben soll, dann darf niemand erfahren, was hier geschehen ist. Sagt ihnen nur, dass der Lichtkönig tot ist und das Bolvar-Vordragon mit ihm starb. Geht jetzt. Verlass diesen Ort und kehrt nie wieder. Das wirft eine Menge Fragen auf. Okay, fangen wir mal an. Also, das Erste, was wir sehen, ist, als Frostmone zerschmettert am Boden liegt, weil der Aschenbringer auf Frostmone getroffen ist und der Aschenbringer so, päm, Frostmone kaputt. Da passiert Folgendes. Ganz viele blaue, komische Sachen werden frei. Und das, was man da sieht, sind die Seelen, die aus Frostmone befreit werden. Ich habe hier geschrieben, befreit fast alle Seelen. Warum fast alle? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Denn man würde meinen, alle Seelen, aber in der Ordenszahle der Todesritter in Legion, in den Geschichten über die Waffen, die man dann aus Frostmone macht, kann man nachlesen, dass da steht fast alle. Da steht nicht alle, da steht fast alle. Also es kann sein, dass aus irgendwelchen Gründen noch ein paar Seelen in Frostmone drin sind. Das ist das Erste. Zweite. Also Tyrion hat Arthas besiegt. Dann erfahren wir ein paar Dinge. Dann kommt nämlich König Tyrena. Erstmal Arthas. Während Arthas im Sterben liegt, sagte er einen prägnanten Satz. Nämlich den Satz, ich sehe nur Finsternis. Merkt euch diesen Satz einfach. Ich sehe nur Finsternis. Der ist sehr wichtig. Also man hätte damals nicht gedacht, dass er so wichtig ist. Man denkt sich so, okay, offensichtlich hat Arthas kein tolles Jenseits, aber wir beschäftigen uns ja heute mit dem Jenseits. Der Satz, ich sehe nur Finsternis, ist extrem wichtig. Dann erzählt König Tyrena irgendwas von wegen, es muss immer einen Lichtkönig geben, weil die Armeen des Lichtkönigs, die Geiste mittlerweile so mächtig ist, dass das Einzige, was die Geiste davon abhält, über Arthas heimzufallen und alles zu vernichten und zu zerstören, der Lichtkönig ist, weil das wenig Gute verbleibende in Arthas, das haben wir ja auch in der Halle der Reflexion gehört, und jetzt nochmal, das wenig Gut verbleibende hat diese Geiste überhaupt zurückgehalten und jetzt übernimmt Bolva das. Er wollte Tyrion das übernehmen. Also es muss einen Lichtkönig geben, der die Geiste mittlerweile in Zaun hält. Irgendwas Gutes. Und dann als nächstes, Tyrion will sich die Krone aufsetzen und dann kommt auf einmal Bolva wieder. Wo kommt Bolva denn auf einmal her? Bolva war doch tot, dachten wir. Er ist doch an der Vorderse Zorns gestorben. Kommen wir gleich zu, warum er überlebt hat. Aber Bolva sagt, hör zu, Tyrion, du nicht. Das ist mein Schicksal. Ich muss diese Krone aufsetzen, nicht du. Bolva macht's, opfert sich, setzt die Krone auf, auf geht's. So, warum lebt Bolva noch? Wer ist überhaupt Bolva, fragt man sich vielleicht. Bolva Fordragon, ein bisschen müssen wir erklären. Also, Bolva Fordragon war Leibwächter und Regent von Anduin. Denn es gab eine Zeit, WoW Classic, manche erinnern sich, da ist man nach Sturmbind gegangen und geht dann in das große Hauptgebäude, wo der König regieren müsste. Und König Varian Vryn ist nirgends zu sehen. Der ist einfach nicht da. Der wurde entführt vom schwarzen Drachenschwarm. Zeitstory, die uns hier an dieser Stelle nicht interessieren muss. Aber der Varian Vryn ist nicht da. Okay. Wer ist stattdessen da? Natürlich sein Erbe. Der sitzt auf dem Thron. Anduin. Problem an Anduin ist, der ist noch ein Kind. Der ist irgendwie zwölf Jahre oder so. Und der ist jetzt der Regierer von Sturmwind und der Menschen. Weil so funktioniert Sturmwind bzw. Stormwind oder das Reich der Menschen. Scheißegal, wie alt er ist, er ist der rechtmäßige Erbe, er ist der König. Zumindest so lange, bis Varian Vryn, der vermisst, ist, wieder auftaucht. Das kann natürlich nicht sein. Ein Kind kann das niemals regieren. Deswegen bekommt Anduin einen Leibwächter, einen Lehrer, einen wie auch immer irgendwas gearteten. Und das ist Bolvar. Und eigentlich hat Bolvar die Macht inne in dieser Zeit. Ja, natürlich formell auf dem Papier. Es ist Anduin der König in der Zeit. Aber in Wirklichkeit ist Bolvar derjenige, der ihn in dieser Situation vertritt. Jetzt wissen wir schon mal, wer Bolvar ist. Aber wir haben ja gesehen, der starb an der Pforte des Zorns. Tat er wahrscheinlich wirklich. Jetzt ist was Interessantes passiert. Und zwar am Ende der Pforte des Zorns, wo Putress die Seuche losgelassen hat. Dann sieht man ja die roten Drachen angeflogen kommen. Und diese roten Drachen, die sprühen da Feuer drauf. Warum machen die roten Drachen das erstmal? Die roten Drachen sind Bewahrer des Lebens. Von den Titanenwächtern im Auftrag der Titanen dazu bestimmt. So könnte man es verkürzt sagen. Und der Oberboss der roten Drachen, Alexstrasa, der ist auch voll am Start. Und außerdem noch ein anderer Dracher, der hieß Korilstras. Also die roten Drachen sind die Bewahrer des Lebens. Die denken sich so, okay, die Seuche kann hier nicht bleiben. Deswegen sprühen die ordentlich Feuer drauf und neutralisieren damit die Seuche. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Etwas, was Blizzard nicht wollte oder vielleicht doch. Man weiß ja bei solchen Leaks immer nicht so genau. Alexstrasa und Korialstral. Vielleicht ist der Name auch nicht ganz richtig entschuldigt, wenn ich das nicht ganz hier richtig hingeschrieben habe. Auf jeden Fall unterhalten die beiden roten Drachen sich. Auf Drachensprache. Und man weiß nicht, wie die Drachensprache funktioniert. Sollte man zumindest nicht wissen. Eigentlich hätten die Spieler nicht verstehen sollen, was die Drachen sagen. Aber irgendein Bug im Spiel verursachte, dass sie sich nicht auf Drachensprache unterhalten haben, sondern normal. Also man konnte das verstehen, was die gesagt haben. Und dann plappern die so miteinander. Und der entscheidende Satz, den die sagen, ist, sie, damit sind gemeint Horn und Allianz, dürfen noch nicht das Schicksal von Bolva erfahren. Das wurde dann irgendwann gefixt. Mittlerweile kann man diese Sätze nicht mehr hören. Aber es gab diesen Bug. Bug intended wahrscheinlich. Aber naja. Auf jeden Fall, wenn man dann da fertig ist an der Fall des Zorns, als Spieler findet man das Schild von Bolva dann im Schnee liegend. Dann rennt man zum Schnee. Und dann nimmt man das Schild auf und soll das Schild von Bolva nach Sturmwind bringen. Und zwar an das Stellvertretergrab von Varian Winn. Stellvertretergrab deshalb, weil Varian Winn ja gar nicht tot ist. Der ist nur vermisst, aber man denkt, er ist tot. Und whatever, da wird es hingebracht. Und das ist dann sozusagen die letzte Ehre. Als zweites Stellvertretergrab für Bolva, weil man hat seinen Leichnam nicht. Also ein Stellvertretergrab neben den anderen. Aber Alex Strasser, sozusagen im Auftrag von Alex Strasser, soll man dann eine Nachricht an, ich glaube, Anduinen überbringen oder an die Menschen allgemein. Und Alex Strasser, Nachricht an die Menschen ist folgende. Nicht alles ist verloren. Aus der Asche der Gefallenen wird eine Macht emporsteigen, die Reiche vereinen und das Böse aus dieser Welt treiben wird. In dem Moment verstehen die das alle falsch. Ja, also auch Tyrion und so weiter und Co. Die denken so, alles klar. Alex Strasser meint nur, ja, okay, Bolva ist tot und auch alle anderen sind gestorben. Aber die Hoffnung soll nicht sterben. So haben die das quasi verstanden. Aber eigentlich meint Alex Strasser was anderes. Oder hat das so ein bisschen angedeutet. Nämlich, Alex Strasser hat angedeutet, sehr interessant, dass Bolva noch lebt. Beziehungsweise, dass die Drachen dafür gesorgt haben, dass Bolva noch lebt. Darum brennt er auch so absurd in dieser letzten Szene. Und Bolva ist jetzt sozusagen mit der Macht der Roten Drachen irgendwie vereint, verstärkt oder was auch immer. Und mit der Macht des Lebens kann er natürlich die Krone in Dominanz tragen und der Macht des Untods entgegenhalten entgegenhalten und irgendwie es verhindern, dass er völlig durchdreht oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber in der Krone der Dominanz schafft es Bolva. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Man sieht oder man hört den Satz von Arthas. Ich sehe nur Finsternis. Womit gemeint ist, Arthas ist tot. Aber in der Krone der Dominanz verbleibt ein Echo von Arthas und Nasul. Die sind zwar nicht mehr da, aber doch. Die Seele ist irgendwie zerrissen. Teile der Seele sind da, Teile der Seele sind da. Irgendwie so. Wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Bolva Fortran überlebt also das Ganze, wird wieder erweckt. Und bevor wir jetzt, also bevor, wie soll ich sagen, bevor Tyrion jetzt Arthas besiegt, sieht man in diesem Kampf, in dem Raid, dass Bolva Fortran angekettet ist. Also Bolva Fortran ist hinter dem Frostthron angekettet und Arthas versucht, Bolva Fortran jetzt auf seine Seite zu ziehen, als untoten Krieger aufstehen zu lassen. Warum macht Arthas das? Erstens weiß er, wer Bolva ist. Das ist schon mal gut. Arthas macht das gerne. Ehemalige Anführer, wie eben auch Junior Sauerfang, in seine Reihen zu integrieren, weil das besonders evil ist und was weiß ich nicht was und die sind auch sowieso mächtig. Aber er erkennt auch, der wurde irgendwie ermächtigt von Roten Drachen. Wenn man die Macht noch zusätzlich auf seine Seite bekommt, ist natürlich nice. Man erfährt das auch schon vorher, immer mal wieder hört man Arthas Brumposaun, weil das ist ein stolzer Typ und was er davor hat, man bekommt das mit, wenn man den Raid macht. Darum ist er da überhaupt. Also wir wissen jetzt, was mit Bolva passiert ist, wir wissen, warum er da ist und darum setzt er sich die Krone auf. Dann haben wir noch diesen Satz, ich sehe nur Finsternis vor mir, den sollen wir im Hinterkopf behalten, wichtig. So, Bolva wird neuer Lichtkönig, setzt also die Krone auf. Aber Bolva ist jetzt unter verschiedensten Einflüssen, das muss man sich jetzt mal wieder vergegenwärtigen. Der ist so ein Typ, der glaubt an die Religion des Lichts. Also Einflüsse des Lichts sind da. Dann Alex Traser hat den von Lebensenergie ermächtigt. Einflüsse des Lichts sind da. Irgendwie ist die Leere auch immer präsent, weil das gesamte Gebäude besteht aus Saronit. Immer noch nicht vergessen. Dann gibt es das Ding, der setzt die Krone der Dominanz auf. Die Krone der Dominanz, da ist Arthas mit drin, da ist Nersul mit drin. Kehjeden, die Nasrezim, dann ist da drin irgendwie die Einflüsse des wahrscheinlich Kerkermeisters, aber irgendeine dunkle Präsenz ist auch noch am Start. Diese Krone und diese Existenz des Lichtkönigs ist jetzt gespeist mit den unterschiedlichsten kosmischen Mächten. Und man ist nie so richtig sicher, welche Macht überhaupt gerade über den Lichtkönig bestimmt oder auch nicht. Also eine sehr ungünstige Situation. Und Tyrion weiß davon. Tyrion bekommt alles mit. Und Bolvar sagt zu Tyrion, pass mal auf, du hast genau gesehen, was hier passiert ist. Du weißt, was am Start ist. das, was hier passiert ist, das darfst du niemandem erzählen. Wer soll denn noch ruhig schlafen, wenn er das erfährt? Also halt gefälligst die Klappe. Wir werden später erfahren, Tyrion ist ein sehr schlechter Geheimnisbefahrer. Aber Bolvar sagt, Tyrion, halt die Klappe. Weiter geht's. Was ist eigentlich mit Sylvanas? Sylvanas wollte doch Rachel and Arthas für üben. Folgendes passiert. Sylvanas macht sich auf zum Frostthron. Steigt da hoch, Eiskrone wunderbar, offensichtlich ohne Widerstand, weil die Geist ist ja besiegt und so weiter und so fort oder zumindest zu großen Teilen und Bolvar hält alle in Schacht und so weiter. Und Sylvanas sieht Bolvar. Und Sylvanas so, Moment, haben die jetzt ohne mich gekämpft oder was? Sylvanas ist jetzt in so einem ganz komischen Konflikt mit sich selbst. Auf der einen Seite ist sie glücklich, denn Arthas ist tot. Sie wollte, dass Arthas tot ist. Auf der anderen Seite ist sie unglücklich, weil sie nicht ihre persönliche Rache nehmen konnte. Sie war es nicht. Sie war es nicht. Sie war nicht die Hand, durch die Arthas gestorben ist. Gleichzeitig ist sie glücklich. Was außerdem passiert ist, Sylvanas denkt sich so, okay, ich bin die Benji-Königin. Ich habe die letzten Jahre, drei Jahre ungefähr, nur nach einem gestrebt, vielleicht auch vier, wer weiß, nur nach einem gestrebt. Ich wollte, dass Arthas tot ist. Arthas ist jetzt tot. Was mache ich denn jetzt? Das denkt sich Sylvanas in diesem Moment. Also ihr Lebenszweck, ihr Lebensziel, was sie noch hatte oder ihr untoten Lebensziel oder wie auch immer, ist vollführt. Sie hat alles erreicht. Sie wollte nicht mehr. Ihr Leben ist bedeutungslos ab diesem Moment. Gleichzeitig, also während Sylvanas über all diese Dinge nach sind, versammeln sich um Sylvanas neun Valkyren. Valkyren der Geißel, die vorher Arthas oder dem Lichtkönig dienten oder es auch immer noch tun und die beobachten. Also die Valkyren beobachten Sylvanas und beobachten sie und beobachten sie. Sylvanas sind, sind nach und denkt sich, alles klar, mein Leben hat keine Bedeutung mehr. Ich stürze mich von Eiskrone. Sylvanas ist aber eine mächtige Kriegerin, eine Untote, eine schon von gewissen Mächten erfüllt und vermutlich würde sie den Sturz von Eiskrone sogar überleben, wenn nicht Saronit-Stacheln auf sie warten am Fuße von Eiskrone. Also stürze sie sich in den Tod und fällt und fällt. Von den Valkyren begleitet, die das beobachten, in den Saronit-Stacheln aufgestochen und Sylvanas ist tot. In diesem Moment stirbt Sylvanas. Aber jetzt passieren ein paar interessante Dinge. Das ist der Moment, der entscheidendste Moment vielleicht oder einer der entscheidendsten Momente, die jetzt für das kommende Add-on Shadowlands wichtig sind. Denn Sylvanas kommt jetzt ins Jenseits, in die Schattenlande. Und Sylvanas sieht die Zukunft. Sie sieht Visionen der Zukunft, mögliche Zukunfte. Sie sieht, wie Garosch ihr Volk, die Verlassenen, an den Toren von Gilneas opfert, weil Garosch keinen Wert in untoten Leben sieht. Für Garosch ist das eine gehbare Strategie, untote Leben, verlassene Leben zu opfern. Sylvanas sieht auch weitere Zukünfte. Sylvanas sieht auch Qualen. Sylvanas spürt, wie Klauen ihr die Haut von dem Leibe reißen. Sie selbst hat aber keine Klauen, um zurückzugreifen. Sie spürt, wie sie von allen Ecken, von jeder Richtung beobachtet wird. Sie hat aber keine Augen, um zurückzublicken. Sie spürt Qualen, für die es keinen drinnen gibt. Sie ist in den End, sie sieht die endlose Qual, aber sie sieht keine Zukunft. Obwohl sie Zukunft sieht, denn sie kann nicht mehr unterscheiden zwischen Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Alles, ihr gesamtes Leben und die Zukunft passiert gleichzeitig. Die Zeit hat keine Bedeutung mehr. Das Einzige, was alles überschattet, obwohl sie Einblicke hat in alles sein, ist der Schmerz. Der unfassbare Schmerz. Die Qual dominiert alles in ihrem Wesen. Sie hat gar keine Bedeutung für die Visionen, die sie sieht. Alles, was sie erfährt, ist endlose Qual. Die Walküren, die sie umkreisten, an Eiskrone, die neuen Walküren, beobachten dies. Währenddessen hat Silvanas vielleicht nicht nur Visionen der Zukunft, sie hat auch Visionen einer Präsenz, die sie in diesem Moment noch nicht begreift. Visionen und Kontakt zu einem Meister, zu einer unglaublichen Präsenz des Todes. Vermutlich die Präsenz des Reiches, in dem sie sich befindet. Denn das Bereich, in dem sie sich befindet, dort fällt der Satz, sie sah nur Dunkelheit. Und wir erinnern uns an den Satz, den auch Arthas von sich gab, ich sehe nur Finsternis. Das Gebiet, in dem sich Silvanas befand, ist wahrscheinlich das gleiche Gebiet, in dem sich auch Arthas in diesem Zeitpunkt des Todes befand, nämlich dem Schlund. Und der Schlund, das werden wir später erfahren, ist das Gebiet, wo der Kerkermeister eingesperrt ist und wo Silvanas vermutlich Kontakt auch zu den Stimmen des Kerkermeisters hat. Von diesem Leid, von diesem Leid umspült, von diesem Leid durchdrungen, nehme nun Kontakt auf die Walküren. Silvanas hat schon lange gesehen, dass die Walküren sie beobachten, auch schon auf Eiskrone, bevor sie sich in den Tod stürzten. Aber die Walküren, die Walküren nehmen Kontakt auf zu Silvanas und machen Silvanas ein Angebot. Ihr Angebot, das Angebot der Walküren der Geißel, Diener der Geißel, ist Folgendes. Sie sprachen zu Silvanas, Silvanas, befreie uns vom Willen des Lichtkönigs, befreie uns von Bolvar. Das ist das, was wir wollen. Im Gegenzug bist du unsere Auserwählte. Du bist es, der wir gestatten, verschiedenste Mächte zu erfahren. Wir bieten dir an, mehr als nur ein Leben zu bekommen. Wir bieten dir an, statt deiner in das Reich des Todes zu gehen. Wir opfern uns für dich in diesen endlosen Qualen, damit du ins Leben zurückkehrst. Außerdem gewähren wir dir noch mehr Mächte. Wir gewähren dir die Macht, die den Walküren inne ist, nämlich die Erweckung der Toten. Mit unserer Macht kannst du nicht nur deine eigenen Leben vervielfachen. Nein, du kannst auch Tote zu Leben erwecken in deiner eigenen Reihen. Ja, du kannst sogar noch mehr. Die Untoten, die bereits in deinen Reihen sind, können wir mit unseren Mächten wieder erwecken, neu formen. Silvanas zögert. Silvanas zögert tatsächlich. Sie möchte diesen Pakt nicht nur eingehen, um den Qualen zu entrinnen, aber das ist genau der Grund, warum die Walküren sie auswählten und nicht irgendjemand anderen. Silvanas will nicht nur den Qualen entrinnen, Silvanas möchte mehr. Sie hat gesehen, was passieren wird. Silvanas möchte nicht die Vision in Wahrheit werden lassen. Silvanas möchte die Macht, die die Walküren ihr versprochen haben. Sie will nicht nur befreit werden, sie will auch diese Macht. Und damit haben sich zwei Mächte gefunden oder zwei Charaktere oder neun Charaktere und einer, nämlich die neuen Walküren und Silvanas. Um diesen Platz einzunehmen in dem Schlund, wo Silvanas diese Qualen erlitt, opferte sich eine der neuen Walküren, sodass acht weitere Leben für Silvanas verblieben oder zumindest acht potenzielle weitere Tode oder Leben. Wobei wir später erfahren, dass eine dieser Mächte, nämlich Untote neu zu schmieden, genutzt wird, also eine weitere Walküre sich opfert, um Nathanos zu bemächtigen. Nathanos, der Liebhaber von Silvanas, den sie schon kannte zu Hochelfenzeiten, wurde mächtiger, weil auch eine weitere Walküre sich für Nathanos schon zu Lebzeiten oder Untod Lebzeiten geopfert hat. Aber ab jetzt wird Silvanas von Walküren begleitet, eine völlig neue Macht. Es stellt sich auch die Frage in diesem Moment, Silvanas, die gestorben ist, Visionen von der Zukunft hatte, Kontakt zum Kerkermeister hatte, Kontakt zu den Walküren hatte, Einblicke hatte, ist wo gestorben? Nicht nur in Eiskrone, sondern aufgespießt von einem Saronitstachel, dem Blut eines alten Gottes. Und die alten Götter und die Lehre, sehen die auch die Vision, sehen die den Pakt, sehen die den Kerkermeister? Vielleicht haben sie keinen Einfluss, aber sehen sie, was Silvanas sieht? Eine interessante Fragestellung an der Zeit. Die Walküren. Joxaron, genau, der alte Gott Joxaron, das Blut von Joxaron, das Aronit ist das Blut von Joxaron, sieht auch Joxaron, was passiert. Er gilt zu dem Zeitpunkt als besiegt, ob er wirklich tot ist oder nicht, wer weiß, das ist immer ein bisschen schwierig mit den alten Göttern. Aber jetzt stellt sich die Frage, wer sind eigentlich die Walküren? Ich habe die jetzt mehrmals genannt und die opfern sich jetzt irgendwie für Silvanas und befragen sich aus der Geißel und so weiter und so fort. Die Walküren haben mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen zu tun. Ihre Erscheinung, die wir am meisten kennen als Spieler von WoW, sind die Geisteiler. Wenn wir sterben in WoW, sehen wir so eine Walküren vor uns, nämlich den Geisteiler. Kurze Pause, könnten wir machen. Ich glaube, wir machen noch die Walküren, wobei das dauert auch länger. Wie spät haben wir es denn? Ich würde sagen, wir machen noch eben die Walküren und dann machen wir eine Pause. Wobei, das ist wirklich ein langes Kapitel. Komm, wir machen die Pause jetzt, aber wir machen nur eine wirklich kurze Pause. Nur kurz Pipi gehen und dann machen wir die Walküren. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Also, bis gleich. Dann mache ich Musik an. Nee, komm. Oder doch, ich mache Musik an. Ohne Musik ist doch doof. Aber das ist so umständlich. Moment. Aber es geht doch einigermaßen. Das ist ab jetzt mein Name. Das ist ab jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Aber wo sehe ich das denn? Ah, wir sind bei 31 von 78. Also wir haben noch einiges vor uns, Leute. Das ist doch... Ich habe richtig Bock. Ihr kennt mich ja, wenn ich über Physik sinniere, mache ich das auch sechs Stunden am Stück und habe immer noch nicht erklärt, wie ein Atom funktioniert. Also es dauert. Okay. Okay. Also das gibt es auch zuhauf im Internet. Also wenn ihr so ein, zwei Stunden oder 20 Minuten Ding haben, das gibt es alles auf YouTube. Ich mag Dinge halt allumfassend betrachten. Alles, was damit irgendwie relevant ist. Und ich verkürze ja schon. Aus meiner Sicht verkürze ich schon zu viel. Aber ich musste das irgendwie jetzt in einer Woche fertig geplant bekommen. Deswegen... Ich habe da den Kompromiss gewählt, der für mich gangbar ist. Okay. Also Silvana stürzt sich von Eiskrone runter. Übrigens, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Weil leider finde, die Story mit Silvana stürzt sich von Eiskrone und so weiter, das wird nicht so wirklich im Spiel erklärt. Es gibt eine Quest, wenn ich mich nicht irre. Da redet Silvana mit einem und erzählt da so ein bisschen einem, dass es ihr gut geht und dass sie dankbar ist, dass man Arthas getötet hat und so. Aber so wirklich was passiert ist, erzählt sie einem nicht. Wenn man das erfahren will, dann steht das in Edge of the Night oder Anbruch der Nacht auf Deutsch. Ich bin nicht völlig irre. Das ist eine Kurzgeschichte, die geht über sieben Seiten oder so. Da kann man genau nachlesen, welche Flüsterungen und Visionen und so weiter sie bekommt. Okay. Also die Walküren. Neun Walküren haben sich mit Silvanas jetzt verbündet. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wer sind eigentlich die Walküren? Die Walküren. Also, wir haben hier Hintergrundgeschichte zu ganz vielen verschiedenen Wesenheiten und so weiter und so fort, die damit zusammenhängen. Das sind einmal die Geistheiler, die wir treffen, wenn wir als Spieler in WoW sterben. Die Heiligpriester lustigerweise, weil die können, wenn sie sterben, auch so eine Walkürengestalt annehmen. Dann die Vrykul, das Volk der Vrykul, diese großen Kreaturen, die auch im Norden sind, haben was mit den Walküren zu tun. Die Geissel hat offensichtlich Walküren. Jetzt haben die verlassenen Walküren und die Koreaner ein neues Volk, was in Shadowlands treffen wird, hat auch was mit den Walküren zu tun. Also eine ganze Menge Player, die hier eine Rolle spielen. Und wir müssen mal gucken, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Also, der eigentliche Auftrag oder die eigentliche Bestimmung der Walküren oder wie auch immer man das bezeichnen soll, oder die Fähigkeit der Walküren. Nennen wir es mal Fähigkeit. Ich glaube, das ist das richtigste Wort, was wir treffen können. Die eigentliche Fähigkeit der Walküren ist es, verstorbene Seelen in die Schattenlande zu tragen. Also, wenn jemand stirbt, dann kommt die Walküren, nimmt die Seele und trägt das in Schattenland. So ein bisschen wie ein Engel oder wie die Walküren in der nordischen Mythologie, woher die auch ihren Namen haben. Und die Engel sind auch, glaube ich, an die Walküren aus der nordischen Mythologie angelehnt. Ich glaube, das Christentum hat sich ein bisschen günstig bedient. Wobei, ach, das ist ein bisschen komplizierter, wir machen jetzt mal hier keine Theologie. Jedenfalls, sie können auch noch andere Sachen. Sie können nicht nur die Seelen von der sterblichen Welt in die Schattenlande tragen, sondern sie können auch die sterbliche Seele wieder ins Leben tragen. Also, die können die wohin tragen, wo sie wollen. Sie können sowohl in die Schattenlande tragen, als auch ins Leben. Deswegen kann der Geisttheile einen auch wiederbeleben. Oder an andere Orte. Es gibt vereinzelnd Situationen in der Walk of Law, wo die auch andere komische Dinge machen. Auch innerhalb der Schattenlande können die Seelen woanders wohin tragen. Werden wir später noch sehen. Aber das ist so ihr Hauptding. Die tragen Seelen von A nach B. Sind so ein bisschen die Postboten der Seelen oder so. Okay, wo kommen die jetzt her? Jetzt gehen wir mal richtig weit zurück in der Geschichte. Und zwar zu Odin und Helia. Wie gesagt, wir sind jetzt ein bisschen in der nordischen Mythologie. Ihr merkt das schon. Odin ist ein Titanenwächter. Als die Titanen Azeroth geformt haben und so weiter und so fort, haben die Titanen Titanenwächter bestimmt. Und die Titanenwächter haben jetzt den Job, auf Azeroth aufzupassen. Und da gibt es verschiedene Titanenwächter. Unter anderem Odin. Und die Titanenwächter haben so den Plan, alles klar, wir machen mal jetzt folgendes. Es gibt hier diese Protodrachen. Das sind so krasse Drachen. Die sind stark. Die Titanenwächter haben die Idee, lass mal die Protodrachen ermächtigen. Zu Drachenaspekten, die wir ja auch dann später bekommen. Hier roter Drachenschwarm, grüner Drachenschwarm, bronzener Drachenschwarm, schwarzer Drachenschwarm und der Rest. Blauer zum Beispiel. Ja, das habe ich vergessen. Und Odin ist der Meinung, nee, lass das mal nicht machen. Also die anderen Titanenwächter waren so, ja, machen wir. Und Odin sagt, nö. Weil Odin sagt, nee, können wir nicht machen, wir sollten mal selbst die Macht behalten. Okay. Und weil Odin nicht einverstanden war mit dem Rest, sagt er so, ich mache mein eigenes Ding. Macht ihr doch, was ihr wollt. Ihr blöden anderen Titanenwächter, macht ihr doch, was ihr wollt. Ich mache mein Ding. Also hat Odin seine Ziehtochter, die Helia hieß, genommen und gesagt, pass mal auf, wir beide machen folgendes, wir hauen hier ab. Kein Bock mehr auf den Typen hier, vor allem Loken. Vor allem haben sich Odin und Loken gestritten. Loken war ein anderer Titanenwächter. Wir nehmen ein Stück von Ulduar. Ulduar war das Gefängnis für Joxaron und das Zuhause von Loken. Und eine Schmiede, wo verschiedenste Geräte der Titanen waren, womit man krasse Sachen machen kann. Zum Beispiel ist ja so eine Maschine, damit kann man ganz Arzerot vernichten. Auch eine ganz witzige Sache eigentlich. Also hat Odin gesagt, nehmen wir jetzt ein Stück von Ulduar mit Helia zusammen und wir gehen einfach mal richtig krass in den Himmel. Also die nehmen einfach so ein Stück von Ulduar und dann gehen in den Himmel. Teil der Stadt weggenommen, in den Himmel gereist. Und in dem Himmel, weil die sind mächtig und können Sachen machen, sind Titanenwächter, die schaffen einfach, was die wollen, keine Ahnung. Da kreiert Odin die Hallen der Tapferkeit, die wir da rechts sehen und auch als Instanz kennenlernen in Legion. Und die Hallen der Tapferkeit sollen ein Ort sein, wo Vrkul hinkommen, wenn sie ein besonders ehrenvolles, ein besonders tolles Leben als Krieger vollbracht haben. Dann möchte Odin um sich herum die Besten der Besten sammeln in seinen Hallen der Tapferkeit. Also in einer eigenen Nachwelt, in einem eigenen Jenseits. Der Ding ist, okay, Odin will jetzt irgendwie Vrkul, möchte Vrkul mit ehrenvollem Tod zu Valadjar werden lassen. Also Valadjar ist sein Name für diese ehrenvollen Krieger, die dann gestorben sind. Und er muss aber wissen, wie das geht. Weil er weiß das nicht. Er hat keine Ahnung, wie das geht. Und er denkt sich so, ja, okay, ich hätte das gern so, aber ich weiß nicht, wie ich das kreiere. So schlau bin ich nicht. Deswegen muss ich irgendwie herausfinden, wie das funktioniert. Also macht Odin ein finsteres, dunkles Ritual, womit er mit einem Auge in die Schattenlande blicken kann. Damit das funktioniert, muss er aber ein Auge opfern. Deswegen hat Odin nur ein Auge, wenn man ihn in der Hallen der Tapferkeit oder sonst wo sieht. Okay, also er opfert ein Auge, macht ein komisches Ritual, hat einen Blick in die Schattenlande. Und irgendwer oder irgendwie erfährt er dann, wie das funktioniert. Und was er dort erfährt ist, damit das funktioniert, eben damit er irgendwie die Seelen von ehrenvollen Vrkul-Kriegern in seine Domäne da packen kann, in die Hallen der Tapferkeit, braucht er Walküren. Ja, weil, das wusste er vorher nicht, er hat erfahren, okay, Walküren sind die Postboten der Seelen, ich brauche Walküren, damit das funktioniert. Damit ich meine Walküren-Seelen in die Hallen der Tapferkeit bringen kann. Das erzählt er so seinen Leuten, seinem Gefolge, also den Leuten, die sowieso Odin dienen. Und dann sagt Odin so, alles klar, wer von euch möchte eine Walküren werden? Er guckt nach links, er guckt nach rechts und keiner meldet sich, freiwillig. Also sagt Odin, naja, gut, wenn keiner will, dann machst du das. So ein bisschen wie im Unterricht, wenn der Lehrer sagt, wer möchte und keiner meldet sich, irgendwann nimmt der Lehrer einfach jemanden dran. Und Odin entscheidet sich, Helia dran zu nehmen, seine Ziehtochter. Und Helia hat da gar keinen Bock drauf, aber sie hat keine Wahl. Odin macht also aus Helia die erste Walküren, von der wir wissen, in der Welt der Sterblichen. Odin verwandelt Helia in eine gebundene Walküren. Das ist schon wichtig, gebunden heißt nämlich, ab diesem Zeitpunkt hat Helia oder die Walküren, Helia, keinen freien Willen. Ab diesem Zeitpunkt spätestens ist ihr Wille an Odin gebunden. Das wäre der Grund, warum sie das nicht wollte. Es gibt aber auch noch weitere Walküren, es gibt nicht nur Helia, aber Helia wird eine besondere Rolle spielen, deswegen hebe ich sie jetzt hier so ein bisschen hervor. Odin ernennt noch weitere Walküren. Letztendlich gibt es dann auch noch einen Titanwächter, der selbst zur Walküren wird und dann die Macht hat, weitere Walküren zu ernennen, im Auftrag von Odin. Und das ist dann eh hier, naja, wie dem auch sei. Das Entscheidende ist jetzt folgendes, das geht jetzt eine ganze Weile so. Also Odin hat seine heilende Tapferkeit und Virkul sterben ehrenvoll und da kommen immer mehr Valadja zustande. Also immer mehr Seelen werden in die heilende Tapferkeit getragen und es sind immer mehr krasse Krieger versammelt unter Odin. Eines Tages nimmt Loken, also der andere Titanwächter, mit dem sich Odin gestritten hat, Kontakt zu Helia auf. Und dazu muss man wissen, Loken ist nicht mehr er selbst. Loken ist da in Uldur, wo Jok Saron ist und Jok Saron die ganze Zeit mit seiner Gehirnmassage und Loken weiß nicht mehr so richtig, was er redet und was er macht. Der ist korrumpiert, wenn man so möchte. Beziehungsweise er ist wahnsinnig geworden. Das ist schon er. Also er dient jetzt nicht unbedingt der Finst, der Leere oder so, sondern Loken dreht so ein bisschen durch. Der weiß nicht mehr, was richtig und falsch ist und macht komische Schlussfolgerungen und so weiter und so fort. Und unter dem Einfluss der Leere nimmt jetzt Loken Kontakt zu Helia auf. Und Loken macht Helia ein Angebot und sagt folgendes, pass mal auf. Du, Frau Helia, wirst von mir befreit. Also du kriegst deinen freien Willen zurück. Im Gegenzug, also du kriegst freien Willen zurück und im Gegenzug musst du folgendes für mich machen. Du versperrst die Hallen der Tapferkeit mit einer magischen Barriere. Beide sind einverstanden, gehen den Deal ein. Helia flattert davon, ist jetzt frei von Odin, muss nicht mehr das machen, was Odin will und die Hallen der Tapferkeit werden versperrt. Mit anderen Worten, wenn jetzt Wirrkuh sterben, können die nicht mehr in die Hallen der Tapferkeit aufsteigen. Stattdessen macht Helia jetzt Folgendes. Sie schafft ihre eigene Domäne des Todes oder des Jenseits, weil das kann sie ja. Sie ist ja eine Wallkür. Entschuldigung, eine Wallkür. Und dieses Jenseits, was sie geschaffen hat, nennt sie Helheim. Das Problem ist jetzt Folgendes. Also sie stürzt zu Boden quasi, von den Hallen der Tapferkeit nach unten und sie findet sich im Ozean wieder und dann schafft sie im Ozean ihr Jenseits. Und das Problem ist, oder was heißt das Problem? Helia wollte das alles ja nicht. Also Helia wollte keine Wallkür werden. Und deshalb waren ihre Gedanken von Finsternis geprägt, von Argwohn, von wie auch immer man das bezeichnen soll. Also sie war auf jeden Fall nicht happy. Und wer als sie schöpferisch tätig war, hatte das ihren Einfluss auf das, was sie schuf. Sie schuf eben nicht wie Odin, ein Ort des Triumphes, ein Ort des Glanzes, ein Ort der Vollkommenheit und so weiter und so fort, sondern genau das Gegenteil. Ein Ort des Albtraums, ein Ort der Verzweiflung, ein Ort der Finsternis, eine Art Hölle. Nämlich Helheim. Und von diesem Ort aus schickt sie immer wieder die Seelen, die dann dort angelangt sind. Beziehungsweise noch anders. Die Seelen, die in den Hallen der Tapferkeit angelangt sind bei Odin, die hat Odin ja zu den sogenannten Valadjar gemacht. Also heilige, ehrenvolle Krieger, die Odin dienen. Und Helia macht aus ihren Vrökul, die sie dann da hinbringt, sogenannte Qualdir. Und die Qualdir sind eine Seeräuberische, ich habe es hier Plünderer genannt, Fraktion, die auch in der Realität immer wieder da ist. Ja, die schippern so aus, aus ihrem Jenseitsreich können die wieder in die Realität zurück, auf ihren Schiffen. Und dann überfallen die die Küsten der Ländereien. Insbesondere von Nordend, aber man kann sie auch hier und da mal woanders antreffen. Zum Beispiel an der Verheerten, wir bei den Verheerten Inseln sind sie ab und zu mal da. Vielleicht, es gibt auch Berichte an Nörstlichen Königreichen und auch mal bei Kalimdor. Da überfallen die halt die Küsten. Und wenn man die sieht, die sind so mit Seetangen umrungen und die riechen nach so verfaultem Wasserzeug und so weiter und so fort. Und es gibt auch in Legion, ist man kurz im Helheim. Genau, so, okay. Also alle Seelen der Vrückul kommen jetzt nicht mehr in die Halle der Tapferkeit, sondern sind dazu verdammt, nach Helheim zu kommen. In Legion befasst man sich dann damit und stellt auch wieder so ein bisschen her, dass das alles in Ordnung ist. Es gibt auch noch, dann letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man einen Ort, quasi eine Art Paradies hat. Nämlich die Halle der Tapferkeit und eine Art Hölle hat, nämlich Helheim. Und die ehrenvollen Krieger und die alles richtig gemacht haben und so weiter, die kommen halt nach, in die Halle der Tapferkeit. Und die, was weiß ich, die verdorbenen Seelen, die Bösen, die Faulen und was weiß ich nicht was, kommen nach Helheim. Ungefähr so. Gleichzeitig passiert noch etwas anderes. Als Loken, die Helia befreit hat, hat er nicht nur Helia befreit, sondern sehr viele andere Walküren auch. Wohl nicht alle, aber viele. Und nicht alle Walküren haben sich jetzt Helia angeschlossen. Nicht alle Walküren haben sich Odin angeschlossen. Nicht alle Walküren haben das eine oder das andere gemacht, sondern es gab drei Optionen im Wesentlichen. Einige Walküren sind bei Odin geblieben und haben das für eine edle und gute Sache gehalten. Andere Walküren haben sich Helia angeschlossen und gesagt, gute Sache, freier Wille, cool. Und die Dritten, die fanden weder das eine noch das andere cool. Die Dritten haben gesagt, wir gehen unseren eigenen Weg. Und diejenigen, die so ein bisschen den eigenen Weg gegangen sind, das sind die Geistheiler geworden. Das sind diejenigen, die man dann im WoW trifft, wenn man stirbt. Okay. Drei. Jetzt hat irgendwie die Geißel ja auch Walküren. Wie kommt es eigentlich dazu? Also, es ist so, es gibt ja diese E hier, habe ich erwähnt. Also Odin hat Helia und vielleicht auch ein paar andere zu Walküren ernannt. Aber es gibt auch Vrkul, die selber Walküren werden wollen. Und diese Vrkul, die selber Walküren werden wollen, die müssen mega krasse Anforderungen erfüllen und so weiter, und werden dann von Ilje ernannt oder eben nicht und werden dann zu Walküren oder nicht. Da greift jetzt der Lichtkönig an. Oder das ist so seine Idee. Da kann man was machen. Und zwar Folgendes. Einige Walküren wurden wohl mit den Mächten des Lichtkönigs, weil er ist ja auch irgendwie mit dem Tod verbunden und mit den untoten Kräften, versklavt, überredet, irgendwie auf seine Seite gezogen oder was auch immer. Andere Walküren, und das ist der interessantere Part, wurden vom Lichtkönig selbst erschaffen. Hier gibt es die sogenannten Walkürion. Und warum macht der Lichtkönig das? Der macht das deshalb, weil er die Walküren nicht dafür nutzen will, um Untote zu erschaffen. Denn das kann er im Prinzip selbst. Das können die Liche, das können die Totenbeschwörer an und für sich. Sondern die Hauptfunktion der Walküren bei der Geißel ist es, Feldsanitäter zu sein. Um es ganz plump zu sagen. Man braucht so ein paar Leute auf dem Feld, die untote Krieger sofort verarzten und weiter geht's. Und der Lichtkönig, beziehungsweise Arthas, hat in Vrykul ein Angebot gemacht. Und zwar hat er gesagt, Pass mal auf, ihr könnt mir dienen. Euer Leben ehrenvoll führen. So wie das Odin auch gemacht hat. Und wenn ihr das macht, werdet ihr nicht mehr Valadjar, sondern ihr werdet Djimadjar. Elitekrieger des Todesritters. Oder des Todes. Eliteritter des Todes. Ihr werdet meine Elitekrieger. Die Unwürdigen von euch, die Vrykul, die sich nicht Arthas würdig erweinigt, die werden zur sogenannten Varghul. Also auch hier gibt es sozusagen eine gute Variante und eine schlechte Variante. Wenn die krass sind in ihrem Leben als Vrykul, dann werden die am Ende Djimadjar, Elitekrieger des Lichtkönigs. Wenn sie schlecht in ihrem Leben waren, keine geilen Krieger, dann werden sie Varghul. Das sind so Ghul-ähnliche Vrykul, wenn man so möchte. So, und die Vrykul denken sich so, auf eine Sache, interessanterweise. Also die Vrykul denken sich nicht so, finde ich überhaupt nicht cool, was machst du mit uns? Sondern die Vrykul sagen, pass mal auf, das ist eine gute Idee. Ja, weil die Vrykul, das ist so ein Volk, die haben sowieso so einen Kriegerethos. Die Vrykul wollen tolle Soldaten sein. Die wollen gute Krieger sein. Die wollen ein Leben in Dienste von irgendwelchen Verpflichtungen stellen und sonst irgendwas. Die sind einfach gerne Soldaten und Krieger. Und die haben kein Problem damit, dem Lichtkönig zu dienen. Und wenn die sich beweisen können, dieses sich beweisen können, ist für die eine tolle Sache. Und ob die jetzt Valadjar werden oder Djimadjar, ist denen gar nicht so wichtig. Und deswegen waren die fein damit und haben sich angeschlossen. Interessanterweise gibt es offensichtlich einige dieser aufgestiegenen Valkyren des Lichtkönigs, die vom Lichtkönig dann zu Valkyren gemacht wurden, die finden das nicht so cool. Ja, also die haben das schon mitgemacht, vielleicht so unter Gruppenzwang, weil halt alle anderen Vrykulungen sie herum machen auch mit. Aber als sie ihre Chance gerochen haben, als Sylvanas den Frostthron bestieg, da haben sie ihre Chance auch genutzt. Und ja, haben sich dann Sylvanas angeschlossen. Da kommen diese Vrykul her, die sie dann am Frostthron getroffen hat, die neun Stück. Zumindest neun waren offensichtlich nicht fein damit. Wie viele Valkyren es letztendlich gibt oder wie viele unter dem Dienst der Geiste stehen, kann man nur mutmaßen. So, dann ist Wrath of the Lich King vorbei und der Kataklysmus findet statt. Den haue ich einfach mal mit vier Stichpunkten auf eine Seite, was natürlich sehr gewagt ist. Kurz gesagt, Todesschwinge ist da. Todesschwinge macht alles kaputt. Ist auch egal, wo der herkommt. Sral wird zum Welten-Schamanen. Das heißt, er ist jetzt irgendwie über-mega-krass. Garrosh wird, weil Sral ist ja jetzt Welten-Schamanen, er muss sich darum kümmern, Arzoroth zu retten. Garrosh wird deshalb Anführer der Horde. Wir erinnern uns an die Visionen von Sylvanas. Sylvanas hat das vorausgesehen. Oder gesehen, als sie tot war. Todesschwinge greift die gesamte Welt an. Die ganze Welt greift Todesschwinge an. Todesschwinge verliert. Kataklysm vorbei. So, weiter geht's. Ist natürlich nur ein Scherz. Wir gehen jetzt auf die Aspekte ein, die für Kataklysm für uns wichtig sind. Also, Bolver hat jetzt also diese Krone auf. Und in ihm sind innere Konflikte, die wir ja bereits angesprochen haben. Da sind irgendwie die Kräfte der Leere, weil irgendwie Saronit in der Nähe ist. Es sind die Kräfte des Todes. Da ist irgendwie so ein dunkler Beobachter. Man weiß nicht genau, wer das ist. Wahrscheinlich der Kerkermeister. Nezul ist da drin. Dann ist da Arthas Seele drin. Da ist die Bemächtigung der Roten Drachen drin. Und keiner weiß so richtig, wer überhaupt irgendwas weiß. Und es ist ganz schwierig. Aber Bolver gibt sich alle Mühe. Alle Mühe. Ich halte die Geiste zurück. Keiner muss sich Sorgen machen. Hat er ja auch quasi Tyrion gesagt. Mach du mal dein Ding. Ich schaffe das schon auszuhalten. Auch wenn mir Einflussungen von 100 Seiten entgegenkommen. Okay. Tyrion, der sein Geheimnis halten soll, es passiert, was passieren muss. Er erzählt das jeder Sau. Okay, also. Wen erzählt er das denn alles so? 100%ig wissen wir, erzählt er es Varian, Vrinnen und Jaina. Das ist ganz, ganz sicher. Das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass die sowieso in der Nähe sind. Wir haben ja gerade die Belagerung der Eiskron-Zitadelle. Und die sind, als Tyrion wieder herunterkommt, da sind die sehr gespannt darauf, was Tyrion wohl so zu erzählen hat, was da passiert ist. Aber es gibt auch immer wieder Gründe zu denken, Anduin weiß das genauso. Entweder durch Tyrion oder Varian hat es Anduin erzählt. Garrosh weiß es irgendwie auch. Wahrscheinlich durch Sauerfang. Also weiß es Sauerfang auch. Und wer weiß, wer es noch alles weiß. Also irgendwie weiß das jeder. Also hat alles gar nichts funktioniert. Also Sivanas weiß es natürlich auch. Gut. Hat gut funktioniert mit dem Geheimnis. Kommen wir zu den Verlassenen. Die Verlassenen machen zu Ketakrismen eine sehr interessante Entwicklung. Denn an der Pforte des Zorns war ja Putres am Start. Und Putres hat da die Seuche hingeschmissen. Und alle so, das ist nicht dein Ernst. Und dann wurde Anaciti zurückerobert und so weiter und so fort. Und auch wenn Sral und Vol'jin am Start wurden und gesehen haben, okay, das war eigentlich nicht Sivanas Werk, sondern das Werk von Putres und von Varimatras, Varimatras war der Rest der Horde und auch Sral selbst so ein bisschen so, ne. Und Garos ganz besonders. Die dachten sich alle so, können wir den Verlassenen jetzt noch trauen? Die haben erstens, selbst wenn das Sivanas nicht gemacht hat, selbst dann hat ein Teil der Verlassenen das gemacht. Und selbst dann, wenn wir darüber alles hinwegsehen, haben die Verlassenen die Seuche entwickelt. Das alleine ist Grund, den Verlassenen maximal zu misstrauen. Und jetzt müssen die Verlassenen sich irgendwie wieder rehabilitieren, sagen wir mal so. Außerdem macht sich Sivanas Sorgen. Denn Sivanas kommt jetzt wieder und sagt, alles klar, ich brauche nur einen Lebenszweck. Bin jetzt wieder voll am Start. Leute, ich bin wieder da. Ah, das ist Tod, ich brauche nur einen Lebenszweck. Und worum macht sich Sivanas Sorgen? Um ihr eigenes Volk. Um die Verlassenen. Sie macht sich nämlich darüber Sorgen, wie die Verlassenen langfristig bestehen sollen. Warum? Weil die Verlassenen sich nicht vermehren können. Ja, also die können keine Nachkommen zeugen. Innerhalb der Verlassenen entsteht dann ein philosophischer Konflikt. Es werden Debatten geführt, wie das denn jetzt klappen soll langfristig mit den Verlassenen. Also am hohen Tisch wird herumphilosophiert, wie es denn nun weitergehen soll. Und es gibt im Wesentlichen zwei Meinungen. Und die einen philosophieren in die Richtung, wir brauchen keine Nachkommen. Wir brauchen Unsterblichkeit. Mit Unsterblichkeit können die Verlassenen auch niemals untergehen. Also Unsterblichkeit anstreben ist die eine philosophische Richtung. Und die andere ist, ja, nee, also auch cool, aber lass mal lieber dafür sorgen, dass wir Nachkommen bekommen können. Jetzt können wir uns nicht einfach vermehren. Das funktioniert bei uns nicht. Da läuft unten anscheinend nichts mehr, wenn man tot ist. Wir müssen uns was anderes überlegen. Aber wir haben doch jetzt hier von Sylvie, haben wir doch jetzt die Walküren am Start. Und mit den Walküren können wir Tote jetzt wieder erwecken. Das konnten die Verlassenen vorher nicht. Und das ändert alles. Wo ist dieser ogre-gesichtige Clown? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Es ist hoffentlich wichtig, Sylvanas. Ihr wisst, wie sehr ich diesen Ort und seinen Gestank hasse. Was wollt ihr von mir? Und noch wichtiger. Was wollen diese Geißelscheusale hier? Kriegshäuptling, wie schön, dass ihr es geschafft habt. Nach dem Tod des Lichtkönigs verlor der intelligentere Teil der Geißel seine Arbeit. Diese Scheusale, wie ihr sie so feinfühlig nennt, heißen Walkür. Sie unterstehen nun meinem Befehl. Und sie sind einer der Gründe, warum ich euch sprechen wollte. Raus damit, Sylvanas! Nun gut, Kriegshäuptling. Ich habe einen Ausweg für mein Volk gefunden. Den Verlassenen ist es nicht möglich, sich fortzupflanzen. Mithilfe der Walkür ist es uns nun möglich, aus den Totenkörpern der Gefallenen neue Verlassene zu erschaffen. Agatha, demonstriere es dem Kriegshäuptling. Was ihr hier getan habt, Sylvanas, geht gegen die Gesetze der Natur. Widerwärtig ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Kriegshäuptling, ohne diese neuen Verlassenen wird mein Volk aussterben. Unsere Macht in Gylneas und dem nördlichen Lordaeron würde schwinden. Habt ihr auch nur einmal an die Konsequenzen gedacht, Sylvanas? Was unterscheidet euch nun noch vom Lichtkönig? Ist das nicht offensichtlich, Kriegshäuptling? Ich diene der Horde. Pass auf, was ihr sagt, Miststück! Komusch, ihr bleibt hier und stellt sicher, dass die Banshee-Königin gut bewacht wird. Ich erwarte beim nächsten Treffen einen umfassenden Bericht. Vergesst nicht, Sylvanas. Irgendwann stehen wir alle vor unserem Schöpfer und erwarten sein Urteil. Euer Tag könnte schon bald kommen. Wie ihr seht, hat der Hexmeister ein Level abbekommen. GZ an der Stelle. Auf jeden Fall sehen wir hier, Sylvanas ist entschieden, alles klar, wir fangen jetzt an, wir machen Vermehrung der Verlassenen. Wir erwecken Tote zum Leben. Garrosh sieht das und denkt sich so, okay, Sylvie, bist du noch bei Trost? Du bist jetzt genauso wie der Typ, den du vorher gehasst hast. Dieser Arthaster, erinnerst du dich? Und Sylvie sagt, nee, nee, es gibt schon einen Unterschied. Ich diene der Horde. Dass das natürlich eine glatte Lüge war, hat Garrosh in dem Moment auch durchschaut. Und deswegen nennt er sie in diesem Dialog, also in dieser Fassung des Dialogs Mischstück. Es gab vielleicht mal eine Variante, die noch ein wenig noch expliziter war. Aber man merkt schon, Garrosh hasst sie, sie hasst ihn und irgendwie tolerieren die sich trotzdem, weil es nicht anders geht oder so. Ganz schwierige Kiste. Jetzt gibt es eine interessante, eine außerordentlich interessante Begebenheit. Nämlich zwei Dinge. Erstens, der Herr Garrosh sagt hier eine sehr, sehr interessante Wortwahl. Und zwar, das geht gegen die Gesetze der Natur. Jetzt erinnern wir uns, der Tod ist genau gegenüber von der Natur. Ob Garrosh das wirklich checkt oder sein Ork hier nur durch Zufall eine, wie sagt man, die Nadel im Heuhaufen gefunden hat, mag hier an der Stelle nicht zu sagen, aber ich finde es eine interessante Randnotiz. Zusätzlich, in diesem Gebiet, wo wir das erleben, nämlich im Silberwald, dort sind ja auch die Worgen heimisch. Und es gibt eine außerordentlich bemerkenswerte, bemerkenswerte Eigenschaft der Worgen. Und zwar sind die Worgen immun gegen dieses wir Untoten-Daseins-Auferstehungszeug. Also ein Worgen kann nicht als Untoter wiedererdeckt werden. Jetzt fragt man sich, wo kommt dieses Worgen-Dasein überhaupt her? Und das Interessante ist, das geht letztendlich auf den Krieg der Ahnen zurück, den wir immer wieder erwähnen. Da gibt es nämlich Gold drin. Das ist ein Waldgott. Die Inkarnationen der Mächte des Lebens im Kosmos, der ja dem Tod gegenübersteht. Darum ist es ja auch kein Wunder, dass das dann immun macht oder so. Okay, Gold drin erschafft also die Worgen. Gold drin ist übrigens ein Waldgott, ein wilder Gott, der eine Wolfserscheinung hat. Deswegen sind die Worgen auch wolfsähnlich. Aber in diesem Ritual und in dieser Erschaffung, dieses Zaubers, dieses Fluches oder wie auch immer, die Worgen, die in Gelneashausen haben nochmal ihre Eigenheiten. Da kommen wir später oder gleich noch drauf zu sprechen. Aber erstmal der Ursprung der Worgen an und für sich liegt ziemlich weit begründet. Dort, ein Worgen, stimmt, 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 stimmt. Was hat es damit eigentlich auf sich? Da muss es irgendeine Begründung geben. Ich weiß aber nicht genau, welche. Vielleicht, wenn man erst verlassen ist und dann den Worgenfluch geht, vielleicht geht eine Richtung nur. Das könnte sein. Auf jeden Fall kann ein Worgen nicht zum Untoten werden, wenn ich mich nicht völlig irre. Aber vielleicht kann ein Untoter zu einem Worgen werden. Naja, jedenfalls, bei diesem Ritual, wo die Worgen ihren Ursprung finden, hat auch Elun ihr Ding mitzutun. auf mystische und mysteriöse Art. Und das ist schon wieder so ein Moment, wo Elun kurz was macht und dann wieder weg ist aus der Geschichte. Also man weiß nicht mehr so genau, aber Elun ist wieder am rumfunkeln. Und das ist nicht das letzte Mal, dass Silvanas Probleme mit Elun hat. Nur schon leichter Spoiler Alert. Es könnte sein, dass zwischen Silvanas und Elun dass da eine gewisse, dass da auch eine Verbindung ist, die wir noch nicht so richtig durchschaut haben. Weiter geht's. Also Silvanas hat das alles erlebt mit Garrosh und jetzt passiert etwas Interessantes, nämlich Silvanas redet mit uns darüber, was sie so erlebt hat und was sie jetzt für eine Entscheidung getroffen hat und wie es jetzt weitergehen soll die nächsten Jahre. Was hat Silvanas denn vor? Ich war nicht immer die Banshee-Königin und mein Volk waren nicht immer die Verlassenen. Einst umfasste dieses Land die nördlichen Königreiche von Lordaeron, regiert von König Terenas Minitir. Terenas hatte einen Sohn namens Arthas. Arthas. Allein der Name lässt meinen Körper vor Wut erzittern. Dieser Knabe, Arthas, nahm sich die verfluchte Klinge, die als Frostgram bekannt ist. Mit Frostgrams Hilfe tötete Arthas seinen eigenen Vater und vernichtete alles Leben in diesem Land. Meinen eigenen Tod besiegelte Arthas, als er und seine Armeen meine Heimat Keltalas plünderten und mein Volk töteten. In seiner Grausamkeit entriss Arthas meinem Körper die Seele und ließ mich als Banshee auferstehen, um seiner Geißelarmee zu dienen. Ähnlicher ging es all jenen, die der Geißelkriegsmaschine zum Opfer fielen. Im Tode wurden sie als geistlose Untote wiedergeboren. Doch Arthas war nicht unbesiegbar. Mit jedem Tag, der verging, schwand seine Kraft und seine Macht über den Willen der Verdammten. Im Moment seiner größten Schwäche schlug ich zu. Und obwohl die Zeit gekommen war, Sühne zu leisten, konnte der Wurm seinem Schicksal entrinnen und in die eisigen Wüsten Nordens entkommen. Mit dem Verschwinden Arthas schwand auch die Kontrolle, die er über die untoten Horden Lordaerons hatte. Nach Wiedererlangen meines Körpers befreite ich die verbliebene Geißel. Der Grausamkeit und Unbarmherzigkeit von Arthas, dem Mann, der zum Lichtkönig werden würde, entwuchsen die Verlassenen. Unser Ziel, unser einziges Sinnen war die Vernichtung des Lichtkönigs. Wir schlossen uns der Horde an und traten unseren Weg zur Erlösung an. Nun ist der Lichtkönig tot und wir sind zurückgekehrt. Diejenigen, die dieses Land im Leben ihrer Heimat nannten, tun dies auch im Tode. Doch die Allianz erkennt unsere Rechte nicht an. Sie behaupten, dieses Land gehöre ihnen, um so die Ansprüche derer zu entkräften, die dieses Königreich gegründet haben. Ich werde das nicht zulassen. Niemals! Lordaeron gehört den Verlassenen auf immer und ewig. Ja, eine komödiantische Situation ist, als sie dann sagt, ja, ich habe zugeschlagen und man denkt dann, sie meint natürlich am Frostrund. Das meint sie gar nicht. Eigentlich bezieht sie sich darauf, dass sie Arthas in die Falle gelockt hat in Walk of 3. ein bisschen ungünstiger Wortwahl, das führt natürlich zu Missverständnissen. Ansonsten hat sie die Geschehnisse relativ gut erklärt. Sie lässt vieles aus, also gerade ihren Tod und was sie da so alles erlebt hat, das erzählt sie einem in diesem Moment nicht. Aber was sie einem erzählt ist, dass sie zum Beispiel ein paar Geißel aufgenommen hat in ihre Reihen und was sie erzählt, das ist quasi so das, was man damals auch für die Lore gehalten hat und man hat nicht weitere Hintergedanken gehegt, so ein bisschen. Nämlich, Sylvanas übernimmt jetzt Verantwortung für ihr Volk. Also sie sagt, alles klar, hier Lordaeron, wir sind jetzt hier übrig, Verlassene, das ist jetzt unser Reich und ich kümmere mich darum. Alles klar, wunderbar. Dass das nur die halbe Wahrheit ist, erfahren wir wenigstens später, aber erstmal, ist das so ihr Ding. Und tatsächlich auch mit all dem, was noch passiert oder passieren wird, ist das auch bis zum Schluss ein Teil dessen, was sie will. Also unabhängig davon, dass sie uns jetzt alle in die Hölle schickt oder in die Schattenlande und sonst was, bis zum Schluss, also es gibt es Dialoge und Hinweise und so weiter und so fort, dass sie immer Gutes für ihr Volk, also die Verlassenen im Sinne hatte. Kommen wir später darauf zurück. Also gelogen, würde ich an der Stelle sagen, hat sie nicht, aber sie hat noch weitere Interessen verfolgt, die sie nicht so richtig erwähnt hat. Gehen wir kurz auf die Worgen ein. Denn das Ganze geht jetzt weiter, während Kette klissen, mit der Belagerung von Gilneas. Silvanas hatte ja im Tode die Vision von der Belagerung von Gilneas und tatsächlich Garrosh und Co. belagern Gilneas. Aber Garrosh fasst quasi den Plan, also ich verkürze das jetzt mal super kurz, Garrosh fasst den Plan, das genau so zu machen, wie die Vision von Silvanas war. Wir schicken die Untoten vor, die müssen durch das Tor. Also Gilneas ist mega krass abgeriegelt, mega krasses Bollwerk, super große Mauer und so weiter und so fort. Warum? Gilneas, also kurze Erklärung, Gilneas war ein Königreich der Allianz. Genauso wie Lordaeron oder Sturmwind oder andere, die keinen Mensch kennen wie Arathor oder so ähnlich hieß das. Und nee, nicht Arathor, wie hieß das? Arathon? Ach Gott, ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen, aber egal. Oder auch Kultiras, das kennt wieder jeder. Auf jeden Fall, das war so ein Königreich und das war ganz nett und so, ganz cool, aber die waren extrem nationalistisch geprägt. Also die waren nur auf ihr eigenes Wohl besonnen und alles andere war denen scheißegal. Die waren zwar in der Allianz, aber naja. Und dann kam ich auf die Idee, auf die man nun mal so kommt, wenn man nationalistisch geprägt ist, wir bauen eine Mauer. Haben sie gemacht. Zack, Mauer rum um Gilneas. Wunderbar, wir lassen niemanden rein, wir lassen niemanden raus. Super Sache. Dann kam die Geißel, dritter Krieg. Geißel wütet umher, Lordaeron geht kaputt. Die Jungs von Gilneas denken sich so, fuck, was machen wir, was machen wir, was machen wir, wir wollen nicht genauso wie Lordaeron fallen. Also wird Erzmagier A. Arugal beauftragt, eine Lösung zu erarbeiten. Denn Arugal galt, ganz wichtig, galt als ein schlauer Bursche. Das Problem ist, Arugal war richtig dumm. Also richtig dumm. Arugal, vielleicht nicht richtig dumm, er war schon schlau, aber er war nicht so schlau, wie man ihn hielt. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Also es ist ein bisschen schwieriger mit Arugal. Arugal war so ein bisschen sowas wie, kennt ihr Gerd Postel? Der war ein Hochstapler. Erzmagier Arugal hat so getan, als wäre er eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Als hätte er die Bibliotheken von Dalaran studiert und verstanden, aber er hat gar nichts verstanden im Grunde genommen. Aber er wurde jetzt damit beauftragt, sich eine Lösung zu überlegen. Und er hat sich auch eine Lösung überlegt. Und zwar hat er so ein Buch gefunden und da stand irgendwas von so einem Worgenfluch und da dachte er sich, super Sache, das macht nämlich immun gegen Untote. Er war aber nur schlau genug, den Klappentext zu lesen, weil wenn er genau nachgelesen hätte, dann hätte er den Haken an der Sache gefunden. Hat er nicht. Und damit war sein Volk verdammt. Das ganze Volk hat sich in Worgen verwandelt. Die haben nicht mehr richtig die Kontrolle über ihre Körper gehabt. Und naja. Geneas wurde zur Quarantänezone erklärt. Geneas wurde aus der Allianz geschmissen und das haben sich selbst rausgeschmissen. Das ist beides so auf einmal, keine Ahnung. Und dann war Geneas so ein abgeschirmtes Quarantänegebiet, wo so ein Worgenfluch herrschte. Herzlichen Glückwunsch, danke Arugal. Aber immerhin, er hat es geschafft, das Volk von Geneas davor zu bewahren und Tote zu werden. Dafür wurden sie jetzt Worgen. Na gut. Also. Jetzt denkt sich so, Silvanas, alles klar, Kataklysmus ist mir scheißegal, mit Todesschwinge, ich kümmere mich hier um mein eigenes Zeug. Ich will jetzt Geneas erobern. Und Hilfe, ich brauche Hilfe, Herr Garrosh, das ist eine schwierige Aufgabe. Du weißt, die haben eine mega Mauer gebaut. Alles klar, Garrosh entsendet sich selbst und ein paar Kriegstruppen. Sylvie ist noch bei Frostthron. Ja, ist auf dem Weg zurück. Und während die Truppen der Orks vor Genea stehen und es regnet wie Sau, wartet Garrosh und wartet und wartet und wartet und es regnet und regnet und regnet und worauf wartet er? Er wartet auf die Truppen der Verlassenen. Es sind nämlich nur ganz wenige Verlassene da. Und dann kommt einer der wichtigen Leute, Leute von mir verlassen, ich glaube, Leiden hieß der und er sagt, Garrosh, hör zu, die kommen gleich. Die kommen. Beruhig dich. Ich weiß, du, ne, also Leiden war ein kluger Typ. Der war wirklich klug. Der hatte richtig krassen Ring mit Intelligenz und so weiter. Und er wusste, wie er mit Garrosh reden soll. Garrosh war trotzdem not amused, aber okay, Garrosh wird immer zorniger, weil die sich auch so lange warten lassen und nach Ewigkeiten, nach ewig und drei Tagen kamen so ein paar Verlassene an. Nicht besonders viele, aber ein paar. Und Garrosh denkt sich so, euer Ernst? Wie, wie, wie sollen wir Geneas erobern? Mit 100 Orks und 20 Verlassenen oder so. Und dann Leiden guckt so zu Garrosh und denkt sich so, du bist doch der krasse Garrosh, du hast doch bestimmt mega die Strategien am Plan, mach mal. Dafür bist du hier. Darum haben wir dich um Hilfe gebeten. Okay. Und Garrosh, alles gleich, ich habe einen Plan. Also, wir müssen durch diese Mauer und es gibt da die Öffnung. Das Problem ist, da kommen wir nicht durch, sagt Leiden auch. Leiden, ey, Garrosh, wir können da nicht durch, wenn wir durch die Schneise da gehen, durch dieses Loch in der Mauer, dann, das ist wie so ein Hexenkessel, wir werden von allen Seiten gleichzeitig beschossen und so weiter und so fort. Und Garrosh sagt, ich weiß, deshalb machen wir folgendes. Ihr, also die Verlassenen, ihr geht durch diese Schneise und wir geben euch, also wir sind hinten und machen den Rest. Weil, wenn ihr seid ja die Verlassenen und ihr haltet besonders viel aus, weil ihr seid ja sowieso schon tot und wenn bei euch mal ein Pfeil ins Knie geht, dann ist das nicht so schlimm wie bei uns. Und das ist genau die Vision, die Sylvanas hatte. Sylvanas wäre vorher herausgesahnt, als sie tot war. Wenn Garrosh Kriegshäuptling ist, was er jetzt ist, dann opfert er die Verlassenen als Kanonenfutter, weil er hat keinen Wert, er sieht keinen Wert in dem Leben der Verlassenen oder in dem Dasein der Verlassenen und Garrosh ist sowieso ein sehr skrupelloser Kriegshäuptling und so weiter und so fort. Und vielleicht wäre sein Plan auch von Erfolg krönt, ein ziemlich komischer Plan, aber gut. Und in diesem Moment kommt Sylvanas zurück von Eiskrone und ist ein anderer Mensch, sie ist kein Mensch, ein anderer Untoter, whatever, ein anderer Hochelfmensch, Untoter. Sylvanas ist vollkommen verändert. Sie hat ein neues Wesen in sich oder nicht ein Wesen, sie hat einen neuen Charakterzug entwickelt. Mit einer Bestimmtheit, mit einer Klarheit, mit einem Blick nach vorne und einer Respektlosigkeit, die ihresgleichen sucht, redet sie mit Garrosh. Sie nimmt nicht ihre Kapuze ab, weil sie ihn gar nicht akzeptiert als ebenwürdig oder gar als Autorität oder sonst irgendwas und sagt, zurück, Befehle widerrufen. Also überhaupt nicht, überhaupt nicht in der Idee, dass Garrosh über ihr steht, sondern eher so, als würde Sylvanas über Garrosh stehen und sagt, wir machen das auf meine Weise. Und Garrosh, interessanterweise, ist damit zwar nicht glücklich, aber willigt ein, weil er eine Präsenz, eine Autorität in Sylvanas erkennt, einen Blick, der so entschlossen ist, so mächtig ist, dass Garrosh gar nicht sich traut, ernsthaft zu widersprechen. Das war der Moment, wo Sylvanas zu dem wurde, was quasi uns bis heute begleitet, nämlich die Banshee Queen, die Ermächtigte, diejenige, die im Bunde mit dem Tode selbst steht, nicht nur eine Untote an sich ist, sondern offensichtlich einen Deal eingegangen hat, der seinesgleichen sucht. Und Garrosh hat das schon gespürt und hat sich vielleicht nicht gewusst, weil er nicht hinterblickt hat, was dahinter steckt. Aber das war der erste Moment, wo Sylvanas ihre Stärke gezeigt hat und wo sie auch Verantwortung für ihr Volk übernommen hat, denn sie wollte nicht, dass sie verlassen, einfach geopfert werden. In einem komplizierten Krieg, habe ich dazu nicht eine zweite Folie noch? Genau, jetzt geht es nämlich richtig los. Also, Garrosh wusste natürlich von der Seuche, die auch eingesetzt wurde an der Fort des Zorns. Und Garrosh sagt, pass mal auf, egal was du hier machst, es gibt schon eine Bedingung. Du machst das auf deine Weise, meinetwegen, aber du setzt nicht die Seuche ein. Das war Sylvanas vollkommen egal. Sylvanas sagt, alles klar. Und im nächsten Moment direkt, wir machen das. Das waren ihre ersten Worte. Garrosh verschwindet, dann kommt irgendein Diener von Sylvanas, weiß gerade nicht mehr wer, und sagt, halten wir uns daran. Und Sylvanas so, natürlich nicht. Und die Seuche wird eingesetzt. Alles klar. So, Seuche wird eingesetzt. Sylvanas sprengt ein Loch in die Mauern. Die Truppen erobern Sylvanas und so weiter. Sylvanas erobert Gelneas. Gelneas voll mit Seuche und alles schrecklich und so weiter. In diesem ganzen Wirrwarr des Krieges, den ich jetzt nicht in den Einzelheiten erklären will, weil da tauchen viele Charaktere auf und da passiert eine ganze Menge, passieren mehrere Dinge. Erstens, Liam stirbt. Liam Graumene, das ist der Sohn von Gen Graumene. Gen ist ja aktuell der Anführer der Worgen. Darum ist Gen überhaupt nicht gut, auf Sylvanas zu sprechen. Nicht nur, dass die Worgen und die Verlassenen sich krass bekämpft haben, sondern Sylvanas ist auch daran schuld, dass Liam, also der Sohn von Gen, gestorben ist. Das war eigentlich ein Unfall. Eigentlich wollte Sylvanas, glaube ich, Gen töten. Oder wollte sie Crowley töten in dem Moment. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, durch den Unfall ist Liam gestorben. Beziehungsweise er hat sich davor geworfen. So ein bisschen Opfertod. Naja. Und also Sylvanas, der Seuche ein, wird, Gelneas wird evakuiert. Dann kommen die Gelneer zurück mit Hilfe der Siebten Legion. Also das sind dann die Krieger von der Allianz. Und ich glaube, noch ein paar andere sind auch dabei. Ich glaube, die Nachtelfen sind auch am Start. Und dann erobern die Gelneas zurück. Dann gibt es wieder einen Krieg. Verlassene gegen diese Armeen der Siebten Legion und der Worgen und so weiter und so fort. Und dann passiert ein sehr kompliziertes, verzwicktes Geiseldrama. Also, die Einzelheiten dazu kann man nachspielen im Gelneer-Staatgebiet auf Seiten der Allianz und im Questgebiet Silberwald auf Seiten der Horde. Und ich versuche das jetzt mal ganz grob runterzubrechen. Es gibt einen Charakter. Lorna Crowley, die Tochter von Crowley. Crowley hat viel zu sagen bei den Gelneer. Und Sylvanas hat sie quasi entführt. Sie lebt aber noch. Jetzt macht Sylvanas, das Ganze hat Sylvanas unter anderem nur deshalb geschafft, weil Sylvanas Lord Godfrey zu einem Untoten gemacht hat, der wiederum Informationen hatte, die Sylvanas geholfen haben, das alles zu verwirklichen. Wie gesagt, politische Intrigen, Geiseldrama, jetzt ist es kompliziert. Es kommt zu seiner Showdown. Da steht Lorna Crowley, Super Crowley-König und da steht Sylvanas. Jetzt macht Sylvanas folgendes Angebot. Ihr kriegt Lorna zurück, die ja noch lebt. Im Gegenzug überlasst ihr uns Gelneers. Das hat, außer dass ihr Lorna zurückbekommt, noch den Vorteil, dass keine weiteren Toten entstehen. Wir lassen euch einfach ziehen. Wir erobern Gelneers, wir lassen euch ziehen, ihr kriegt eure Geisel zurück und alles schön und gut. Und die Worgen oder die Gelneer, die gehen den Deal ein. Die sagen, okay, sind wir zwar nicht glücklich drum, aber es stirbt niemand mehr, wir kriegen Lorna zurück. Gute Geschichte, alle sind glücklich. Zwar nicht so richtig, aber ist okay. Und jetzt passiert was. Lord Godfrey verrät Sylvanas in diesem Moment und stößt Sylvanas von hinten in den Rücken mit einem vergifteten Superdolch oder so. Und Sylvanas stirbt. Und dann kommen drei Walküren und nehmen Sylvanas, tragen sie davon und erwecken Sylvanas wieder, gehen für Sylvanas, das war jetzt Sylvanas zweiter Tod, gehen für Sylvanas in die Schattenlande. Denn das ist ja jetzt der Deal zwischen den Walküren und Sylvanas. Wenn Sylvanas stirbt, kommen Walküren, opfern sich für Sylvanas und Sylvanas bleibt am Leben. Wie gesagt, eine andere Walküren ist draufgegangen für Nathanos. Dann sind wir bei neun minus fünf, sind wir bei vier Walküren. Irgendeine andere Walküren ist noch für was anderes gestorben, schon wieder vergessen. Das Interessante, die jetzt ist, wenn man mal nachzieht in den Cutscenes, wo man immer wieder Walküren sieht, gibt es eine Walküren mehr, als eigentlich da sein müsste. und es gibt eine Walküren, dessen Namen man nicht weiß. Jetzt zählt man eins und eins zusammen und jetzt weiß man Folgendes. Diese neun Walküren, die sie bei Eiskrone sich hier angeschlossen haben oder mit einem Pakt mit ihr geschlossen haben, sind nicht die einzigen. Irgendwie hat es Sylvanas noch geschafft, weitere Walküren auf ihre Seite zu ziehen. Das ist der einzige Hinweis, den wir darauf haben. Oder Blizzard hat sich im Laufe der Zeit einfach mal verzehrt um eine Walküren, kann auch sein. Naja. Also drei Walküren opfern sich. Warum jetzt drei und nicht eine? Das hat was mit den Walküren wohl zu tun. Es gibt Walküren, die sind mächtiger als andere. Und damals, als sich nur eine geopfert hat, war das eine besonders mächtige Walküren. Deswegen hat eine gereicht. Jetzt haben sich drei niedere, weniger mächtige Walküren opfern müssen, um Sylvanas zurückzuholen. Es hat vielleicht auch was mit Sylvanas selbst zu tun, weil sie mittlerweile eine mächtigere Seele ist. Um so eine mächtige Seele ins Leben zurückzuholen, braucht man mehr Macht oder keine Ahnung. Whatever. Auf jeden Fall holen sie drei Walküren. Leben zurück. So, was ist jetzt der Status um Gelneas? Er ist umstritten, kann man kurzum sagen. Seitdem hat sich um Gelneas nicht mehr viel getan. Die letzten Passagen, die es dazu gab, waren, glaube ich, in irgendeiner Questreihe, wurden die irgendwo mal so seitenmäßig erwähnt. Und das war irgendwie sowas von wegen, ja, ja, in Gelneas, wir haben uns damals zurückgezogen. Also wir haben den Deal schon eingehalten. Aber einige Gelneer waren damit nicht einverstanden. Also es sind wohl einige, die haben sich zurückgezogen. Deswegen haben auch viele Worgen überlebt und so weiter und sind dann untergekommen in Danastos, wenn ich mich nicht völlig irre. Aber es sind auch einige zurückgeblieben. Und die, die zurückgeblieben sind, die versuchen immer noch Gelneas zurückzuerobern oder so. Und das ist quasi der Status um Gelneas. Okay, das war Cataclysm. Alles andere interessiert uns nicht, was bei ihren Cataclysm passiert. Das nächste Add-on oder die nächsten Geschehnisse sind Pandaria. In Pandaria passieren auch sehr viele interessante Dinge, aber nicht so sehr für uns. Für die Schattenlande passiert da eher sehr, sehr wenig, was uns interessieren könnte. Eine der wenigen Dinge, also erst mal Pandaria, Pandaria wird entdeckt, das Kontinent. Und dann stellen wir fest, das ist das Scham, das ist so das Blut oder das Echo von Yasharash, ein alter Gott. Und jetzt geht es darum, irgendwie zu ergründen, was das mit dem Mogu zu tun hat, was auch ursprünglich Geschöpfe der Titanen sind. Dann gibt es irgendwie das Scham, die Pandaren, die wissen ganz viel über die Lore oder die Geschehnisse der älteren Zeit, auch über die Titanen und so weiter. Und man erfährt ganz viele interessante Dinge. Gleichzeitig kommt die Horde und die Allianz und die kämpfen jetzt auf diesem Kontinent, um Pandaria oder wie auch immer. Und ja, Garrosh, der immer noch Kriegshäubling ist, der empuppt sich mehr und mehr als Tyrann. Also der ist jetzt nicht nur einfach Kriegshäubling, sondern der ist, der macht schon ernst. Also da gibt es einige Ereignisse, in wegen Pandaria, wo der zeigt, alles klar, der Typ, der ist so ein bisschen schwierig. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Unter anderem vernichtet er Terramor mit einer Massenvernichtungswaffe, einer sogenannten Mana-Bombe, was so eine Art Äquivalenz einer Atombombe ist im Warcraft-Universum. Das finden die allermeisten nicht so cool. Garrosh tötet Kean, auch cool. Garrosh entwickelt einen unglaublichen Rassismus gegenüber allem, was nicht Org ist. Um es ganz verkürzt zu sagen, schmeißt auch andere Völker aus Orgrimma einfach raus teilweise, setzt sie vor die Tür. Und es entstehen, ich habe das jetzt einfach mal umschrieben, als innere politische Konflikte. Es gibt Leute, die sind cool mit Garrosh, aber die meisten sind es nicht. Einer der Gründe, warum Garrosh so durchdreht, ist einerseits, der Typ ist einfach ein bekloppter Krieger, der nichts anderes will als Blut und Morde. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, Garrosh kriegt was in die Pfoten. Und zwar das Herz von Yasharash. Also der alte Gott, der mittlerweile von Amantoul aus dem Boden gezogen wurde und so weiter. Und damit wird Garrosh so ein bisschen zur Spielfigur der Lehre und der dreht halt am Rad. Okay, das ist Pandaria. Das Ganze gipfelt darin, dass die restliche Horde, also die nicht zu dieser super Horde von Garrosh gehört, die nichts anderes als Krieg will, dass die sich gegen Garrosh auflehnen, in einer Revolte und es in einer Belagerung von Orgrimma mündet. Die Allianz unterstützt das Ganze und sagt, alles klar, wir machen mit. Allianz und Rest der Horde gegen Horde von Garrosh und die belagern Orgrimma. Interessant ist jetzt Folgendes. Lortemar, der Anführer der Bluthelfen und Sylvanas, die sind auch voll am Start und erobern zurück oder belagern auch Orgrimma. Und Sylvanas möchte oder Sylvanas unterbreitet Lortemar ein Angebot. Sylvanas sagt nämlich zu Lortemar, hör mal, deine Krieger fallen ja hier. Also einige deiner Krieger fallen in der Schlacht hier bei der Belagerung von Orgrimma und das ist ja ein bisschen nicht so gut. Das ist Potenzial, sagt Sylvanas. Wir können die Leichen, also die Leichen der Blutelfen in dieser Schlacht wiedererwecken als Verlassene. Ist doch eine nice Sache. Dann können wir gar nicht verlieren. Wir haben sozusagen jeden Soldat doppelt da. Er kämpft einmal als Lebender und dann kommt er noch mal als Verlassener zurück. Das ist doch die totale, das ist doch die beste Strategie, die wir fahren können. Und Lortemar findet diesen Gedanken ekelhaft und sagt, nee, darfst du nicht machen, erlaube ich dir nicht, ansonsten kriegst du es mit mir zu tun. Und vielleicht, ich würde davon ausgehen, Sylvanas wird den Kampf gegen Lortemar gewinnen, aber Sylvanas fühlt sich noch nicht in der Position, das machen zu können. Also so souverän, dass sie sich einfach jetzt gegen Lortemar und ihr Volk oder ihr ehemaliges Volk stellt, fühlt sie sich noch nicht. Das ist aber eine interessante Charakterentwicklung, weil wir erinnern uns, Sylvanas wurde ja auch gegen ihren Willen zur Untoten. Und jetzt offeriert sie dieses Angebot an Lortemar, dass sie das mit ihrem ursprünglichen Volk, mit den Hochelfen, mit ihren Blutelfen, wie auch immer, machen will. Aber Lortemar sieht diesen strategischen Vorteil, weil Lortemar ist ja auch nicht blöd. Das Angebot von Sylvanas hat strategisch gesehen eine gewisse Raffinesse. Und naja, die beiden wissen auch, Garrosh und seine Truppen sind ganz schön stark. Also damit die das hinbekommen und Garrosh stürzen, brauchen die alles, was irgendwie hilft. Und dann sagt Lortemar zu Sylvanas, pass mal auf, mit meinen Leuten nicht, aber die Menschen, die uns ja hier helfen, die Allianz, mit denen kannst du machen, was du willst. Ich hasse die Menschen. Die haben uns damals im Stich gelassen. Wenn du deren Leichen wiedererweckst, habe ich damit kein Problem. Und sie waren doch so, alles klar. Und sie waren, das macht halt ihr so ihr Ding, nehmt ihre Wirkohle und erweckt einfach die Menschenleichen auch zum Leben zu Verlassenen. Anduin und so weiter. Ja gut, Anduin ist dann noch nicht richtig am Start. Orvarian und Co., die werden das mit Sicherheit überhaupt nicht cool gefunden haben. Die sagen, glaube ich, nichts dazu. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ja, gut. Letztendlich verliert Garrosh diese Schlacht um Orgrimmar. Garrosh wird gefangen genommen. Thrall, der ist auch am Start, der ja Garrosh zum Kriegshäuptling an Land hat, weil Thrall musste ja Welten-Schamane spielen und Arzoroth retten vor Todesschwinge. Thrall sagt, pass mal auf, du, ne? Ist mir scheißegal, du hast so viele Verbrechen verübt, du hast mich so enttäuscht. Hier und jetzt reiße ich dir den Kopf ab. Ich exekretiere dich auf der Stelle. Und Anduin sagt, haltet ein! Und Anduin setzt sich für die Gerechtigkeit ein, weil Anduin ist Priester und Gerechtigkeit und heilige Magie und... und Anduin sagt, ja, Garrosh ist zwar ein Kriegsverbrecher und so weiter und so fort, aber auch ein Garrosh hat einen faire Prozess verdient. Auch ein Garrosh muss vor ein Gericht, vor ein Kriegsgericht. Okay, Kriegsgericht wird einberufen, Garrosh wird angeklagt. Alle versammeln sich. Alle kommen zusammen. Jetzt ist es so, irgendjemand muss die Verteidigung für Garrosh übernehmen, also den Anwalt spielen. Die Horde berät sich, wer das denn machen soll und derjenige, der am objektivsten von allen Hordenführern gilt, der irgendwie, weiß ich nicht, die ruhigste Seele ist, soll Bane sein. Also übernimmt Bane die Verteidigung von Garrosh, was sehr interessant ist, weil Garrosh hat ja den Vater von Bane, nämlich Kern, getötet. Wahnsinn. Okay, aber trotzdem, Bane ist objektivste, alles klar, der ist überhaupt nicht befangen. Bane übernimmt die Verteidigung von Garrosh, aber die Entscheidung, Bane diese Verteidigung zu übernehmen, übernehmen zu lassen, war richtig. Bane hat sich extrem gut für Garrosh eingesetzt. Garrosh hat sich so gut für Garrosh eingesetzt, dass man fast das Gefühl bekam bei dem Kriegsgericht, Garrosh gewinnt diesen Prozess. Garrosh wird freigesprochen oder zumindest nicht zu Tode verurteilt. Hat super Anwaltsjobs gemacht und Sylvanas guckt sich das an und verliert die Kontrolle. Denn wir erinnern uns, Sylvanas weiß, Garrosh war der Typ, der überhaupt kein Problem damit hatte, Verlassene zu opfern. Garrosh war der Typ, der ihr immer wieder Probleme bereitete. Die beiden haben sich gehasst. Und vielleicht war Garrosh sogar der Charakter, den Sylvanas nach Arthas am meisten gehasst hat. Und Sylvanas platzt. Also die verliert die Beherrschung in diesem Kriegsprozess und beschimpft Bane aufs Schlimmste und bezeichnet ihn als Verräter. Also Sylvanas sagt, du bist ein Verräterhund. Du dienst der Allianz. Und solche Sachen sagt sie. Schlimme Vorwürfe gegen Bane. Und Sral und der Rest der Horde sagt, Sylvanas, beruhig dich. Er macht nur seinen Job. Er ist Anwalt in diesem Prozess. Das ist nicht Banes eigene Meinung oder so. Er macht hier seinen Job. Er verteidigt Garrosh. Dafür haben wir ihn berufen. Wir selbst haben auch keinen Bock auf Garrosh. Aber er macht, was er machen soll. Währenddessen ist jemand anderes anwesend. Wie gesagt, es ist jeder Anwesen, der irgendwie eine Rolle in diesem Universum spielt. Nämlich Verisa. Und Verisa, die haben wir noch gar nicht erwähnt, Verisa ist die Schwester von Sylvanas. Sylvanas hat nämlich zwei Schwestern, nämlich Verisa und Alleria. Und Verisa ist eine davon. Verisa war übrigens liiert mit Ronin. Jetzt fragt ihr euch, wer Ronin ist. Ronin war der Anführer der Kirin-Thor. Jetzt fragt ihr euch, wer die Kirin-Thor sind. Die Kirin-Thor sind die Inhaber oder wie auch immer, die Elite, Lehrer, Soldaten, Kaste, politische Formation von Dalaran. Den gehört Dalaran einfach. So. Und Verisa war die ganze Zeit bei Ronin und irgendwie haben wir von Verisa nichts gehört. Die hat einen geheimen Auftrag und fast weiß ich nicht was. Und Verisa war auch überhaupt nicht gut, auf Ronin zu sprechen. Das hat letztlich was damit zu tun, dass Garrosh auch damit ein bisschen verwickelt damit war, dass Ronin, also letztlich ihr Ehemann, gestorben ist. Deswegen gibt Verisa, Garrosh auch die Schuld am Tod von Ronin. Ich glaube, Ronin hat sich in Terramor aufgehalten, während die Mana-Bamme gezündet wurde, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Auf jeden Fall mag Verisa Garrosh überhaupt gar nicht. Jetzt sieht Verisa, wie ihre Schwester Sylvanas Bane anklagt. Und Verisa denkt sich, gute Sache. Finde ich super, dass du das machst. Und eigentlich habe ich dir die ganze Zeit misstraut, du bist eine Untote, aber du bist ja auf der richtigen Seite. Also finden Verisa und Sylvanas, also die beiden Windläufer-Schwestern, wieder zusammen. Und Verisa sagt zu Sylvanas, hör mal zu, finde ich super, du bist auf meiner Seite und so weiter und so fort. Lass uns mal einen geheimen Plan erspinnen. Uns ist dieser Gerichtsprozess egal. Wir beide wissen, Garrosh hat den Tod verdient. Und dann überlegen die sich eine super tolle Intrige. und letztendlich läuft das darauf hinaus, dass Verisa so ein Gift zusammen mischt. Und dieses Gift wird in das Essen oder in die Mahlzeit von Garrosh gemischt. Und Verisa soll dann entweder selbst oder Wachen sollen das machen, das Essen zu Garrosh bringen. Der Garrosh ist das vergiftete Essen und Garrosh ist tot. Das ist der Plan, den Sylvanas und Verisa sich zusammen überlegt haben. Aber kurz davor, also kurz bevor das passiert, bekommt Verisa Gewissensbisse. Also ihr Gewissen holt sie ein und denkt sich so, nee, kann ich nicht machen. Das gehört sich nicht. Ich kann hier auch nicht alle meine verbündeten Freunde und so weiter hintergehen, nur um meinen eigenen Willen durchzubringen. Und Verisa sagt Anduin, also Verisa sagt zu Anduin, du, ich hatte vor, Garrosh zu vergiften. Das ist ein Plan, den ich zusammen mit Sylvanas versponnen habe, aber kann ich nicht durchziehen, geht nicht. Also der Plan zwischen Sylvanas und Verisa scheitert, weil Verisa Gewissensbisse bekommt und Sylvanas Blick, innerer Blick, äußerer Blick, jeder Blick, verfinstert sich gegenüber ihrer Schwester. Also sie hatte, sie liebt vielleicht ihre Schwester immer noch, sie war sich nicht so ganz sicher, wie steht sie jetzt eigentlich zu den Blutelfen, Hochelfen und zu ihrer eigenen Familie, hierzu als Untote. Aber in dem Moment wurde das Verhältnis, sagen wir mal, ein wenig schlechter. Naja, okay. Alter, so, jetzt passiert Folgendes. Es passieren ein paar komische Wirrungen mit Furorion. Jetzt, Furorion fragt euch. Furorion ist zu diesem Zeitpunkt, sagen wir mal, der letzte schwarze Drache. Deathwing ist besiegt, die gesamte Brut der schwarzen Drachen ist besiegt. Man denkt, die schwarzen Drachen sind untergegangen. Es gibt keine schwarzen Drachen mehr. Alle schwarzen Drachen sind tot. Stimmt nicht, wir werden erfahren, dass es noch weitere leben. Aber man denkt, alle sind tot, bis auf ein schwarzer Drache und das ist Furorion oder Raphion im Englischen. Und das Schöne an Furorion ist, der, sein Ei wurde ganz besonders entlegen, auf, ist sein Ei geschlüpft und bewacht und alles Mögliche. Und weil sein Ei so entlegen ist von der restlichen Brut und insbesondere von Deathwing und Nefarion und Co., ist sein Ei oder ist seine Drachenseele oder wie auch immer unberührt. Also er ist kein Korrump, er glaubt und alle anderen glauben so ein bisschen, er ist nicht korrumpiert im Gegensatz zu Deathwing und der Rest der schwarzen Drachen. Jetzt macht Furorion was Komisches. Ohne jetzt die ganzen Details zu erklären, weil da passieren eine ganze Menge. Es ist letztlich Furorion schuld daran, dass Garrosh entkommt. Ja, wie auch immer jetzt das Urteil für Garrosh ausgehen oder jetzt zu Tode vor oder wird lebenslängig bekommt oder was auch immer. Furorion initiiert mehr oder weniger, dass Garrosh entkommen kann. Und das hat Anduin Furorion nie vergessen, weil Anduin und Furorion waren Best Friends, lustigerweise, bevor das passiert ist. Die haben sich richtig gut verstanden. Furorion hat auch einmal so getan, als wäre er Anduin und wurde entführt von der Horde. Die Horde dachte, sie hätte Anduin entführt, hat sie aber gar nicht. Sie hat eigentlich Furorion entführt, weil Furorion für Anduin eingesprungen ist und all solche Geschichten. Und das ist interessant bei Furorion ist jetzt, das muss man wissen, Furorion ist also ein Sohn von Deathwing. Und Furorion ist überhaupt nicht stolz darauf, dass sein Vater Deathwing ist oder Todesschwinge. Und deswegen hat Furorion sich geschworen, alles ohne Ausnahme dafür zu tun, Azeroth zu beschützen. Denn das war die eigentliche Aufgabe von Deathwing. Also die eigentliche Aufgabe von Neltarion, der dann zu Todesschwinge geworden ist, bevor er korrumpiert wurde, war es, als Aspekt der Erde, Azoror zu beschützen. Und dieses Beschützen oder wie auch immer, das ist ja nach hinten losgegangen. Und jetzt will Furorion das alles wieder ins rechte Licht rücken. Und Furorion hat sein unglaubliches Wissen angeeignet und so weiter, damit das überhaupt möglich ist. Und jetzt macht er diesen komischen Move. Und keiner versteht, warum. Er lässt Garrosh entkommen. Und weil keiner versteht, warum, zieht sich Furorion dann auch zurück. Seit Ewigkeiten hört man nichts mehr von Furorion, so wirklich. So richtig tritt er ja erst jetzt wieder in Erscheinung, wo Enzort auf den Plan tritt. Vermutlich kann man sich jetzt irgendwas zusammenspinnen, dass Furorion das alles ausgeklügelt hat. Die gesamten Ereignisse, die jetzt passieren, von Addon zu Addon. Und dass er das alles gewollt hat. Aber irgendwie ist das schon ein komischer Move gewesen damals. Okay. So. Garrosh entkommt, aber er weiß, er ist nirgendwo sicher. Deswegen entkommt er durch eine Zeitreise. Und jetzt wird's richtig wild. Garrosh macht eine Zeitreise in die Vergangenheit nach Drenor. Und jetzt muss man Dinge verstehen bezüglich der verschiedenen Zeitebenen in der Geschichte des Warcraft-Kosmos. Jetzt, Zeitreisen sind immer ein Problem, egal in welchem Franchise. Also. Es gibt in dem Warcraft-Universum schon immer Zeitreisen. Oder fast schon immer. Und es gibt außerdem den bronzenden Drachenschwarm. Der bronzende Drachenschwarm hat zum Auftrag, also sich zum Auftrag gemacht, oder der bronzende Drachenaspekt, hat es sich zum Auftrag gemacht, die Zeitlinie zu bewahren. Das heißt, es gibt so einen Drachenschwarm, deren Aufgabe ist es, immer wenn irgendjemand eine Zeitreise macht, dann kümmern wir uns darum, dass die Zeitlinie so bleibt, wie es ist. Es bleibt alles so, wie es ist. Ob du willst oder nicht, du alte Zippe. So. Jetzt ist es aber so, dieses Bewahren der Zeitlinie kann der bronzende Drachenschwarm so richtig nur bezüglich Arzeroth machen, weil der bronzende Drachenchwamm kommt von Arzeroth und so weiter. Das heißt, dieses Bewahren der Zeitlinie betrifft nur Arzeroth oder Geschehnisse auf Arzeroth und nicht darüber hinaus oder wenn nur sehr bedingt. Deshalb kehrt Garosch nicht einfach irgendwie so in die Zeit zurück, sondern in die Zeit zurück von Drennor. Jetzt muss man noch etwas verstehen, und zwar das sogenannte Großvater-Paradoxon. Das Großvater-Paradoxon ist so ein Logik-Ding, wenn es um Zeitreisen geht. Vereinfacht gesagt, das hat gar nicht mehr mit dem Warcraft-Universum zu tun, sondern allein mit Zeitreisen an und für sich. Wenn du in der Zeit zurückreist und deinen eigenen Großvater tötest oder verhindert, dass er geboren wird oder irgendwas, dann könnte dein Großvater nie dein Vater zeugen und dein Vater niemals dich zeugen. Aber wenn das so wäre, hättest du niemals in die Vergangenheit reisen können, um deinen Großvater zu töten, also was? Also sind Zeitreisen unmöglich? So pauschal gesagt, also das ist einer der Gründe, warum Zeitreisen unmöglich sein sollen. Und die verschiedenen Franchises, die es so gibt, die überlegen sich dann irgendeinen Kram, warum Zeitreisen doch gehen. Und das Warcraft-Universum hat sich Folgendes überlegt. Zeitreisen sind deshalb möglich, entweder wird die Zeitlinie geändert, das heißt, die Geschehnisse, die im Nachfolgen ändern sich wirklich, solange eine gewisse Logikkontinuität erhalten bleibt. Damit die Zeitlinie sich aber nicht innerhalb von Arzort ändert, gibt es den Bronzenden Drachenschwarm. Aber wenn die Geschehnisse sich wirklich ändern, also wenn der Bronzenden Drachenschwarm oder auch niemand anders verhindert, dass es dazu kommt, dann tut sich eine neue Zeitlinie auf. Das heißt, die alte Zeitlinie hat nichts mehr mit der Zeitlinie zu tun, die sich durch die Zeitreise geändert hat. Es entsteht sozusagen ein Multiversum von unterschiedlichen Zeitlinien mit unterschiedlichen Geschehnissen. Also mehrere Möglichkeiten passieren in unterschiedlichen Universen oder unterschiedlichen Zeitlinien. Ok Man könnte meinen, das ist noch nicht kompliziert genug. Wartet mal ab, es wird noch schlimmer. Diese unterschiedlichen Zeitlinien betreffen die Existenzebene der Realität, aber nicht unbedingt andere Existenzebenen. Beispiel der Neta als Astraldimension hat keine unterschiedlichen Zeitebenen, denn die Zeit im Warcraft Universum ist, um es mit Einstein zu zitieren, relativ mit anderen Worten, je nachdem in welcher Ebene der Realität man sich befindet, vergeht auch zeitunterschiedlich. Ja, 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 jetzt geht es richtig los. Also, in der Neta-Ebene zum Beispiel, wo die Dämonen herkommen, gibt es keine unterschiedlichen Zeitebenen und das Begriff der Zeit hat sowieso keine Bedeutung. Deshalb ist es so, der Gul'dan aus dem Addon Warlords of Drenor ist ein anderer Gul'dan als der Gul'dan, der damals die Invasion der Horde oder der Orks auf Azeroth inszeniert hat. Das sind zwei unterschiedliche Gul'dans zum Beispiel aus zwei unterschiedlichen Zeitlinien, die auch in die anderen Zeitlinien reisen können. Macht ja Garosch auch jetzt in die andere Zeitlinie von Drenor reisen, in die Vergangenheit. Aber die Dämonen, die aus dem Neta stammen, die gibt es nicht mehrfach. Mit anderen Worten, der Archimond, den wir in der alternativen Zeitlinie von Volus auf Drenor bekämpfen, ist der gleiche Archimond, es ist derselbe Archimond, den wir auch am Berg von Hial bekämpft haben. Aber in den Höhlen der Zeit, wo ja die Zeitbewahrung durch den bronzenden Drachenschwarm stattfindet, betreffen wir den Archimond nur bezüglich der Geschehnisse unserer Zeitlinie. Und jetzt fragt ihr euch, warum Blizzard das gemacht hat, ich habe keine Ahnung, es ist furchtbar, aber es macht alles ein bisschen kompliziert. Okay. Das wirklich problematisch an diesem Thema ist, ich habe auch noch nichts dazu gefunden, wie ist das jetzt eigentlich mit diesen ganzen unterschiedlichen Guldans? Wir kennen mindestens drei Guldans, es gibt mindestens drei Zeitlinien, drei Zeitlinien sind bekannt. Die gewöhnliche Zeitlinie, die wir uns in der Regel befinden, die Warcraft Renner Zeitlinie und das überrascht vielleicht einige, die Warcraft Film Zeitlinie. Denn in Warcraft Film werden einige Geschehnisse anders geschildert als in den Büchern oder in World of Warcraft und deshalb sagt man der Warcraft Film, das ist jetzt das, worauf man sich letztendlich geeinigt hat, hat auch seine eigene Zeitlinie und deswegen können sich da bestimmte Geschehnisse unterscheiden. Ist alles im gleichen Kosmos, aber unterschiedliche Zeitlinien. okay, drei Zeitlinien ist schon gut. Was jetzt interessant oder was fraglich ist, wir haben jetzt drei Guldans beispielsweise, vielleicht noch mehr. Wenn die Guldans sterben, hat jetzt jede Zeitlinie seine eigenen Schattenlande oder sind die Schattenlande ähnlich wie der Neta, dass es auch nur ein Schattenland für alle Zeitlinien gibt. Keiner weiß es. Also aktuell, ich wüsste nicht so genau. Laut Blizzard eine, also ich habe dazu noch nichts bisher mitbekommen, aber ein Schattenland für alle. Wenn das wirklich so ist, ist das interessant, weil dann könnten wir vielleicht vier, fünf Guldans auf einmal treffen. Warum nicht? Nun, also, gut, naja, jetzt kann man so ein bisschen out of character, was weiß ich was, Talk machen und sagen, wie ist das jetzt eigentlich mit den Zeitlinien? Ich persönlich denke, dieses ganze Zeitreisegedöns und Zeitlinien macht die Lore ein bisschen kaputt, so ist das bei jedem Franchise, egal welches Franchise du auspackst, bei Star Trek, da kenne ich mich relativ gut aus, das ist genauso. Jedes Mal, wenn du irgendwas mit Zeitreisen machst, machst du das die Lore so ein bisschen kaputt, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, und das ist der Vorteil des Ganzen, Zeitreisen ermöglichen auch bestimmte schöne Dinge, also du kannst Geschichten erzählen, die eigentlich schon erzählt waren, oder du kannst auf Prequels eingehen und so weiter und so fort, deswegen haben Zeitreisen ja auch ihren gewissen Reiz und deswegen verfällt jedes Universum, irgendwann darin Zeitreisen einzuführen. Ich persönlich würde den Ereignissen immer, die in so Zeitreisen und so weiter stattfinden, immer nicht die höchste Bedeutung zu ordnen. Aber sie finden statt. Das ist alles, was ich zu Warlords of Drenor zu sagen habe, mehr oder weniger. Vielleicht noch mal hier und da eine Kleinigkeit, aber gut. Während Warlords of Drenor nämlich, das ist zum Beispiel eine, jetzt erfahren wir zum Beispiel einen Vorteil durch diesen Zeitreisegedöns, die ganzen Helden von Arzoroth, damit meine ich nicht nur uns, also die Champions, sondern zum Beispiel auch Khadgar und Co., die treffen Nersul. Mehr oder weniger zumindest. Und wir als Spieler und als diejenigen, die Bücher lesen und sonst irgendwas, die wissen, wer Nersul ist und die wissen, wer der Lichtkönig ist und so weiter und so fort. Das heißt aber nicht, dass Thrall, Khadgar und Anduin wissen, wer Nersul ist. Die wissen, wer Arthos ist und wer der Lichtkönig ist, zumindest ungefähr, aber nicht, wer unbedingt Nersul ist und welchen Hintergrund das hat. Vielleicht hier und da wissen die mal was, aber durch diesen Zeitreisegedöns haben die ein bisschen mehr Sachen über Nersul erfahren, zum Beispiel. Also es ist nicht nur so, dass wir einfach in die Vergangenheit gereist sind, sondern die haben auch mehr über sich selbst gelernt und über ihren Kosmos und so weiter. Interessant ist jetzt Folgendes, es passiert noch eine interessante Geschichte in Worders of Trenor und zwar Archimont wird vernichtet. Jetzt können einige denken, der wurde doch damals schon im Wokker 3 vernichtet am Berg hier. Ne, 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 ne. Wenn ein Dämon stirbt, kehrt ein Dämon nicht in die Schattenlande, sondern in den Neter zurück und dann wird er wiedergeboren in irgendeiner Zeitlinie. Aber in Warrlots of Trenor wird Archimont im Neter getötet und wenn Archimont im Neter getötet wird, ist er nach unserem aktuellen Wissensstand, das muss man immer dazu sagen, weil man merkt ja, wie das ist mit diesem Töten von Charakteren, in unserem aktuellen Wissensstand ist Archimont jetzt endgültig vernichtet. Aber ich mach trotzdem mein Fragezeichen ran, weil man weiß ja nie. Genau, dann der Gul'dan aus der anderen Zeitlinie, der macht jetzt den gleichen Mufi Garosch, der reist nämlich in unsere Zeitlinie zurück. Und dann macht er all seinen Gedöns, unter anderem geht er ins Grab mal des Sagerars und die Legion fängt jetzt an und macht keine halben Sachen mehr. Mit Gul'dans Fähigkeiten und mit all dem Wissen, was er auch von Garosch und Co. hat, lässt er jetzt die Legion vollends auf Arzut los. Jetzt kann man sich an der Stelle fragen, warum hat die Legion das nicht von Anfang an gemacht? Wir hatten ja den Krieg da an, wir hatten den ersten Krieg und den zweiten Krieg durch die Orks, wir hatten die Invasion der Geißel inklusive der brennenden Legion. Warum hat die brennende Legion nicht von Anfang an keine halben Sachen gemacht, sondern sofort mit dem Hammer draufgehauen? Der Grund liegt letztendlich darin, dass das Universum zu groß ist. Also das ist so ein bisschen so, Sargras wusste von der Existenz und auch Kilieden und so weiter, wussten irgendwie von der Existenz von Arzut, aber so hundertprozentig, wo Arzut liegt, also der Ort, der war nicht so ganz bekannt. Und weil der nicht ganz bekannt war, konnte die brennende Legion nicht so direkt oder so einfach dahin. Und spätestens durch diesen Move von Gul'dan jetzt aus der alternativen Zeitlinie, der jetzt zu uns kreis ist, wusste die Legion alles klar, Arzut ist dort, wir nehmen jetzt unsere Raumschiffe, denn die Legion hat Raumschiffe und reisen einfach nach Arzut hin. Okay. Jetzt gibt es die Invasion der brennenden Legion auf Azeroth. Video 13. Wir kommen von hinten! Stärk die Flanke! Thanks, Huntling! Die Horde darf heute nicht untergehen. Ohne die Horde werden wir überrannt! Wir müssen hier weg! Bringt alle zum Luftschiff! Alle, Mann! Höchstum! die Flanke! Die Flanke! Ja! nicht nur auf den Weg auf den Weg hinaus. Ja! Ich kann jetzt Ich kann dann die Flanke! hier. Marianne, nehmt meine Hand! Wir kommen nicht los! Marianne, Marianne! Gebt das meinem Sohn. Gebt das, Gebt der Gebt! Gebt das, Gebt das. Gebt das, Gebt das! Gebt das für unsere Seite! Gebt das! Gebt das! Gebt das! Jaaah! Man wird eurer gedenken, dem König, der alles geopfert hat, für gar nichts. Für die Allianz. 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 Lebt weiter. Ich habe euch nie vertraut. Nicht mal in unserer dunkelsten Stunde hätte ich geglaubt, dass... dass ihr unsere Rettungsein würdet. Aber die Geister gewährten mir Klarsicht. Eine Vision. Ein geflüsteter Name. Viele werden es nicht verstehen. Aber ihr müsst aus den Schatten treten und... führen. Ihr seid jetzt... Kriegshäuptling. Vorjinn ist tot. Wer von euch hilft mir, ihn zu rächen? Wir haben gesehen, live die Legion. Wir wollen! Wir wollen... Ja, ja, ja. Okay, also. Wir haben gesehen, die Legion ist voll am Start. Und was wir nicht gesehen haben, das habe ich nicht reingenommen, weil ich es irgendwie nicht schön einfangen können, ist die Szene, wo Gul'dan so einen mega krassen Superdämon beschwört. Und kurz gesagt röstet dieser Superdämon Tyrion Fordring. Also Tyrion Fordring war ja der Paladin, der letztlich Arthas besiegt hat. Also Tyrion Fordring stirbt in der Szene. Die Horde und Allianz versuchen in der Zeit, Tyrion noch zu retten, schaffen sie aber nicht, aber bekämpfen sie immerhin diesen Superdämon. Dann gehen die weiter zur Front, versuchen die Legion aufzuhalten, aber es sind einfach zu viele und das wird irgendwie nichts. Und die werden einen Krieger nach dem anderen fällt und die Walküren von Sylvanas, die tragen dann die Hordenkrieger auch schon zurück. Und also im Grunde genommen stellt die Horde sozusagen die Truppen, also die hält die Truppen auf, das ist so ein bisschen der Plan. Und die Allianz versucht Gul'dan zu töten in der Zeit. So ungefähr ist der Plan. Und das klappt aber nicht. Also die Legion ist, die Krieger sind zu zahlreich. Die Horde schafft es nicht, die Legion zurückzuhalten. Und die Sylvanas veranlasst die Walküren, einen nach dem anderen die Leute so vom Feld zu tragen. Man kann das richtig sehen, wenn man da questet. Ich glaube, zuerst wird Bane zurückgetragen, weil er es nicht mehr aushält auf dem Schlachtfeld. Dann kommen die Walküren und tragen Sral weg. Und letztendlich sieht man ja auch hier in der Cutscene, kriegt Vol'jin, wird irgendwie überrascht von hinten, kriegt da das Ding durchgestochen, wird verwundet. Die Walküren kommen, schnappen sich Vol'jin, weg mit ihm und so weiter. Und Sylvanas guckt sich das alles an, denkt sich so, fuck, wir müssen hier weg. Wir können hier nicht standhalten. Wenn wir hier noch einen Moment länger bleiben, stirbt nicht nur Vol'jin, sondern alles um uns herum. Also ziehen die Horde ab. Die Allianz unterdessen kann dann ihren eigentlichen Plan nicht weiter verfolgen. Denn der eigentliche Plan der Allianz war ja, Gul'dan zu töten. Nur jetzt, wo die Legion nicht mehr von der Horde in Schach gehalten wird, kommen all die Soldaten dahin, wo die Allianz ist. Und die Allianz sagt, ja, das können wir auch nicht standhalten. Und da sieht man ja das Schiff, auf dem noch viele Führer der Allianz sind, und Soldaten und so weiter, das wird dann festgehalten von so einem Teufelskonstrukt, so einer Maschine, die von Teufelsmagie erfüllt ist. Und Varian macht dann den Ehrentod oder wie auch immer und opfert sich. Versucht nur sein Bestes, tötet das Konstrukt, zeigt nochmal, was ein geiler Krieger ist. Versucht sich mit letzter Kraft bis Gul'dan durchzuschlagen, aber da sind einfach zu viele Soldaten. Und auch er kriegt die Waffe in den Rücken, ist dann von Gul'dan, dann gibt es noch so einen tollen Dialog, bla bla bla. Beide sagen nochmal ihre letzten Lines. Und ja, Varian stirbt. So, die Walküren tragen Vol'jin nach Orgrimmar. Und der sterbende Kriegshäubling Vol'jin ist dann auf dem Thron und ruft die Anführer der Horde zu sich. Und Sylvanas betritt den Raum. Und Vol'jin sagt, ja, die Geister haben ihn klar sich gewehrt. Dazu muss man wissen. Vol'jin ist ein Troll, ein Dunkelsperrtroll, um genau zu sein. Und Trolle haben eine Religion und diese Religion basiert darauf, dass sie sogenannte Loa verehren. Loa sind Geisterwesen. Hauptsächlich sind das diese wilden Götter, über die wir ja schon mehrmals gesprochen haben. Also irgendwelche Tiergötter. Aber nicht nur, es gibt auch ein paar andere Loa. Jedenfalls, die Trolle haben eine große, also verehren diese Loa und sind in deren Dienste. Genau, und Womsandi ist der berühmteste. Nicht-Tiergeist-Loa. Vielleicht auch der Einzige, wer weiß. Jedenfalls, ja, ein paar, die sind noch ein paar andere. Misala ist zum Beispiel ein bisschen zweifelhaft und so, aber wir werden sehen. Jedenfalls, die Trolle verehren ihre Loa. Und was die sagen, ist so ein bisschen Gesetz. Die machen, wenn so ein Loa sagt, mach das mal so und so, dann machen die Trolle das in der Regel auch. Und in seinen dunkelsten Stunden hat Vol'jin jetzt also eine Vision und bekommt einen geflüsterten Namen. Und Vol'jin denkt, einer der Loa hat ihn klar sich gewehrt und gesagt, Sylvanas ist dein Nachkomme oder wie auch immer, also derjenige, der jetzt Kriegshäublein werden soll. Ob das wirklich ein Loa war an der Stelle, mag man doch stark bezweifeln. Eventuell war es eine ganz andere Macht, die hier Vol'jin zugeflüstert hat. Und es ist ja auch übrigens ein wenig seltsam, dass Sylvanas durchaus die Walküren beauftragt, Vol'jin in Sicherheit zu schleppen. Aber weil theoretisch könnte Sylvanas auch sagen, hey, so Walküren, du könntest dich auch opfern, um Vol'jin zu retten. Macht Sylvanas aber nicht. Sie lässt den Tod von Vol'jin geschehen und wird dann zum Kriegshäublein einand. Sylvanas hält eine tolle Rede, hört das, was das Volk hören will. Hier, wir sind die Horde und wir wollen uns jetzt rächen. Weiter im Text. Genau, Legion. Also wir sind jetzt im Add-on Legion und jede Klasse bekommt so ihre Ordenshallen, wie man das so schön sagt. Unter anderem bekommen auch die Todesritter ihre eigene Ordenshalle und die Ritter der Schwarzen Klinge, wie sie so schön heißen. Das sind sozusagen die Todesritter, die nicht zumindest erstmal nicht mehr im Dienste des Lichtkönigs waren, weil sie haben sich ja von Arthas losgesagt. Wie gesagt, kann man nachspielen im Startgebiet der Todesritter. Die finden sich jetzt in diesem Legion-Konflikt wieder und kurz gesagt, die suchen jetzt Kontakt zu Vol'jin. Weil die Todesritter müssen jetzt auch krass werden, wie alle anderen Klassen müssen auch, also jeder muss krass werden. Jede Ordenshalle denkt sich so, alles klar, wir müssen jetzt hier die Krassesten der Krassen werden, weil nur wenn wir so übelst super duper sind, haben wir überhaupt eine Chance, gegen die Legion zu bestehen. Und die Todesritter denken sich das auch, also die Ritter der Schwarzen Klinge. Und dann suchen die denjenigen auf, der wohl am besten Bescheid weiß über die Mächte der Todesritter oder überhaupt des Todes, die man so aufsuchen kann, nämlich Bolvar selbst. Und die Ritter der Schwarzen Klinge gehen so ein paar Bündnisse mit dem Bolvar ein und überlegen sich ein paar Dinge, wie man denn jetzt so weiter bestehen kann. Unter anderem werden eben Artefakte geborgen. Also das, was zum Beispiel mal Vosgram war, da macht man dann zwei Einhandschwerter draus. Ob das so schlau ist, sei auch mal dahingestellt, denn das Ding hatte ja eine gewisse Geschichte. Aber gut, wird gemacht und die Todesritter werden dadurch auch irgendwie krasser als Gebündnisse, Erkenntnisse, dies, das. Außerdem gab es mal unter der Geißel von Arthas, gab es mal so vier Todesreiter. Das sind sozusagen nicht nur Todesritter, das sind sozusagen die Todesritter der Todesritter, die Elite der Elite, die Besten der Besten. So ein bisschen angelehnt an die apokalyptischen Reiter, sind das vier Stück. Und es gibt jetzt vier neue Todesreiter. Dazu gehört Narsgrim. Narsgrim war ein Kommandant und Soldat von Garrosh. Den kennt man vor allem aus dem Addon Pandaria oder Mr. Pandaria. Da kriegt man ordentlich Quests von dem. Zum Beispiel kämpft man zusammen mit Narsgrim die Hosen und denkt, man hätte Anduin gefangen, aber in Wirklichkeit war es Furoreon und all solche Geschichten. Narsgrim ist gefallen oder gestorben in der Schlacht um Orgrimma damals. Denn in der Schlacht um Orgrimma war Narsgrim bis zum Schluss seinem Kriegshäuptling Garrosh, wie sagt man, loyal. Weil Narsgrim ist ein krasser Krieger einfach und der ist einfach loyal gegenüber seinem Kriegshäuptling. Da ist er gestorben und wird jetzt zum Todesreiter. Oder zum Todesritter, Todesreiter. Thoras Trollban, der ist wahrscheinlich der Unbekannteste von den Vieren. Das ist ein Typ, der ist Kommandant im Stormguard gewesen. Das ist die Insel da in den, äh nicht Insel, das ist diese Burg in Hügellande. Vorgebirg des Hügellandes heißt das in der deutschen Fassung. Man hat ja so diese Schlacht um, oder Marathi, genau, Marathibecken. Genau, genau, genau. Und da hatte der seinen Einfluss. Dann gibt es hier Hochinquisitoren Weißsträhne. Die kennt man aus dem Scharlachroten Kloster. Da ist sie ja, Endboss, auch eine der krassesten Priesterinnen, die es wahrscheinlich jemals gab. Die wird jetzt auch zum großen Todesritter wieder erweckt. Außerdem, Tyrion Fordring, es wurde versucht, Tyrion Fordring zum Todesreiter zu erwecken. Und zwar haben die Todesritter die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts angegriffen. Da, wo die Paladiner heimisch sind. Denn dort wollte man dann Tyrion Fordring zum Todesreiter machen. Und so weiter und so fort. Der ist aber fehlgeschlagen, hat nicht funktioniert. Also wurde stattdessen Hochlord Darion Morgrain zum Todesreiter. Und Hochlord Darion Morgrain hatten wir schon erwähnt. Das ist einer der drei Morgrains. Aschenbringer und Kreuzzuggeschichte. Kurzum, es gibt jetzt vier mega überkrasse Todesreiter, die wir noch sehen werden. Deswegen werden die hier erwähnt. Genau. Interessanterweise, in diesem ganzen Ordensheilengedöns der Todesritter bekommen wir wieder einen Hinweis, ein Hinweis, ein Hinweis, dass das mit dem Todes, hier mit dem Lichtkönig, mit Bolwar, alles nicht ganz so gut läuft, wie man vielleicht denken könnte. In den Hintersnacken von der Krone der Dominanz ist auf jeden Fall noch Arthas und Nersul. Und man trifft die sogar. Und die sind noch irgendwie am Rumpalabern und versuchen irgendwie Einfluss auf Bolwar zu nehmen. Und Bolwar denkt sich so die ganze Zeit, nicht hinhören, nicht hinhören, nicht hinhören. Und braucht auch ein bisschen Hilfe von den Todesrittern usw. Also hier haben wir in den Ordensheilen-Quest der Todesritter, haben wir deutliche Anzeichen dafür, dass Herr Bolwar nicht allzu unbefangen oder nicht allzu, ähm, nicht allzu, wie soll ich sagen, dass er seinem hohen Ziel, nicht unter Einfluss dieser Mächte zu geraten, nicht hundertprozentig standhalten kann. Weiter geht's. Was macht Sylvanas jetzt in diesem Krieg? Denn das ist ganz interessant. Alle führen jetzt Krieg gegen die Legion. Und Sylvanas denkt sich so, ja, macht ihr mal. Ich bin zwar jetzt Kriegshäubling, aber ihr macht das schon. Ihr seid Profis. Ihr habt sowieso hier krasse Typen. Ich mach mal mein eigenes Ding. Sylvanas denkt sich nämlich, das mit den Walküren ist eine coole Sache. Die, ähm, die helfen mir sehr, sehr gut. Die sorgen für Nachschub, also neue Untote. Die sorgen dafür, dass ich beliebig viele Leben hab, wenn ich so viele wie ich Walküren hab. Die Walküren sind auch sonst, die können unsere Krieger bemächtigen. Und man hat sie auch gesehen, die sind auch sonst recht gut nützlich in so einem Kampf. Die können einfach mal Thrall und Bane und sonst wen aus dem Schlachtfeld retten, die sonst wahrscheinlich auch alle gestorben wären. Walküren, top. Also denkt sich, ähm, Sylvanas, ich brauch mehr Walküren. Jetzt erinnern wir uns, wo kommen die Walküren her, die Odin so hat? Mit Ausnahme von Helia, die er selbst ernannt hat, vielleicht noch ein paar weitere, kommen die alle von Ejir. Ejir ist also ein Titanenwächter, die selbst eine Walküren ist, die aber eine Macht hat, weitere Walküren zu ernennen. Jetzt gibt es eine interessante Unterscheidung zwischen verschiedenen Walküren. Und zwar, es gibt Walküren, die sind goldfarben oder goldfarben. Und es gibt Walküren, die sind eher so weiß gefärbt. Und die goldenen Walküren, das sind die Walküren, die von Odin gesegnet worden sind. Das sind die sogenannten sonnengeborenen Walküren. und die Walküren, die weiß sind, das sind die sogenannten ungeborenen Walküren. Darin kann man zum Beispiel erkennen, ob eine Walküren im Dienst von Odin ist oder nicht. Und Ejir ist zum Beispiel eine goldene Walküren, ist also im Dienste von Odin. Helia ist interessanterweise weder weiß noch gold, sondern irgendwie so schwarz. Vielleicht ein bisschen weiß manchmal, aber eher schwarz. Aber sie ist auch ihr eigenes Reich geschafft und irgendwas passiert mit Helia. Interessanter Hinweis, Hinweis. Aber jetzt entdeckt, also jetzt ist Legion, verhehrte Inseln und so weiter. Und es gibt jetzt Vrykul in diesem Gebiet. Und in diesem Gebiet gibt es Vrykul, die nennen sich Walküra. Und diese Walküra, die wollen, nee, anders. Warte mal, Vrykul wollen Vrykul werden. Nee, nee, das ist schon da sollte Walkür stehen. Walkürer wollen Walküren werden. Also Walkürer sind Vrykul, die Walküren werden wollen. Ich weiß auch, das sind sehr ähnliche Wörter. Das sind also Vrykul von dieser Rasse. Und die leben ihr Leben so, dass sie möglicherweise irgendwann zu Ejir, zu Walküren ernannt werden wollen. Und Ejir ist jetzt dann beauftragt, diese tollen Dudes zu Walküren zu ernennen. Und das ist der Punkt, wo Silvanas denkt, hier, wenn ich Eje unter Kontrolle bekomme, kann ich neue Walküren für mich bekommen. Vielleicht sogar einen endlosen Strom an Walküren. Das wäre ja super gut, denkt sich Silvanas. Jetzt macht Silvanas etwas Interessantes. Silvanas reist nach Helheim, also dem Gebiet, wo Helia herrscht, und hat einen Vertrag mit Helia. Und Silvanas bekommt von Helia eine Laterne. Mithilfe dieser Laterne möchte Silvanas Eje versklaven. Also Silvanas ist klar, was sie macht. Silvanas will Eje versklaven, damit Silvanas unendlich viele Walküren erzeugen kann. Was Helia von dem Ganzen hat in diesem Punkt, ist unklar. Wissen erfahren wir an dieser Stelle auch nicht. Aber irgendwas scheint Silvanas Helia versprochen zu haben. Aber Silvanas ist ja mittlerweile sowieso. Irgendwie weiß sie ganz schön viel darüber, was es für Ebenen des Todes und so weiter gibt. Allein, dass sie von Helheim wüsste und dass sie da hin kann und so weiter und so fort, zeigt, Silvanas weiß schon eine ganze Menge über das Reich der Toten. Und sie weiß auch von den Vrykul und wo es mehr gibt und so weiter und so fort. Wir gucken uns jetzt mal an, wie Silvanas Versuch, Helia zu versklaven, endet. Oh, tückische Banshee! Ihr wisst nicht, mit welcher Macht ihr spielt! Beugt euch! Die Walkür sind mein! Silvanas! Euer Streben nach Unsterblichkeit hat euch verwundbar gemacht. Jetzt spürt ihr meine Rafe! Für Varja! Für Geneas! Für meinen Sohn! Ich habe euch wohl überschätzt, alter Wolf. Ihr nahmt meinen Sohn seine Zukunft. Und jetzt habe ich eure genommen. Amen. Ja. Der gute Genn, der rächt sich jetzt auch ordentlich für seinen Sohn und Geneas und so Co. Indem er die Laterne zerbricht. Das war auch wieder so ein Moment, wo man Silvanas Selbstverliebtheit so ein bisschen betrachten konnte. Ja, wie sie sich triumphierend dann noch so spöttisch den Gennen am Boden sieht und so sagt, der alte Wolf und so weiter. Nichts ahnend, dass Geneas irgendwie geschafft hat in diesem Fight die Laterne hier zu entreißen und als Silvanas das realisiert, war es dann schon zu spät und Gene zerreißt, nicht zerreißt, Gene zerbricht wohl die Laterne. Geneas wird verwundet mit dem Giftfall und das ist wohl auch ein Wunder, der er ziemlich zu knabbern hat. Vielleicht sogar noch bis heute, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, sowohl Silvanas entkommt, wahrscheinlich hat sich einfach in eine Banshee verwandelt oder was auch immer und es ist weggelaufen oder was auch immer. Dadurch, dass Elie gerade befreit ist, schafft es wahrscheinlich wohl auch Genn zu entkommen, weil Elie wird sicherlich sehr dankbar gegenüber Silvanas, gegenüber Genn sein, dass Silvanas Handeln verhindert wurde. Alle überleben. Silvanas planen, die Vrykul, ne, die Walkür auf ihre Seite zu bringen, indem sie Elie versklavt, schlägt, fehl. Weiter geht's. Ganz viele Sachen passieren. Die Legion wird besiegt. Triumph über die Legion. Wie gesagt, es gibt die ganzen Ohrenzahlen. Alle Ohrenzahlen werden mega krass und so weiter und so fort. Es gibt diese Säulen der Schöpfung, Artefakte von Titanen und Titanenwächtern, er es schafft, um sonst was mit Azeroth zu machen. Illidan wird kurzerhand zum auserwählten Messias ernannt. Alle ziehen los, machen super die krassen Sachen. Dann ist man irgendwie auf einem Raumschiff, das glaubt man von der Legion. Mit dem Raumschiff reist man irgendwie nach Argus und auf dem Weg dahin ist man auf dem Raumschiff im Neta, weil man ist mal irgendwie so im Hyperraum und dann kämpft man gegen Kilieden und deswegen stirbt Kilied jetzt endgültig, wahrscheinlich. Dann gibt's die Armee des Lichts. Holla, die Waldfee, wo kommt jetzt die Armee des Lichts her? Alle rasten aus. Also es eskaliert vollkommen. Bei Legion passiert so viel wie lange nicht in der Lore. Wir konzentrieren uns aber mal auf die Dinge, die wirklich relevant sind. Trotzdem erwähne ich kurz mal hier die Armee des Lichts, denn die Armee des Lichts ist durchaus interessant, denn die Armee des Lichts, dort drin ist nämlich unter anderem Thoralion und Alleria. Thoralion ist einer der ersten Paladine. Kämpft ja immer gegen die Untoten. Paladine, wichtig, toll, super. Alleria ist die Schwester von Sylvanas. Die Armee des Lichts, die gibt es nach den ersten Kriegen. Jetzt bin ich sehr durcheinander. Ich glaube, zwischen dem ersten und zweiten Krieg entsteht die oder entsteht die nach dem zweiten? Eins von beiden. Auf jeden Fall wird dieses Portal von Khadgar geschlossen. Also das dunkle Portal wird geschlossen von Khadgar mit so heiligen Artefakten, dies, das. Und Krieger der Allianz, die auf Drenno verblieben sind, um letztendlich eben das Portal zu schließen, und die letzten Orks zu besiegen, die verbleiben auf Drenno. Dann kommen die Naru, Naru sehen Allianzkriege auf Drenno und sagen, ihr werdet hier für super krass befunden, ihr kommt zur Armee des Lichts. Das zeigt, dass die Armee des Lichts, also dass die Naru überhaupt erstmal irgendwie auch im Kosmos eine Armee aufgebaut haben, genauso wie die brennende Legion eine Armee aufgebaut hat, haben auch die Naru jetzt eine Armee aufgebaut. Und diese Armee heißt Armee des Lichts. Und die haben wir auch ganz am Anfang gesehen. Sera, einer der Naru, hat ja zum Beispiel versucht, Illidan, der ja der Auserwählte ist, zu dieser Armee des Lichts zu konvertieren. Interessanterweise wurde Toralion von der Armee des Lichts konvertiert, Alleria aber nicht. Alleria ist irgendwie mit dem Licht ein Deal eingegangen und mit dem Leere. Und die ist jetzt irgendwie so ein Zwischending, und sie wird dann zu einer leeren Elfe. Das erfahren wir eigentlich auch so richtig erst bei BFA. Wobei es gibt auch schon in, es gibt sowohl während Legion als auch durch das Hörbuch, ich habe gerade den Namen vergessen, 1000 Jahre Krieg heißt das, glaube ich, erfahren wir auch mehrere Hintergrundgeschichten bezüglich Alleria. Die bekommt nämlich so einen Mentor, der irgendwie es gelernt hat, den Einflüsterungen der Lehre zu widerstehen und all solche Geschichten. Was interessant ist in diesen Zusammenhängen, sind ein paar Dinge. Und zwar, diese Armee des Lichts, die in der Interesse des Lichtes und der Nauru kämpfen und der heiligen Magie und so weiter und so fort. In dessen Ränge unter anderem Toralion und irgendwie auch Alleria so halb mitkämpfen. Diese Armee des Lichts kämpft tausende Jahre mit Toralion gegen die brennende Legion. Währenddessen vergehen auf Azeroth zehn Jahre oder so oder zwanzig oder wie viel auch immer. Auf jeden Fall deutlich weniger als tausende Jahre. Das zeigt wieder dieses mit den Zeitreisegedöns oder nicht Zeitreisegedöns, sondern das ist ein spezieller Aspekt, nämlich Zeit ist relativ. In bestimmten Dimensionen und so weiter und so fort vergeht die Zeit anders als in anderen, nämlich im Neta. Genau. Die Armee des Lichts greift natürlich sehr oft im Neta an und im Neta vergeht die Zeit anders als sonst so. Beziehungsweise im Neta ist die Zeit irgendwie bedeutungslos oder sie ist verworren oder was auch immer. Deswegen ist das überhaupt möglich. Außerdem sehr, 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 sehr interessante Randnotiz. Auf dem Raumschiff, mit dem wir auch selbst als sterbliche Champions und so weiter dann nach Argus reisen, um die brennende Legion zu besiegen, auf diesem Raumschiff, auf der, ich glaube Windika hieß das Raumschiff, dort treffen wir einen Nasrezim namens Thoraxion oder so ähnlich. Und dieser Nasrezim auf jeden Fall, der ist nicht, wie die anderen Nasrezimen, Lothraxion, so heißt er, genau. Lothraxion. Der ist jetzt kein von der Fellmagie durchdrungener Nasrezim, sondern das ist ein lichtgeschmiedeter Nasrezim, der ist vom Licht erfüllt. Das heißt, die Nasrezimen sind nicht zwangsläufig Diener der Legion, sondern es gibt offensichtlich auch lichtgeschmiedete Nasrezimen. Außerdem gibt es lichtgeschmiedete Untote, da kommen wir auch noch zu. Da passiert nämlich in Ordenshalle der Priester irgendwas ganz schön Interessantes. Naja, auf jeden Fall, Argus, alles geht ab. Legion wird besiegt und Kyien stirbt und damit nicht genug. Sagaras wird gefangen genommen. Also, Sagaras kreuzt auf. Sagaras will Arzort vernichten, weil Sagaras will Weltenseen vernichten. Sagaras holt aus. Die Titanen wurden mehr oder weniger wiedererweckt, denn die Titanen waren mittlerweile übrigens alle tot. Sagaras hat alle Titanen niedergeschlachtet, haben wir gar nicht behandelt. Hat er gemacht. Wurden wiedererweckt, zumindest ihre Avatare. Mit der Macht aller Avatare, mit der Macht aller Ordensheil, mit der Armee des Lichts, mit Inidan, alle Kräfte vereint. Wir bauen einen Superlaser und töten nicht Sagaras, sondern der Superlaser ist gar kein Superlaser, sondern ein Ghostbuster, Superbeam, um Sagaras gefangen zu nehmen. Gucken wir uns das mal an. Ihr habt tapfer gekämpft, Sterbliche. Es ist Zeit. Wir müssen unsere Kräfte sammeln. Geert heim, Kinder von Azeroth. Illidan, unser Beitrag ist getan. Jede Wahl, jedes Opfer hat mich zu diesem Moment geführt, um mich ihm einmal mehr zu stellen. Ihr kehrt nicht mit uns zurück. Der Jäger ist nichts ohne die Beute. Habt ihr mein Schicksal nicht gesehen, Prophet? Schicksal. Unser Überleben hing nie vom Schicksal ab. Das Licht sei mit euch, Illidan Sturmgericht. Mut, euer Kreuz zu wird. Jetzt enden! rum, du, bis zum nächsten Mal. ляk. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Seine letzte Tat ist, sein supergroßes Schwert in Azorot reinzurahmen. Sagaras hat das aber nicht einfach irgendwo in Azorot reingerahmt, sondern ein Gebiet, was niemanden interessiert, nämlich Silithus. Oder auch doch, denn Silithus, was ist Silithus jetzt für ein Gebiet? Unter Silithus ist Ankirai. Und Ankirai ist das Gebiet, wo Cetun gefangen genommen worden ist. Wie auch immer. Den wir ja in Classic besiegt haben. Uns haben wir das geglaubt. Und möglicherweise hat Sagaras nicht ohne Grund nach Silithus sein Schwert reingerahmt, sondern seine letzte Tat war, okay, wir erinnern uns, Sagaras wollte Weltenseelen vernichten oder überhaupt das gesamte Universum vernichten, damit keine Weltenseele der Leere einheimfällt. Wie versucht die Leere, Weltenseelen einheimfallen zu lassen oder zu korrumpieren, indem sie die alten Götter auf diese Planeten mit den Weltenseelen schickt. Also war es die letzte Tat von Sagaras vielleicht, Cetun nochmal so richtig tot zu machen. Also so, dass man vielleicht sicher sein kann, wenn ich jetzt mein großes Schwert in den Reinropfe, dann wird Cetun bestimmt tot, tot, tot sein. Wenigstens einen alten Gott noch mit dem letzten Schlag töten. So vielleicht war es sein Gedanke. Er hatte auch noch gehofft, wirklich Azor komplett zu vernichten, aber davon hat die Kraft nicht mehr ausgereicht. Während er reinsteckte, wurde er quasi zurückgezogen und dann war es vorbei. Es passieren noch ein paar andere Dinge und zwar Illidan bleibt zurück auf diesem Pantheon-Gefängnis mit Sagaras und dem Rest der Titan. Und der Rest haut ab, wählen wieder zurück auf die Vinica und tschüss. Und Illidan, seine Mission oder sein Auftrag ist es jetzt, dieses Gefängnis zu bewachen. Für alle Ewigkeit. Denn es könnte ja sein, dass irgendjemand mal auf die dumme Idee kommt, da hinzukommen und Sagaras zu befreien. Und der Einzige, der dieses Gefängnis bewacht, ist Illidan. Und wir alle wissen, wie unbestechlich Illidan ist. Ob das gut gehen wird? Naja. Ja, jedenfalls, damit wir immer daran erinnert werden, dass das eine richtig dumme Idee war, Illidan alleine mit Sagaras alleine zu lassen, klafft bis heute in vielen Gebieten in World of Warcraft am Himmel, wenn ihr mal darauf achtet, wie gesagt, es ist nur in vielen Gebieten, nicht in allen, klafft am Himmel so ein roter Punkt, so ein roter Stern, das sieht man auch in den Cinematic ganz kurz, wo sich so Argus zu so einem roten Punkt zusammenzieht. Und dieser rote Punkt soll die Spieler daran mahnen, dass nur Illidan dort oben auf Sagaras aufpasst. Wir dürfen das nicht vergessen. Okay. Es passiert aber noch ein bisschen anderes Zeug. Und zwar in dem letzten Kampf, wo man gegen Argus kämpft, was ein bisschen seltsam ist, aber gut. Man kämpft gegen Argus, also der Weltenseele des Planeten, auf dem dieses Pantheon mit Illidan sich jetzt quasi befindet. In diesem Kampf passiert etwas sehr Besonderes, wenn man Priester spielt, wenn man Schattenpriester spielt und zufälligerweise Salatas dabei hat. Salatas ist die Artefaktwaffe der Schattenpriester in Legion. Und wenn man Salatas dabei hat und Argus besiegt und Sagaras Feld und so weiter, dann sagt Salatas Folgendes. Weil Salatas ist ein Dolch, eine Klinge aus dem Schwarzen Imperium, aus der Zeit, wo die alten Götter auf Azoroth regiert haben. Und diese Klinge hat irgendwie ein Eigenleben. Und wenn man Schattenpriester spielt, dann redet diese Klinge immer mit einem. Die flüstert die ganze Zeit dem Spieler so Sachen zu. Manchmal sagt sie die Wahrheit, manchmal nicht. Und als das alles passiert und die das beobachtet, weil die Klinge hat Augen. Die Klinge sieht die ganze Zeit, im Schattenpriester spielt sie alles, was da passiert. Und die Klinge, die der Lehre dient, die Klinge sagt dann zu dem Priester Folgendes. Hör mal, du weißt schon, dass ich das alles gesehen habe und dass ich der Lehre diene. Glaubst du wirklich, dass du schlau bist, wenn du mir das zeigst? Dann nur mal kurz erinnern, ja? Nee, das war vielleicht nicht die schlauste Idee der Schattenpriester. Aber gut. Also mindestens die Lehre und diese Klinge weiß ganz genau, wo Sagra steckt und was Illidan und so weiter und so fort und so fort damit zu tun hat. Schwierig, schwierig, schwierig. Dann die Windika, ihr seht, wie Raumschiff Enterprise fliegt sie durchs Bild, wunderbar. Wenn man auf der Windika ist und so ein bisschen nach draußen blickt, in die Sterne und sich so ein bisschen die Planeten anguckt, dann sieht man, dass die meisten, um nicht zu sagen alle, die meisten, um nicht zu sagen alle, Planeten korrumpiert sind. Alle Planeten, die man da sieht, sind der Lehre einheimgefallen. Mit anderen Worten, auch wenn wir die ganze Zeit glauben, das Richtige zu tun, könnte es sein, dass Sagra das Recht hat. Die Lehre wird langsam ganz schön mächtig und wir bekämpfen irgendwie die brennende Legion, was eigentlich der krasseste Gegner der Lehre bisher war. Und die besiegen wir jetzt einfach mal und jetzt fehlt der krasseste Gegner der Lehre. Ist das so eine gute Idee? Nummer zwei. Eieiei, gut, jetzt rammt also Sagra sein Schwert nach Azeroth. Die Lehre ist außer Rand und Wand und das alles vergessen wir mal. Weil wir sind dumme Sterbliche und wir machen so unser Ding. Und die drei Schwestern, also Verisa, Alleria und Sylvanas treffen sich jetzt gegen Ende von Legion. Das Ganze wird in einem Comic erklärt. Dieser Comic heißt die drei Schwestern. Und in diesem Treffen stellen wir etwas fest. Und zwar Alleria, die ja mit der Lehre so ein bisschen am Rummachen ist. Die versucht, die Mächte der Lehre zu kontrollieren. Alleria Windläufer bekommt eine Einflüsterung von der Lehre, als Alleria Sylvanas erblickt. Und diese Einflüsterung habe ich hier mal direkt aus dem Comic gezogen. Und zwar sagt die Lehre folgendes zu Alleria. Alleria, diese ist gefährlich. Sie ist eine Bedrohung und muss vernichtet werden. Hütet euch vor ihr. Sie trachtet nach dem Tod aller Dinge, aller Möglichkeiten. Setzt der Bedrohung ein Ende. Tötet sie, tötet sie. Rettet euch und tötet sie. Rettet die Welt und tötet sie. Was für eine Kreatur ist aus ihr geworden, sagt Alleria. Es ist nichts. Deine Hand ist kalt. Das ist alles. In diesem Moment ist diese Lehre, die Alleria glaubt, mittlerweile zu beherrschen und zu kontrollieren zu können und die Einflüsterung zu verstehen, geradezu panisch. Einflüsterung dieser Art hat Alleria wahrscheinlich noch nie erfahren. Die Lehre hat richtig Angst vor Sylvanas. Die Lehre spürt, dass hinter Sylvanas eine Macht steckt, die gefährlich ist für die Lehre. Normalerweise könnte man in diesen Momenten glauben, die Lehre ist relativ happy, Sageras ist besiegt, sie korruptiert einen Planeten nach dem anderen, eigentlich läuft alles gut für die Lehre. Aber als sie Sylvanas erblickt, bekommt die Lehre das Fürchten. In diesem Treffen dieser drei Schwestern, also schon Verisa, Alleria und Sylvanas passiert noch etwas anderes. Und zwar spielen die drei Schwestern ein Spiel. Ein Spiel, was sie noch gespielt haben, als die drei Kinder waren. Und noch unbehelligt von all diesen Geschehnissen, die noch auf sie warten, passiert sind, als Aleria noch nicht irgendwie sich mit der Lehre eingelassen hat. Als Sylvanas sich mit dem Tod eingelassen hat und Verisa noch nicht mit Drohnen rumgemacht hat. Naja, es ist halt irgendwie nicht so eine aufregende Geschichte wie die anderen beiden, aber naja. Also, als die drei noch Kinder waren, haben sie die Geschichte gespielt, nein, nicht das Spiel gespielt, zwei Wahrheiten, eine Lüge. Also man erzählt sich drei Geschichten und zwei sollen wahr sein und eines soll eine Lüge sein. Und als Sylvanas, Sylvanas spielt mit und Sylvanas offeriert drei Geschichten. Zwei sollen wahr sein, eine soll eine Lüge sein. Es könnte natürlich sein, dass Sylvanas einfach das Spiel nicht ehrlich spielt und alles Lügen sind oder alles Wahrheiten oder was auch immer. Aber nur mal für Spaß. Nehmen wir mal an, Sylvanas hat das Spiel ehrlich gespielt und hat tatsächlich zwei Wahrheiten und eine Lüge erzählt. Sie hat folgende Lügen erzählt oder Wahrheiten. Die erste Geschichte ist, sie, also Sylvanas, wünscht sich manchmal noch lebendig zu sein. Das könnte sein, weil, wie gesagt, als damals Sylvanas diesen, als Arthas Sylvanas zu Untoten erweckt hat, war Sylvanas überhaupt nicht happy mit ihrer Existenz als Untote. Und natürlich, es könnte tatsächlich sein, dass sie sich noch wünscht, manchmal lebendig zu sein. Auf der anderen Seite, seitdem sie sich von Eiskrone gestürzt hat, hat sie eigentlich, zumindest war das unsere Wahrnehmung bis zu diesem Zeitpunkt, ihre Existenz als Untote wahrgenommen. Und, nicht nur das, es deutet viel darauf hin, gerade mit den Walküren, dass sie auf jeden Fall verhindern will, zu sterben. Sie klammert sich so ein bisschen an ihre Existenz als Untote mittlerweile und hat mittlerweile vielleicht auch erfahren, gut, als Sterbliche, wenn sie als Sterbliche sterben würde, würde sie vielleicht wieder dahin kommen, in diesen Schlund, wo sie schon mal war. Und das war alles ganz furchtbar. Also es könnte sowohl eine Wahrheit als auch eine Lüge sein. Schwierig zu sagen, aus meiner Sicht. Es spricht für beides etwas. Die nächste Geschichte ist, sie sei stolz, Kriegshäublein zu sein. Ist das eine Wahrheit oder eine Lüge? Aus meiner Sicht ist das am ehesten eine Lüge. Denn ihr ist eigentlich egal, was mit der Horde passiert. Sie interessiert sich nur für sich und die Verlassenen und das war's. Es könnte trotzdem sein, dass sie das als Wahrheit meint, weil man denken könnte, naja, die Horde ist ihr zwar egal, aber Kriegshäublein zeigt ihr vielleicht, sie hat's geschafft, so als sie ist halt jetzt Kriegshäublein, sie ist halt mächtig, sie befehligt über sehr viele und so weiter und so fort. Vielleicht erfüllt sie das schon irgendwie mit Stolz. Ja, könnte sein. Aber sie, trotzdem bedeutet ihr der Titel an und für sich wahrscheinlich nicht so viel. Also auch hier spricht einiges für Wahrheit, meiner Sicht aber mehr für Lüge. Das Dritte, was sie sagt, sie würde nie ihre Schwestern hintergehen. Auch da, man kann sich nicht so richtig sicher sein, denn bei diesem Treffen dieser drei Schwestern sind dunkle Waldläufer in Stellung. Silvanas hat geplant, eigentlich ihre Schwestern bei diesem Treffen wahrscheinlich zu ermorden und zu Untoten zu erwecken oder einfach nur so zu ermorden. Und auch damals, als Silvanas mit Verisa einen gemeinsamen Plan geschmiedet hat, um Garrosh zu vergiften, hat sich Silvanas auf übelste, auf übelste Hintergangen gefühlt von Verisa. Nichtsdestotrotz, nach diesem Treffen sagt Silvanas zu ihren Gefolgsleuten, nein, also Silvanas gebietet Einhalt. Also Silvanas sagt, tut ihnen nichts, lasst sie gehen. Und da könnten jetzt mehrere Dinge hinter stecken. Also entweder waren diese ganzen Gefolgsleute von Silvanas nur da, um sicherzustellen, dass Silvanas nichts passiert. Also um auf Silvanas aufzupassen, eine Option. Und sie hatte wirklich nie in der Absicht, ihre Schwestern zu töten. Oder sie hat Gewissensbisse bekommen. Also Silvanas, es könnte sein, Silvanas besitzt noch ein Gewissen und sie liebt ihre Schwestern wirklich. Sie hatte zwar erst beabsichtigt, sie zu töten, aber während des Treffens hat sie es gemerkt. Das ist der eine Schritt, der eine letzte verbleibende Schritt in Menschlichkeit oder das eine letzte verbleibende Gute in mir. Der letzte Schritt, den ich nicht gehen kann. Sozusagen, was weiß auch ich, das letzte Stück Gute in Silvanas ist da durchgekommen, als es dann hart auf hart ging. Oder, noch eine Möglichkeit, Silvanas hat dieses Spiel gespielt und sie sagt weder zwei Wahrheiten noch eine Lüge. Sie sagt überhaupt keine Wahrheiten und Lügen. Alles, was sie tut in diesem Moment, ist, ihre Schwestern zu manipulieren. Denn dadurch, dass sie ihnen erzählt, sie würde ihren Schwestern nichts tun in diesem Moment und die Schwestern auch gehen lässt, denken die Schwestern vielleicht auch darüber nach, ob eines der anderen beiden auch wahr sein könnte. Das heißt, all das ist nur eine Manipulation von Silvanas. Auch das könnte sein. Letztendlich, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall interessant, wenn Silvanas das Spiel ehrlich gespielt hat, würde ich am ehesten vermuten, wie gesagt, sie sei stolz, der Kriegshäublein zu sein, ist eine Lüge und die anderen beiden Geschichten sind wahr. Irgendwie denkt sie manchmal, sie wäre wirklich noch manchmal lebendig, aber mittlerweile gibt es halt keinen Weg mehr zurück. Mittlerweile gibt es halt keinen Weg mehr zurück. Und ja, sie liebt ihre Schwestern auch noch und sie würde ihnen vielleicht auch niemals etwas tun, zumindest glaubt sie das. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Während Legion passiert noch etwas anderes Interessantes und zwar Kalia Menithil. Wer ist jetzt Kalia Menithil? Kalia Menithil ist die Schwester von Arthas. Und nachdem Arthas tot ist und König Terrenas, ist sie natürlich die rechtmäßige Erbin des Königreichs von Lordaeron. Wenn wir noch die gesamten politischen Verhältnisse der Allianz mal akzeptieren und glauben, die gelten alle noch, dann wäre sie eigentlich die Herrscherin von Lordaeron. Übrigens ist sie noch mehr. Die ist nicht nur die Schwester von Arthas und Tochter von Terrenas und rechtmäßige Erbin von Lordaeron. Sie ist auch die Mutter von Telia Bolva. Und Telia Bolva ist nicht nur die Tochter von Kalia Menithil, sondern von... Korrekt. Von Bolva, unserem Lichtkönig. So, dieser Charakter, Mutter von Telia, rechtmäßige Erbin und Schwester von Arthas, taucht auf einmal wieder auf. Die war irgendwie verschollen die letzten Jahre. Taucht auf einmal auf und zwar in der Ohrenzahle der Priester. Plötzlich steht die da, ich sag mal 99% aller Priester, wenn nicht mehr, haben das nie gemerkt. Und da dachten sich so, wer ist denn Kalia Menithil? Keine Ahnung, ich geh mal weiter. Aber interessant. Und Kalia Menithil ist auf einmal wieder da. Offensichtlich wohl von Alonsos faul beschützt. Einer der mächtigsten Priester überhaupt. Darum hat er das alles, deswegen hat Kalia irgendwie das überstanden und auch nicht. Auf jeden Fall gab es jetzt nach Legion, vor Battle for Azeroth, eine Korrespondenz zwischen Anduin und Sylvanas. Also die beiden haben sich Briefe geschrieben. Das waren aber keine Liebesbriefe, sondern die kamen auf eine Idee. Anduin und Sylvanas kamen auf die Idee, passt mal auf, Früher, also Anduin, früher haben wir euch Untote von uns gewiesen, die Verlassenen. Und das war nicht ganz richtig von uns. Ihr seid eigentlich, wart ihr mal welche von uns. Und eigentlich würden wir euch gerne mal wiedersehen. Und Sylvanas denkt sich so, das soll ich machen. Und dann berät sie sich auch mit Nathanaus und mit den anderen. Und die kommen so ein bisschen auf die Idee, ja, vielleicht ist das eine gute Idee. Vielleicht, für die Verlassenen könnte das so ausgehen, die sehen ihre Lebenden wieder. Und dann kriegen die wieder neue Moral und alles wird vielleicht wieder ein bisschen besser. Und das Leben ist nicht ganz so trist und traurig. Okay, okay, die beiden, also Anduin und Sylvanas, vereinbaren ein Treffen. Anduin soll kommen, Sylvanas soll kommen und ein Haufen Verlassene und ein Haufen Menschen soll kommen. Und alle treffen sich wieder, großes Wiedersehen der Familie und so weiter und so fort. Unter anderem kommt auch Kaya Menethil. So, es gibt dieses Treffen. Sylvanas betritt den Raum, sieht Kaya Menethil. Und Sylvanas rastet aus. Die verliert völlig die Beherrschung. Vielleicht hat Sylvanas für eine gute Idee gehalten, vielleicht auch nicht. Sylvanas mäht alles nieder. Die tötet einfach jeden, der da irgendwie in die Quere kommt. Unter anderem auch Kaya Menethil, weil sie eben Kaya Menethil erblickt. Warum? Weil Kaya Menethil als rechtmäßige Erbin von Lordaeron beansprucht natürlich, selbst wenn sie es nicht sagt, allein ihre Anwesenheit bezweckt diesen Anspruch. macht natürlich den Anspruch geltend, dass Lordaeron, sprich Unterstaat, Anders City, wie auch immer, ihr zusteht und nicht Sylvanas. Und noch mehr. Dieses Wiedersehen lässt irgendwie jetzt zu, eventuell, dass Menschen demnächst wieder durch Anders City laufen. Und das realisiert Sylvanas in diesem Moment. Und sie wird zu Banshee und mäht alles nieder. Okay, Kaya ist tot, Anduin verspätet sich, hat irgendwie sein Schiff oder sein Zeppelin nicht bekommen oder keine Ahnung, trifft auf jeden Fall wesentlich später ein, sieht, alle sind tot, also alle sind weg und diejenigen, die noch da sind, sind Leichen. Anduin ist natürlich ein bisschen sad, Treffen ist offensichtlich nicht gut verlaufen. Anduin nimmt den Leichnam von Kaya Menethil, schleppt den in die Ohrenzahlle der Priester. Und dort wird von Sarah, ein Naru, wird Kaya wieder erweckt von den Toten. Zu was eigentlich? Das ist so ein bisschen komisch, denn das hat das Licht bisher noch nicht gemacht, zumindest nicht, dass wir wussten. Sie ist jetzt eine Untote, aber von dem Licht erweckt, nicht von der Magie des Todes. Sie ist sowas wie eine lichtgeschmiedete Untote oder irgendwie sowas. Und das Ganze wird auch kommentiert, ich glaube von Ilgenov, man könnte auch sagen von Enzov, was ja irgendwie das Gleiche ist, und von der Lehre. Enzov, Ilgenov, beziehungsweise die Lehre, sagt zu diesem ganzen Gedöns nämlich Folgendes. Das Licht, was ja der Erzfeind der Lehre ist, das Licht ist einem, wie haben sie es formuliert, ist einem Pakt oder irgendwie so, ist einem Pakt oder einem Bündnis mit dem Feind aller Dinge eingegangen. Und das ist ein sehr interessanter Satz oder eine sehr interessante Einflüsterung, weil der Feind aller Dinge und hier spricht Ilgenov, Enzov, die Lehre über das Licht direkt als kosmische Macht und über den Tod als kosmische Macht. Und hier wird der Tod als etwas anderes bezeichnet, nicht einfach als Tod, sondern als der Feind aller Dinge. Das heißt, der Tod ist nicht nur der Feind des Lebens, so wie wir es in der ursprünglichen Kosmologie aus der Perspektive der Titanen erlebt haben. Aus Perspektive der Titanen war es so, der Tod steht dem Leben gegenüber, die Finsternis steht dem Licht gegenüber, die Ordnung steht der Unordnung gegenüber. Wenn wir diese Einflüsterung für voll nehmen, steht der Tod nicht dem Leben gegenüber, sondern wenn wir diese Einflüsterung für voll nehmen, steht der Tod allen Dingen gegenüber. Allen Mächten. Es könnte man sein, das ist sehr weit interpretiert, aber es gibt noch eine weitere Einflüsterung, ich glaube auch von Ilgenov, die lautet, am Tisch sechs Mäuler, die sich nähren werden. Sechs Mäuler, die sich nähren werden. Welche Mäuler sind gemeint? Das ist eine bildliche Sprache, nämlich von den sechs kosmischen Mächten. Und an welchen Tisch nähren sie sich? An dem Tisch der Realität. Jedes Maul, das Licht versucht, die Realität zu verschlingen. Das Licht versucht, die Realität zu vereinnahmen. Ja, auch die Leere versucht das natürlich. Auch das Leben, auch die Unordnung. Jeder versucht es. Jeder dieser sechs kosmischen Mächte. Aber Ilgenov flüstert weiter. Nicht nur sechs Mäuler versuchen, die Realität zu verschlingen. Oder sich davon zu nähren. Danke für die fünf Satz übrigens an Domi Gonzalez. Sondern ein Maul, der sechs Mäuler, wird alle anderen, nicht nur die Realität, wird alle anderen Mäuler verschlingen. Der Feind aller Dinge. Und möglicherweise hat nicht nur die Lehre diese Einsicht gehabt, dass der Tod alles verschlingen wird, sondern auch das Licht. Und statt, dass sich das Licht nun gegen den Tod wendet, geht das Licht ein Bündnis mit dem Feind aller Dinge ein. Und schafft das erste Zwischenwesen zwischen Tod und Licht. Nämlich Kalja Menethil. Und bevor wir mit dem vierten Krieg weitermachen, machen wir glaube ich wieder eine kleine Pause. Nochmal, jeder kann pinkeln gehen, sich was zu essen holen oder so weiter. Und wir kommen dann zum vierten Krieg. So, warte. Pause. Hier ist er. Das ist ab jetzt mein Name. 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 Eisenbahnhof. 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 Wir wissen mich, das ist ab jetzt mein Name. Sehr gut. Das ist ab jetzt mein Name. Das ist ab jetzt mein Name. Der Party-Jungel ist for real Piper, Piper Wie gut, Piper, Piper Wie gut, Piper, Piper Ich spüre den Fisch Rekord Bondra, Lelulala Bondra, Bondra, hier ist alles wunderbar Komm mit uns ins Bondra, super duper Land Wohohohoho, wohohohohohoho Bondra, Bondra, Lelulala Ihr habt recht, ich brauche einen guten Soundtrack Einer der mich motiviert So bin ich Oh, wie der Soundtrack ballert Ah Uh Das ist ja nur Physik Ah, Physik, das war noch einfach Okay, so viel Spaß hatte ich nicht mehr seit letzte Woche Ah, nicht so wie die Walkelfloor Wie mich das freut Ich hatte schon Angst, dass das Spiel gleich vorbei ist Und dann hätten wir keinen Spaß mehr mit dem Spiel So Da sind wir wieder Also wir erinnern uns Gegen Ende von Legion Wollten wir Sagaras gefangen nehmen Da haben wir Sagaras gefangen genommen Und in diesen letzten Zügen Hat Sagaras oder seine letzte Tat oder wie auch immer War es ein riesiges Schwert in Silithus rein zu rammen Und das Ramp ist jetzt da drin Und das Problem ist Das hatten wir schon damals Als Wir spulen ganz weit zurück Als Amantul Yasharas aus Azeroth rausgerissen hat Das war keine gute Idee Denn da fing Azeroth an zu bluten Und so ein riesen Schwert in Azeroth Da passiert leider etwas ähnliches Und Azeroth bekommt das nicht sonderlich gut Wir gucken uns Video 16 an Auf geht's Kriegshäuptling Erlaubt mir das Wort zu ergreifen Mit Herzen voller Trauer und Stolz Versammeln wir uns heute hier Trauer Denn viele mutige Helden der Horde Fielen gegen einen schrecklichen Feind Und Stolz Denn allem zum Trotz Jetzt haben wir die Legion bezwungen Wir haben geblutet Jetzt heilen wir Wir haben getrauert Jetzt feiern wir Für die Horde Für die Horde Kriegshäuptling Habt ihr einen Moment? Sicher will Gallywix Werbung für neue Goldschäffelein machen Ratten riechen jedes Geschäft Und werden gefressen Wenn sie nicht aufpassen Was hat die Ratte denn vor? Er schickt mehr und mehr Goblins nach Silytus Nichts Gutes kam jemals aus Silytus Das wird alles verändern Hehehehe Ich sag's ja Und die Allianz ist völlig ahnungslos Ach macht euch kein Kopf Meine Leute sind dran Gallywix macht das, was ein Goblin tun muss Er wittert ein riesen Geschäft Und deswegen schickt er da seine Leute hin Und die fangen an das Zeug abzubauen Was soll schon passieren? Und man merkt irgendwie Silvanas guckt in diesen Stab Der von diesem Arzerit Zeug erfüllt ist Also von diesem Blut von Arzeroth Und merkt sofort Hier ist was mächtiges am Werk Das sollten wir kontrollieren Das sollten wir an uns bringen Das ist strategisch gut Sauerfang vermutet schon Ach du Scheiße, das ist doch keine gute Idee Er weiß nicht wirklich was Gallywix erzählt hat Als er allein schon Silytus gehört hat Er hat schon keinen Bock mehr gehabt Er war so ein bisschen noch Sauerfangsrolle in diesem Addon Er hat immer keinen Bock Und Dann haben wir noch gesehen Ganz am Ende vielleicht Da ist so ein So ein Typ mit so einem krassen Vogel gewesen Oder eine Typin Das waren wahrscheinlich Agenten des SI7 Das heißt die haben das mitbekommen Die Allianz hat einen Geheimdienst Und die haben das mitbekommen Und deswegen war es auch die Allianz Auf was hier abgeht Alles klar Weiter geht's Die bauen jetzt also dieses Zeug ab Und wollen uns in eine Kontrolle kriegen Nun Silvanas denkt sich so Okay, Legionen besiegt Jetzt Wird es Zeit Meinen Plan umzusetzen Silvanas verbrennt Teldrassil Auf geht's Auf geht's Auf geht's Sichert den Strand Bereit machen zur Invasion des Baums Warum Warum Ihr habt doch schon gewonnen Im Baum sind nur Unschuldige Das ist Krieg Nein Das Ist Hass Zorn Windläufer Ihr wart eine Verteidigerin eures Volkes Erinnert ihr euch nicht? Ich erinnere mich an Eine Nerin Nehmt sie! Lauft! Untertitelung des ZDF, 2020 DER DICHT Leben ist Schmerz. Hoffnung stirbt. Jetzt versteht ihr. Oh, weint nicht. Ihr werdet bald bei euren Lieben sein. Ich weine um euch. Ihr habt euch das Leben zum Feind gemacht. Und diesen Krieg gewinnt ihr nie. Ihr könnt uns töten, aber nicht die Hoffnung. Ach nein. Verbrennt ihn. Verbrennt ihn! Verbrennt ihn. 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 andere Ziele. Aber das war wahrscheinlich gar nicht intended, dass Sylvanas Teldrassi verbrennt. Ein bisschen merkt man es auch. Denn Sylvanas hat sich zusammen mit Sauerfängen und so weiter was Kompliziertes überlegt. Und zwar die wollten Teldrassi belagern und erobern nach Legion, also nach diesen ganzen Ereignissen und dann die Allianz dazu bringen. Das ist ein bisschen komplizierter. Also die Allianz hat das Problem, dass sie manchmal sich nicht so richtig um ihre Mitglieder kümmert. Ein gutes Beispiel ist dafür Geneas. So richtig wurde Geneas bis heute nicht zurückerobert. Und die Idee, die Sylvanas hatte, komm, wir erobern einfach mal Teldrassi und sehen damit weiteren Zwist innerhalb der Allianz. Weil die Allianz wird es nicht packen, Teldrassi wieder zurückzuerobern von uns, weil die Allianzreihen sind auch stark dezimiert und das wird schon alles nicht so funktionieren. Und Sauerfängen fand das da nicht so nice, aber er war jetzt auch nicht komplett dagegen, kann man schon machen, alles klar. Also ziehen Sylvanas und Sauerfängen und Co. los und gehen zur Dunkelküste und mit dem Ziel, das alles einzunehmen und schön und gut. Dann ist aber so, dann sind ein paar Dinge passiert. Und zwar Malfurion fand das natürlich nicht so cool, was Sylvanas davor hat. Und dann kämpfen die alle so miteinander und letztendlich liegt Malfurion auf dem Boden. Kurz davor abzunippeln. Braucht sozusagen nur noch den letzten Hit und dann ist er tot. Und Sauerfängen und Sylvanas stehen so davor. Und dann passiert etwas sehr Seltsames. Und zwar Sylvanas geht weg und sagt so ein bisschen zu Sauerfängen, mach du das mal. Sauerfängen denkt sich so, nee, kann ich nicht machen und wartet und wartet und wartet. Da kommt Tyrande und fragt Sauerfängen, hä, warum hast du dich nicht getötet? Weil Tyrande war verwundert darüber. Und Sauerfängen sagt dann, ja, Sauerfängen macht das, was er immer macht. Sauerfängen sagt, das hat keine Ehre. So sein Lieblingssatz, den sagt er fünfmal im Erdung oder so. Okay, also nichts hat eine Ehre, deswegen macht er es nicht. Aber warum hat Sylvanas ihn nicht getötet? Das ist ein bisschen mysteriös. Und es gab, wo kommt das nochmal her? Es gab, es gab, es gab, es gab irgendwo einen Dialog oder einen Brief oder irgendwie sowas. Da spekuliert Tyrande darüber, warum das so ist. Und ihr Ding war oder ihre Grund oder ihre Vermutung war, dass Ilun Malfurion beschützt hat. Und jetzt könnte es sein, dass Nachtelfen halt wieder ihr Mist labern, weil die immer irgendwas von Ilun labern. Und die Nachtelfen mit ihrer komischen Religion, die sowieso hinten und vorne falsch ist, könnte alles sein. oder Ilun hat sich wirklich irgendwie eingemischt und Sylvanas davon abgehalten. Das ist nicht das erste Mal, dass Ilun und Sylvanas sich so leicht aufeinandertreffen. Ich erinnere an Gelneas, die Worgen sind irgendwie ein bisschen immun gegen lassen wir mal Untote auferstehen. Und da hat Ilun auch ein bisschen was mit zu tun. Wenn auch nur am Rande und auch nur erwähnt und wir wissen nicht mal, ob das wirklich alles stimmt, aber interessant zumindest. Wie gesagt, Ilun ist ein Mysterium. So, jedenfalls, Tyrande ist überhaupt nicht glücklich über das alles, macht so ein unheimlich unheimliches Ritual und wird zur Nachtkriegerin. Das heißt, sie wird erfüllt und jetzt kommt wieder Ilun mit der Rache Iluns. Tyrande wird zur Verkörperung der Rache Iluns und wird jetzt extrem sauer wieder auf Sylvanas. Wieder taucht Ilun auf eine gewisse Art und Weise als Gegenspieler zu Sylvanas auf, quasi zum dritten Mal. Natürlich ist das frei interpretiert und weil Ilun so ein Mysterium ist, weiß man sowieso nicht viel über sie, aber durchaus interessant. Dieses Ritual, was Tyrande davor führt, ist extrem gefährlich. Ja, also normalerweise überleben das Nachtelfen nicht. Ich glaube, es ist die zweite Nachtelfin oder beziehungsweise dritte, weil beim ersten Mal war es glaube ich ein Ehepaar oder ist ein bisschen komplizierter, ich will da nicht so sehr spoilern, aber es gibt auf jeden Fall zwei Charaktere, die das schon mal vorher gemacht haben und soweit ich weiß, ist Tyrande jetzt der dritte Charakter, der zur Nachtkriegerin wird. Normalerweise überlebt man das nicht. Das kann hier zwei Gründe haben. Grund Nummer eins ist, Tyrande ist krass, trägt man glaube ich relativ schnell mit. Grund zwei könnte sein, möglicherweise muss das nicht nur dieser Nachtelf, der dieses Ritual macht, wollen, sondern vielleicht muss auch Elun selbst das wollen und Elun ist vielleicht wirklich fein damit, gegen Silvanas anzutreten und sich an Silvanas zu rächen und so weiter und so fort. Also interessant auf jeden Fall, was hier so hinter den Kulissen stattgefunden hat. Jedenfalls all das, dieser ursprüngliche Plan, der schlägt so ein bisschen fehl oder beziehungsweise Silvanas schafft es irgendwie auch nicht mal Furion zu töten oder will es nicht oder macht es nicht oder was auch immer und dann sieht sie da diese verwundete Elfin auf dem Boden, die Nachtelfin und dann gibt es dieses tolle Gespräch zwischen den beiden und man merkt, Silvanas ist ziemlich also da ist schon, da schwingt ganz schön viel Böses mit in ihrer Interpretation der Geschehnisse und Hoffnung stirbt und alles stirbt und was auch immer du denkst, du irrst dich sowieso und dann kommt diese Selbstverliebtheit auch so ein bisschen zum Tragen, um es dann dieser einen sterbenden Seele da irgendwie zu zeigen, dreht sie noch den Kopf Richtung Teldrassie, damit sie das ansehen muss, wie sie jetzt den Baum anzündet und auch Nathanos ist dann überrascht von Silvanas Entscheidung, was auch so ein bisschen zeigt, es ist wahrscheinlich kein ursprünglicher Plan von Silvanas gewesen, weil Silvanas würde wahrscheinlich Nathanos darüber informieren, nicht unbedingt sauer fängen, aber Nathanos, die beiden haben sich ja schon dolle lieb. Jedenfalls für Silvanas eigentlich auch egal, weil Silvanas will in diesem Moment wahrscheinlich nur noch eins, also im Wesentlichen möchte Silvanas nur noch tot, sie möchte möglichst viele Tote produzieren und das war ihr erste große Tat in diese Richtung. Wir gucken mal, welche Reaktion das provozierte. Wir leben in einem Kreislauf des Hasses. Allianzen werden geschmiedet und gebrochen. Diese Welt zu teilen hat uns viel gekostet und wir haben vergessen, was uns stark macht. schulter an Schulter an rückgeschlossen vor. Lordaeron wird uns gehören. Mein König, jetzt haben wir es. Feuert weiter! schulter an schulter an und schulter an schulter an nach Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Glücklich vereint und Derek explodiert. Und Bane findet das nicht so cool. Bane bekommt das alles mit, macht doch lange mit. Aber es ist dann immer weiter Fahrt aufnimmt, dieser Krieg. Und immer mehr Schrecken passieren. Und Bane das alles beobachtet, bekommt er letztendlich Gewissensbisse. Und nimmt sich Derek und bringt Derek zurück zu Jaina. Und Jaina ist ganz erstaunt. Und die beiden sind, also Bane und Jaina reden da ein bisschen miteinander, danken sich. Und alles ist schön und gut. Aber Jaina sagt auch, hör mal zu Bane, das geht nicht gut für dich aus. Also wenn Sivanas davon erfährt und sie wird davon erfahren, dann wird die dich töten. Und es kommt, wie es kommen musste. Sivanas ruft alle zusammen. Alle Anführer der Horde sind beisammen. Sivanas tritt Bane gegenüber. Und Sivanas sagt, du musst sterben. In meinen Reihen ist kein Platz für Verrat. Die anderen Anführer der Horde gucken sich das an. Aber so richtig traut sich keiner, sich Sivanas entgegenzustellen. Sie lassen dieses Urteil geschehen in diesem Moment. Währenddessen passieren noch ein paar andere Dinge. Und zwar Zalatas, die Klinge der Lehre, die die Schattenpriester in Legion geführt haben, taucht wieder auf. Zalatas taucht wieder auf. Eigentlich sind alle Artefaktwaffen gegen Ende von Legion verschwunden. Man benutzt sie, um das Bluten von Arzoth so ein bisschen aufzuhalten, damit Arzoth nicht komplett wegrippt. Aber irgendwie schafft es Zalatas aufzutauchen. Und außerdem spielt jetzt Asshara eine Rolle. In einer verworrenen Quest-Reihe befreien wir Zalatas. Komische Geschichte. Also in Zalatas ist er eine Seele, die auch mit uns geredet hat. Und warum auch immer helfen wir Zalatas' Seele, einen Körper zu bekommen und wegzulaufen. Zalatas läuft jetzt als, ich glaube, so eine schattenleeren Blutelfe oder sowas in der Art, läuft die jetzt einfach weg. Tschüss, Zalatas. Und der Dolch hat jetzt keine Seele mehr drin oder nur noch Überrest oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Dolch ist jetzt leer. Wir geben den Dolch Silvanas, Silvanas gibt den Dolch Nathanos. Und Nathanos zieht los und will den Dolch Asshara geben. Wer ist Asshara? Asshara ist mal eine Nachtelfe gewesen. In den Krieg der Ahnen. Und es kam, also der Krieg der Ahnen, der ist ein bisschen eskaliert, irgendwie die Welt ist explodiert, die Kontinente haben sich geteilt. Ganze Städte sind untergegangen und bla bla bla. Asshara war auf jeden Fall krass. Asshara war einer der krassesten Nachtelfen, die es jemals gab. Super mächtig, war die Königin der Nachtelfen. Und ihr Königreich oder ein Teil ihrer Stadt geht unter. Ab zum Meeresgrund. Und dort wird sie besucht von einem Fisch. Den haben wir hier eingeblendet, links. Dieser Fisch ist Enzov, der alte Gott. Es ist eine Inkarnation oder eine Darstellung. Dass er wirklich als Fisch da war, kann man nicht annehmen. Enzov hat die Kontrolle über einen Fisch übernommen. Was weiß ich denn? Auf jeden Fall redet Enzov jetzt mit Asshara. Und Enzov unterbreitet Asshara jetzt Folgendes. Enzov sagt, pass mal auf, du und dein Volk, ihr geht jetzt hier auf den Meeresgrund und wenn ich nichts mache, dann seid ihr tot. Und Asshara sagt, richtig. Und dann sagt Enzov, also mache ich dir folgendes Angebot, du kannst mir dienen. Und Asshara sagt so, nö. Und Enzov sagt so, was? Und Asshara sagt, pass mal auf, wir können zusammenarbeiten. Ich an deiner Seite, wir regieren zusammen. Oder ich sterbe, ist mir egal. Mach was du willst. Wir dienen entweder zusammen oder gar nichts. Und Enzov denkt sich so, ja, ich bin jetzt hier schon irgendwie wieder eine Million Jahre unter Wasser eingefangen. Ich will mich eigentlich befreien. Wann passiert mir das so oft, dass schon wieder irgendein mächtiges Wesen zufälligerweise mehr untergeht? Ja, okay, ich gehe den Deal ein. Okay, Enzov und Asshara gehen in den Deal ein. Enzov macht aus Asshara die Naga oder aus ihr eine Naga und aus ihrem Volk eine Naga. Also alle nach der Öffnung, die untergegangen sind, wären zu Naga. Und die beiden sind jetzt irgendwie Verbündete, aber auch nicht. Also eigentlich mögen die sich nicht, aber dann doch wieder. Also sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich gar nicht. Jetzt möchte Silvanas Asshara Zalatas bringen. Denn mit Zalatas möchte Asshara Enzov befreien. Das vollführt Nathanos. Also Nathanos bringt Asshara den Dolch. Und warum macht Silvanas das? Warum macht Enzov das? Warum macht Asshara das alles? Im Grunde genommen glaubt jeder, mehr IQ zu haben als der andere. Jeder glaubt, jeden auszutricksen. Also Asshara denkt, sie könnte sich irgendwie befreien. Und das wird schon nicht so schlimm sein, wenn Enzov befreit ist. Enzov denkt sich, wenn ich befreit bin, ist mir Asshara sowieso egal. Und Silvanas ist mir sowieso auch egal. Beziehungsweise sie ist auch mein Feind. Silvanas denkt sich, ist schon okay, wenn Enzov befreit ist. Und Asshara ist mir auch wurscht. Das wird sich schon alles irgendwie ausgehen. Am Ende geht sich das irgendwie für niemanden so richtig aus. Außer für, ich glaube, das beschäftigen wir uns auf der nächsten Folie. Oder komme ich da erst später drauf zu sprechen? Ne, da komme ich später drauf zu sprechen, wenn Enzov loslegt. Auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, als Nachshatar sich auftut. Die Flotten gehen da rein. Nathanaus bringt Asshara den Dolch, will Asshara erstmal in der Enzov befreien. Und jeder glaubt, klüger zu sein als der andere. Wunderbar. Jetzt passiert noch was anderes in dem vierten Krieg. Anduin geht zu dem Gefängnis, in dem Sauerfang gefangen ist. Denn als Unterstaat belagert wurde, hat Anduin Sauerfang gefangen genommen. Er ist jetzt im Verlies von Sturmwind. Anduin geht hin und geht zu Sauerfang. Die beiden unterhalten sich. Und Anduin sagt, pass mal auf, Sylvie dreht durch. Ich kann die alleine nicht aufheilen. Niemals. Die ist viel zu krass geworden. Hör mal zu. Warum? Also was ist, wie wäre es? Können wir nicht zusammenarbeiten? Willst du nicht auch die Horde retten und so weiter? Und Sauerfang lässt sich so ein bisschen von Anduin einspannen. Und ab jetzt machen Anduin und Sauerfang gemeinsame Sache. Und wir gucken uns das mal an, wie jetzt sich ein Widerstand innerhalb der Horde, wir hatten ja jetzt schon den Verrat von Bane, wie sich jetzt ein Widerstand innerhalb der Horde gegenüber Sylvanas formiert. Und wir gucken uns das mal an, wie jetzt ein Widerstand, wenn man an, wie sich jetzt ein Widerstand verraten, wie sie euch jetzt mal an, wie jetzt ein Widerstand mit einem Widerstand Wie geht's denn in Widerstand nicht so weiter? Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist jetzt euer Heim, was? Heim und Familie. Und wo sind sie? Nicht weit. Diese Welt... Sieht gut aus. Aber das trügt. Sie zerbricht. Fällt auseinander. Genau wie die Horde. Wisst ihr, wisst ihr, was sie getan hat, während ihr euch hier verkriecht? Das ist nicht mehr mein Leben. Ich bin nicht euer Retter. Ich führe die Horde nie wieder an. Darum geht's nicht. Aber ich hoffe, ihr wollt für sie noch kämpfen. Ich bin nicht euer Heim, das ist 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 nicht euer Heim Sie sind euch gefolgt. Nein, ich Ihnen. Für uns zwei gibt es kein Versteck. Ja, Sauerfang sucht Thrall auf und hier sieht man mehrere interessante Dinge. Zunächst einmal, ja gut, Thrall ist in Nagrand und als er die Ehre in der Hand nimmt, weil die ist ihm ja so wichtig, den Sauerfang, da zerfällt die Ehre. Und daraus spricht der Israel ja auch an. Und naja, was soll ich sagen? Das ist halt genau das, worüber wir auch gesprochen haben mit Nersul und Gul'dan und so weiter. Drenur zerfällt. Also das ist kein Ort, der sieht oberflächlich vielleicht schön aus, aber das ist alles nur oberflächlich und das bemerkt Sauerfang auch. Und dann gibt es noch etwas anderes Interessantes und zwar, man sieht nicht die Familie von Thrall. Der Grund dafür, dass Thrall überhaupt verschwunden ist über die ganzen Jahre und so weiter, hängt damit zusammen, dass Thrall gemerkt hat, spätestens als er Weltenschamane war und dann die Zeit vorbei war, dass er in all dieser Zeit sich immer nur aufgeopfert hat für die Horde im wahrsten Sinne des Wortes und dass er sein eigenes Leben immer vernachlässigt hat, dass er seine Familie immer vernachlässigt hat. Und nach all diesen Ereignissen und nachdem er der Retter der Welt war, mehr oder weniger, war er so gebrochen und so verletzt durch alles, was passiert ist. Gerade durch Garrosh auch, ja. Garrosh hat er zum Kriegshäuptling ernannt, das waren ja die schlimmsten Dinge, die er je getan hat. Beziehungsweise Garrosh war dann das Schlimme. dass Thrall einfach sich dachte, okay, ich setze mich zur Ruhe, ich ist jetzt Rente, ich kümmere mich um meine Familie, das, was ich über all die Jahre vernachlässigt habe. Und jetzt kommt Sauerfeng zu Thrall und Sauerfeng sagt, ja, ganz nett, hier lebst du also, wo ist eigentlich deine Familie? Und Thrall sagt, ja, die sind da hinten. Wir werden später sehen, dass die Frau von Thrall noch lebt, auf jeden Fall. Aber was mit den Kindern von Thrall ist, wissen wir bis heute nicht. Und als Thrall gesagt hat, die Kinder sind da hinten, hat er nicht gesagt, ob das heißt, die spielen da hinten oder sowas. Oder ob er damit meint, dort hinten sind die Gräber seiner Kinder. Also das ist nicht so ganz klar an der Stelle. Melissa macht auch ein großes Geheimnis drum. Es könnte sein, eben auch, gerade mit dem Satz oder auf den Hinblick darauf hin, was Sauerfeng gerade so sagt, von wegen für jemanden wie Thrall gibt es kein Versteck. Es könnte sein, dass diese Assassinen, die dort angreifen und vor denen sich Thrall ja auch fürchtet, man merkt richtig, Thrall so, nein, nicht schon wieder Assassinen oder irgendwie sowas. Oder vielleicht denkt er nicht das, aber es könnte sein, dass er das denkt. Weil er eben Angst hat, vielleicht noch um seine Frau. Vielleicht hat er schon seine Kinder verloren, jetzt will er nicht auch noch seine Frau verlieren. Und dann sagt Sauerfeng hat den einen Satz, für dich gibt es kein Versteckkumpel. Du hast nur eine Wahl, du musst mir helfen. Andernfalls sieht es mal schlecht für dich aus, die wird dich finden. Also will ich Strall ein, alles klar, ich helfe dir. Und als dann Strall und Sauerfeng am Start waren, dann war klar, ab jetzt formiert sich der Widerstand. Sie befreien zusammen Bane, denn Bane wurde ja zu Tode verurteilt von Sylvanas. Die beiden ziehen los, befreien Bane. Und dann, das Interessante ist, man hilft den beiden, selbst wenn man sich für Sylvanas entscheidet. Man hat als Hordenspieler immer die Wahl, ob man für Sylvanas oder gegen Sylvanas ist. Und selbst wenn man für Sylvanas ist, hilft man den beiden unter dem Vorwand. Also Nathanaus sagt so, hilf denen ruhig mal am Ende, weil wir wissen wollen, was die genau vorhaben. Lortemar derzeit, Anführer der Blutelfen, ist in Nashatar, bekommt mit, was da alles passiert. Und irgendwie ist das auch komisch, dass Nathanaus ständig verschwindet, weil er natürlich mit Asshara sich unterhält. Und zusammen mit Talisra kommen die beiden auf die Idee, zusammen mit Jaina und wer ist nochmal sonst so da? Ich glaube, Genn Graumähne. Ja, Sylvanas muss weg. Wir müssen uns jetzt aber erstmal um Asshara kümmern und dann kümmern wir uns um Sylvanas. Und dann müssen wir uns vielleicht noch um Ensdorf kümmern, eine Menge zu tun. Aber ja, die sind auch dabei. Widerstand, toll, toll, toll. Anduin ist sowieso dabei. Er wird ja auch aus Sowerfang befreit. Und dann ist da noch Rexha. Der spielt in der ganzen Kampagne auch noch eine Rolle. Der ist immer irgendwie dabei und macht, was Sylvanas will. Und die ganze Zeit, über die gesamte Kriegskampagne von Sylvanas, sagt Rexha die ganze Zeit so, eigentlich finde ich das nicht so cool, aber Befehl ist Befehl. Rexha hat der Horde viel zu verdanken, letztendlich, weil Rexha ist halt ein Bastard oder ein Mischwesen zwischen Orga und Org. Und diese Mischwesen haben es grundsätzlich sehr schwierig. Und er ist heilfroh, dass die Horde ihn aufgenommen hat und akzeptiert hat. Das spielt man ja in der Bonuskampagne von Warcraft Reise Frozen Throne, als er Thrall dabei hilft, klarzukommen und so weiter. Und damit macht er sich verdient bei der Horde. Aber Rexha ist irgendwie froh, mal irgendwie ein Heim gefunden zu haben. Davor war er ein einsamer Wolf, der nur mit den Tieren zusammen rumgemacht hat. Deswegen hat er lange, sehr, sehr lange gezögert, bis er die Horde, also Sylvanas verraten hat, weil er hatte Angst, dass das alles schief geht mit diesem Widerstand und dann wahrscheinlich wieder alleine auf weiter Flur dasteht. Aber letztendlich unterstützt er den Widerstand. Andere sind dann nicht so ganz so gewillt. Talanji zum Beispiel. Talanji ist ja jetzt die Anführerin der Zandalari-Trolle. Und die Allianz ist letztendlich daran schuld, dass ihr Vater, nämlich Rastakhan, gestorben ist. Und die Zandalari wurden von der Allianz belagert. Und wenn Sylvanas nicht gewesen wäre, dreimt sie sich irgendwie zusammen, dann wäre vielleicht ihr Königreich, da Sahalor und die Zandalari-Trolle komplett gefallen. Deswegen macht sich Talanji, Talanji möchte sich nicht so richtig gegen Sylvanas stellen. Sie ist auch nicht so wirklich auf der Seite von Sylvanas. Ich habe sie jetzt mal auf die Seite loyal gestellt, sie ist eigentlich eher neutral. Sie findet Sylvanas eigentlich nicht cool, aber irgendwie ist sie ja auch dankbar und was weiß ich. Ist so eine gewisse Zwischenform. Die Maga-Orks wiederum, also die Orks, die von der Fellmagie völlig frei sind, die sind, wie soll ich sagen, die haben nicht so ein großes Problem mit dieser kriegerischen Natur von Sylvanas. Und für die ist Verrat sowieso undenkbar. Und wenn es einen neuen Kriegshäuptling gibt, dann wenden überhaupt mit einem Mag-Gorah, also mit einem Kampf der Ehre. Und vorher ist halt Sylvanas der Kriegshäuptling und dem ist man gefälligst loyal. Die Maga denken noch ein bisschen primitiver. Gullivix, der verschlagene Goblin, der bleibt auf Seiten von Sylvanas. Der denkt nur an seinen Profit und der denkt schon, Sylvanas macht das letzten Endes und dem ist sowieso egal, ob das jetzt gut und gerecht und sonst was war. Hauptsache Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und außerdem steckt er in dieser ganzen Kriegsgeschichte sowieso richtig hart drin, weil der letztlich das gesamte Arzerit für Sylvanas und die Kriegsarmeen und Flotte der Horde beschafft hat. Das betrifft aber nicht alle Goblins. Also normalerweise Gullivix ist ja der Anführer der Goblins, aber es gibt schon während der Kriegsverpanne auch immer wieder Bestrebungen von Goblins, die so ein bisschen ihre eigenen Sachen machen. Und zwar finden die sich zusammen unter Gaslow. Gaslow ist der Architekt von Orgrimmar, also der Goblin, der die Stadt designt hat, wie wir sie heutzutage kennen. Und Gaslow ist auch der Architekt von der Garnison auf Orders of Trennor, wenn ihr euch erinnert. Aber das ist so der Architekt von allen bei der Horde. Und der formiert jetzt so ein bisschen die Goblins, die, sag ich mal, nicht so cool mit Sylvanas sind, während die Goblins, die mit Sylvanas cool sind, noch Gullivix dienen. Das ist so ein bisschen die Rolle der verschiedenen Hordenanführer. Man kann so ein bisschen sagen, ja gut, die Magara-Orks, die wissen es halt nicht besser. Die kennen das ein bisschen anders von ihrer Heimatwelt. Und Talanji, die steht auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber der Rest ist auf der Seite des Widerstandes. Aber es gibt trotzdem, auch wenn jetzt mal sagen kann, okay, die meisten Anführer haben sich jetzt unter dem Widerstand gefunden, gibt es auf Seiten Orgrimmas oder auf Seiten Sylvanas aus allen Völkern noch Anhänger. Also man sieht das auch, wenn man immer für Sylvanas ist, ist man auf dieser, ist man dann letzten Endes, wir kommen gleich auch zu der Cutscene, findet man sowohl Orks als auch Tauren, sonst was immer noch hinter den Toren von Orgrimma und nicht unbedingt alle auf den Seiten des Widerstandes. Vielleicht auch nicht, weil jeder gerafft hat, wie er sich auf der richtigen Seite wiederfindet. Das ist ja auch immer so ein bisschen so mit dem Widerstand. Man muss ja auch die richtigen Moment finden, um die Seite zu wechseln. Andernfalls stirbt man halt einfach. Aber man kann jetzt auch nicht einfach sagen, okay, das heißt jetzt alle Blutelfen, alle Orks, alle Trolle sind jetzt gegen Sylvanas, sondern einige sind noch auf der anderen Seite. Weiter geht's. Jetzt kommt also der Widerstand zu den Toren Orgrimmas und das Ganze spitzt sich zu. Cut scene 20. Varag, es ist Zeit. Orgrimmas Verteidiger gehören auch zur Horde. Unsere Brüder und Schwestern. Diese Krieger haben sich verschworen. Für euch. Viele werden heute umkommen. Oder vielleicht nur einer. Sylvanas Windläufer! Ich fordere euch zum Mak'gora! Der Verräter mit seiner Verräterbande. Warum sollte ich mich darauf einlassen? Nein! Ihr wollt mich leiden sehen. Oder das gewinnt ihr nicht. Alter Freund. Für uns zwei. Gibt es kein Versteck. Ich habe euch auf diesen Weg gebracht. Und wir wussten, wohin er führt. Begleitet mich die letzten Schritte. Bringen wir's zu Ende. Der Hochfürst fällt. Ich habe euch vertraut. Und die da auch. Der Tod kommt, alter Krieger. Und all ihre Hoffnung stirbt mit euch. Hoffnung könnt ihr nicht töten. Ihr seid bei Teldrassil gescheitert. Hoffnung bleibt. Wir sollten einander töten in Lordaeron. Auch gescheitert. Wir stehen noch. Ihr scheitert jedes Mal. Die Horde überdauert. Die Horde ist stark. Die Horde ist gar nichts. Ihr seid alle gar nichts. Für uns. Wenn ihr euch mit meinen Augen sehen könntet. Zinnsoldaten in Reih und Glied. Tiere, die nach Ehre brüllen. Ihr kämpft gemeinsam. Genießt es. Nichts wird ewig. Was sollen wir jetzt tun? Wir bringen ihn nach Hause. Ja, also Sauerfeng erkennt eine Gelegenheit. Als der Widerstand sich vor Orgrimma formiert. Und zwar denkt er sich. Okay. Ich fordere Silvanas zum Makgora. Makgora ist etwas, was in die Ursprünge der Horde zurückführt. Nämlich zu der Org-Vergangenheit. Denn dort ist immer der Kriegshörbling, der einfach die krassesten Muskeln hat. Und ursprünglich ist das alles noch ein bisschen sehr viel komplizierter. Es gibt so ganz besondere Regeln, wie Makgora stattzufinden hat. Und so weiter und so fort. Aber jeder kann theoretisch den Kriegshäuptling zum Makgora herausfordern. Und wenn man gewinnt, dann ist der andere tot und man ist neuer Kriegshäuptling. Und es gibt so ein paar Regeln. Zum Beispiel darf man keine Magie benutzen und all bla bla bla. Es gab, glaube ich, noch nie ein Makgora, wo sich alle an die Regeln gehalten haben. Aber das ist nur eine andere Geschichte. Jedenfalls denkt sich Sauerfang so, okay, wenn ich Sylvanas zum Makgora herausfordere, muss sie im Prinzip annehmen. Weil wenn sie nicht annehmen würde, dann würde sie offenbaren, dass sie von den Traditionen der Horde nichts hält. Und außerdem kann ich sie noch ein bisschen provozieren mit, du willst mich leiden sehen oder so Geschichten. Und also will ich Sylvanas ein. Und Sauerfang denkt sich, ich mach das nur, um sie maximal zu provozieren, damit sie ihr wahres Ich offenbart. Sauerfang weiß, er hat keine Chance gegen Sylvanas. Sylvanas ist viel zu mächtig. Vielleicht würde Sylvanas sowieso alle Anführer da niedermähen. Vielleicht nicht alle auf einmal, aber naja. Und tatsächlich schafft es Sauerfang in der Selbstgefälligkeit, in der Sylvanas wieder verfällt. Das ist so eine typische Schwäche von Sylvanas, die immer wieder mal hervorkommt. Sylvanas fängt wieder ihre großen Reden an von der Hochfürst fällt und so weiter. Wir erinnern uns an Teldrassi, wo sie auch anfängt, irgendwelche Reden zu schwingen vor so einem unbedeutenden Nachtelfen da im Staub. Und in diesen Momenten der Unachtsamkeit gelingt es, Sauerfang mit einer Gegenrede, Sylvanas ein wenig zu überraschen und ganz leicht zu verwunden. Und das, dass Sylvanas nicht kommen sehen und Sylvanas rastet aus. Ihr Banshee Ich kommt hervor und man merkt es auch an der Stimmlage, dieses, 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 ihr Schreien, wie das Schlachtfeld. Man kann davon ausgehen, jeder Soldat hört das. Und in diesen Momenten sagt sie, die Horde ist gar nichts. Das hat sie natürlich schon immer gedacht, seitdem Sylvanas existiert. Aber sie hat es nie artikuliert, vor allem nicht gegenüber der Horde. Und in den Momenten ist neben ihr der Standartenträger, der Verlassenen, der offensichtlich dafür zuständig ist, dass das Tor auf und zu geht. Und er guckt so rüber und denkt sich so, das hast du gerade nicht wirklich gesagt. Ich denke zwar das Gleiche wie du, aber das können wir nicht sagen, das weißt du doch. Naja, auf jeden Fall sagt sie es und sie selbst realisiert es dann wahrscheinlich auch. Und denkt sich dann so, ja shit, jetzt ist es raus. Und jetzt bin ich wieder meiner selbstgefälligen Art. Und jetzt sage ich euch die ganze Wahrheit. Nicht nur die Horde ist nichts, ihr alle seid nichts. Ihr seid, aus meiner Sicht seid ihr Zinnsoldaten. Oder Tiere, die nach Ehre brüllen. In den Dimensionen, in den Werten, in den Tugenden, die für euch wichtig sind. In den denke ich schon gar nicht mehr. Ihr seid für mich, wie sie sagt, Zinnsoldaten, Spielfiguren. Sie dient mittlerweile viel höheren Zwecken. Sie hat mittlerweile viele andere Visionen oder Ideen, die sie verfolgt. Da sind diese Interessen der Sterblichen und was die da für Bündnisse haben und nicht. Das ist ihr mittlerweile alles vollkommen egal. Und sie merkt auch, jetzt ist sowieso alles verloren. Jetzt kann sie auch nicht mehr groß der Kriegshäuptling spielen oder so. Die Leute haben sich verbündet, der Krieg ist vorbei. Sie hat sich ausgeplaudert, jetzt ist nichts mehr zu holen. Deswegen haut sie ab. Wunderbar. Resumieren wir mal, was das zu bedeuten hat. Also Sylvanas tötet Sauerfang. Und Sauerfang unterstellt Sylvanas während dieser ganzen Sequenz, dass Sylvanas gescheitert sei. Immer und immer wieder sei Sylvanas gescheitert. Und Sauerfang hat damit Recht und Unrecht gleichzeitig. Denn er hat dahingehend Recht, dass dieser Krieg nicht in einen totalen Krieg eskaliert ist und Horn und Allianz sich bis zum Schluss gegenseitig an die Gurgel gegangen sind, bis nichts mehr übrig geblieben ist. Dahingehend hat Sauerfang auf jeden Fall Recht in dieser Deutung. Aber er hat auch gleichzeitig Unrecht, denn was Sylvanas natürlich wollte, ist, dass möglichst viele Leute sterben. Warum, ist erstmal egal. Aber das ist ihr Haupt oder wahrscheinlich ihr Hauptanliegen. Und das hat sie geschafft. Also auf der einen Seite ist sie gescheitert, auf der anderen nicht. Es ist vielleicht nicht ganz so krass eskaliert, wie sie es sich gewünscht hätte, aber schon doch einigermaßen. Jetzt wird, Sreil trägt Sauerfang rein und er kriegt ja seine letzte Ehre und so weiter und so fort. Sekan ist auch am Start, weil Community-Liebling. Ja und was ist jetzt mit der Horde? Sie waren jetzt wieder nicht Kriegshäubling. Die Horde beschließt kurzum, es gibt jetzt einen Rat. Wir haben jetzt mehrere Kriegshäublinge gehabt. Sreil, der wurde so ein Welten-Schamanen, ist darunter zerbrochen, weil er es nicht alles ausgehalten hat. Hat dann Garrosh den Kriegshäubling-Kram gegeben. Garrosh ist völlig eskaliert. Das können wir nicht, das ging gar nicht gut. Dann haben wir Vol'jin zum Kriegshäubling ernannt. Der hat es nicht lange durchgehalten, der wurde dann niedergestochen. Dann haben wir Sylvanas zum Kriegshäubling ernannt, das war auch nicht gut. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, Sreil war vielleicht ein guter Kriegshäubling, aber davor war irgendwie Schwarzfaust- und Guldan-Kriegshäubling und das waren ja alles Verbrecher. Das waren ja alles Verbrecher außer Sreil. Und das erkennt die Horde so langsam und denkt sich so, naja, vielleicht ist Diktatur oder Monarchie oder wie auch immer man es bezeichnen will, die Herrschaft mit einer Figur alleine nicht das Richtige für uns. Das eskaliert immer. Wir sind so ein Zusammenschluss von eskalativen Charakteren, die, wenn sie zu viel Macht bekommen, alle durchdrehen. Deswegen beschließt die Horde alles klar, wir lassen das jetzt mal sein mit der Diktatur. Wir machen jetzt einen Rat, so einen Rat der Weisen oder wie auch immer. Alle Anführer haben ein bisschen was zu sagen. Wenn es Hard of Hard kommt, macht aktuell Bane den Oberanführer, aber im Wesentlichen stimmen die jetzt über alles ab. Wunderbar. Allerdings verbleibt ja ein Volk jetzt alleine. Und das ist ganz interessant, wenn man denn Horde spielt und wenn man immer auf der Seite von Sylvanas ist, man hat ja immer die Wahl, unterstütze ich das Vorhaben von Sylvanas oder nicht? Tu ich's oder nicht? Tu ich's oder nicht? Wenn man immer treu Sylvanas bleibt und loyal und hast du nicht gesehen, erstens kriegt man ein paar andere Einblicke. Und zweitens gibt es am Ende eine besondere Quest. Sylvanas sagt nämlich, pass mal auf mein treuer Champion, du hast mir stets gut gedient. Komm mal ran zum Turm der Windläufer oder zum Windrunner Tower oder wie auch immer. Und dann geht man da hin, das ist in den Geisterlanden, das ist in ihrer alten Heimat. Und dann treffen drei Charaktere aufeinander. Nämlich man selbst als der Champion, der Sylvanas immer gegenüber loyal geblieben ist. Nathanos, weil Nathanos ist Sylvanas Liebhaber. Und Sylvanas selbst. Die drei Charaktere treffen sich quasi. Und als man selbst da hinzukommt, haben sich Nathanos und Sylvanas schon unterhalten. Man findet, man kriegt nur noch das Ende der Unterhaltung mit. Und das endet mit ich auch oder so ähnlich. Und wahrscheinlich, total romantische Szene. Man weiß es nicht genau, weil man das Ende mitbekommt. Wahrscheinlich war das ein ich liebe dich und dann ein ich liebe dich auch. Wunderschön, die beiden verabschieden sich voneinander. Weil Sylvanas weiß, sie geht jetzt fort und so weiter und so fort. Und Sylvanas verabschiedet sich auch bei dem Champion, also bei ihm selbst. Und Sylvanas erzählt einem dann, all das, was passiert ist, versteht ihr vielleicht nicht vollständig. Aber all das dient einem Zweck. All das werdet ihr verstehen. Und wir wissen bis heute nicht hundertprozentig, was das für ein Zweck ist, was Sylvanas vorhat. Aber wir können langsam anfangen, uns sowas zusammen zu spinnen. Ganz zum Schluss. Meine letzte Folie wird sich mit diesem Thema noch mal befassen. Dafür müssen wir noch mehr Informationen herantragen. Aber das erleben wir dann um 9 Uhr, wenn ich den Steam ausschalte. Wir sind noch nicht so weit. Also Sylvanas haut ab. Nathanus weiß man nicht so richtig, haut wahrscheinlich auch ab. Und die Verlassenen sind jetzt ohne Führung da. Und Sylvanas erzählt noch weiter bei diesen Treffen. Hör mal, eine Sache tut mir leid. Also vor allem, was passiert ist, die ganzen Tode, die ganzen Verbrechen, das ist mir alles scheißegal. Interessiert sie nicht. Hat sie noch nie interessiert und interessiert sie auch bis heute nicht. Vielleicht heute sogar noch weniger als früher. Aber eine Sache bedauert sie, sagt sie. Nämlich das Schicksal ihres eigenen Volkes. Das Schicksal der Verlassenen. Denn sie weiß, die Verlassenen, die ja verlassen worden sind von ihrer Familie, als sie zu Untoten wurden, weil niemand mehr was mit ihnen zu tun haben wollte. Die verlassen worden sind von der Allianz, die sich nicht bereit war, Untote zu dulden. Die verlassen worden sind vom Lichtkönig, wenn das auch eher ein freudiges Erlebnis ist. Aber all diese, die sich formiert haben unter Sylvanas, die ja auch die Verantwortung dafür übernommen hat, insbesondere in den Geschehnissen von Cataclysm, die sogar dafür gesorgt hat, dass die Verlassenen Nachwuchs bekommen, dass dieses Volk fortbestehen kann. Diese Verlassenen muss Sylvanas nun verlassen. Und die Verlassenen werden erneut verlassen. Und in dieser traurigen Existenz, die die Verlassenen sowieso haben, sind die Verlassenen nun verlassener denn je. Und das bedauert Sylvanas, das tut ihr wirklich leid. Das ist das Einzige, wo sie sagt, das ist für sie ein Problem. Teldrassil und was weiß ich nicht, was ist ihr scheißegal. Aber das hätte sie gerne vermieden, aber es geht nicht anders. Recht interessant. Okay, also die Verlassenen sind jetzt verlassen und Lilian Voss, ein anderer Charakter, den wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, der ruft einen zusammen mit, also ruft einen dann, also Lilian Voss, wer ist über Lilian Voss? Lilian Voss ist ein Charakter, wir gehen ganz tief wieder zurück in die Geschichte. Als die Verlassenen sich unter Sylvanas formiert haben, haben sich nicht alle Verlassenen unter Sylvanas formiert, beziehungsweise nicht alle Untoten, die ihren freien Willen zurückgewonnen haben, haben gesagt, okay, Sylvanas ist unsere Autorität. Einige Verlassene haben ihre eigene Fraktion gegründet, die bekämpft man dann auch. Andere Verlassene sind durchgedreht und wieder andere Verlassene haben ihr eigenes Ding durchgezogen. Unter anderem gehört dazu Lilian Voss. Lilian Voss hat sich nicht den Verlassenen angeschlossen. Lilian Voss hat sich aber über einen langen Zeitraum wieder dazu entschlossen, doch den Verlassenen zu dienen, weil sie keinen Bock hat, alleine zu bleiben. Und in Battle for Azeroth begegnet die einem auch ganz viel. In der Kriegskampagne hilft die super viel und ist eine super krasse Agentin, weil Lilian Voss ist krass und stark und sowieso. Mit Nathanos zusammen zieht man da eigentlich immer umher und macht das, was Sylvanas will. In diesem Dreier gespannt man selbst, Nathanos und Lilian Voss. Und ist Sylvanas verschwunden und Nathanos ist auch weg und Lilian Voss denkt sich so, okay, wir brauchen irgendwie eine Führung. Irgendwie muss es weitergehen. Und dann gibt es ein Treffen. Lilian Voss lädt dazu ein. Sagt, pass auf, du Champion, Kalja Menethil und Derek Prachtmeer und ich, wir treffen uns. Kommt zu einem Treffen. Und bei diesem Treffen, ähm, kommen alle zusammen. Und nicht nur, interessanterweise, nicht nur die sind dabei, sondern auch die Schildwachen. Wer sind die Schildwachen? Schildwachen sind die, ähm, Krieger der, ich sag jetzt mal einfach die Krieger der Nachtelfen gewesen. Aber an der Dunkelküste sind ja viele Nachtelfen gestorben. Und diese ehemaligen Nachtelfen finden sie jetzt in den Reihen der Verlassenen wieder. Und all die Leute treffen zusammen und dann sagt Lilian Voss, pass mal auf, Kalja, willst du nicht zusammen mit Derek Prachtmeer die Verlassenen führen? Und Kalja Menethil und Derek Prachtmeer willigen ein. Und auf diese Art und Weise werden jetzt Kalja Menethil und Derek Prachtmeer die Anführer der Verlassenen. Denn beide haben es geschafft, und das ist jetzt eine sehr schnulzige Geschichte. Kalja Menethil und Derek Prachtmeer, die ja bei der Allianz gewesen sind, bei Jaina und so weiter. Kalja Menethil wurde ja von Anduin in die Ordenshalle der Priester zurückgebracht, wurde da von Sarah erweckt, dem Naru war dahingehend irgendwie die Allianz näher als der Horde. Und Derek Prachtmeer wurde ja von Bane zu Jaina zurückgebracht. Und beide Charaktere, sowohl Kalja als auch Derek, wurden von Jaina, wie soll man sagen, zusammengeführt. Und bei dieser Zusammenführung von Derek und Kalja haben die beiden gelernt, mit ihrer neuen Existenz klarzukommen, also mit ihrem Untoten-Dasein. Kalja hat Derek geholfen, damit klarzukommen, ein Untoter zu sein. Und Derek hat Kalja damit geholfen, ein Untoter zu sein. Und es scheint so, als wären die beiden sich näher gekommen und sind jetzt ein Liebespaar, also Kalja und Derek. Und dieses Liebespaar konnte Kraft aus der Liebe schöpfen. Und mit dieser Liebe wollen sie jetzt die Verlassenen irgendwie auch, weiß ich auch nicht, wieder neue Hoffnungen wecken oder irgendwie sowas. Wie gesagt, eine bisschen schnulzige Geschichte. Aber vielleicht ist das ja das Einzige, was die Verlassenen jetzt davor bewahren kann, endlos verlassen zu sein. Also Kalja und Derek sind jetzt die Anführer der Verlassenen, insbesondere Kalja. Und damit wird das Licht, also eine Inkarnation des Lichtes, nämlich Kalja, die Anführer der Verlassenen. Ja, währenddessen, meanwhile sozusagen, haben wir Ashara besiegt und die wurde übrigens nicht getötet, die überlebt den ganzen Mist. Und Ashara hat ja den Zalataz, weil Nathanaus ja Ashara Zalataz gegeben hat und mit Zalataz befreit Ashara Enzov. Und Enzov so, ja, ich bin da, meine tausend Augen öffnen sich, meine Visionen werden wahr, uiuiuiuiuiui. Und Magni denkt sich so, würden sie ihre Kräfte doch mal nutzen, um Arzoth zu heilen und nicht Arzoth zu schaden oder irgendwie so. Oh, man kennt die Weltquests. Magni ständig am Ausrasten, Furorion kehrt zurück, seit Ewigkeit nichts gehört. Das letzte Mal hat der Garrosh befreit. Als Furorion zurückkehrt, das Erste, was Anduin macht, ist ihm erstmal einen richtigen Bitch-Step zu geben. Furorion ist überhaupt nicht happy darüber. Aber Furorion sagt, pass mal auf, der alte Anduin, der Priester, der junge Boy, der hat das nie gemacht. Und du haust mir nur deshalb, weil Enzov bereits auf deinen Verstand zugreift. Das darfst du nicht zulassen. Und weil Furorion so unglaublich gut darin ist, zu durchschauen, wie unglaublich, ja, was weiß ich, wie krass der Einfluss von Enzov ist. Denn Enzov hat ja auch seinen Vater, also den Vater von Furorion, nämlich Deathwing, zu dem gemacht, was Deathwing dann letztendlich wurde. Ist Furorion jetzt ein Berater von Magni und die beiden zusammen erspinnen jetzt einen Plan, wie man den Enzov aufhalten kann. Zusammen mit uralten Titanenwächtern und Titanengeschöpfen überlegt man sich jetzt, alles klar, wir nehmen die Schmieden des Ursprungs und wie sie nicht alle heißen, also die uralten Relikte, die die Titanen und Titanenwächter erschaffen haben und womit Azeroth geordnet wurde von den Titanen, schalten die alle zusammen, also alle Maschinen, die von den Titanen übrig geblieben sind, werden zusammengeschaltet. Und mit dieser Zusammenschaltung wird ein mega krasser Superlaserbeam erzeugt, der mächtig genug wäre, um alles Leben auf Azeroth zu vernichten. Und diesen Beam, den schicken wir, das ist der Plan, durch diese Halskette, die wir von Azeroth selbst erhalten haben, nicht nur das Herz durch Azeroth, dann wird dieser Beam fokussiert, wird so ein super Ultra-Duper-Laser und damit ballern wir Enzov komplett aus den Schuhen. Ungefähr so, das ist der Plan. Guter Plan. Ähm, genau. Jetzt passieren ein paar Dinge. Also erstmal kann man sich überlegen, also erstmal stellt das Ganze in gewisse Hinsichten vielleicht ein Rückschlag für Sylvanas da, vielleicht auch nicht. Ist ein bisschen unklar. Denn wir haben ja diese gesamte Geschichte mit Ashara, Enzov und Salatas und Sylvanas. Und wer will hier überhaupt irgendwas? Und es kann sein, dass Sylvanas wollte, dass Enzov gewinnt, den ganzen Käse. Weil dann sterben ja alle oder so ähnlich. Und vielleicht wäre ihr das egal, dass Azeroth dann der Leere einheim fällt. Dass jetzt Enzov den Krieg verliert, könnte als Niederlage für Sylvanas auch gleichzeitig gelten. Dadurch, dass Enzov besiegt wird und Ashara überlebt, könnte man aber das Ganze auch als Sieg für Ashara deuten auf jeden Fall. Ashara ist jetzt frei. Die war ja vorher nicht so richtig frei, weil sie irgendwie Enzov diente und auch nicht. Jetzt dient sie auf jeden Fall nicht mehr Enzov. Gute Geschichte. Jetzt kann man sich noch überlegen, ist jetzt eigentlich Enzov wirklich tot? Es passiert nämlich was. Und zwar Furorion. Ich wollte das eigentlich auch noch aufnehmen, aber habe ich nicht mehr geschafft. Aber Furorion in dem Raid Nialothar, wo man dann gegen Enzov kämpft und so weiter, ist natürlich Furorion am Start. Furorion hat mittlerweile Salatas. Die Klingel ist wieder am Start. Die ist die ganze Zeit da. Immer wenn irgendwas Wichtiges passiert, ist Salatas am Start. So, Furorion hat Salatas in der Hand. Und was Furorion macht, ist jetzt den Panzer von Enzov durchschneiden mit Salatas. Enzov hat so eine Art Panzer, so eine megakrasse Haut und man braucht ein krasses Dolch, damit das überhaupt klappt. Und deswegen nimmt Furorion Salatas dafür. Und in diesem Moment, als das passiert, als Furorion den Panzer von Enzov durchschneidet, damit man in das Innere von Enzov reinkommt, damit wir Enzovs Gehirn durchnehmen oder was auch immer. Als das passiert, kann man in dieser Sequenz, wenn man das Ganze langsam abspielt, so Frame für Frame etwas beobachten. Und zwar strömt aus dem Panzer von Enzov, so ein komisch waberndes, liederndes Zeug in den Dolch, in den Dolch Salatas rein. Und Salatas Auge oder da, wo das Auge mal war, leuchtet auf. Mit anderen Worten, es ist sehr möglich, dass der Geist von Enzov jetzt in der Klinge von Salatas ist. Das ist auch dahingehend nicht so verwunderlich, weil wir diese ganzen komischen Flüsterungen von Enzov haben und auch von Ilgenov im Smart Grün-Albtraum, die alles vorhergesehen haben. Also mit dem heutigen Wissen merkt man, die haben genau gewusst, dass Silvanas diesen riesigen Krieg vom Zaun brechen wird. Die haben gewusst, dass der Tod alles verschlingen wird. Die haben wahrscheinlich auch gewusst, dass Enzov sterben wird oder zumindest, dass das versucht wird. Dementsprechend hat Enzov mit seinen tausend Augen, tausend Plänen, der alle Zukünfte berücksichtigt und immer einen Weg findet und so weiter und dem auch der unmittelbare Sieg egal ist, wahrscheinlich einen super-duper-Move gefunden, um zu überleben. Nämlich in der Klinge von Salatas. Wunderbar. Also falls ihr dachtet, Enzov ist besiegt, Pustekuchen. Darum war das Cinematic auch nicht so geil, weil er nämlich überlebt hat. Erst wenn er stirbt, kriegen wir ein geiles Cinematic. Weiter geht's. Schattenlande. Silvanas ist besiegt. Wir haben sie gesprochen am Turm der Windläufer und sie hat uns offenbart, sie hat irgendwas Krasses vor. Wir wissen nicht so genau was. Gucken wir mal, wie das so abgeht, was sie vorhat. Eiskrone. Malmal unseres Leidens. Der Vorhang zwischen Leben und Tod. Und auf dem Frost-Thron sitzt ein elender Dieb. Doch kein König herrscht für immer. Und auf dem Frost-Thron stehen. Das macht's einfach so gut. Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Diese Macht wird euer Gefängnis. Diese Welt ist das Gefängnis. Oh, 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 oh. Und ich werde uns alle... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das sehen wir dann ja auch im Folgenden. Dieser Schleier wird ja zerstört. Und das haben wir ja ganz am Anfang auch erwähnt, als wir gesagt haben, Kyjeden hatte ja damals den Lichtkönig, den Frostroth, den Eisblock auf Azeroth durch, also hingeschleudert durchs Universum und ist dann ja in Norden aufgekommen. Und bei diesem Ereignis gab es ja wohl, also dort sind so viele Mächte freigeworden, dass dieser Ort lokalisiert wohl auch ein Ort ist, wo sehr viele Energien zusammenkommen. Leilinien, Blablub. Wird auch unterstützt durch die These, dass er ja Joksaron ist. Joksaron ist der Gott des Todes unter den alten Göttern. Das heißt, da war vielleicht der Schleier sowieso schon ein bisschen dünner. Außerdem trägt der gute Lichtkönig ja wohl die Krone der Dominanz und Frostmont trug er ja auch mal. Und diese heiligen Artefakte wurden wo geschmiedet? In den Schattenland. Und all diese Brüchigkeit und dieses, diese Hintergründe führen wohl dazu, dass die Zerstörung der Krone unerwarteterweise auch den Schleier zerstört. Zusätzlich gibt es noch ein paar andere Dinge, die hier passieren. Und zwar, als Bolvar aufsteht und sagt, alles klar, ich muss mich jetzt hier für den Kampf rüsten, weiß er schon, den Kampf werde ich wahrscheinlich verlieren. Und Bolvar beschließt wohl, ich nehme jede Kraft, die ich irgendwie habe. Also egal, wo sie herkommt, egal, ob ich sie kontrollieren kann oder nicht. Das ist der Moment, wo er umspeckt und von Rot in Blau ändert, glaube ich. In diesem Moment ist dieses, ich halte die Einfluss von Arthas und Nersul und so weiter zurück, wahrscheinlich nicht mehr vorhanden. Nach meiner Deutung, die man nicht teilen muss, ist das der Moment, wo Bolvar wieder mit Arthas und Nersul verschmilzt, zu einem Geist. Und dann kommt wieder das typische Blau, was wir von Arthas auch kannten, hervor. Das wird auch dadurch gestützt, dass wenn Silvanas Bolvar die Krone abreißt, verwandelt er sich zurück, weil die Seele von Arthas und Nersul ist ja in der Krone drin. Und Bolvar ist nur Bolvar. Und dann wird er auch wieder rot. Muss natürlich nicht so sein. Vielleicht sind es auch einfach nur Mächte des Frostes oder so. Aber das würde sich ganz gut decken damit, dass man sowieso gesagt hat, dass in der Krone immer noch Echos von Arthas und Nersul zu hören sind. Außerdem, das sehen wir immer hier in diesem Bild, nutzt Silvanas Ketten, Kettenmagie. Und das sind vermutlich Kräfte, die sie eben aus dem Schlund hat, wo sie sich ja schon mal befunden hat, als sie sich in den Tod gestürzt hat. Wieso, sie hat sich wahrscheinlich zweimal im Schlund befunden. Das habe ich beim zweiten Mal gar nicht so richtig erwähnt. Nämlich als sie bei Geneas gestorben ist. Da war sie ja kurz tot, bevor die drei Valkyren sich zurückgeholt hat. Da war sie wahrscheinlich auch schon mal wieder im Schlund. Und der Kerkermeister, wer hätte jetzt gedacht, der ist ja mit Ketten festgebunden oder wie auch immer. Und hat wahrscheinlich auch die Macht über Ketten. Das heißt, hier ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Silvanas die Magie oder die Macht dieser Ketten nutzt, um Bolvar zu bezwingen. Okay, Silvanas gewinnt also den Kampf gegen Bolvar und zerstört die Krone der Dominanz. Dadurch ist der Schleier zwischen den Realitäten gebrochen. Es entsteht ein Riss zwischen den Realitäten, zwischen den Schattenlanden und der normalen Realität. Und auch interessant, während dieses Kampfes bezeichnet Silvanas Bolvar als elender Dieb. Worauf sich das genau bezieht, ist nicht so ganz klar aus meiner Sicht. Es könnte sich darauf beziehen, dass Silvanas ja nie ihre Rache an Arthas bekommen hat. Eigentlich wollte Silvanas ja ursprünglich sich an Arthas rächen. Das hat dann Tyrion und so weiter gemacht. Und Silvanas hat damals einfach nur gesehen, okay, Bolvar sitzt auf dem Thron. Und dadurch denkt sie vielleicht so ein bisschen so, Bolvar ist der Dieb der Rache. Also die Rache, so ein bisschen auch Bolvars Schuld ist, dass ihr die Rache verbliebt. Oder es bezieht sich auf die Krone der Dominanz. Was wahrscheinlicher ist, weil man stiehlt ja normalerweise Objekte und nicht Rache. Aber gut. Wenn sich das auf die Krone der Dominanz bezieht, fragt sich an der Stelle, warum Bolvar ein Dieb ist. Weil, das könnte man jetzt so deuten, die Krone war nie für Bolvar bestimmt. Wer hat überhaupt bestimmt, für wen die Krone war? Wir dachten ja mal, vor langer Zeit, dass das Kiljeden war. Weil Kiljeden war ja der Schöpfer des Lichtkönigs. Denn Nersul wurde ja an die Krone der Dominanz beziehungsweise der Rüstung der Verdammnis und Frostmohn gebunden. Aber, wo kommen diese Artefakte her? Sie kommen aus dem Schattenland, besorgt von den Nasrezim. Vom wen überhaupt geschmiedet? Und wie haben die Nasrezim das gemacht? Es kann sein, dass nicht nur Kiljeden bestimmt hat, wer diese Krone der Dominanz bekommen soll, sondern auch der Kerkermeister, mit dem Silvanas ja im Bunde zu sein scheint. Und wenn der Kerkermeister aber niemals wollte, dass Bolvar diese Krone aufhat, dann könnte vor diesem Hintergrund der Besitz der Krone durch Bolvar als Diebstahl angesehen werden. Weil das wollte der Kerkermeister nicht. Denn es kann sein, dass der Kerkermeister eigentlich was ganz anderes wollte, aber die Bolvar diese Pläne durchkreuzt hat. Auch interessant ist ja, wenn der Kerkermeister Einblick in die Realität hat, durch die Krone der Dominanz, was ja Bolvar uns offenbarte in den Klassenhallen-Quests der Todesritter, oder zumindest andeutete, es ist so eine dunkle Präsenz da, die auch immer zuschaut, außer Arthas und Nersul. Dann stellt sich hier auch so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielt hier eigentlich Frostmorn? Denn das ist ja der eigentliche Unterschied. Die Krone der Dominanz hat Arthas ja genauso oft wie Bolvar. Und sie gehörte ja auch genauso zu Nersul. Also was soll sich groß geändert haben? Was sich geändert hat, sind zwei Dinge aus meiner Sicht. Das Erste, was sich geändert hat, ist Frostmorn ist weg. Und die Seele, oder wie auch immer, von Nersul war ja nicht nur an die Krone Dominanz gebunden, sondern auch an Frostmorn. Und die Zerstörung von Frostmorn, oder die Splitterung, oder wie auch immer, könnte auch den Einfluss des Kerkermeisters reduziert haben. Womit der Bolvar eine ganz andere Rolle hatte, als vielleicht Arthas gehabt hatte. Nicht nur, weil Nersul von, also dass Arthas von Nersul gewollt war und Bolvar nicht, sondern auch im Hinblick darauf, welche Artefakte damit verbunden waren. Eine weitere Ebene, ihr merkt schon, das ist alles ein bisschen verzwickt, und Bolvar ist ja ein Geschöpf, was von den roten Drachen in gewisser Weise mit der Macht des Lebens ermächtigt worden ist. Und wenn das der Fall ist, könnte es sein, dass er aufgrund dieser Bemächtigung, dieser feurigen Energien, auch nur deshalb den Mächten des Todes was entgegenzusetzen hatte. Und weil er nur deshalb die Mächten des Todes was zu entgegengesetzt hatte, war es vielleicht den Kerkermeister nicht möglich, Bolvar zu kontrollieren. Er war vielleicht nur möglich, den Kerkermeister zu beobachten. Aber anders als bei Arthas oder in der Suhl hat der Kerkermeister vielleicht die Einfluss der Manipulation verloren. Sowas könnte man auch vermuten. Es sind natürlich viele Vermutungen, man weiß nicht ganz genau und so weiter. Aber vor diesem Hinblick offenbaren sich einige Dinge. Dann sagt Silvanas einen sehr, sehr bemerkenswerten Satz. Und zwar, diese Welt ist ein Gefängnis und ich werde euch alle befreien. Wenn sowieso alles auf den Tod hinausläuft und alles in die Schattenlande kommt, dann gibt es eine Deutung, dass man sagen kann, die Realität ist ein Gefängnis. Wie ist das gemeint? So ein bisschen wie, es gibt viel größere Mächte. Und diese größeren Mächte, die behandeln die Realität so, wie ein Viehzüchter sein Vieh im Käfig hält. Irgendwann kommt das Vieh auf die Schlachtbank und dient in irgendeiner Hinsicht. So könnte man die Realität betrachten aus Sicht des Todes. Sowieso. Irgendwann dient ihr dem Tod. Alles ist für die Schlachtbank vorbereitet. Und wenn Sylvanas jetzt die Realität sprengt, dann ist aus ihrer, aus dieser sehr interessanten Perspektive, nennen wir es mal so, vielleicht die Realität so eine Art Gefängnis für die Seelen, die sowieso früher oder später befreit werden durch den Tod. Oder etwas anderes ist gemeint. Denn die Schattenlande sind sehr, sehr alt. Vielleicht älter als der Rest des Universums. Oder sie entstanden mit dem Universum selbst oder gleichzeitig oder wie auch immer. Und die Herkunft des Kerkermeisters, die ist nicht ganz klar. Und es ist auch nicht ganz klar, warum der Kerkermeister eigentlich gefangen ist. Und es gibt da noch so andere mächtige Wesen, auf die wir zu sprechen bekommen. Und es könnte sein, so absurd das klingt, dass uns alle nur Glauben machen wollen, dass der Kerkermeister der Böse ist. Und in Wirklichkeit wollte der Kerkermeister schon lange diese Ebenen miteinander verbinden und nicht mehr so klar voneinander trennen wie Gefängnisse, sondern aus dem Eins machen und dadurch eine Harmonie schaffen. Aber die anderen Herren des Todes, die sogenannten Ersten, die wollten das nicht. Die wollten diese Gefangenschaft oder diese Trennung. Eine Gefangenschaft ist ja im Prinzip nur eine Trennung, nur dass es einen Mächtigen gibt und einen Unterworfenen. Die wollten das vielleicht nicht zulassen. Und weil die das nicht zulassen wollten, haben sie den Kerkermeister gefangen oder so. Das sind alles nur mögliche Deutungen dieser Geschehnisse. Wir wissen noch nicht genau, was der Kerkermeister will, warum der Kerkermeister gefangen ist, warum Silvanas das macht und warum sie davon spricht, dass die Welt ein Gefängnis ist und dass sie uns befreien würde und so weiter und so fort. Das sind nur Denkansätze an dieser Stelle, die sich direkt aus diesem Intro ergeben. So, dieses Zerreißen der Realität oder diesem Schleier der Realität hat jetzt unmittelbare Konsequenzen natürlich auf die gewöhnliche Welt und dafür gibt es auch wieder ein Video. Wunderbar. Video 22. Ich wusste, sie würde kommen eines Tages, um sich diese Macht zu sichern. Stattdessen hat sie das Undenkbare getan. Nun ist niemand mehr sicher. Sie will beenden, was sie begonnen hat. Und alle brechen, die sich ihr widersetzt haben. Wer Azeroth zusammengehalten hat, sollte sich vorsehen. zu schlapp zu schlapp zu 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 Sie kommt und unser Ende beginnt. Ja, sie kommt und unser Ende beginnt. Also, was passiert hier alles? Also, das allererstes sieht man ganz am Anfang. Bolvar überlebt den Kampf mit Salvanas und wird von Narsgrim und Weißsträhne gerettet. Die sind ja, gönne zu den vier Todesreitern, die haben wir ja vor längerer Zeit erwähnt, deswegen habe ich die überhaupt erwähnt, damit man weiß, wer die in den Trailer sind. Mächtige Todesritter und jetzt wird Bolvar da so weggeschleppt. In der ganzen Zwischenzeit muss man auch sagen, es gibt ja neue verbündete Völker, ihr wisst schon, die Wulparer und so weiter. Und Bolvar merkt, ach du, meine Güte, was passiert denn hier? Und zusammen mit den anderen krassen Todesreitern, also die vier mächtigsten Todesritter, die es gibt, wird jetzt Bolvar und das sind dann die Geschehnisse, die wir jetzt demnächst erleben werden. Das Ganze beginnt dann am Mittwoch, wenn ich mich nicht völlig irre. Das sind so Pre-Add-on-Ereignisse. Da wird es dann ein paar Events geben und so weiter. Bolvar wird jetzt zusammen mit den Todesreitern und den Rittern der schwarzen Klinge neue Todesritter erschaffen. Also Todesritter, die diese Mission haben werden, Silvanas aufzuhalten oder was auch immer. Und die neuen verbündeten Völker in diese Ritter der schwarzen Klinge integrieren, sodass jetzt alle Todesritter werden können, wenn sie dann nur gerne Bolvar dienen wollen. So, dann sehen wir Tyrande. Die hat immer noch richtig Hass auf Silvanas. Finde ich auch sehr interessant. Klar, sie wenden hier viele Völker ein, aber nach Bolvar kommt das allererstes Tyrande. Immer noch Eluns Rache verkörpernd. Der erste Charakter, der nach den ganzen Untoten und Toten auftaucht, ist einer von Elunen erfüllter Charakter. Ergen, Elunen, Mysterium, was will Elunen, bla bla. Im Hintergrund sieht man, oh, wie hieß sie noch? Oh Mist. Oh, ich habe den Namen vergessen. Sie ist genauso wie Maiev, so eine Agentin. Chandris, genau, Chandris sieht man im Hintergrund. Auch interessant an Chandris ist in dieser Szene. Chandris steht nicht, also jetzt, das ist ein anderes Bild, Chandris steht nicht neben Tyrande, sondern Chandris steht irgendwie zehn Meter hinter Tyrande. Mit anderen Worten, Chandris, die auch eine wichtige Rolle bei den Nachtelfen mittlerweile eingenommen hat und ich würde sagen, die ist so ein bisschen der Nathanus der Nachtelfen geworden, ist so eine mächtige Kriegerin, die wir jetzt auch viel gesehen haben in Battle for Azeroth und so. Chandris scheint Angst oder Respekt, zumindest Respekt vor Tyrande zu haben und hält besser mal ein bisschen Abstand. Auch sehr interessant. Dann sehen wir neue Art von Valkyren. Also wir kannten sonnengeborene Valkyren von Odin. Wir kannten weiße Valkyren, sogenannte ungeborene Valkyren, insbesondere von Arthas versklavt und an den anderen Stellen. Jetzt sehen wir schwarze Valkyren, die offenbar Sylvanas dienen oder dem Kerkermeister oder beides, die auch die gleiche Magie benutzen, die Sylvanas gegen Bolvar findet, und das hat nämlich Ketten. Man sieht hier gerade, Anduin wird abgeholt mit den Ketten. Das heißt, es gibt jetzt wohl neue Valkyren, schwarze Valkyren. Jetzt erinnern wir uns, wer war eine schwarze Valkyre? Die einzige schwarze Valkyre, die wir kennen? Helia. Helia steckt vielleicht auch irgendwie da mit drin. Helia, Sylvanas, Kerkermeister, offenbar alle in einem Bunde. Wunderbar. Dann die Nachkrieger. So, die Nachkrieger sind noch drin. Ach ja, das hatten wir. Was habe ich hier geschrieben? Kettenmagie. Ah ja, dann Entführung. Wir sehen ganz eindeutig, darum habe ich noch als erstes geschrieben, Anduin wird entführt. Gens schaut komplett blöd aus der Wäsche. Wir sehen auch, wie mächtig diese Valkyren sind. Die fliegen einfach nach Sturm hin, neben Anduin, denen ist alles scheißegal. Du denkst, das ist die Hauptstadt. Wenn König Anduin irgendwo sicher ist, dann doch wohl in der Hauptstadt. Die schwarzen Valkyren kommen, schnappen sich den König und Genn kann nur doof aus der Wäsche gucken. Auch witzig, dass Genn gerade nicht abgeholt wird. Der ist einfach nur dazu verdammt. Wahrscheinlich von Sylvanas so beabsichtigt. Du, du hast nicht das Vergnügen, dass ich dich abhole. Du sollst dich einfach nur richtig schlecht fühlen, dass du überhaupt nichts für deinen elendigen, blöden König machen kannst. So blöder Köter. Ungefähr das hat sich Sylvanas wahrscheinlich dabei gedacht. Hat, glaube ich, gut fokationiert. Dann der alte Mann, der dann Genn Himmel schreit, weil er ja auch Genn heißt. Dann sehen wir noch so ein paar andere, nämlich Bane, der mit Myla auf der Brücke steht. Und ich glaube, in Donnerfest stehen die da. Und die sind vielleicht sich auch ein bisschen näher gekommen. Vielleicht stehen sie auch einfach nur so nebeneinander, weil sie gerne tauchen sind. Aber vielleicht sind die auch ein Liebespaar geworden. Wer weiß. In Analogie dazu, dass Anduin entführt wird, sage ich jetzt einfach mal ganz mutig, ich weiß es wirklich nicht, dass Bane auch entführt wird. Sie zeigen es nur nicht. Oder sie wollen einfach nur zeigen, dass Bane besorgt ist. Auf jeden Fall sehen wir dunkle Wolken aufkommen Richtung Bane. Dementsprechend dunkle Wolken. Möglicherweise sind da auch irgendwie die dunklen Walkönern anfliegen. Würde ich jetzt mal so deuten. Dann sage ich, Sry wird auch entführt, weil den sieht man auch mit seiner Frau. Für seine Frau interessiert sich keiner. Also wird Sry entführt. Man sieht seine Frau. Seine Frau lebt. Hurra, hurra, hurra. Aber leben seine Kinder. Seine Kinder sieht man wieder nicht. Dementsprechend. Okay. Also ein bisschen mutig von mir jetzt gedeutet, dass Bane und Sry auch entführt werden. Tyrande sieht man auch. Aber ich glaube nicht, dass Tyrande entführt wird. Das traue ich mich nicht zu sagen. Tyrande ist krass. Also Bane ist eine blöde Kuh. Um es mal ganz pauschal zu sagen. Anduin ist ein blöder Mensch. Sry, der war mal krass, ist mittlerweile gebrochen und hat seine ganzen schamanistischen Kräfte verloren. Da sind alles so ein bisschen Plebs aus kosmischer Sicht. Tyrande aber ist gerade von der Macht von den Lunen erfüllt. Und überhaupt ist die 10.000 Jahre alt. Und mit Malfurion zusammen sind die irgendwie so mit die mächtigsten Kreaturen, die auf Azort rumlaufen. Wenn wir jetzt mal keine Götter betrachten und so weiter. Dementsprechend will ich jetzt nicht sagen, Tyrande wird auch entführt. Das ist mir einfach eine Nummer zu hoch. Genau, Jaina könnte auch entführt werden. Stimmt, Jaina ist ja mit Aschenwinter unterwegs. Jaina könnte auch gut entführt werden. Jaina ist zwar eine ziemlich krasse Magierin. Ich würde zum Beispiel Jaina stärker einschätzen als Bane und Sry. Anduin nicht unbedingt. Anduin ist schon ein mächtiger Paladin und Priester und auch Krieger mittlerweile. Da war man Kitt und konnte nichts. Aber mittlerweile ist er eigentlich auch schon recht etabliert. Und Jaina ist vielleicht auch eine der mächtigsten Magierinnen. Aber ich würde sie nicht auf eine Stufe stellen, Tyrande. Ist natürlich alles ein bisschen schwierig, die zu ranken und so weiter. Aber vielleicht werden alle entführt. Vielleicht keiner. Vielleicht auch nur Anduin. Auf jeden Fall werden jetzt Leute entführt. Damit werden wir jetzt in dem Pre-Patch zu tun bekommen. Wie gesagt, ich habe die Beta nicht gespielt. Weiß nicht genau, was passiert. Ich versuche nur diesen Trailer zu deuten. So, und jetzt beschäftigen wir uns mit dem, was uns bevorsteht und was wir wissen. Also bis gerade eben war Gegenwart beziehungsweise nächster Mittwoch, denn da geht es los. Jetzt kommt Zukunft. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Zukunft. Und zwar als allererstes, was ist Anima? Wenn man es ganz blöd sagen will, ist Anima unser neues Azerid. Jetzt machen wir es ein bisschen ernster. Und zwar, Anima ist die Essenz der Seele. Also jede Seele hat wohl eine gewisse Essenz. Und die nennt man Anima. Und jetzt mal unabhängig davon, dass sich Seelen unterscheiden, also die Seele von Uta ist halt die Seele von Uta und die Seele von Arthas ist halt die Seele von Arthas, haben sie eine Sache gemein, nämlich das Anima. Und das Anima ist so ein bisschen sozusagen das Mana der Seele oder so die Energie der Seele oder wie auch immer man das bezeichnen will, wie mächtig eine Seele ist. Interessant in diesem Hinblick ist, es ist nicht wichtig, ob ein Charakter gut oder böse ist. Das hat keinen Einfluss darauf, wie Anima gefüllt diese Seele ist oder nicht, sondern was wohl entscheidend ist, das umschreibe ich jetzt hier mal mit Bedeutung des Lebens. Also welchen Einfluss ein Charakter hatte, wie, was weiß ich, also zum Beispiel, wenn ein Charakter besonders geschichtsträchtig hat, sehr viele Anhänger gehabt hat, wenn er schillernd war und so weiter und so fort oder mächtig war im eigentlichen Sinne so einfach nur stark oder so was weiß ich, besonders krasser Magier, besonders krasser Krieger, dann sind das wohl Seelen, die besonders viel Anima haben. Wenn das hingegen ein, was weiß ich, unbedeutender Farmer war, der für die großen Geschehnisse in der Welt nicht allzu große Bedeutung hat und der auch nicht in der Lage ist, irgendwie was weiß ich was für krasse Sachen zu machen, dann hat diese Seele wohl wenig Anima. Genau. Anima ist auch nichts Neues. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Begriff das erste Mal auftaucht im Warcraft-Kosmos. Eine Bedeutung, wo zum Beispiel Anima schon vorkam. Genau, Arthas oder auch Garush werden bestimmt sehr viel Anima haben, aber auch Uta wird bestimmt viel Anima haben. Uta vielleicht eine gute Seele, Arthas und Garush vielleicht eher eine schlechte Seele. Beide werden viel Anima haben, aber haben viele Bedeutungen. Der Begriff des Animas ist älter als Shadowlands. Das erste Mal, wo ich weiß, dass er auftrat, war in Mists of Pandaria, genau am Thron des Donners. Die Mogu, was ja Titanengeschöpfe sind, die beseelen oder die erwecken damit, mit dieser Seelenenergie, solche Golem-Kreaturen, also auch Kreaturen aus Steinen, auch mit Blut, Magie irgendwie gemixt. Es ist nicht ganz klar, wie da Anima eine Rolle spielt. Aber offensichtlich kann man Totes zu Leben erwecken mit Anima. Zumindest wurde es uns so in Mists of Pandaria mit dem Mogu präsentiert. Die Schattenlande an und für sich. Was sind jetzt eigentlich genau die Schattenlande? Also wie schon im Kosmos angesprochen, ganz zu Beginn, sind die Schattenlande das gesamte Reich der Toten. Das heißt, alle Toten, sofern sie nicht an irgendwelche anderen Existenzebenen gebunden sind, wie die Dämonen an Neter oder die Elementare an die Elementarebenen, alle sterblichen Seelen kommen, wenn sie sterben und nicht zu Untoten erweckt werden oder ihre Seele in Frostmohren gespeichert wird oder sonst was, sondern wenn sie einfach ganz normal sterben, kommen ihre Seelen in die Schattenlande. Was wir über die Schattenlande wissen ist, dass die Schattenlande extrem alt sind. Vielleicht die älteste Existenzebene überhaupt. Vermutlich entstanden sie mit dem Universum zusammen oder sind sogar noch älter. Keine Ahnung, kann man schwierig einordnen. Auf jeden Fall sind sie super, super alt. Es heißt, die Schattenlande sind auch wichtig, das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod zu wahren. Diese Deutung ist nach meinem Dafürhalten eine Deutung der Titanen. Die Titanen haben das so gesehen. Der Tod, der in den Schattenlanden am stärksten verkörpert ist, tritt dem Leben gegenüber in diesem kosmischen Gleichgewicht. Keiner darf so stark werden. Beide treten gegeneinander an. Ansonsten regieren diese einer der beiden Mächte irgendwann die Existenzebenen. Und in dieser Hinsicht sind die Schattenlande wichtig für das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod. Die Schattenlande dürfen nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach werden. Aber aus meiner Sicht ist das nur die Deutung der Titanen. Wenn wir zum Beispiel die Deutung der Lehre nehmen, wir erinnern uns, was Ilgenoff und Enzov uns zu Sachen flüstern, die sagen uns zum Beispiel, Ein Maul, der sechs Mäuler, und jedes Maul ist eine kosmische Macht, wird alle anderen verschlingen. Dementsprechend, hier ist so ein bisschen eher die Deutung, dieses Maul, das steht nicht nur dem Leben gegenüber, dieses Maul steht allen Mäulern gegenüber. Und so ein bisschen deutet das ja auch Silvanas an. Silvanas sagt, am Ende werden wir alle dem Tod dienen. Eines der Zitate. Oder am Ende wird uns alle der Tod holen. Oder viele andere Zitate. Der Tod ist unausweichlich, alles läuft auf den Tod hinaus. Hier ist eher weniger die Rede von Gleichgewicht, sondern das ist das Finale. Darauf wird alles hinauslaufen. Außer sie wird uns alle befreien. Wir ändern uns an das Zitat von Silvanas im Intro. Vielleicht hat Silvanas einen Weg gefunden, irgendwas daran zu ändern. Aber die Schattenlande sind nicht einfach die Schattenlande, ein Gebiet und fertig, sondern in den Schattenlanden gibt es verschiedene Gebiete. Und jetzt wird es ein bisschen verzwickt. Es gibt nämlich die Schattenlande auch so schon im Warcraft-Kosmos. Schon vorher, bevor diesem Add-on und so weiter. Wenn man stirbt, dann ist man ja in so einer Geisterwelt. Und vor allem steht der Geistheiler und um einen herum ist die normale Welt. Man sieht sie nur durch so eine geisterhafte Erscheinung oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und lange Zeit hieß es, das sind die Schattenlande. Oder es ist eine Art der Schattenlande. Mittlerweile ist die Frage, welche Bedeutung diese Art der Schattenlande, wie wir sie zuvor kannten, in den Kontext der Schattenlande einnehmen, wie wir sie jetzt kennenlernen. War das irgendwie alles Quatsch? Oder am Ende reihen wir uns sowieso jetzt irgendwas zusammen. Aber um eine Deutung zu machen, die in der Law irgendwie Sinn ergeben würde. Wir wissen, als Sylvanas gestorben ist, als sie sich nämlich von Eiskrone gestürzt hat, hat sie in den Momenten ihres Todes Visionen gehabt. Und diese Visionen könnte sein, dass dieser Moment, wo man diese Visionen hat, dass das auch der Moment ist, den wir erleben, wenn wir als Spieler sterben. Also diese geisterhaften Gestalten und sonst irgendwas, dass wir die Welt noch sehen, obwohl wir tot sind und so weiter, ist eben dieser Moment. Dieser Moment, bevor wir in die eigentlichen Schattenlande kommen. Dieser Moment des Übergangs. Und wir sind nun nicht deshalb komplett in den Schattenlanden hineingeholt worden, weil keine Wallkür oder Ähnliches uns geholt hat und uns in die Schattenlande getragen hat. Weil vor uns steht ein Geistheiler, der uns vor diesem letzten Schritt bewahrt. Geistheiler sind ja auch ehemalige Wallküren. Und so würde ich das zum Beispiel deuten. Es gibt auch andere Erscheinungen der Schattenlande, auch im Todesritter-Startgebiet zum Beispiel. Jetzt wird es wieder ein bisschen Zeitlinien-mäßig und so weiter. Ich weiß, es kommt wieder Zeitreise-Gedöns. Es gibt da eine Quest im Todesritter-Startgebiet, wo wir in die Schattenlande geschickt werden. Und das dauert, wie lange so eine Quest? Dauert zehn Minuten oder so. Und dann kommen wir zurück und der Questgeber, der sagt uns, Kollege, du warst irgendwie sieben Stunden oder so weg. Und das zeigt uns auch wieder, ähnlich wie beim Neta scheint in den Schattenlanden die Zeit anders zu vergehen. Und es könnte sein, das ist jetzt eine ganz wilde Spekulation, aber es könnte sein, dass wenn wir jetzt alle in Add-on Shadowlands rummachen und dann irgendwann zurückkommen, falls wir zurückkommen, vielleicht bleiben wir ja auch da, wer weiß. Oder vielleicht verschmelzen noch die Existenzebenen oder was auch immer, denn sie wird uns ja befreien. Es könnte aber sein, dass wenn wir zurückkommen, dass dann nicht so wie normalerweise bei jedem WoW-Add-on ein bis zwei Jahre vergangen sind in unserer Lore, sondern dass, wenn wir dann in die Realität zurückkehren, irgendwie zehn Jahre, hundert Jahre, tausend Jahre vergangen sind und Azeroth komplett anders aussieht. Möglicherweise. Darüber hinaus gibt es jetzt in den Schattenlanden, wie wir sie in Shadowlands kennenlernen werden, verschiedene Gebiete. Und diese Gebiete sind alt, aber wahrscheinlich nicht so alt wie diejenigen, die über diese Gebiete herrschen. Es scheint so, als wären diejenigen, die über ihre jeweiligen Gebiete herrschen, noch älter als die Gebiete. Diese Leute, die über diese Gebiete herrschen, nennt man auch die Ersten. Und die Ersten könnte sich beziehen auf die Schattenlande, sozusagen die Ersten, die in den Schattenlanden irgendwie zu Leben erweckt sind, ähnlich wie die Titanen in der Realität die Ersten waren, aber dort einfach die Titanen hießen. Oder die Ersten bezieht sich auf die Allerersten, nicht nur bezogen auf die Schattenlande, sondern die Ersten sind mächtiger. Sie stehen noch über der Realität. Sie stehen über den Dingen, was ja auch so ein bisschen zu dem passen würde, was die Lehre an alles immer erzählt. Über den Feind aller Dinge und so weiter und so fort. Und es könnte sein, dass aber einer von denen das alles immer ein bisschen anders gesehen hat, und das war der Kerkermeister. Wie auch immer er es gesehen hat. Denn die Ersten scheinen sich ja gegen den Kerkermeister verbündet zu haben. Auf jeden Fall hat jeder dieser Ersten eine Zone. Und wir werden dort kennenlernen, den Schlund, die Bastion, den Adenwald, Madraxus und Revendreth. Das müssen aber nicht zwingend alle dieser Gebiete sein. Es kann sein, dass es noch mehr gibt. Dann werden sich auch ein paar Fragen stellen diesbezüglich. Nämlich ist nicht ganz klar, wo jede Seele hingehört. Bei manchen, die passen dann keine von all denen. Und wenn alle Seelen in einen dieser Gebiete kommen, dann ist da irgendwie, fehlt da ja was. Und man kann sich auch die Frage stellen, wenn so ein Dämon stirbt im Nähtag, kommt der dann auch in die Schattenlande oder ist der dann wirklich weg? Und überhaupt, wo kommen eigentlich die Titanen hin, wenn die sterben? Kommen die in die Schattenlande? Wo kommen eigentlich die eigenen Götter hin, wenn die sterben? Kommen die dann zurück in die Leere? Und wenn die Titanen sterben, haben die irgendwie eine Heimat? Die haben ja nicht sowas wie einen Nähtag oder so. Also eine ganze Menge Fragen stellen sich in diesem Zusammenhängen. Gut, es kann gut möglich sein, dass das nicht alles von den Schattenlanden ist, sondern dass wir nur einen Teil der Schattenlande sehen. Vielleicht auch nur den Teil, den die Ersten überblicken. Das könnte auch sein. Denn genauso wie die Titanen nicht das gesamte Universum überblickt haben, die erzählen uns zwar was über den Kosmos und über das gesamte Universum, aber bis zum Schluss waren die Titanen auf der Suche nach weiteren Weltenseelen, weil sie nicht das gesamte Universum kannten. Und genauso könnte es sein, dass die Ersten, also die Herrscher der Schattenlande, auch nicht die gesamten Schattenlande kennen. Und dass es dort auch weitere Gebiete und weitere Erste und so weiter und so fort gibt. Jedenfalls, diese ganzen Gebiete und diese gesamten Ersten, die halten Gleichgewichte. Und diese Gleichgewichte, was meint das? Jedes Gebiet hat einen besonderen Zweck. Jedes Gebiet ist für etwas da. Und kein Gebiet darf supermächtig werden und kein Gebiet darf super schwach werden. Und es gibt eine Existenz, die darüber wacht, dass das alles im Blut bleibt. Also auch diese Gebiete scheinen nicht unbedingt gut zu einer Gesonnen zu sein. Auch die müssen in einem Gleichgewicht gewahrt werden. Oder wenn sie gut zu einer Gesonnen sind, ist es vielleicht irgendwie wichtig für den Tod selbst, was auch immer der Tod selbst ist, entweder als ein abstrakter Zustand oder der Tod selbst als eine Inkarnation im Sinne einer Lebensform. Vielleicht gibt es einen Tod im Sinne des Schnittertods, einen übermächtigen Sensenmann, einen Gott des Todes himself sozusagen. Wer weiß. Und das als Letztes sozusagen. Jedes Gebiet mit jedem Ersten hat einen Pakt mit einem sogenannten Sanktum und was weiß ich nicht was. Und diese Pakte werden wir auch kennenlernen. Das heißt, die haben auch jeweils immer ihre eigenen Armeen, ihre eigenen Untertanen und so weiter und so fort. Eine besondere Rolle spielt in diesem Add-on der Kerkermeister. Der Kerkermeister, sein Gebiet ist der Schlund. Und was wir wissen ist, der Kerkermeister ist im Schlund gefangen. Mit Ketten. Wir haben ja die Kettenmagie gesehen, sowohl bei Silvanas als auch als die Anführer entführt wurden. Und wie gesagt, es ist nicht ganz klar, wer ihn da eingesperrt hat. Wahrscheinlich die anderen Ersten. Es ist nicht klar, warum. Und eigentlich ist auch nicht klar, ob er der Gute oder der Böse ist. Uns wird aber erzählt, dass wenn er sich befreit, dann wird er die Realität verschlingen. Das ist die Wortwahl, die Blizzard selbst getroffen hat. Der Kerkermeister wird die Realität verschlingen. Die Realität verschlingen, das erinnert uns direkt an Ilgenhoff. Sechs Mäuler, ein Mäul, wird alle anderen verschlingen. Und, ich glaube nicht, dass es zufällig die gleiche Wortwahl ist, außerdem hat Silvanas gesagt, ich werde euch alle befreien und hat den Schleier zwischen Realität und Schattenlande zerbrochen. Mit anderen Worten, der und wir entführen die Anführer. Das ist alles so ein Hinweis darauf, der Kerkermeister greift jetzt in die Realität und will alles zu sich ziehen. Vorher hat der Silvanas damit beauftragt, bringen alle um, alle müssen sterben, alle müssen in die Schattenlande kommen und jetzt will der Kerkermeister wohl sich befreien und das direkter machen. Nicht Silvanas damit beauftragen, sondern selbst die Missionen antreten und alle Leute des Todes verdammen und in den Tod reißen. Was ja nicht unbedingt schlimm sein muss, weil Tod heißt offensichtlich nur anders existieren, nämlich in den Schattenlanden. Wir wissen, irgendwie scheinen Silvanas und der Kerkermeister im Bund zu sein. Wir wissen nicht genau, was die voneinander wollen und was wir aber wissen, weshalb Blizzard schon auf der BlizzCon verraten, Silvanas ist jetzt nicht, das kann man nicht sagen, die Dienerin des Kerkermeisters. Das auf gar keinen Fall, sondern das wird eine ähnliche Beziehung sein, also man sieht, ich glaube, man sieht hier gewisse Parallelen aus meiner Sicht, wie bei Enzov und Asshara. So wie Enzov Asshara bemächtigt hat, hat wohl auch der Kerkermeister Silvanas bemächtigt. Und so wie Asshara sich auch immer nur als Partner von Enzov gesehen hat und nie als Diener, sieht sich wahrscheinlich auch Silvanas als Partner des Kerkermeisters und nicht als Diener. Und wahrscheinlich genauso wie Asshara ihre eigenen Ziele verfolgt, verfolgt auch Silvanas ihre eigenen Ziele. Würde ich zumindest aus meiner Sicht stark zu vermuten. Jetzt gibt es eine sehr mysteriöse Existenz in den Schattenlanden und zwar den sogenannten Seelenrichter, den sehen wir da rechts. Wenn ein Lebewesen stirbt in der Realität, dann kommen wallkürähnliche Lebewesen, nehmen sich die Seele und schleppen diese Seele in die Schattenlande. Dann kommt die Seele vor dem Seelenrichter und der Seelenrichter hat eine unendliche Weisheit. Das ist die Wortwahl, die getroffen wird. Eine unendliche Weisheit. Der Seelenrichter weiß alles. Offenbar. Er weiß über jedes Lebewesen genau Bescheid. Und nicht nur das, er weiß auch über alles Bescheid, was in den Schattenlanden passiert. Und in dieser unendlichen Weisheit kann der Seelenrichter immer sagen, diese Seele ist für dieses Gebiet bestimmt. Diese Seele für dieses. Diese Seele für dieses. Es ist ausgeschlossen eigentlich, eigentlich, dass der Seelenrichter jemals fehlschlagen kann. Also, dass er einem Fehler unterlaufen könnte oder irgendwas. Der Seelenrichter kann nicht nur sagen, diese Seele hat so und so gelebt, deswegen passt die dahin, sondern der Seelenrichter, der weiß auch, welche Konsequenzen es hat, wenn er eine Seele wohin schickt. Er sieht die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft und alle Zusammenläufe, alle Ebenen und sonst irgendwas. Und die Frage ist, oder es gibt mehrere Fragen, die sich jetzt stellen. Wo kommt der her? Was ist der Ursprung des Seelenrichters? What the hell? Das Ding scheint mächtiger zu sein als alles. Also, ein Typ, der alles weiß und alles durchschaut und überhaupt holy shit. Es ist die Idee im Raum, dass die Ersten den Seelenrichter erschaffen haben. Also, dass alle Ersten sich zusammengesetzt haben, quasi, große Versammlung der Ersten, das Pantheon des Todes oder wie auch immer man es nennen möchte. Und dass die beschlossen haben, wir brauchen eine unabhängige Instanz, ein Gerichtshof. So quasi, wir sind zwar die Legislative, wir bestimmen, wie die Schattenlande regiert werden, aber wir brauchen eine Judikative, eine unbestechliche, eine die, was auch immer. Und dann haben die ihre Mächte, quasi die mächtigsten Wesen, die es vielleicht gibt. Vielleicht sind die Ersten mächtiger als alle anderen Wesen, das könnte ja durchaus sein. Oder es könnte, es ist wahrscheinlich, oder es deutet zumindest viel darauf hin, vielleicht sind sie ähnlich mächtig wie die Voidlos, vielleicht sogar mächtiger als die Voidlos. Ich erinnere daran, die Lehre hat Alleria vor Silvanas gewarnt. Die Lehre hat richtig Angst vor Silvanas. Und Silvanas ist eine Inkarnation des Todes. Es könnte sein, dass die Ersten als die mächtigen Manifestationen des Todes wirklich übertrieben mächtig sind. Und vielleicht, wenn die sich alle zusammentun, könnte es denen tatsächlich gelingen, eine Weisheit zu kreieren, die zumindest aus Sicht der Ersten, wir haben wieder ein perspektivisches Sehen, ähnlich wie die Titanen ein perspektivisches Sehen auf dem Kosmos haben, könnte es sein, dass die Ersten ein perspektivisches Sicht auf den Kosmos haben und sozusagen ihre gesamte Weisheit, ihr gesamtes Wissen in eine Kreatur gesteckt haben und so der Seelenrichter entstanden ist. Aber wirklich wissen tun wir das nicht. Jetzt ist aber was Komisches passiert. Der Seelenrichter ist eingeschlafen. Unendlichweise aber auf einmal pennt der Typ und weil der pennt, kann der nicht mehr über die Seelen richten. Und weil der eingeschlafen ist, werden jetzt alle Seelen, die jetzt in die Schattenlande kommen, also jeder, der gestorben ist, direkt umgeleitet in den Schlund. Also da, wo der Kerkermeister wohnt. Und mit jeder Seele landet auch ein bisschen Anima. Und Silvanas, die Gute, die hat ja für ganz schön viel Tote gesorgt. Das heißt, in dem Zeitraum von Bette von Azeroth hat der Kerkermeister immer mehr Seelen, immer mehr Anima bekommen, wird immer mächtiger und droht sich jetzt zu befreien. Zusätzlich flüstert uns eine kleine Stimme zu und die uns sagt, Nasrezim, vielleicht haben die irgendwas damit zu tun. Immer im Hinterkopf behalten und irgendwas mit Elun hat vielleicht Elun mit dem Seelenrichter zu tun. Ist Elun der Seelenrichter? Wer weiß. Vol'jin. Der lebte ja irgendwann auch wieder zu Battle for Azeroth. Und Vol'jin, da ist so ein bisschen das Ding, wir wissen immer noch nicht, wo, wer, wie, wer hat Vol'jin zurückgebracht? Wir fragen Womsandi, weil das nahe liegt. Und Womsandi sagt, ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nur, hier ist die Kacke am Dampfen, Leute. Außerdem ist der Boss sauer. Das sagt er. Wer ist der Boss vom Womsandi? Stellt sich an der Frage auch. Dient Womsandi auch dem Kerkermeister? Dient Womsandi dem Seelenrichter? Dient Womsandi dem Tod an und für sich? Wer ist der Boss vom Womsandi? Auch komisch an der Stelle. Womsandi sagt, ich war es nicht, frag mal die anderen. Und dann deutet er darauf hin, frag mal Bolva und frag mal eh hier, vielleicht wissen die was. Dann bricht man auf, läuft zu Bolva, Bolva so, ich habe keine Ahnung, wer Vol'jin zurückgeholt hat, hau hier ab, ansonsten töte ich dich. Das ist ungefähr Bolvas Reaktion gewesen. Von Ege erfahren wir ein bisschen mehr. Ege sagt, ich habe Vol'jin auch nicht zurückgebracht, solche Mächte habe ich gar nicht. Selbst wenn ich es gewollt hätte, ich hätte Vol'jin nicht zurückbringen können. Das ist bemerkenswert, denn die Walküren können doch Lebende zu den wieder, also Tote wieder erwecken, wieder ins Leben zurückbringen. Ege ist eine Walkür. Sie sagt, aber sie kann das bei Vol'jin nicht. Das heißt, es gibt eine Macht, die verhindert könnte, dass Ege Vol'jin zurück ins Leben gebracht hat. War das der Kerkermeister? War das der Seelenrichter? Wer war das? Oder warum ist das so? Und wer war es dann? Aber Ege sagt noch mehr. Ege sagt, die Macht, die Vol'jin ins Leben zurückgeholt hat oder als Geistwesen auferstehen lassen hat, denn Vol'jin lebt nicht wirklich. Vol'jin ist jetzt mehr. Vol'jin lebt und ist tot und ist es nicht. Der ist irgendeine Zwischenexistenz. Er ist übrigens nicht der Einzige, auf den das zutrifft. Jetzt erinnern wir uns zurück an Warcraft 3. Jetzt gehen wir richtig weit wieder zurück. In Warcraft 3 trifft Medivh auf König Terenas. War das da? Ich glaube schon. Und in diesem Moment, als Medivh in den Thronsaal und so weiter betritt, da beschimpft irgendjemand Medivh als Mensch. Ich meine, das war da oder war das woanders? Not sure. Aber seine Reaktion ist das Entscheidende. Die Reaktion von Medivh ist, mein Menschsein habe ich schon lange hinter mich gebracht. Ich bin jetzt etwas anderes. Sagt er Zesral? Nee, er sagt Zesral, genau. Zesral sagt er das. Zesral nennt ihn Mensch, weil er in Menschenform erscheint, aber er erscheint auch in Rahmenform. Und das ist spannend. Etwas später, nämlich am Ende von Warcraft 3, sagt Medivh einen anderen interessanten Satz, nämlich Medivh sagt den Satz Meine Arbeit ist getan und nun kehre ich heim zu den Legenden der einst. Es könnte sein, dass Volgen jetzt die gleiche die gleiche Form der Existenz zur Ehre wird oder wie auch immer wie Medivh einst. Wo Medivh das her hat, ist völlig unklar und bei Volgen aber genauso. Aber von Eje erfahren wir etwas über Volgens Existenz. Und zwar sagt Eje Volgen wurde der Segen der Ehre zuteil. Das ist ein ganz schwieriges Ding. Also was meint sie damit? Der Segen der Ehre das klingt so ein bisschen so als wäre das das was Odin normalerweise tut. Denn das sind ehrenvolle Kriegerseelen und so weiter. Aber ich glaube Eje meint damit etwas anderes. Für sie ist Ehre das höchste. Die sind irgendwie die krassen Balajar und haste nicht gesehen und Kriegerhalle und Halle in der Tapferkeit und so weiter. Das höchste was sich Eje vorstellen kann in ihrem Weltbild ist Ehre. Es gibt nichts darüber. Nichts ist wichtiger als Ehre. Und wenn sie sagt Volgen wurde der Segen der Ehre zuteil ist das wahrscheinlich eher so gemeint. Volgen wurde mit der größten Macht erfüllt, die es gibt. Und die größte Macht, die es gibt, wäre nach meiner Deutung der Seelenrichter. Weil wenn der Seelenrichter wirklich unendlich weise ist und sowieso über die Seelen bestimmt, dann war vielleicht einer der letzten Taten, bevor der Seelenrichter eingeschlafen ist, weil in der unendlichen Weisheit des Seelenrichters hat der Seelenrichter vielleicht kommen sehen, dass er einschläft, warum auch immer, bestimmt, dass Volgen aus irgendwelchen Gründen zurückkehren muss. Aber sehr wild gedeutet, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was Segen der Ehre bedeuten soll. Jetzt gucken wir uns mal die verschiedenen Ebenen der Existenz an. Da haben wir einmal den Schlund. Der Schlund ist der Ort, wo Sylvanas aller Wahrscheinlichkeit zweimal war, nämlich einmal, als sie sich von Eiskrone gestürzt hat und einmal, als sie vor Gineas gestorben ist. Wir wissen aus Anbruch der Nacht, dass sie diesen Ort als extrem höllisch empfunden hat. Das ist die trostlose Ewigkeit, da gibt es keinen drinnen. Das ist für immer und ewig die Hölle, die Hölle, der Hölle, der Hölle. Das Schlimmste, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und in diesem Schlund ist auch der Kerkermeister gefangen. Das ist quasi seine Hut. Da kommen die Bösesten der Bösen über Bösen hin oder so, keine Ahnung. Die Schurken der Schurken. Und wie schurkisch die da sein müssen, kleiner Spoiler, Garrosh kommt da nicht hin. Garrosh ist noch zu gut für den Schlund. Okay, also das ist das Gefängnis des Kerkermeisters. Und wie gesagt, irgendwas unterbindet jetzt den Seelenrichter. Also der Seelenrichter sagt normalerweise, okay, die Seele kommt dahin, die Seele kommt dorthin, die Seele kommt dorthin. Und das ist jetzt unterbunden, der Seelenrichter schläft, in welcher Form auch immer. Ich bezeichne das jetzt mal als Schlaf, der ist paralysiert, der schwebt da rum und macht seine Arbeit nicht mehr, was auch immer, was mit dem los ist. Sondern alle Seelen wurden in so einen Seelenstrom umgelenkt und landen jetzt im Schlund und bemächtigen den Kerkermeister mit dem Anima. Im Schlund befindet sich ein Turm und dieser Turm heißt Torgast und Torgast ist gespiegelt mit und das ist jetzt 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 mysteriös ist gespiegelt mit Eiskrone. Oder der Eiskron Zitadelle. Dort, wo der Schleier durchbrüchig geworden ist, Krone Dominanz, gerissen und so weiter, wir kennen es aus dem Trailer, dort widerspiegelt sich Torgast direkt in dem Schlund, dort, wo auch der Kerkermeister ist, direkt darunter. Wo haben wir die Krone Dominanz her? Aus den Schattenlanden, das steckt doch der Kerkermeister hinter, das hat er doch alles so geplant, der hat das alles genauso inziiert, der hat das auch den Nasrissim gesagt, dass die das dem Kirjeden sagen sollen, dass der gefälligst den Lichtkönig genau dahin pfeffern soll, dass das sich genau übereinstimmt ist, dass diese Türme sich da spiegeln und dass der Schleier der Realität zerbrechen kann und so weiter und so fort. Was ist Torgast jetzt? Also Torgast ist ein Gefängnis, das Gefängnis des Kerkermeisters, dort sind ehemals, also in den Schlund kommen nur die schändlichsten aller Seelen, schändlicher als Garrosch und von diesen schändlichen Seelen kommen die gefährlichsten unter ihnen nach Torgast. Also jetzt haben wir nicht nur die Bösesten, sondern die Bösesten und die Mächtigsten, die kommen nach Torgast. Okay, also die Superschurken, wenn man so will. So war es zumindest ursprünglich. Nichts vergessen, es gibt diesen Seelenstrom jetzt zum Schlund, das heißt irgendwie seit einiger Zeit, wer weiß genau seit wann, vielleicht seit Wrath of the Lich King, seitdem wir Arthas besiegt haben, vielleicht wirklich seitdem kommen alle, die gestorben sind, in den Schlund, wer weiß. Heute wegen dieser Umlenkung finden wir nicht nur die schändlichen und gefährlichen in Torgast wieder, sondern, ich habe es jetzt mal mit den großen Helden umschrieben, ich würde zum Beispiel erwarten, in Torgast treffen wir Sauerfang wieder. Sauerfang ist gestorben, Silvanas hat ihn gekillt, seine Seele kommt in die Schattenlande, Seenrichter schläft, seine Seele wird direkt umgelenkt in den Schlund, der Typ ist gefährlich, der hat sich schon einmal gegen Silvanas erhoben, ab nach Torgast. So stelle ich mir das so ein bisschen vor. Jetzt kommen wir zu den jeweiligen gewöhnlichen Gebieten, also nicht den Schlund, also nicht die Hölle der Hölle. Das erste Gebiet ist die Bastion. In der Bastion landen die Seelen, die der Seelenrichter für besonders pflichtbewusst, besonders edel, prinzipientreu und rein hält. Die Besten der Besten, die Edelsten der Edelsten, die Reinsten der Reinsten. Und kleiner Spoiler, wir werden uns auch das Video gleich ansehen, ein Uta, ein Paladin, das ein Leben lang im Dienste des Lichtes gestellt hat, ist vielleicht nicht mal rein genug für dieses Gebiet. Das ist die andere Übertreibung, so wie beim Schlund, wo Garrosh nicht böse genug ist für den Schlund, ist Uta eigentlich vielleicht nicht mal gut genug für die Bastion. Da kommen die Gutesten der Guten hin. Die Bastion ist ein schönes Gebiet, von einem kristallklar blauen Himmel durchdrungen. Türme mit unberührter Schönheit, reinen Glanz. Es ist nicht der Anschein von Verschmutzung zu wecken. Dieses Gebiet lässt keinen Zweifel über. Dieses Gebiet lässt keine Sünde über. In diesem Gebiet herrscht das Gute und nichts als das Gute und das Heilige, das Wohlbewahrene. Und der Bastion wird eine heilige Mission zuteil. Und zwar wird sie bewohnt von den Kyrianern. Und die Kyrianer haben eine Mission. Sie sind diejenigen, die die Seelen in die Schattenlande tragen. Sie sind wohlmöglich der Ursprung der Valkyren. Wenn die Bastion fällt, fällt auch der Nachstrom an Seelen in den Schattenlanden. Die Bastion ist super wichtig für die Schattenlande. Darum kommen auch nur die Edelsten der Edelsten dahin. Nur die dürfen diese Mission antreten. Nur die können diese Mission pflichtbewusst erfüllen. Es dürfen keine Fehler unterlaufen. Alles muss geregelt ablaufen. Disziplintreue, Prinzipientreue. Keiner dieser Kyrianer darf nur auf die Idee kommen, Zweifel zu hegen. Und sobald das passiert, würden sich alle gegen ihn richten. Die Kyrianer können derweil aufsteigen und dann zu diesen Valkyren werden. Oder diese Valkyren ähnliche Spezies, die der Ursprung der Valkyren wohl darstellt. Und in die Bastion kommen seit einiger Zeit keine Seelen mehr. Also da ist irgendwie der Seelenstrom in die Bastion versiegt. Und so langsam fängt sich der ein oder andere zu fragen, woran das denn liegen mag. Warum kommen keine Seelen mehr in die Bastion? Aber das Problem ist, dieser Gedanke, dass der Seelenstrom versiegt ist und dass das ein Problem sein könnte, ist eine Sünde. In der Bastion leben prinzipientreue Seelen. So einen Gedanken darf man gar nicht hegen. man man glaubt mit aller Entschlossenheit an das hohe Prinzip. Man glaubt, dass der Archon und die Archon, die Erste in diesem Gebiet, dass die die unendliche Weisheit hat, zusammen mit den Seelrichtern, da kann kein Fehler vorliegen. Allein der Gedanke, es könnte ein Fehler vorliegen, ist schon sündhaft und schandhaft. Das darf nicht passieren. Schauen wir uns das mal an. Wir haben Video 23. Er hat meine Heimat verwüstet, mein Volk und meinen König ermordet. Er muss bestraft werden für den Ardenwald. Willkommen in der Bastion. An mein teures Volk von dem Trailer habe ich doch gar nicht gesucht. Traxxus muss weiter sein gepflicht. Wenn wir versagen, dann Fall RIP. Oh, guck mal, ich habe einen Aufnahmefehler gemacht. Wie schlau war ich bei dieser Aufnahme? Ach, schlau genug. Licht, rette meine Seele. Uta. Wo bin ich? Willkommen in der Bastion. Eures war ein wahrhaft selbstloses Leben. Daher wurdet ihr auserwählt. Auserwählt? Eure sterbliche Last abzustreifen und euch den Rängen der Aufgestiegenen anzuschließen, die die Seelen der Toten in die Schattenlande tragen. Ich diene dem Licht und mein Dienst ist nicht beendet. Es gibt noch ein Übel, das... Hier gibt es kein Übel. Die Dunkelheit wurde im Schlund eingeschlossen vor langer Zeit. Ihr irrt euch. Er hat meine Heimat verwüstet, mein Volk und meinen König ermordet. Er muss bestraft werden. Ihr seid jetzt ein Aspirant. Ihr müsst eure neue Bestimmung annehmen und dieses Trachten nach Rache aufgeben. Wonach ich trachte ist Gerechtigkeit. Devos, warum trainiert ihr diese Seele? Als Paragon ist das unter eurer Würde. Er kann sich nicht lösen. Er verlangt Vergeltung für seinen Tod. Und das beschäftigt euch? Viele Seelen brauchen Äonen, um aufzusteigen. Ja, aber diese hier scheint gebrochen, Tenius. Anders als jede andere Seele. Ich beginne mich zu fragen, ob sein Aufenthalt in der Bastion ein Fehler ist. Vorsicht, Devos. Lasst nicht die Archon solche Gedanken hören. Mit der Zeit wird er vergessen. Vertraut unseren Methoden. Vertraut dem Pfad. Devos. Wie lang müssen wir trainieren? Bis ihr bereit für den Aufstieg seid. Und was hält mich vom Aufstieg ab? Nichts, bis auf die Erinnerung an euer Leben. Wie soll ich vergessen, wenn ich noch immer seine Klinge spüre? Eure Seele ist verwundet? Wer hat euch das angetan? Mein Schüler. Er hat uns alle verraten. Zeigt es mir. die Runen auf der Klinge waren unverkennbar. Dieses dunkle Wesen ist auf freiem Fuß auf einer Welt der Sterblichen und hält die Macht des Schlunds in der Hand. Unser Reich ist in Gefahr. Ausgeschlossen. Dem Schlund entkommt nichts. Ihr müsst auf den Pfad zurückkehren. Hätte er seine Erinnerungen geläutert, hätten wir nie von diesem Unheil erfahren. Der Pfad ist nicht die Antwort. Genug! Die Ordnung in den Schattenlanden hängt davon ab, dass wir unsere ewige Aufgabe erfüllen. Ihr werdet von diesen Gedanken ablassen. wie ihr befehlt, Arjon. Uta! Der Moment eures Aufstiegs ist gekommen! Ich dachte, ich bin nicht bereit. Wollt ihr ihn bestraft sehen? Ja. Dann macht euch bereit. Sobald er fällt, ergreifen wir ihn. Ich sehe nur Finsternis vor mir. Werft ihn in den Schlund. Gebt ihn der Dunkelheit, der er dient. Seine ewige Folter erwartet ihn. Er war mein Schüler. Bedenkt, was er getan hat und übt Rache. Nicht Rache, Gerechtigkeit. es geht. Huiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Also hier sehen wir eine ganze Menge. Es gibt nämlich eine Szene, die ist schon mal ein bisschen ich glaube ich relativ kurz vielleicht auch posieren weicht raka vom frostwollfall der normale trailer eine kriegerin vielleicht oder binde das mal und zwar müssen sie mich jetzt ein bisschen sachen angucken genau ich brauche den trailer so passiert hier ein paar interessante kleinigkeiten hier schon zu spät licht rette meine seele wo sieht man das licht wenn ich betrunken aber wenn die wunde berührt wird ihr wisst sogar schon worauf ich hinaus will ist ja fantastisch so genau hier ja da sieht man schon der forscher licht rette meine seele ist ja so ein bisschen sein spruch was passiert hier also ich kann ja mit punkten kommen zwischen den frames und der zerspringen das ist hier sehr nützlich also atas tötet uta die seele von uta verlässt verlässt ihn in dem moment seines todes und frost moon macht so sein ding denn frost moon absorbiert ja seelen also wenn frost moon jemand tötet oder frost kram wie auch immer dann geht die seele in frost moon rein aber uta sagt licht rette meine seele uta hat so ein bisschen befürchtet was ihn wohl erwartet und er hat dann sozusagen das licht seine religion und sonst was er ja verehrt hat angefläht dass zumindest ein teil seiner seele oder vielleicht komplett seine seele gerettet wird und das sehen wir gerade in diesem moment auch vor der zerstörung von frost moon scheint ein teil seiner seele nämlich der rechte teil hier von der heiligen magie gerettet worden zu sein und vielleicht schon damals in die schattenlande geführt worden zu sein oder woanders hin und der uta der in schattenlande ist vielleicht doch erst der der in frost moon war und dann in die schattenlande kam als frost moon zerbrochen ist keine ahnung aber wir sehen dass seine seele auf jeden fall zerrissen wird in einen heiligen teil und in einen gewöhnlichen teil der in frost moon reingeht das ist ganz entscheidend und dann passiert hier noch etwas paar entsprechende interessante sachen und zwar hier bei der anklage sagt die gute devon oder wie sie heißt was interessant ist hätten wir nie von diesem unheim hätte er und entkommt nichts ihr müsst auf fahr ausgeschlunz in der hand unser reich ist in gefahr ausgeschlunz da sagt sie es mal genau er hält die macht des schlunz in dem hand damit ist frost moon gemeint das war ja auch wegen der wunde und das deutet sie aufgrund der runen also auf der runen klinge frost moon sind runen und diese runen die sind die gleichen runen die man beim kerkermeister findet deshalb zieht sie den schluss es gibt einen sterblichen in der gewöhnlichen realität der die macht des schlunz in seinen händen hält und das kann nicht sein das dürfte nicht sein das ist das irgendwas ist hier nicht richtig und deshalb erbost sie sich und sagt irgendwas stimmt hier mit dem Pfad nicht der Pfad ist sozusagen der Glaube dass das alles im Lot ist und so weiter und dass sie einfach nur ihre Pflicht tun müssen aber die anderen sind nicht empfänglich dafür und dann wird sie so ein bisschen ja von dannen gestoßen und sie sagt ja ja alles klar ich gehorche wieder aber man sieht natürlich wie ihr Blick sich verfinstert also hier gibt es eine absolute Sinneswandlung und sie verführt Uta auch zur Rache Paladine wollen eigentlich keine Rache verüben oder sonst was und ganz zum Schluss als kriegt Uta ja auch noch was soll man sagen er denkt darüber nach ob er wirklich das Richtige tut ich bin ein Paladin ich will mich nicht rächen ich will Gerechtigkeit ist das Gerechtigkeit wenn ich jemanden in endlose Qualen überlasse mein Schüler bedenkt was er getan hat ja und sie verführt ihn wieder nicht Rache nicht Rache Gerechtigkeit er sieht sich vielleicht auch selbst so ein bisschen verantwortlich weil er ja betont Arthas war mein Schüler ich bin mein Lehrer vielleicht bin ich als Lehrer schuld daran dass Arthas zu dem geworden ist was er ist also sehr interessante Meta-Ebenen es gibt hier noch eine andere wichtige Szene die übrigens sehr cool gemacht ist wann passiert das denn wo Arthas am Boden liegt hier glaube ich ich sehe nur Finsternis vor mir ich sehe nur Finsternis vor mir das hat Arthas gesagt als Arthas gestorben ist am Frostthron und das hat Sylvanas gesagt als sie gestorben ist am Frostthron und jetzt sagt er das nochmal und es gibt diese Überblendung von seinem Auge weil sein Auge sieht ja zu dem Schlund mit anderen Worten wenn er sagt er sieht nur Finsternis meint er den Schlund hier ist confirmed wenn die Charaktere sagen wie Sylvanas oder Arthas sie sehen nur Finsternis meinen sie eindeutig den Schlund okay also das sind im Wesentlichen die wichtigen Dinge die hier zu sehen sind ja und das ist die Bastion und wir werden da wohl hin okay ich glaube Andi hat weil Andi ist hier eingeloggt und dass plötzlich Bettenet startet hat vielleicht damit zu tun dass Andi wieder Starcraft spielt okay auf jeden Fall die Bastion hat jetzt so ein bisschen so Probleme ja denn die müssen sich eigentlich darum kümmern dass die Seelen da weggebracht werden und irgendwie ist es ganz schwierig die davon zu überzeugen dass was nicht stimmt weil ihr merkt ja wenn da nur einer mal sagt hier und obwohl sie handfeste oder in Anführungsstrichen handfeste Beweise hat das mit den Runen ist wirklich eigentlich unruhigend das dürfte nicht sein aber die anderen nee 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 wir fangen gar nicht erst an zu zweifeln halt mal schön die Klappe der Pfad ist schon das Richtige nächstes Gebiet Maldraxxus Maldraxxus ist jetzt für Kriegerseelen gedacht und für sehr ehrgeizige Seelen oder beides ehrgeizige Kriegerseelen oder wie auch immer also Leute die viel erreichen wollen im Leben und die vor allem eins kann in ihrem Leben nämlich Krieg und Soldaten da sein in Maldraxxus zählt nur Stärke nur die Starken sind werden zu Soldaten von Maldraxxus also wenn man in seinem Leben ein Soldat war kommt man nach Maldraxxus man muss sich Prüfungen unterstehen man kämpft wie Gladiatoren oder so gegeneinander und die Starken der Starken die werden die Soldaten von Maldraxxus die Schwachen von Maldraxxus werden der Treibstoff von Maldraxxus die Schwachen da wird einfach nur das Anima benutzt um was weiß ich irgendwelche Konstrukte oder so zu benutzen oder irgendwas übrigens in der Bastion wird natürlich Anima natürlich zu dieser Ermächtigung und zu dem Aufstieg und sonst was benutzt Maldraxxus ist darüber hinaus die Quelle der Nekromantie also die Geburt der Nekromantie das Darin des Untods stammt wohl aus Maldraxxus das Wiedererwecken von Deichen und so weiter das sieht man auch an der Architektur von Maldraxxus wenn man sich das mal so anschaut wie das so aussieht im Maldraxxus dann erinnert das alles sehr stark an der Architektur die wir von der Geißel kennen das sieht sehr ähnlich aus wie hier zum Beispiel in Nekropolen der Geißel und ähnliches und große Teile der Architektur der Geißel gehen auch auf die Neruba zurück aber wohl nicht alles sondern ein Teil scheint wohl auch auf Maldraxxus zurückzugehen oder auch die Architektur der Neruba geht auf Maldraxxus zurück das könnte natürlich auch sein denn die Neruba waren ja Diener von Joxaron und Joxaron war ja auch der Gott der Toten naja wie dem auch sei hier sind die Krassen der Krassen und sie sind eine Armee die Armee der Schattenlande die Frage an dieser Stelle ist gegen wen eigentlich und naja der Tod ist eine kosmische Macht und eine kosmische Macht braucht genauso wie alle anderen eine Armee das Licht hat die Armee des Lichts die Unordnung hat die brennende Legion und die Leere hat ihre alten Götter und ihre Diener die das Leben hat vielleicht die wilden Götter gut die Ordnung hat irgendwie nicht so richtig die Titan vielleicht aber wen hat hat der Tod und der Tod hat als Armee eben Maldraxxus und mit dieser Armee greifen sie andere Ländereien an also sie greifen zum Beispiel die Unordnung an oder die Schatten den Void oder die Armeen des Lichts und umgekehrt verteidigt die Armee vom Maldraxxus auch die Schattenlande gegenüber den anderen kosmischen Mächten das Interessante ist jetzt folgendes oder eines der interessanten Sachen wir werden das auch gleich in dem Video sehen mit den Armeen und so Maldraxxus besteht aus mehreren Häusern jedes Haus hat so seine Spezialisierung in dem einen das hat sich spezialisiert auf Kriegsgeräte da gibt es dann besonders krasse Katapulte und solche Sachen das andere hat sich spezialisiert auf Seuchen das andere vielleicht auf gewöhnlichen Kampf Nahkampf oder was auch immer so hat sich dann jedes Haus spezialisiert und es gibt jetzt aber einen obersten Buffetshaber das ist nämlich der Primus und der Primus der hält sozusagen alle zusammen und der koordiniert alle und der Primus ist seit einiger Zeit verschwunden und der Primus gilt als ein besonders mächtiger Runenschmied jetzt erinnern wir uns die Naseressim haben ja die Krone der Dominanz und Frostmone aus den Schattenlanden geholt wer in den Schattenlanden hat eventuell die Krone der Dominanz und Frostmone oder auch die Rüstung der Verdammnis geschmiedet eventuell der Primus denn der Primus ist wahrscheinlich der krasseste Runenschmied oder der krasseste Schmied den es überhaupt gibt in den Schattenlanden also aber warum ist der Primus verschwunden er schmiedet das und dann ist er weg es könnte sein dass der Kerkermeister es irgendwie geschafft hat oder die Naseressim geschafft haben oder irgendwie alle kombiniert den Primus zu entführen oder dazu zu zwingen das alles zu machen und jetzt ist der Primus futsch ist verschwunden und die fünf Häuser in Maldraxxus die kämpfen jetzt um die Vorherrschaft denn irgendjemand muss ja das Sagen haben und weil die sowieso darauf getrimmt sind immer zu kämpfen kennen die auch keine andere Lösung als sich zu bekämpfen und der der Sieger in diesem Kampf hervorgehen wird wird schon das Stärkste sein und der wird schon wissen wie es geht aber die Schattenlande sind ja gerade stärker bedroht als denn je denn der Seelenstrom der wurde ja umgelenkt der Seelenrichter wurde entmachtet und es gibt auch keinen neuen Treibstoff für die Soldaten weil ja keine neuen Seelen dahin fließen kein Anima und wenn all das verschwindet und der Kerkermeister sich befreit dann brauchen die Schattenlande eine Armee die das entsprechend irgendwie die Schattenlande verteidigt oder wieder alles in den Lot drückt und so weiter das heißt die Schattenlande brauchen Einigkeit aber in der unendlichen Weisheit des Seelenrichters hat der Seelenrichter eventuell eine Seele gefunden unter der Maltraxxus sich wieder vereinen wird das sehen wir im nächsten Video im Leben war ich Draka vom Frostwolf Clan eine Kriegerin die alles gab um das zu beschützen was am wichtigsten war doch mein Kampf war noch nicht vorbei Maltraxxus die Armeen der fünf Häuser standen einst Seite an Seite um das Reich des Todes zu verteidigen hier diente ich dem Haus der Augen eine seltsame Bestimmung für die Seele einer Kriegerin nochmal sie kämpften nicht wie ich schneller doch schließlich fühlte sich dieses Leben nach dem Tod richtig an das Haus der Seuchen existiert nicht mehr ein Fünftel von Maltraxxus ausgelöscht wie können sie nur so unbedacht sein vielleicht waren sie das nicht was auch als nächstes passiert Maltraxxus muss weiter seine Pflicht erfüllen wenn wir versagen dann fallen die Schatten lande das Haus der Auserwählten sollte noch an unserer Seite stehen ich vertraue euch diese Nachricht für Maltraxxus an jetzt geht seid wachsam Draka meine Brüder ich habe einen dringenden Auftrag mein Herr schnell es könnte Überlebende geben die Schatten Das sind also die Verräter, von denen ihr spracht. Solche Urgora halten mich nicht davon ab, die letzte Nachricht meines Herrn zu überbringen. Prüfungen wie diese können ein Schwert zerbrechen. Oder sie schärfen es. Ich bringe den Schlüssel zur Rettung von Maltraxos. Es tut mir leid, Markgraf. Er gab mir keinen Schlüssel. Eine unbeugsame Kriegerin mit den Fertigkeiten einer Meisterspionin? Ein Schlüssel zu vielen Dingen. Kommt, unsere Feinde werden schon bald offen zuschlagen. Wir müssen uns vorbereiten. Ich bin Draka. Einst war ich eine Frostwölfin. Jetzt bin ich Baronin des Hauses der Auserwählten. Und vor allem eine Verteidigerin von Maltraxos. Ja. Draka ist die Mutter von Sral. Die sowieso eine krass bewegende Geschichte hatte. Die galt mal als überhaupt nicht starke Kriegerin und so weiter und so fort. Und dann hat sie die Weisen Rat gesucht. Und dann gab es irgendwie so ein super duper Ritual, wo sie alles Mögliche machen sollte. Und im Wesentlichen macht die das dann alles, was ihr da gesagt wurde. Sie tötet da irgendwie, was weiß ich, megakrasse Tiere und überhaupt. Dann kommt sie irgendwann zurück und sagt dann, was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen, um eine Kriegerin zu werden mit diesen ganzen Gegenständen und sonst was sich beschaffen sollte? Und dann wird ihr gesagt, du bist jetzt die Kriegerin. Allein, dass du diese ganzen Aufgaben bewältigen konntest, das macht dich zur Kriegerin. Super stark verkürzt. Und das macht sie dann letztlich, das hat sie dann auch in den Augen von Durotan als eine besonders attraktive Frau erscheinen lassen. In den Orks ticken ja ein bisschen spezieller, aber dass sie sich so bewiesen hat. Und dann zeugen Durotan und Draka ein Kind. Und das wird dann Sral, beziehungsweise Goel. Und in den Wirren des Krieges, des Ersten Krieges, ist es dann so, dass sie überfallen werden und sterben. Aber die Frostwölfe auch nicht so guten Draht zu Gul'dan haben. Und Gul'dan veranlasst das entsprechend. Jedenfalls in diesem Wirren muss dann sie auch ihr Kind opfern. Und nicht opfern, sondern allein zurücklassen. Und dann schwimmt Sral, beziehungsweise Goel, den Fluss so runter und wird dann von Menschen gefunden und auch von Menschen großgezogen. Das wäre die Ursprungsgeschichte von Sral. Das ist Draka. Und Draka ist jetzt auf jeden Fall zurückgekommen, ist jetzt hier in Maldraxxus. Und findet sich wieder, wie gesagt, da kommen krasse Krieger hin. Das müssen nicht Geißelsoldaten sein oder so. Wenn sie Krieger sind, sind sie Krieger. Und da ist es egal, wo sie vorher kämpfen oder nicht. Und das wird ja auch hier ganz oft betont. Und vorher war ich eine Frostwölfin. Jetzt bin ich Kriegerin von Maldraxxus. Und bis auch am Schluss sagt sie immer noch, also sie erkennt an, dass sie auch eine Frostwölfin war und auch sich immer noch daran erinnert und das auch gerne war. Aber sie erkennt auch ihre neuen Pflichten an und ist auch fein damit. Diesen Shot hier finde ich noch besonders interessant. Da gibt es auch so ein Easter Egg. Es gab diese Szene schon mal zu sehen. Auf jeden Fall. Was man hier sieht, ist, als Draka durch ein Fernrohr schaut, wo sie eben so rummacht als Soldatin von Maldraxxus. Und wer wird hier angegriffen? Die brennende Legion. Also das ist der Shot, der uns zeigt, wofür brauchen die Schattenlande eine Armee. Ja, die kämpfen halt gegen die anderen kosmischen Mächte. In dem Fall brennende Legion gegen Schattenlande. Ja. Gut, das ist Maldraxxus. Mal gucken. Draka entschlüsse zu vielen Dingen. Vielleicht wird sie der neue Primus. Oder zumindest wird sie uns die Möglichkeiten offenbaren, wie Maldraxxus einen Weg finden kann. Jetzt wieder vereint zu kämpfen. Denn wir haben es gehört, das Haus der Seuchen ist bereits gefallen. Eins von fünf Häusern. Das ist natürlich nicht so gut. Das nächste Gebiet ist der Ardenwald. In den Ardenwald kommen naturverbundene Seelen. Also man kann davon ausgehen, dass die Nachtelfen und Tauren zum Beispiel wohl mehr oder weniger alle, oder fast alle zumindest, in den Ardenwald kommen. Aber nicht nur die, sondern auch wahrscheinlich alle kleinen Tierchen, so ein schöner Hase und ein toller Bär oder so. Und auch die ganzen wilden Götter und hast du nicht gesehen. All diese naturverbundenen Seelen, die werden wohl alle im Ardenwald landen. Der Ardenwald ist jetzt auch wieder, also jedes Gebiet ist sehr speziell und besonders, muss man an der Stelle sagen. Denn anders als die anderen Gebiete ist der Ardenwald keine Endstation. Wenn du in Maldraxxus landest, ist Endstation. Entweder bist du Treibstoff, bist du Soldat, der Schatten lande. Im Schlund bist du für ewig in Qualen. Und der Bastion musst du dann ewig deiner Aufgabe nachgehen. Auf Revendorf kommen wir noch zu sprechen. Im Ardenwald ist das was anderes. Der Ardenwald ist ein Ort der Erneuerung. Es wird so umschrieben, dass wenn der Smaragdgrüne Traum der Frühling und der Sommer ist, dann ist der Ardenwald sein Zwielicht, sprich der Herbst und der Winter. Wenn eine naturverbundene Seele stirbt, also das Sterben ist ja der Herbst, verbringt sie ihre Zeit im Winter, in einem quasi toten Zustand, um dann im Frühling neu geboren zu werden. Dementsprechend herrscht auch die Winterkönigin über den Ardenwald, also der Naturregion oder wie auch immer. die Jahreszeit, die für den Tod spricht, aber natürlich zur Natur gehört. Die Bewohner des Ardenwalds sind die Nachtfee. Und die Nachtfee machen jetzt Folgendes. Mächtige Seelen, die in den Ardenwald kommen, werden mit Anima gefüttert, oder genauer genommen werden die Bäume des Ardenwaldes mit Anima gefüttert. Und diese Bäume wiederum füttern die Seelen oder die mächtigen Seelen, sodass eines Tages eine Seele so stark mit Anima angereichert ist, dass sie ins Leben zurückkehren kann oder einen erneuten Frühling erleben kann. Das ist auch der tiefere Grund, warum wir bestimmte Naturerscheinungen oder Naturlebewesen mehrmals gesehen haben. Zum Beispiel so wilde Götter wie Malorn, der ist auf einmal wieder da gewesen in Cataclysm, obwohl der ja eigentlich schon vor Ewigkeiten gestorben ist. Der Ardenwald ermöglicht naturverbundenen Seelen wieder neu zu erblühen und wieder ins Leben zurückzufinden. Sehr spannend. Also die Schattenlande sind keine Endstationen. Das kann ein Zyklus sein. Und auch dahingehend spannend, weil das ist jetzt wieder eher ein Hinweis auf das Bild der Titanen. Die Titanen haben ja gesehen, Leben und Tod stehen sich gegenüber und bedingen einander, so wie auch die Jahreszeiten einander bedingen und einen Zyklus bilden und so weiter. Das ist auch kein Wunder, dass die Titanen das so interpretiert haben, denn es gab ja einen Titan, nämlich Eona, der den Zwarakgrünen Traum total geil fand. Und die hat da immer rumgeweilt und hat sich überlegt, wie die Natur denn aussehen muss, abseits von Maschinen und so weiter, worum sich die anderen Titanen gekümmert haben. Und dementsprechend hat wahrscheinlich besonders Eona Einsicht in die Funktionsweise des Zwarakgrünen Traums, der ja im Wesentlichen eine Existenzebene des Lebens ist, gewonnen, die ja dem Schattenlanden wohl gegenübersteht. Zumindest in dieser Interpretation, ohne Zwielicht zwischen Adenwald und Zwarakgrünen Traum. Und deshalb sehen die Titanen vielleicht auch die Schattenlande so, weil das ihr einziger Einblick in die Schattenlande war, nämlich durch den Zwarakgrünen Traum auf den Adenwald. Und deshalb kamen die vielleicht erst auf die Idee, dass die Sachen sich gegenüberstehen und die Rest der Schattenlande haben die gar nicht gesehen, die Titanen möglicherweise, wer weiß. Genau, jetzt ist das Ding, der Wald stirbt. Denn dadurch, dass dieser Seelenstrom umgelenkt worden ist und jetzt nicht mehr von den Seelenrichtern manchmal Seelen in den Adenwald geschickt werden, fehlt das Anima, um die Bäume am Leben zu erhalten. Und wenn die Bäume nicht am Leben erhalten werden können, muss die grausame Entscheidung getroffen werden, wer Anima bekommt und wer nicht. Nicht mit anderen Worten, wer stirbt und wer lebt. Der Wald selbst stirbt. Die Wildnis erzittert vor meinem Zahn. Der Schleier des Albtraums fällt. Endlich schlafe ich erneut den tiefen Schlaf im großen Wald des Jenseits, bis ich der Wildnis erneut dienen kann. Dritten im Vincent Willkommen in meinem Hain, mein Freund. Meine Königin, ich beschütze diese Seelen in ihrem Winter. Ich sorge dafür, dass sie in ihrem Frühling wiedergeboren werden. Was auch passiert. Ich schwöre es, meine Königin. Ich schwöre es. Ruht in Frieden und träumt. Diese Dürre findet einfach kein Ende. Hier. Hier. Ich weiß, es ist nicht viel. Wir haben keine andere Wahl. Entzieht diesem Hain alles. Alles. Nein! 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 Das ist mein Hain! Ihr werdet sie nicht zerstören! Aralon! Wir sind nicht eure Feinde. Jeder, der meinen Hain bedroht, ist mein Feind. Ich stehe unter Eid! Meine Königin! All die Zeit habe ich geglaubt, dass ihr uns rettet. Und jetzt schickt ihr Plünderer zu meinem Hain! Wieso? Ihr wisst, was bevorsteht. Der Ardenwald stirbt. Wir müssen ihn retten. Die Königin hat die wilde Jagd gerufen. Euer Hain musste sterben, damit andere leben können. Opfert ihr eine Seele für das Wohl des Waldes? Oder werdet ihr euren Eid halten? Ihr habt ein reines Herz. Ich werde eure Wahl respektieren. Ein letztes Mal dient ihr der Wildnis. Ihr werdet nicht vergessen. Vergessen. Vergebt mir, mein Freund. Ich jage für euch, meine Königin. Für den Ardenwald. Für den Ardenwald. Und die Seelen, die noch zu retten sind. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Der Ardenwald. Ja. Der Ardenwald. Ja, ja. Was soll man groß zu sagen? Am Anfang sehen wir den Ursog, den Bär. Ein sehr mächtiger Bär. Den wir in der Instanz Smarrack grüner Albtraum töten. weil er dem Albtraum einheimgefallen ist und ja, jetzt sehen wir er ist natürlich in den Ardenwald gekommen weil er einen, ich glaube es ist sogar ein wilder Gott gehört, Ursachs, dem wilden Gott dann ich glaube schon, auf jeden Fall wird er als eine mächtige Seele oder eine naturverbundene Seele, kommt er auf jeden Fall in den Ardenwald und wird dort versucht wieder zu beleben ja, da ist er Nachtfee und versucht ihn die ganze Zeit mit Anima zu füllen aber dann kommen irgendwann ein paar andere Leute von seinen Jungs, von seinen Verbündeten, wenn man so möchte und die fangen an da das Anima über raus zu saugen und er denkt sich so was ist der Hell, das ist mein Hain, geh weg und naja, dann geht in Brindt dieser Streit und er sagt, nee was doch, aber wir müssen doch und sowieso und dann kommen die Winterkönigin und sogar die Winterkönigin die wahrscheinlich schon alles gesehen hat und uralt ist auch sie bekommt eine Träne über die Wange und sagt, hey du bist ein, du hast eine reine Seele und ich akzeptiere dein Urteil wir machen das ja auch nicht gerne aber der Wald stirbt und entweder du unterstützt die wilde Jagd also diese dieses ja dieses Aussaugen von Gebieten wo man die halt als entbehrlich gelten, damit der Wald an und für sich überlebt oder wir haben ganz andere Probleme und dann dann ist er halt auch er weiß halt auch nicht, was er sagen soll dann sagt er, ja gut, wenn es nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders man muss natürlich auch dazu sagen Ursock selbst wenn man dem das erzählt hätte, dann würde er wahrscheinlich auch sagen, okay, dann gebe ich halt meine Seele hin und dann sterbe ich halt für immer und ewig wenn dadurch der Adenwald überleben kann, dann würde der das wahrscheinlich auch machen ja, ja es ist ein sehr trauriges Gebiet aber man muss auch sagen von allen Gebieten als ich das erstmal von den Gebieten gehört habe war der Adenwald das Gebiet, worauf ich am wenigsten Bock hatte und nach dem Trailer dachte ich mir geil, ich will in den Adenwald also der Trailer ist wirklich sehr stark da muss man der ist sehr emotional, der nimmt einen schon richtig mit so kommen wir zum letzten Gebiet, nämlich Revendreth das ist wieder ein bisschen ein ganz schön geheimnisvolles Gebiet und zwar wer kommt da so hin? da kommen böse, arrogante Sünder hin nicht die super, super, duper Schurken die kommen ja alle in den Schlund, aber böse Leute, zum Beispiel Garrosh Garrosh ist noch böse nicht allzu böse so dass er nicht in den Schlund kommt aber böse genug für Revendreth der man könnte auch meinen okay Garrosh, der kommt nach Maldraxxus der ist doch ein krasser Krieger nee, nee, nee der ist zu böse der kommt erstmal nach Revendreth und muss dort gequält werden er ist aber nicht böse genug um in ewiger Verdammnis zu landen naja okay und wenn so eine Seele nach Revendreth kommt muss diese Seele in ewiger Sühne leben also oder nahezu ewig es ist dann doch nicht ewig aber er wird dann bestraft gefoltert und gequält und eines Tages könnte es sein dass man dann befreit ist dass man seine Buße getan hat dass alle Sünden abgegolten sind und dass zum Beispiel ein Garrosh wenn er nur ewig lange genug gequält wurde theoretisch zum Beispiel dann eine wie sagt man geläuterte Seele ist und dann ist er halt nur noch ein Krieger und dann dürfte er nach Matraxxus zum Beispiel Revendreth hat dahingehend was Gutes an sich weil es bewahrt die Seelen vor ewiger Verdammnis zumindest wenn sie nicht allzu evil sind also wenn es noch wenn es noch Hoffnung gibt dass eine Seele Buße tun kann also offensichtlich bei Garrosh gibt es noch Hoffnung dass er erkennt dass das alles nicht so gut war und dass man ihn genug bestrafen kann dass das irgendwann mal abgegolten ist die Bewohner von Revendreth heißen Ventür und das sind sehr dekadente Burschen die halten sich selbst für super super geil und die leben in so einer Adelsgesellschaft manche sind besser und höher gestellt als andere so ein richtiges Schichtensystem und die haben was sehr Vampirisches an sich für die ist Anima Lebenssaft also die trinken das einfach nur um sich besser zu fühlen und sich zu ermächtigen was interessant ist auch an dem Gebiet Revendreth ist da sind so Gargoyle ähnliche Wesen die den Nazrysien sehr ähnlich sind und der Anführer dieses Gebietes Denatrius der ist ein bisschen finster drauf und man hat so ein bisschen das Gefühl der macht schon lange nicht mehr das was er eigentlich sollte nämlich Leute foltern damit die irgendwann geläutert sind und dann ihr normales Leben in den Schattenland führen können sondern der nutzt diese Situation schamungslos aus nur um sich selbst immer weiter zu bereichern und ein immer besseres Leben zu haben das heißt er wird korrupt und auch seine Anhänger werden vielleicht teilweise korrupt und diese Korruption spricht der eigentlichen Mission dem eigentlichen Grund seines Daseins entgegen mit anderen Worten Denatrius muss weg und jemand anders muss dahin also irgendein neuer Herr wird benötigt aber was sehr mysteriös ist ist dass diese Segaros die da auch irgendwie leben die sehen so ähnlich aus wie die Nasrezim wenn da nicht auch ein Zusammenhang herrscht dann weiß ich ja nicht da weiß ich ja nicht schauen wir uns mal an was der gute Denatrius denn so zu sagen hat denn der redet sehr gerne so zu sagen dann An mein teures Volk von Revendreth. Heute wende ich mich voller Zuversicht an euch. Selbst in diesen schweren Zeiten. Zunächst versichere ich euch, dass unsere heilige Mission, den schändlichsten Seelen beim Büßen für ihre Sünden zu helfen, heute und für immer oberste Priorität hat. Unsere Rituale sind effektiv. Unser Urteil hart, aber gerecht. Wir Wendtier tun unser Möglichstes, irgendwann allen Erlösung zu bringen, die danach streben. Durch eure gewissenhafte Arbeit bleibt letzten Endes selbst den bösesten und stolzesten Wesen eine Ewigkeit im Schlund erspart. Leider ist jüngst der Zustrom solch überheblicher Seelen fast gänzlich versiegt. Und daher geht die Anima, unsere kostbarste Ressource, langsam zur Neige. Selbst wir, die Getreuen, die die Anima extrahieren, sind nicht von dieser mysteriösen Dürre verschont geblieben. Sicher, wir haben immer noch unsere bewährten Quellen, unsere Arbeitstiere. Doch ich fürchte, das wird nicht ausreichen. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um mehr Anima zu sammeln. Aber, kurz gesagt, wir alle, ab reich oder arm, müssen zum Wohle aller Opfer bringen. Daher habe ich mich entschlossen, Rationierungsmaßnahmen zu ergreifen, durch die Anima dort verfügbar bleibt, wo sie am meisten gebraucht wird. Auf diese Weise bleibt unser Volk stark und unser Land gesund. Trotz der Bemühungen all jener, die diese Krise für ihre eigenen Zwecke ausnutzen wollen und sich gegen die rechtmäßigen Strukturen unserer Gesellschaft auflehnen. Seid versichert, wir werden diese Missetäter ihrer gerechten Strafe zuführen. Natürlich mit Nachsicht und Milde. Ich bin schließlich ein gütiger Herrscher. Meine Treuen untertanen. Wir tun, was wir können, um die Anima-Produktion anzukurbeln und Ravendrefs edlen Zweck zu erfüllen. Bleibt treu und entschlossen und wiss, dass ich uns alle in eine bessere Zukunft führen werde. Super Kärchen, auf jeden Fall. Man merkt schon, der ist ein bisschen schwierig, der Kollege. Aber ich mag ihn. Also ich glaube, es ist ein Bösewicht, auf den ich mich wirklich sehr freue. Ich glaube, von allen Bösewichten, die uns in Shadowlands erwarten, freue ich mich aktuell wahrscheinlich auf den am meisten. Ich glaube, ich freue mich auf den sogar mehr als auf den Kerkermeister oder auf Sylvanas. Ich freue mich auf Sylvanas, ob die jetzt wirklich böse ist oder so, keine Ahnung. Aber der hat irgendwie sowas, sowas Ekelhaftes, Sympathisches an sich. Ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben soll. Der hat so einen gewissen Charme, aber so einen ekelhaften Charme. So, hei, 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 was redet der denn da? Denkt man sich die ganze Zeit, auf jeden Fall ein cooler Typ. Genau, er hat Rationierungsmaßnahmen eingeleitet, erzählt er da ja. Was er damit meint ist, er dürrt oder dürrt, ich weiß nicht, ob dürren das richtige Wort ist, aber er nimmt von den Armen noch mehr. Also er macht die Armen noch ärmer, dass sie quasi zugrunde gehen, um die Reichen noch reicher zu machen. Und dieses Schichtensystem wird immer stärker und stärker ausgeprägt. Und man sieht ja richtig, wie die da anstehen, um Anima, Buße, Zoll oder wie auch immer leisten zu müssen, ihre Steuern an Anima zu zahlen, damit es den Reichen gut geht. Ja, das wird uns in dieser Zone mit Sicherheit erwarten, um diesen Konflikt zu lösen und auch diese Ungerechtigkeiten wieder ins Lot zu bringen. Es gibt eine interessante Szene, nämlich die hier, wo einer, der wohl ein bisschen seinen Steuern nachgekommen ist oder so, der bestraft wird und ins Licht geschickt wird. Natürlich ist das jetzt ein bisschen diese Vampir-Geschichte von wegen Licht und so weiter. Aber nee, nee, hier steckt eigentlich was anderes hinter, außer der künstlerischen Geschichte. Dieser Lichtstrahl ist übrig geblieben, als die kosmischen Mächte des Lichtes die Schattenlander angegriffen haben. Da sind wir wieder. Diese kosmischen Mächte, die bekriegen sich alle untereinander. Und die kosmischen Mächte des Lichtes haben die Schattenlander angegriffen und das ist übrig geblieben. Sozusagen so ein Siegel des Einbruchs ist noch offen und da ballert immer noch die heilige Magie rein. Und wenn du da so einen Toten reinstellst, dann wird er einfach gebraten von der Magie des Lichtes. Und an dieser Stelle habe ich mir so gedacht, also natürlich kämpfen die verschiedenen Kosmosmächte sowieso gegeneinander, schon klar. Aber könnte es nicht sein, dass das Licht mit einem ganz bestimmten Grund in den Schattenlander angegriffen hat? Mit einem ganz bestimmten Hintergrund. Und dann habe ich mich erinnert an Kaliaminithiel. Vielleicht musste das Licht in die Schattenlande, weil sie herausfinden wollten, wie man Tote erweckt. Also sie wollten was über Nekromantie lernen. Vielleicht war das der Grund, warum das Licht die Schattenland in diesen speziellen Fall angegriffen hat. Ist natürlich hart spekuliert, aber gut. Auf jeden Fall ganz interessant. So. Damit haben wir die vier Zonen durch. Es gibt noch eine unabhängige Zone sozusagen, außer den Schlund und die anderen vier Zonen. Gibt es noch Oribos oder Oribos oder mal gucken, wie wir es aussprechen im Deutschen. Das ist die Anlaufstelle für Seelen. Also normalerweise, wenn alles funktionieren würde und der Seelstrom nicht in den Schlund gelangen würde, würde die Seele nach Oribos getragen werden. Denn dort ist der Seelenrichter. Und da gibt es auch so mysteriöse Bürger, die dort leben, die wohl mit dem Seelenrichter zusammen erschaffen worden sind oder vom Seelenrichter erschaffen worden sind, dazu erschaffen worden sind, dass der Seelenrichter seine Arbeit machen kann. Irgendwie so. Und diese Bewohner dieser Stadt, die handeln mit Anima wie selbstverständlich, wie wir normalerweise mit Gold handeln. Und diese Aufenthalt des Seelenrichters und dieser mysteriösen Stadt, das wird sozusagen unser neues Schadrat oder unser neues Dalaran. Das wird eine große unabhängige Stadt werden in Shadowlands, wo wir rumhängen und uns mit unseren T-Box angeben oder so. Also bin ich sehr gespannt und da werden wir wahrscheinlich auch mehr über den Seelenrichter lernen. Jetzt kommen wir zur letzten Folie von dem ganzen Spaß. Und zwar stellt sich natürlich jetzt am Ende die Frage, warum macht Sylvanas all das? Warum zerreißt Sylvanas die Krone Dominanz? Es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten und Motivationen, die Sylvanas hier haben könnt. So hundertprozentig wissen tun wir es nicht. Die erste und ganz stumpfe Vermutung wäre Machtgier. Und Sylvanas will einfach nur mächtig werden. Und die hat erkannt, was für eine Macht der Kerkermeister hat. Und diese Macht will sie auch haben. Und super, okay. Ist ein richtig stumpfes Motiv. Aber wäre jetzt auch nicht das erste Mal im World of the Universe, dass Charaktere nach Macht streben. Zum Beispiel Gul'dan oder Illidan haben das schon gemacht. Und die waren auch beide bereit, ihr Volk dafür zu verraten. Und vielleicht hat Sylvanas das auch gemacht. Ich fände es ein bisschen stumpf und ich glaube, da steckt mehr hinter. Aber es könnte ein zusätzliches Motiv sein. Eine Idee ist auch, Sylvanas möchte nicht oder nie wieder im Schlund landen. Weil Sylvanas hat ja die Erfahrung gemacht, wie es ist, im Schlund ewige Qual zu erfahren. Und so absurd das klingt, vielleicht ist ihre Methode, das zu vermeiden und vielleicht auch für alle anderen das zu vermeiden, den Schlund zu verändern, zu erobern, zu gestalten nach ihren Vorstellungen oder was auch immer. Oder sich mit dem Schlund zu verbünden oder wer weiß. Also sie hat auf jeden Fall erfahren, was es heißt, im Schlund für immer und ewig gepeinigt zu werden. Eine andere Idee, die ist jetzt eher davon geprägt, was uns in den vorherigen Addons geschehen ist und was für Einflüsterungen wir von den alten Göttern, von Ilgenov, von Enzhoff und so weiter haben. Und was das Licht auch so treibt mit irgendwie, sie erwecken Kalia wieder und Lutraxion, also diesen anderen Nasrezim. Ist das vielleicht ein höherer Krieg, den wir noch nicht so richtig durchschauen? Kämpft hier nicht nur den Licht gegen die Leere, sondern auch noch gegen den Untod. Also Licht gegen Leere, gegen Untod und Tod gegen Licht. Und offensichtlich haben wir drei riesige kosmische Mächte, die einen Krieg führen, den wir noch gar nicht in Ansätzen durchschauen. Aber Sylvanas vielleicht schon. Warum auch immer sie den durchschaut, vielleicht weil der Kerkermeister ihr es erklärt hat oder so und sie gesehen hat, okay, Sylvanas ist vielleicht mein Messias oder meine Auserwählte, damit ich eine bestimmte Schlüsselfigur habe, womit ich Einfluss auf die Realität bekomme, um damit wieder Einfluss zu haben und Krieg gegen die Leere oder sonst was zu führen. Man weiß es nicht so genau, aber das könnte ein Motiv sein. Wir erinnern uns hier vor allem auch an das Zitat, der Tod ist der Feind aller Dinge, beziehungsweise Licht ist ein Bündnis mit dem Feind aller Dinge eingegangen. Und Sylvanas sagt zum Beispiel am Windläufer-Turm gegenüber dem Spieler oder dem Champion und Nathanaus sagt sie den Satz, auch Enzod wird dem Tod dienen. Das spricht sehr stark für, der Tod gegen die Leere. Und das spricht auch dafür, dass die alten Götter wohl auch in den Schatten landen. Oder dass der Tod plant, wer auch immer der Tod genau ist, vielleicht ist damit der Kerkermeister gemeint oder mehr oder was anderes, wer weiß, dass der Tod vielleicht die Realität erobert, wovon die alten Götter ja auch ein Teil sind. Oder sogar vielleicht will der Tod, also der Kerkermeister, den Void angreifen. Ich weiß es nicht. Aber das sind Sätze, die mir zu diesem Thema eingefallen sind. Und was ich auch in Kombination mit dem Schlund vermeiden für möglich halte, dass Sylvanas das mit diesen Ersten so ein bisschen verstanden hat und mit dem Kerkermeister und Pipapo und sie die Idee hat, ey, ich gründe einfach meinen eigenen Pakt. Vielleicht zusammen mit dem Kerkermeister, weil ich es alleine nicht kriege. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Das ist alles eine Nummer zu groß für mich. Aber vielleicht denkt sie sich, den Tod gänzlich besiegen geht nur, wenn wir eins mit dem Tod werden. Sie wird uns alle befreien. Sie wird uns befreien von den Pakten. Denn diese Pakte, die sind auch alle nicht so nice. Also wenn man mal genauer drüber nachdenkt, hier in der Bastion, da gibst du deine eigene Identität auf, nur um ewig und für immer und alle Tage sozusagen Diener von dieser heiligen Mission zu sein. Im Adenwald, wenn du Glück hast, wirst du wiederbelebt. Wenn du Pech hast, bist du einfach nur irgendwie so ein magischer Saft für so einen Baum und dann bist du ein Eichhörnchen im Adenwald und das war's. In Maitraxos bist du für immer und ewig dafür auserwählt, dass du irgendwie ein Soldat bist, also in einem ewigen Krieg gefangen. Und wenn du nach Revendorf kommst, wirst du dein Leben lang gepeinigt. Also irgendwie sind die Schattenlande gar nicht so nice als jenseits. Und vielleicht denkt sich, Silvanas, ich mach meinen eigenen Pakt und das wird das Paradies. Silvanas möchte das Paradies in den Schattenlanden gründen. Warum nicht? Weil sie weiß, der Schlund ist megakack und der Rest ist auch nicht so cool. Vielleicht ist das ihr Anliegen. Und sie kann sich gleichzeitig auch noch zu so einem Ersten machen und wird noch mächtiger. Das deckt sich auch wieder ein bisschen mit der Machtgier. Da wird ganz viel kombiniert dann. Es gibt auch einen sehr, sehr großen Informationsmangel. Wir können ehrlich gesagt nicht so wirklich sagen, was geht da eigentlich ab. Also wir sind alles nur so Spekulationen, mögliche Erklärungen. Unterm Strich könnte es auch einfach sein, dass Silvanas gar nichts verstanden hat und die Alte ist einfach durchgedreht. Die erträgt das nicht mehr nach all den Jahren und all die Einflüsterungen und was alles nicht passiert ist. Und sie ist einfach nur bekloppt geworden. Finde ich auch lame. Ist genauso lame aus meiner Sicht, wie sie ist einfach nur machtgierig. Und wir haben großen Informationsmangel zu Illun sowieso. Ich habe auch so gewisse Verbindungen zum Seelenrichter gefunden. Ich habe immer mal wieder auch erwähnt, manchmal tritt Illun als Gegenspieler zu Silvanas auf. Zwar nicht direkt, aber immer indirekt gibt es auch mal wieder so Hinweise. Vielleicht spielt Illun in dieser ganzen Geschichte irgendwann nochmal eine Rolle. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Wir wissen zu wenig über die Ordnung in den Schattenlanden. Wir wissen zu wenig darüber, wo der Seelenrichter herkommt. Wie sein kann, dass ein Wesen mit unendlicher Weisheit einschläft. Wir wissen nicht, wo der Primus hin verschwunden ist. Wir wissen nicht, warum der Kerkermeister gefangen genommen worden ist. Warum er gefangen genommen worden ist. Seit wann das der Fall ist. Wir wissen eigentlich auch nicht, wer die Guten und wer die Bösen sind. Wir wissen nur, wer behauptet, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Nämlich alle behaupten, der Kerkermeister sei der Böse und die anderen sind die Guten. Ja, unterm Strich wissen wir, wie so oft im Warcraft-Universum, viel weniger, als wir wissen. Denn immer, wenn wir etwas erfahren, stellen sich viel mehr Fragen und viel mehr neue Türen tun sich auf, als geschlossen werden. Und das ist ja unterm Strich auch der Grund, warum ich das alles so geil finde. So, okay. Und damit sind wir durch. Und ich habe zum Abschluss, habe ich mir ein Video rausgesucht, was ich kaum gucken kann, ohne dass mir die Tränen kommen. Und deswegen gucken wir zum Schluss ein wunderbares Video. Kriegsgeschrei. Mein Sohn, eine schreckliche Finsternis kehrt in diese Welt zurück. Vater, was soll ich jetzt tun? Was ein König tun muss. Was machst du da, mein Sohn? Dich beerben, Vater. Aber ihr müsst aus den Schatten treten und führen. Sammelt die Horde und führt euer Volk seinem Schicksal entgegen. Schon einmal haben wir vereint gekämpft. Was soll jetzt anders sein? Wir zwei. Alter Freund für uns zwei. Gibt es kein Versteck? Nein! Und alles wird durchschatten meiner Schwingen. Dachtet ihr, wir hätten vergessen? Manchmal muss man dem Schicksal nachhelfen. Dies sollte nicht unsere Bestimmung sein. Zeiten ändern sich. Und nun wagt ihr es, mein Reich zu betreten. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Am Tage deiner Geburt raunten selbst die Wälder von Lordaeron den Namen. All das. Niemand wird uns je versklaven! Für uns ist die wahre Frage, die folgt. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Für die Allianz! Für die Horde! Für Azeroth! Wofür ihr auch kämpft. Ihr kämpft... ...niemals... ...allein. Ich kann das wirklich kaum gucken, ohne dass mir die Tränen kommen. Weil da so viele Erinnerungen und so viele Ereignisse und überhaupt hängen. Das ist wirklich schlimm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, das war sehr ausführlich und sehr lang, aber... So ist das halt, ne? Ja, 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 ja. Ich weiß, das war sehr, ja, 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 ja.